Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Jasmine Gelenor, Schwestern des Mondes. Die Vampirin. Aus dem Englischen von Katharina Volk. Gelesen von Nana Spier. McGregor, falls du glaubst, du könntest deine letzten Drinks auf meine saubere Theke kotzen, hast du dich geirrt. Geh sofort aufs Klo, sonst versetze ich dir einen Tritt, dass du mitten auf der Straße landest. Dann erfährst du am eigenen Leib, wie man sich als plattgefahrener Igel fühlt. Ich wischte mir die Hände an einem der frischen weißen Tücher ab, mit denen wir die Bar des Wayfarer sauber hielten, und hängte es sorgfältig über die Stange hinter dem Tresen, während ich den Goblin im Auge behielt. Ich mochte Goblins nicht. Sie waren nicht nur hinterlistige kleine Kriecher, sie stellten auch eine potenzielle Bedrohung für meine Schwestern und mich dar. Die Goblin-Horden waren Verbündete unseres Miststücks von einer Königin zu Hause in der Anderwelt, die eine Todesdrohung über uns verhängt und uns damit praktisch ins Exilverband hatte. Bis der Bürgerkrieg vorüber und die Königin besiegt war, mussten wir entweder erdseits bleiben oder andere Städte aufsuchen, falls wir heim in die Anderwelt wollten. Nach Jelestrial konnten wir jedenfalls nicht. Ein falsches Wort. Und Goblins waren notorische Petser, könnte Königin Letesana genügen, um herauszufinden, wo wir waren. Die Elfen hatten uns geholfen, das Portal im Keller des Wayfarer in die dunklen Wälder von Finstrenwirt umzulenken. Das schützte uns zwar vor der unmittelbaren Gefahr, dass die Wachen der Königin durchkommen könnten, dafür mussten wir uns jetzt damit herumschlagen, dass alle möglichen anderen Geschöpfe durch das Portal herüberschlichen. Aber wir wagten es nicht, das Portal dauerhaft zu schließen. Wir brauchten einen schnellen Zugang zur Anderwelt. Es hätte mir ja nichts ausgemacht, wenn nur hin und wieder irgendein Schläger zur Tür hineingeschneit wäre, aber die Elfen, die die andere Seite des Portals bewachten, waren faul. Allein in dieser Woche hatte ich mir vier Prügeleien mit Feen geliefert, die hier Unheil stiften wollten, drei Kobolde ausgeschaltet, einem grapschenden Gnomen die Tour vermasselt und mit Mühe und Not einen pothäßlichen Babytroll wieder eingefangen, der sich irgendwie durchgeschmuggelt hatte. Versuch's nochmal, mich rauszuschmeißen, Püppchen. Dann zeig ich dir, wozu Frauen gut sind. Der Goblin reckte mir mit einem dreckigen Grinsen das Becken entgegen und fasste sich in den Schritt. Er war wirklich sturzbetrunken. Wenn er nicht so voll gewesen wäre, hätte er sich schleunigst verpisst und noch draußen vor Angst geschlottert. Seinem Gesichtsausdruck nachzuschließen blieben mir noch etwa fünf Minuten, ehe sein Abendessen wieder an der Luft erschien. »Nein, lass mich dir zeigen, wozu Frauen gut sind«, sagte ich leise und setzte mit einem Sprung über die Bar. Seine Augen weiteten sich, als ich lautlos neben ihm landete. Ich konnte seinen Puls riechen und sein Herzschlag hallte in meinem Hinterkopf wieder. Obwohl ich nicht mal für viel Geld Goblinblut angerührt hätte, außer ich wäre am Verhungern, fuhr ich die Reißzähne aus und lächelte ihn an. »Heige Scheiche!« Er versuchte zurückzuweichen, schaffte es aber nur, sich zwischen seinem und dem nächsten Barhocker einzuklemmen. Ich riss ihn am Kragen heraus und ging hinüber zur Kellertreppe, wobei ich ihn hinter mir herschleifte. Er wehrte sich, aber aus meinem Griff würde er sich nicht herauswinden. »Grüß Sandra, pass mal kurz auf die Bar auf.« »Klar, Boss?« Grüß Sandra war meine beste Kellnerin. Sie hatte eine Weile als Türsteherin drüben im Johnny Dingus gearbeitet, ist aber irgendwann satt gehabt, sich für einen Hungerlohn von schmierigen Typen anmachen zu lassen. Ich bezahlte mehr und meine Gäste wussten, dass es besser für sie war, die Angestellten in Ruhe zu lassen. »Zumindest die meisten«, dachte ich mit einem Blick auf den Goblin und warf ihn mir über eine Schulter, um ihn die Treppe hinunterzutragen. Der Goblin quiekte und trampelte mir gegen den Bauch. »Lass das, du Sack! Du kannst deine Kinderschüche noch ein Jahrhundert lang in meinen Bauch rammen, ohne dass ich eine Delle kriege!«, sagte ich, dann fauchte ich ihn an. Er erbleichte. »Oh, Scheiße!« »Ja, das trifft es ganz gut«, sagte ich. »Ein Vampir zu sein hat auch seine Vorteile.« Als ich den Keller betrat, blickte Tava von ihrem Posten in der Nähe des Portals auf, das wie ein Nebelfleck zwischen zwei großen Minieren hing. Sie sah den Goblin an, dann mich. »Dachte ich's mir doch, dass der hier nichts zu suchen hat.« Sie verstummte vage, als ich den Unseligen zu Boden schleuderte. »Wir können ihn auf keinen Fall durch das Portal zurückgehen lassen. Ich schlage vor, du genehmigst dir einen kleinen Snack«, sagte ich. Tava blinzelte, dann lächelte sie, wobei sie reichlich Zähne zeigte. Sie war nicht so mäglich wie ich, was ihre Mahlzeiten anging. »Danke, Boss«, sagte sie, als ich mich abwandte, um wieder nach oben zu gehen. Hinter mir stieß der Goblin einen erschrockenen Schrei aus, der abrupt abgeschnitten wurde. Ich hielt einen Augenblick lang inne. Im Keller war es still, bis auf leise, schleckende Geräusche von Tava. Sacht schloss ich die Tür und kehrte in die Bar zurück. Wir durften nicht riskieren, dass der Goblin zurück in die Anderwelt oder gleich nach Jelestrial rannte und dort Sachen herum erzählte. Weder die Königin noch die verstreuten Reste des A.N.D. wussten, dass wir noch hier waren. Und ich wollte, dass es so blieb. Im Wayfarer steppte der Bär. Als mir dieser Job an der Bar zugewiesen worden war, hatte ich mich damit abgefunden, einen Haufen betrunkener Penner und trauriger heimatloser Gestalten zu bedienen. Aber zu meiner Erleichterung und Überraschung tranken die meisten Feen, die in den Wayfarer kamen, zwar genug, um sich zu amüsieren, aber nicht so viel, dass es ständig Ärger gab. Die Vollblutmenschen unter meinen Gästen waren auch ganz in Ordnung. Sie zahlten gutes Geld dafür, ihre Abende in der Gesellschaft diverser Feen und erdgebundener, übernatürlicher verplempern zu dürfen. Naja, bis auf die Feen meiden, und die gingen mir nur auf die Nerven, weil sie knauserig waren. Ich meine, sie kauften sich einen Drink und nuckelten den ganzen Abend daran herum, belegten aber kostbare Plätze in den Sitznischen. Sie waren nur aus einem einzigen Grund hier, um sich von irgendeinem sexgierigen Bewohner der Anderwelt ins Bett zerren zu lassen. Um ehrlich zu sein, fand ich sie eigentlich eher bemitleidenswert als nervig. Es war ja nicht ihre Schuld, dass sie so empfänglich für Siedepheromone waren. Wenn sich hier irgendjemand hätte beherrschen müssen, dann die Feen aus dem Volk meines Vaters. Wir Siede wussten genau, was passieren konnte, wenn Sex im Spiel war, aber viele Menschen verstanden das nicht. Im Lauf der Monate hatte ich allerdings gelernt, die Klappe zu halten. Wenn ich nämlich doch einmal versucht hatte, eine schwer verknallte Feenmeid von ihrem Vorhaben abzubringen, war ich nur auf Unverständnis gestoßen. Manche waren richtig wütend geworden. Da das Goblin-Problem nun gelöst war, kehrte ich an meinen Tresen zurück, gerade rechtzeitig, um Camille und Trillian zur Tür hereinspazieren zu sehen. Meine älteste Schwester Camille sah umwerfend aus, mit langem Raben, schwarzem Haar und violetten Augen. Sie war kurvenreich und sinnlich. Ihr Kleidungsstil so eine Art Designer-Sado Maso. Heute trug sie ein Lederbüstier und einen fließenden Chiffonrock. Trillian sah aus wie eine Figur aus Matrix in seinem langen Mantel aus schwarzem Wildleder, schwarzen Jeans und einem schwarzen Rolli. Er war ein Zwartaner, finstere Cousins der Elfen, und seine Kleidung und sein Teint ergaben eine große pechschwarze Gestalt, eingerahmt von silbernem Haar, das ihm bis zu den Hüften reichte. Es wellte sich und wogte. Dieses Haar hatte wahrhaft ein Eigenleben. Die beiden als Paar waren jedenfalls ein echter Hingucker. Ich wartete, bis sie sich einen Tisch ausgesucht hatten, wischte mir dann die Hände am Barttuch ab und warf es Chrysandra zu. »Ich mach kurz Pause«, sagte ich, und ging mit einem Kelchblütenwein für Camille und einem Scotch on the Rocks für Trillian zu den beiden hinüber. Ich musste den Zwartaner nicht unbedingt haben, aber ich wollte mit Camille reden. Sie blickte auf, als ich neben ihr auf die Bank glitt, und ich drückte sie kurz an mich. Trillian ließ ein Lächeln aufblitzen. Wie üblich ignorierte ich ihn. »Was habt ihr herausgefunden?« fragte ich meine Schwester. Sie lehnte sich zurück und schüttelte den Kopf. »Sie sind verschwunden. Trillian hat überall gesucht, aber keine Spur von Vater oder Tante Ritva gefunden. Ihre Häuser waren verlassen. Alles war weg. Scheiße. Ich starrte auf meine Fingernägel hinab. Sie waren perfekt, und das würden sie auch für immer sein. Hatte niemand eine Ahnung, wo sie stecken könnten. Nun meldete sich Trillian zu Wort. »Nein. Ich habe alle meine üblichen Quellen abgeklappert, ohne Erfolg. Dann habe ich es geschafft, ein paar weitere aufzuspüren, die gar nicht glücklich darüber waren, mich zu sehen. Sie schulden mir eine Menge und hatten gehofft, sich noch ein Weilchen vor mir verstecken zu können. Aber offenbar hat wirklich niemand eine Ahnung, wohin euer Vater und eure Tante verschwunden sein könnten.« »Du glaubst doch nicht, dass Letesana sie gefunden und getötet hat, oder?« fragte Camille. Ich verzog das Gesicht. Puh, das ist die Frage, die ich lieber nicht hören wollte. Doch noch während ich sprach, wurde mir klar, dass es richtig von ihr war, diese Frage zu stellen. »Nein. Ihre Seelenstatuen sind noch intakt. Ich habe im Ahnenschreien eurer Familie nachgeschaut. Außerdem wisst ihr doch, dass sie nicht widerstehen könnte, solche Gefangenen dem ganzen Hof vorzuführen, und davon hätten wir dann ganz sicher erfahren. Letesana protzt zu gern mit jedem kleinen Sieg über ihre Feinde. Sie würde öffentliche Hinrichtungen ansetzen und sie mit Pauken und Trompeten verkünden. Nein, ich glaube, euer Vater und eure Tante haben einfach ein verdammt gutes Versteck gefunden und warten, bis der Sturm vorüber ist.« Trillian lehnte sich zurück und drapierte lässig einen Arm um Camilles Schultern. Irgendwann würde ich mich damit abfinden müssen, dass die beiden wieder zusammen waren und sich daran vermutlich nichts ändern würde. Svartana bedeuteten von Natur aus Ärger, und es gefiel mir nicht, dass meine Schwester sich mit einem von ihnen eingelassen hatte. Tja, das passte mir zwar nicht, aber ich konnte kaum etwas dagegen tun. Und er war uns eine große Hilfe, das musste ich ihm lassen. Ich dachte einen Moment lang darüber nach und beschloss dann, eine weitere Frage zu stellen. »Was ist mit unserem anderen Problem?« »Noch nichts gehört«, sagte Trillian. Camille seufzte tief und in ihren violetten Augen blitzten silbrige Flecken auf. Sie hatte Magie gewirkt, und das nicht zu knapp. Königin Asterias Wachen können keine Spur von Visteria finden, und offenbar ist der Elwing-Blutclan sozusagen vom Radar verschwunden. In der Umgebung ihrer üblichen Schlupfwinkel ist nichts von ihnen zu sehen, und niemand hat etwas darüber gehört, was da vor sich geht. Aber ganz sicher führen sie nichts Gutes im Schilde. Visteria, eine fehlgeleitete Floreade, hatte sich mit einem Degard-Kommando von Dämonen, Höllenspähern zusammengetan und versucht, uns zu ermorden. Sie hatte eine nette kleine Überraschung erlebt, als wir sie stattdessen in den Kerkern der Elfenkönigin deponiert hatten. Bedauerlicherweise war sie entkommen. Gerüchten zufolge hatte sie sich nun mit jemandem verbündet, an den ich gar nicht denken wollte. Ich weiß, wozu der Elwing-Clan fähig ist. Ich schloss einen Moment lang die Augen, um die Erinnerungen zu vertreiben, die mich fertig machen würden, wenn ich mir erlaubte, ihnen auch nur einen Augenblick lang nachzuhängen. Während der Nacht, wenn ich wach war, konnte ich sie zumindest abschütteln. Also, sagte ich und begegnete ihrem Blick. Was tun wir jetzt? Camille zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, was wir tun könnten. Ich denke, wir sollten das Portal bewachen, die Nachrichten im Auge behalten und inständig hoffen, dass die Elfen mit ihrer Suche endlich Erfolg haben. Asteria hat uns geraten, Aladriel, die Stadt der Seer, zu besuchen und dort mit einem Mann namens Jaret zu sprechen. Ich wollte etwas unternehmen. Herumsitzen und darauf zu warten, dass etwas passierte, machte mich furchtbar nervös. Die beste Verteidigung ist immer noch ein guter Angriff, das war meine Meinung. Man musste die Gegner überraschen, ehe sie die Gelegenheit bekamen, uns zu überraschen. Dann brauchte man nicht ständig zu befürchten, von hinten erstochen zu werden oder mit einem Pflock durchstoßen. Ich weiß, aber was sollen wir ihm sagen? Wie können wir Antworten von ihm erwarten, wenn wir nicht einmal wissen, was für Fragen wir ihm stellen sollen? Camille tippte nervös mit dem Fuß auf den Boden. Ich konnte das Wackeln ihres Beines spüren. Ich weiß es nicht, erwiderte ich nach einer kurzen Pause. Aber wir müssen uns wirklich etwas einfallen lassen. Mit einem Clan abtrünniger Vampire im Rücken könnte Visteria eine Menge Schaden anrichten, falls es ihr gelingt, wieder in die Erdwelt vorzudringen. Glaubst du wirklich, dass die auf sie hören würden, statt sie einfach leer zu trinken? Camille runzelte die Stirn und zeichnete mit der Fingerspitze eine Spirale an ihr beschlagenes Glas, von dem Kondenswasser auf den Tisch tropfte. Vielleicht schon. Jedenfalls lang genug, um zu erfahren, wie sie hierher kommen können. Irre halten auch zusammen und der Elwing-Blutclan wird von Dredge geführt, dem größten Irren von allen. Haben wir ein Glück, was? Ich blickte zur Bar hinüber, wo sich ein neuer Ansturm von Gästen drängte. Hier ist gleich die Hölle los, ich muss wieder an die Arbeit. Wir treffen uns zu Hause. Passt bloß gut auf euch auf. Irgendetwas geht hier vor. Ich kann es fühlen. Camille hub das Gesicht, das von der sanften Deckenbeleuchtung in einen goldenen Schimmer getaucht wurde. Du hast recht. Ich rieche es im Wind und stehen böse Zeiten bevor. Ich weiß nur nicht, was genau. Sie gab Trillian einen Wink. Gehen wir. Delilah und Iris warten vermutlich schon mit dem Abendessen auf uns. Als sie sich aus der Sitznische schoben und zur Tür ging, ließ Trillian sich ein wenig zurückfallen. Augen auf, sagte er zu mir. Der Elwing-Clan wird Visteria mit Begeisterung aufnehmen. Achte sehr genau darauf, wer durch das Portal kommt. Ich nickte und er wandte sich ab. Ich mochte ihn nicht besonders, aber dumm war er nicht. Ich wandte mich wieder der Bar zu und ließ den Blick über die weiter anschwellende Menge schweifen. Binnen fünf Minuten war der Laden proppenvoll. Seit etwa einem Monat entdeckten immer mehr Erdweltübernatürliche den Wayfarer und nun kamen sie in Scharen. Neben mehreren ganz normalen Feen aus der Anderwelt entdeckte ich zwei Lykanthropen, die an einem Tisch in der Ecke die Köpfe zusammensteckten. Eine umwerfend schöne Wehrpumafrau, die ausgerechnet hier Daphne de Mauriers Rebecca las, ein halbes Dutzend Hauselfen, die in eine Art Trinkspiel vertieft waren, und ein paar VBM aus der Neue Heidenszene, die Wahrsageunterricht bei einer der Elfenseerinnen nahm, die sich in der Erdwelt niedergelassen hatte. Außerdem waren noch vier Feenmeiden da, sämtlich auf der Suche nach einem guten, harten Fick. Sie waren seit zwei Stunden hier und hatten seither ganze zwei Runden Drinks gekauft. Ich war gerade auf dem Weg dorthin, um ihnen die Meinung zu sagen, als die Tür aufflog und Chase Johnson hereinkam, mit einem hässlichen, riesigen Ketchup-Fleck auf dem Hemd. Mir lag schon ein fieser Kommentar auf den Lippen, doch plötzlich erstarrte ich, als meine Nase meldete, dass das kein Ketchup war. Chase war mit Blut beschmiert. Schwindel überkam mich, und ich zwang mich, die Augen zu schließen und bis zehn zu zählen. Eins, zwei, denk nicht mal daran, ihn anzugreifen. Drei, vier, du hast schon gegessen, ehe du zur Arbeit gegangen bist. Fünf, sechs, Chase ist Delilahs Freund, und wenn du ihm etwas tust, wird sie stinksauer sein. Sieben, acht, schieb die Versuchung beiseite. Chase ist ein netter Kerl, das kommt gar nicht in Frage. Neun, das Blut kommt nicht von Chase, es klebt nur an seinem Hemd und an dem Anzug. Zehn, atme tief durch, obwohl du nicht atmen brauchst. Stoße den Atem langsam und laut wieder aus und lass ihn die Anspannung und den Durst mitnehmen, sodass sie gereinigt werden und verfliegen. Als das letzte bisschen Luft aus meinem Körper geströmt war, öffnete ich die Augen. Jedes Mal fiel es mir ein bisschen leichter. Mit jedem Mal fühlte ich, wie wieder ein bisschen mehr Kontrolle in mein Leben einzog. Wenn ich auf der Jagd war und nicht nach Perversen suchen konnte, sondern mich von irgendjemandem nähren musste, einem Unschuldigen, der nur zufällig gerade da war, benutzte ich diese Technik ebenfalls. Sie hielt mich davon ab, dauerhaften Schaden anzurichten. Allerdings hatte ich es aufgegeben, meiner Psyche antrainieren zu wollen, diesen Vorgang als Ernährung statt als Genuss anzusehen. Es fühlte sich immer gut an und daran würde sich auch nichts ändern. Chase, was ist los? Bist du verletzt? Seine Augen weiteten sich, als er meinem Blick begegnete, doch dann schüttelte er den Kopf und wies mit einem Nicken zur Tür. Gleich gegenüber im Kino, wir haben eine Meldung bekommen, da gäbe es irgendwelchen Ärger. Als wir hinkamen, haben wir vier Tote gefunden. Zwei Männer, zwei Frauen. Was ist passiert? Was auch immer es war, es musste übel gewesen sein. Chase war klug genug, um zu wissen, dass er nicht mit Blut beschmiert in meiner Bar auftauchen sollte. Da hier so viele Erdwelt-ÜV und Feen abhingen, galt die ungeschriebene Regel, wenn du eine blutende Wunde hast oder als Frau deine Tage, halt dich vom Wayfarer fern. Der Geruch von Blut war gefährlich, er konnte jederzeit irgendjemanden ausrasten lassen, denn Blut wirkte auf eine ganze Reihe von Übernatürlichen wie ein Aphrodisiakum. Es musste also ziemlich heftig sein, wenn Chase diese Konvention brach. Vampire, sagte er, die Opfer wurden ausgeblutet, haben aber keine offensichtlichen Schnittwunden oder andere Verletzungen. Shara hat die Leichen untersucht und tatsächlich, alle hatten zwei kleine Bissmale am Hals. Sie saßen im obersten Rang auf dem Balkon ganz hinten, allein. Es hat also niemand gesehen, was passiert ist. Vampire? Natürlich gab es Vampire in Seattle, aber welche, die sich darauf verlegten, in einem Kino über Menschen herzufallen? Das kam mir merkwürdig vor. Die anonymen Bluttrinker hatten hart daran gearbeitet, das Trinken von Unschuldigen zurückzudrängen. Ich schüttelte den Kopf. Habt ihr sie? Chase runzelte die Stirn. Wir konnten keine Spur von ihnen finden. Wir dachten, du könntest uns vielleicht helfen. Die Wunden sind frisch. Die Vampire sind vermutlich noch ganz in der Nähe. Wenn irgendjemand sie aufspüren kann, dann du. Ich stöhnte. Ich soll für euch Buffy spielen? Nenn mir einen guten Grund, weshalb ich meinesgleichen töten sollte. Chase lachte heiser. Weil du zum A&D gehörst. Weil du auf der richtigen Seite stehst, weil du weißt, dass das, was die getan haben, falsch war. Verdammt, von mir aus kannst du dich auch als Mann verkleiden und dich Angel nennen. Ist mir völlig egal. Aber hilf uns. Toll. Ganz toll. Das war also der Preis, den ich dafür bezahlen sollte, dass ich nett zum Freund meiner Schwester war. Aber wenn er mich so anstarrte und mich um Hilfe anbettelte, wie konnte ich da Nein sagen? Ich band mir die Schürze ab und warf sie auf den Tresen. Dann folgte ich Chase, der zur Tür hinaus in die dunkle Januarnacht eilte. Mein Name ist Menoli Dartigo und ich war einmal Akrobatin. Mit anderen Worten, ich war verdammt gut darin, mich irgendwo reinzuschleichen und Leute auszuspionieren. Jedenfalls war ich meistens verdammt gut darin. Zufällig bin ich aber halb menschlich von der Mutterseite und halb fee von der Vaterseite. Diese genetische Mischung führt zu Problemen. Und die Fähigkeiten, mit denen ein solches Halb-Mensch-Halb-Fehkind auf die Welt kommt, werden von gewissen Unsicherheiten verzerrt. Meine Schwestern Kamil, eine Hexe, und die Layla, eine Wehrkatze, haben diese Lektion ebenfalls auf die harte Tour gelernt. Während einer routinemäßigen Erkundungsmission passierte mir ein Schnitzer, dank meiner chaotischen inneren Schaltkreise und eines blöden Zufalls. Das war der letzte Fehler, den ich je gemacht habe. Der L-Wing-Blut-Clan bekam mich zu packen und die Spiele nicht herum. Die Folter schien eine Ewigkeit zu dauern und, nun ja, Ewigkeit gilt jetzt auch für mein Dasein. Nachdem Dredge mich getötet hatte, ließ er mich in der Welt der Untoten wieder auferstehen und verwandelte mich in einen Vampir, damit ich wie er wurde. Aber ich weigerte mich, den Dreckskerl gewinnen zu lassen. Niemand hat bei mir das letzte Wort, schon gar nicht einen Sadist wie Dredge. Meine Schwestern und ich arbeiten für den Underwelt-Nachrichtendienst, der vor ein paar Monaten abgeschafft wurde. In Jelestrial, unserer Heimatstadt in der Underwelt, ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Königin Letesana hat alle Agenten zurückbeordert und dem Militär unterstellt. Wir haben uns dafür entschieden, erdseits zu bleiben, vor allem, da sie eine Todesdrohung über uns verhängt hat. Wir sollten uns also zu Hause lieber nicht blicken lassen. Jetzt sind wir in einem Wettlauf gegen die Zeit verstrickt oder vielmehr gegen einen mächtigen Dämonenfürsten namens Schattenschwinge. Er ist sehr groß und sehr böse und der aktuelle Herrscher über die unterirdischen Reiche. Zusammen mit seinen Dämonenhorden will Schattenschwinge die Erde wie die Underwelt überrennen und die Herrschaft übernehmen. Wir haben allerdings noch ein paar Verbündete zu Hause in der Underwelt. Die Elfenkönigin Asteria hilft uns, so gut sie kann, aber das ist eben nicht viel. Meine Schwestern und ich und unsere bunt zusammengewürfelte Gruppe von Freunden sind die Einzigen, die sich Schattenschwinge in den Weg stellen, und das ist eine beängstigende Position, bestenfalls. Der Delmonico Cinema Komplex war das älteste Kino im Stadtteil Belfer, wo der Wayfarer liegt. Es war original erhalten, mit quietschenden Sesseln und einem Balkon aus den Fünfzigern, auf dem Pärchen sich schon immer zur Zelluloid-Extase geknutscht hatten. Das Delmonico hatte schon bessere Zeiten gesehen, aber für diesen Vorort von Seattle hatte es einen nostalgischen Charme, denn es stammte aus einer Zeit, als Platzanweiser tatsächlich genau das taten, als noch echte Butter aufs Popcorn kam und am Samstagnachmittag Monsterfilme gezeigt wurden. Das Kino war leer. Die Besucher hatten nicht einmal mitbekommen, was passiert war. Ich vermutete, es waren ohnehin nicht allzu viele gewesen. Unter der Woche waren die Spätvorstellungen nicht gut besucht, außer es gab irgendeinen Kultklassiker wie die Rocky Horror Picture Show oder Plan 9 aus dem Weltall. Eine junge Frau, der Uniform nach vermutlich die Kartenabreißerin, und zwei Snackverkäufer saßen auf einer Bank und warteten darauf, dass Chase Team sie endlich gehen ließ. Sie wissen nicht, warum genau wir hier sind, also sag vor ihnen am besten nichts, ermahnte Chase mich mit gesenkter Stimme. Je nachdem, was wir finden, erzählen wir ihnen lieber, es hätte eine Prügelei gegeben und irgendjemand sei die Nase gebrochen worden. Er führte mich über die mit abgewetztem Teppich belegten Stufen nach oben, und ich folgte ihm. Zum Glück hatte ich genug Selbstbeherrschung, um meine Instinkte im Zaum zu halten. Ich verdrängte den Geruch nach frischem Blut aus meinen Gedanken und konzentrierte mich auf das, was Chase mir erzählte. Wir haben vor etwa einer Stunde einen anonymen Hinweis erhalten. Der Anrufer hat direkt meine Nummer gewählt, er wusste also, dass das ein Fall für das AETT ist, sagte er. Das Underwelt-Erdwelt-Tatort-Team war Chase Baby. Er hatte die Sondereinheit aufgebaut, als der Underwelt-Nachrichtendienst ihn in die Erdwelt-Division aufgenommen hatte. Seine Modelleinheit wurde zum Standard für alle landesweiten Divisionen, die danach eingerichtet wurden. Das Team war für alle polizeilichen Angelegenheiten und andere Notfälle zuständig, die Feen oder erdgebundene Übernatürliche betrafen. Du meinst, er hat direkt deine Abteilung angerufen? Deine Durchwahl ist doch nicht öffentlich, oder? Aus irgendeinem Grund erschien mir das seltsam. Chase schüttelte den Kopf. Nein, aber die wäre nicht allzu schwer herauszufinden, wenn jemand sie wirklich wissen wollte. Naja, jedenfalls war die Nummer des Anrufers unterdrückt und er klang so, als sei er ziemlich sicher, dass das AETT gebraucht wird. Aber als wir hier ankamen, haben wir eine Weile benötigt, bis wir feststellen konnten, dass die Opfer von Vampiren angegriffen wurden. Auf den ersten Blick hätte hier gar nichts ungewöhnlich ausgesehen, sofern man irgendeinen Mord als gewöhnlich bezeichnen kann. Derjenige, der mich angerufen hat, wusste also genau, dass diese Leute nicht von einem VBM ermordet wurden. Es war merkwürdig, den Begriff VBM aus Chase Mund zu hören, weil er selbst einer war. Aber eigentlich war es nur logisch. Die Abkürzung war einfacher, als jedes Mal Vollblutmensch erdgeboren zu sagen. Hat jemand die Leichen bewegt? Könnte es sein, dass jemand nachsehen wollte, ob sie noch am Leben sind und dabei die Einstiche bemerkt hat? Ich starrte auf die Opfer hinab. Die AND-Mediziner untersuchten sie immer noch. Naja, das waren offizielle AND-Mediziner gewesen bis vor ein paar Monaten. Jetzt war der Underwelt-Nachrichtendienst praktisch unser eigenes Baby und wir trafen die Entscheidungen. Nein, das glaube ich nicht. Shara hat gesagt, sie hätten reichlich Blut gefunden, aber die Verteilung weise darauf hin, dass sie noch genau da liegen, wo sie waren, als sie gestorben sind. Da wir gerade von Blut sprechen, sagte ich gedehnt und blickte auf die vier Leichen hinab. Bis heute Abend waren diese Leute lebendig und vermutlich recht glücklich gewesen. Ich war beileibe kein Engel, aber ich suchte mir meine Opfer unter dem Abschaum des Abschaums, was mir ein schlechtes Gewissen ersparte. Ja, Chase tippte mir auf die Schulter, er sah ein bisschen besorgt aus. Manoli, alles klar? Ja, sagte ich und rüttelte mich aus meinen Gedanken auf. Mir geht's gut. Ich wollte gerade sagen, dass mir noch etwas an diesem Massaker sehr merkwürdig vorkommt. Es sollte nicht so viel Blut überall sein. Eigentlich dürften wir fast gar kein Blut finden, außer wir hätten es mit einem unglaublich schrampigen Vampir zu tun und selbst die schmuddeligsten Blutsauger, die ich kenne, trinken normalerweise relativ sauber und ordentlich. Deshalb sind Vampirattacken über die Jahre hinweg so gut wie unbemerkt geblieben, außer... Mir schoss ein Gedanke durch den Kopf, dem ich lieber nicht nachgehen wollte. Es war reichlich Blut geflossen, als ich verwandelt worden war, und ich trug die Narben zum Beweis. Außer was? Chase klang ungeduldig, und das konnte ich ihm nicht verdenken. Er musste sich immer noch etwas einfallen lassen, was er den Angehörigen der Opfer sagen sollte. Wir gaben an niemanden Informationen über die Dämonen heraus, und wir vermieden es ebenso Leuten zu sagen, dass ihre Angehörigen von Vampiren oder anderen Erdwelt übernatürlichen ermordet worden waren. Es gab genug Irre auf der Welt, die mit Freuden die Jagd auf alles und jeden eröffnen würden, was nach Uwe roch, wenn sie erführen, dass einer von uns für einen solchen Todesfall verantwortlich war. Außer, sie wollten diesen Menschen Leid zufügen oder eine Visitenkarte hinterlassen. Habt ihr Wunden gefunden? Irgendwelche Hinweise auf Folter? Als ich den Kopf hob, trafen sich unsere Blicke, und ich schaute rasch wieder weg, als ich das Mitleid in Chays Augen sah. Ich wandte mich ab, ging hinüber zu den Leichen und suchte in ihren Gesichtern nach einem Ausdruck von Schmerz oder Wut. Shara war gerade mit ihren Notizen fertig geworden. Sie und ihr Assistent, ein Elf, der aussah, als sei er kaum alt genug, um sich zu rasieren, bereiteten die Leichensäcke vor, um die Toten ins Leichenschauhaus zu bringen und dort eingehender zu untersuchen. Sharas Blick flackerte zu mir hoch, und sie nickte sacht. Ich weiß es noch nicht, sagte Chase. Oberflächlich betrachtet waren keine gröberen Verletzungen zu erkennen, aber nach der Autopsie wissen wir sicher mehr. Ich musterte die Gesichter der Toten, konnte ihnen aber nicht ansehen, ob sie am Ende Schmerzen gelitten hatten. Sie sahen in erster Linie überrascht aus, so als wären sie alle gleichzeitig angegriffen worden. Eine letzte Überraschung für heute Nacht. Fürs ganze Leben. Seufzend trat ich beiseite und ließ die Mediziner ihre Arbeit tun. In den vergangenen paar Monaten hatte ich eng mit Wade Stevens zusammengearbeitet, dem Gründer der anonymen Bluttrinker. Wir hatten es geschafft, mindestens 15 Vampiren hier in der Stadt das Versprechen abzunehmen, dass sie sich möglichst nicht mehr von Unschuldigen nähren würden. Jedenfalls hatten sie einen Eid abgelegt, dabei niemanden zu töten oder schwer zu verletzen. Wir hatten inzwischen ganz schön Zulauf und peilten schon das nächste Ziel an, alle vampirische Aktivität in Seattle unter Kontrolle zu bringen und unsere Gemeinschaft zu einer Art Untergrund Polizeitruppe zu formen. Wer nicht kooperierte, würde die Stadt verlassen oder damit rechnen müssen, von uns vernichtet zu werden. Kurz gesagt, wollten wir die Mafia der Untoten Welt werden. Wir hofften damit auch Anregung für ähnliche Gruppen in anderen Städten zu bieten, solange bis Vampire unter den Lebenden wandeln konnten, ohne Angst vor spitzen Pflöcken haben zu müssen. Wade muss davon erfahren, sagte ich. Ich rufe ihn an, mal sehen, was wir auf unserer Seite herausfinden können. Chase nickte. Danke, Menoli. Ich weiß nicht, wie ich eigentlich Vampire verfolgen soll, außer mit einem Haufen Knoblauch und einem Holzpflock. Du hast ja gesagt, dass Kreuze gar nicht funktionieren. Nein, tun sie nicht. Das gilt auch für Pentagramme, Angst oder sonstige religiöse Symbole. Alles Geschwafel, um die Landbevölkerung zu beruhigen, die in Angst vor Vampirangriffen lebte. Sonnenlicht ist natürlich eine sichere Sache und es gibt Zauber, mit denen man Vampire abwehren kann. Camille kennt ein paar davon, aber ich werde den Teufel tun und sie an mir üben lassen. Deshalb wissen allein die Götter, ob sie die richtig hinbekommt. Er schnaubte. Es ist jedes Mal ein Glücksspiel, wenn sie sich in den Kopf setzt, einen Zauber zu sprechen. Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Nicht unbedingt. In offensiver Magie wird sie langsam besser, obwohl ihre defensiven Fähigkeiten und die Haushaltszauber immer noch viel zu wünschen übrig lassen. Aber schreib sie nicht ab, Chase. Sie kann eine Menge Schaden anrichten, wenn sie will. Chase entspannte sich und lächelte mich aufrichtig an. Ja, ich weiß. Die Lila auch. Und ich weiß bereits, was du mit mir anstellen könntest. Aber ich vertraue euch, Mädels. Euch allen, fügte er hinzu. Mir war bewusst, was er damit ausdrücken wollte, und ich nahm das Kompliment gerne an. Noch vor einem Monat war Chase zusammengezuckt, wenn ich den Raum betreten hatte, und ich hatte mir einen Spaß daraus gemacht, seine Angst vor mir zu schüren. Wir mochten einander immer noch nicht, oder zumindest nicht besonders. Aber ich fing allmählich an, den großen, gutaussehenden Detective zu respektieren, der die Lylas Herz für sich gewonnen hatte. Sie wusste es vielleicht nicht, und ich war mir sicher, dass Chase in diesem Punkt genauso blind war wie eine Fledermaus, aber die beiden waren im Begriff, sich ernsthaft ineinander zu verlieben. Naja, ich würde jedenfalls nicht diejenige sein, die sie darauf aufmerksam machte. Sie würden noch bald genug von allein dahinter kommen. Lautlos ging ich zur Treppe, die zum Haupteingang des Delmonico hinabführte. Ich melde mich bei dir, wenn ich mit Wade gesprochen habe. Bis dahin schlage ich vor, dass du dir eine gute Geschichte ausdenkst, wie diese vier ums Leben gekommen sind. Die Wahrheit darf auf keinen Fall rauskommen. Das könnte einen Aufstand geben. Ruf mich an, wenn du mehr weißt. Klar, sagte er und wandte sich wieder dem Tatort zu, als hätten wir nicht schon genug am Hals. Stumm gab ich ihm recht, während ich das Kino verließ und in meine Bar zurückkehrte. Die Nacht war ein in Frost erstarrtes Wunderland, aber ich roch nichts als Blut. Wieder in der Bar angekommen, stand mir eine weitere Überraschung bevor, diesmal aber eine angenehme. Iris saß am Tresen und nippte an einem Glas Granova-Wein aus dem breiten Landstrich voller Weinberge um Jelestrial zu Hause in der Anderwelt. Ihre Miene hälte sich auf, als ich durch die Tür trat, und sie winkte mir zu. »Ich hatte mich schon gewundert, wohin du verschwunden bist«, sagte sie, leerte ihr Glas und streckte es mir hin. »Noch ein Bitte, heute ist mein freier Abend, und mir war nicht danach, zu Hause herumzuhocken.« Iris war eine Talonhaltier, ein finnischer Hausgeist, und sie wohnte bei meinen Schwestern und mir. Sie half uns, indem sie sich um das Haus kümmerte, auf Maggie aufpasste, unsere kleine Schildpattgargäuel, und ab und zu einem bösen Buben ihre fünf Pfund schwere Edelstahlpfanne über den Schädel zog. Sie war so hübsch wie eine norwegische Jungfrau, aber älter als wir alle und mindestens ebenso gefährlich. Außerdem war sie eine meiner besten Freundinnen. »Ich bin froh, dass du da bist«, sagte ich und schenkte ihr nach. »Wir haben vielleicht ein Problem.« Ihre Miene verfinsterte sich. »Na großartig, was ist es diesmal? Ist ein neues Degard-Kommando in der Stadt oder ein Fellgänger, der seinen Bruder rächen will? Randalieren irgendwo betrunkene Trolle?« Ich schüttelte den Kopf und beugte mich über die Bar, damit niemand sonst hören konnte, was ich zu sagen hatte. Nichts von alledem. Ich glaube, wir haben es mit abtrünnigen Vampiren zu tun, möglicherweise Neulinge, die sich noch an dieses Dasein gewöhnen müssen und nichts von unseren Bemühungen gehört haben, schlechtes Benehmen einzudämmen. Iris blinzelte und nippte an ihrem Wein. Ihre Augen glitzerten wie Tau an einem strahlenden Frühlingsmorgen. Ich hatte auch einmal blaue Augen gehabt, aber inzwischen waren sie frostig grau geworden, grauer mit jedem Jahr meines Daseins als Vampir. Sofern sie nicht gerade rot glühten, was normalerweise der Fall war, wenn ich Hunger hatte, auf der Jagd oder sehr mies gelaunt war. »Keine guten Neuigkeiten«, sagte sie. »Hast du Camille und die Leila schon davon erzählt?« »Nein, ich mach heute früher Schluss. Ich muss sie einweihen, ehe Chase noch mehr Opfer findet.« »Das fällt eigentlich nicht unter unsere Zuständigkeit. Naja, jedenfalls nicht unter ihre, aber sie sollten Bescheid wissen. Und ich rufe besser Wade an und bitte ihn auch zu uns, nach Hause zu kommen. Soll ich dich mitnehmen, wenn ich hier fertig bin?« Ich griff zum Telefon und wählte Wades Nummer. Iris nickte. »Warum nicht?« Sie blickte sich um. »Ich hatte gehofft...« »Ach, ist nicht so wichtig«, unterbrach sie sich, den Blick auf die Hausgeister in der Ecke geheftet, die inzwischen so betrunken waren, dass einer von ihnen mit dem Gesicht voran auf den Tisch gekippt war. Er würde morgen früh scheußliche Rückenschmerzen haben, denn er kniete auf der Sitzbank. Ich starrte Iris an. »Du hattest gehofft, hier jemanden zu finden, mit dem du öfter ausgehen könntest, nicht wahr?« Ich lächelte, als sie errötend den Kopf einzog. »Nein, ja, ich meine...« Ich hatte Erbarmen, streckte den Arm aus und tätschelte ihre Hand. »Schon gut, das braucht dir doch nicht peinlich zu sein. Wie wäre es, wenn du hinübergehst und dich mit dieser Truppe Flegel unterhältst, während ich telefoniere? Nüchtern wären sie vielleicht gar nicht so übel, wie sie jetzt aussehen.« Als ich erneut zum Telefon griff, holte Iris tief Luft und glitt von ihrem Barhocker. Vorsichtig näherte sie sich der Gruppe Hausgeister und ich behielt sie im Auge, damit ihr auch nichts passierte, während ich darauf wartete, dass Wade ans Telefon ging. Wade war der erste Vampir, den ich in der Erdwelt kennengelernt hatte, und er führte die hiesige AB-Gruppe. Die anonymen Bluttrinker waren eine Selbsthilfegruppe für Vampire, die Probleme damit hatten, sich an das Leben als Untote zu gewöhnen. Das klang zwar albern, aber es half wirklich, ein gesellschaftliches Leben zu haben, das mehr bot, als die ganze Nacht lang durch die Blutbars und übernatürlichen Clubs zu tingeln. Atmer hatten einfach kein Verständnis für manche der Zwickmühlen und Probleme, mit denen wir konfrontiert waren. Manchmal brauchten wir einen sicheren Ort, an dem wir unserem Kummer Luft machen konnten. Als ich beigetreten war, hatte Wade mich gleich für sein Lieblingsprojekt angeworben. Vampiren, das Töten von Unschuldigen abzugewöhnen und ihnen zu vermitteln, wie man trinken konnte, ohne zu töten. Zunächst hatte ich selbst nicht recht gewusst, was ich von dieser Idee halten sollte, doch je gründlicher ich meine eigenen Reaktionen beobachtete, desto besser gefiel sie mir. Natürlich lief eine solche Selbstbeherrschung unserer Natur zuwider. Es gab gewisse Triebe, die mit unserer Lebensform, unserem Dasein, wie auch immer, gewisse Dinge, die ich noch nicht einmal die Leila oder Camille anvertraut hatte. Aber mit der nötigen Achtsamkeit und Sorgfalt konnte man diese Triebe durchaus beherrschen. Allerdings hatte ich Wade klargemacht, dass ich meinen neuen Enthusiasmus für die Lebenden nicht auf die Irren dieser Welt übertragen würde. Wenn ein Mensch die Grenze zwischen asozialem Spinner und aktiv gemeingefährlichem Soziopathen überschritt, verlor derjenige in meinen Augen sämtliche Rechte und machte sich selbst zu Freiwild und nicht selten zu meinem Abendessen. Als Wade abhob, erklärte ich ihm kurz die Situation und bat ihn, in einer Stunde bei uns zu sein. Ich habe nur eine Bitte, sagte ich und starrte auf den Tresen hinab. Bitte lass deine Mutter zu Hause. Wade und ich waren ein paar Mal miteinander ausgegangen, wenn man das so nennen wollte, aber ich hatte mich bei seinen Avancen nie ganz wohl gefühlt. Seine Mutter war der Faktor gewesen, der mich schließlich dazu gebracht hatte, unsere erblühende Romanze zu beenden. Jetzt waren wir einfach gute Freunde. Kein Problem, ich habe für Sie ein Date mit Graf Knarzula arrangiert, erklärte er. Der Spitzname bezog sich auf einen Vampir der alten Schule aus unserer Gruppe, der sich meist in seinem Loft aufhielt und in seiner Sammlung muffiger alter Bücher herumkruschte. Erleichtert legte ich auf. Irgendjemand hatte Belinda Stevens aus Rache zum Vampir gemacht, und diese fette alte Glucke würde ihren kleinen Jungen nun niemals gehen lassen müssen. Niemals, außer irgendjemand löste Wades Problem mit einem Flock. Ich hatte schon mehr als einmal daran gedacht, aber es geschafft, mich zu beherrschen. Dennoch, früher oder später würde irgendjemand irgendwo endgültig mehr als genug von dieser Frau haben, und sie zu Staub zerblasen. Als ich auflegte, bemerkte ich, dass Iris schon einen Kerl an Land gezogen hatte. Der Hausgeist, der sie gerade zur Bar geleitete, war annähernd nüchtern. Auf den zweiten Blick war er außerdem richtig süß, mit schwarzen Locken, die ihm bis auf die Schultern fielen, einem Glitzern in den Augen, das einen davor warnte, dass er es faustdick hinter den Ohren hatte, und Oberarmen, die sogar in der trüben Beleuchtung der Bar, schimmerten. Wenn man sich die Fahne wegdachte und den Senffleck auf seinem Muscle-Shirt, wäre er gar nicht so übel. Iris blickte zu mir auf und deutete auf die Uhr. »Ich muss los, Bruce«, sagte sie zu ihm. »Ich ruf dich morgen an.« Er nickte begierig. »Sehr gut, aber nicht vor Mittag. Ehe ich morgens meinen Tee getrunken habe, bringe ich nur einsilbige Wörter heraus.« Er sprach mit einem etwas abgehackten britischen Akzent. Vermutlich hatte er einige Zeit in der High Society verbracht, auch wenn er jetzt mit den Kumpels einen Heben ging. Er winkte uns nach, als wir zur Tür gingen. Die Nacht war untypisch für Januar, viel kälter als gewöhnlich, und der böige Wind frischte weiter auf. Und stand ein mächtiges Unwetter bevor. Camille hatte die Wettervorhersage auf magischem Weg bestätigt. Die Windelementare arbeiteten sich aus der Arktis zu uns herab und brachten einen Schneesturm mit, der morgen Abend über diese Gegend hereinbrechen würde. Camille und Delilah hatten den ganzen Tag damit verbracht, alles festzuzurren, zu vernageln oder wegzuräumen. Morio hatte ihnen geholfen und Chase ebenfalls. Ich hatte die ganze Arbeit verschlafen, aber als ich nach Sonnenuntergang aus meinem Keller heraufgekommen war, hatte ich sofort bemerkt, dass die Sturmfenster eingesetzt und die vielen Kleinigkeiten, die sich über die Feiertage auf der Veranda angesammelt hatten, weggeräumt waren. Iris und ich marschierten flottlos. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke hoch und schob die Hände in ihre Taschen. Mir war nicht kalt. Ich würde nie wieder frieren, aber es war offensichtlich, dass der pfeifende Wind die Kälte verschärfte. Auf dem Weg zu meinem Auto, das in einem rund um die Uhr geöffneten Parkhaus drei Querstraßen westlich des Wayfarer stand, schwatzte sie vor sich hin. Dieser Winter war so seltsam, sagte sie gerade. Als Camille das erste Mal erwähnt hat, dass sie das Wetter unnatürlich findet, dachte ich, sie bildet sich das nur ein, aber inzwischen glaube ich, dass sie recht hat. Ich kann es auch spüren. Irgendetwas liegt in der Luft. Und steht ein weiterer Schneesturm bevor. Wir hatten nie mehr als ein oder zwei solche Stürme in einem Winter, aber dieses Jahr schneite schon seit mehr als einem Monat immer wieder. Ich nickte und wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Ich war weder eine Wettermagierin noch Meteorologin. Aber wann immer ich innehielt, um die Energie der Stadt zu erspüren, merkte auch ich, dass irgendetwas nicht passte. Iris wechselte das Thema. Ich glaube, Maggie wird bald ihre ersten Schritte tun. Ich strahlte und meine Brust glühte vor Stolz. Ich hatte mit ihr gearbeitet und versucht, ihr zu zeigen, wie sie ihr Gewicht ausbalancieren und stehen konnte. Ich hoffe nur, dass ich wach bin, wenn es soweit ist, damit ich es sehen kann. Wie kommst du darauf, dass es bald soweit sein könnte? Sie hat den Couchtisch dazu benutzt, sich aufzurichten und abzustützen. Der Schwanz macht ihr noch die größten Probleme und die Flügel. Ich glaube, sie hat noch nicht ganz begriffen, dass sie sich ein bisschen nach vorn lehnen muss, um das Gewicht auszugleichen. Sie hat es einmal versucht, aber da hat sie sich so weit nach vorn gebeugt, dass sie umgefallen ist. Iris kicherte. Ich musste mir das Lachen verkneifen. Ihre Gefühle wechseln sehr schnell. Ich habe schon erlebt, dass sie in einem Augenblick gelächelt und im nächsten geweint hat, weil ich ihr nur einen säuerlichen Blick zugeworfen habe. Das ist mir auch aufgefallen, sagte ich. Hm, das Gewicht von Flügeln und Schwanz war es also. Darin hatte ich nicht gedacht. Ich werde mit ihr daran arbeiten. Schön aber sei vorsichtig, sie ist in letzter Zeit sehr empfindlich. Das habe ich gemerkt. Maggie hatte ein sehr feines Gespür für die Stimmungen und das Verhalten anderer und ich achtete darauf, sie nicht zu sehr zu necken. Bald hat sie den Dreh raus und dann wird es lustig. Wir werden das Haus, naja, Gargoyle, sicher machen müssen. Sie ist noch zu klein, um alle möglichen Gefahren zu verstehen und wir wollen ja nicht, dass ihr irgendwelche Unfälle passieren. Iris nickte energisch. Allerdings denk nur mal daran, was passiert ist, als Delilah sich auf den Julbaum gestürzt hat. Wenn das Maggie gewesen wäre, sie hätte tot sein können. Ich gehe bald einkaufen und besorge alle möglichen Kindersicherungen. Die müssten auch bei kleinen Gargoyles funktionieren. Wir waren noch einen Block vom Parkhaus entfernt und überquerten eine schmale Gasse. Ein Geräusch erregte meine Aufmerksamkeit und ich erstarrte und bedeutete, Iris still zu sein. Gedämpfte Schreie trieben aus der Gasse zu mir, vermengt mit Raumgelächter. Zwischen den zwei hohen Backsteingebäuden, die über die Wilshire Avenue aufragten, ging irgendetwas vor sich und was immer es auch sein mochte, es war nicht gut. Die Geräusche wurden durch den Regen gedämpft, der aufs Pflaster hämmerte, aber ich hörte trotzdem ganz deutlich eine helle Frauenstimme, die schrie, »Nein, bitte nicht!« Ich warf Iris einen Blick zu und sie nickte knapp. Wir drückten uns an die feuchte Backsteinmauer und rückten langsam in die finstere Gasse vor. Es war so dunkel hier, dass wir mit dem Schatten des Gebäudes verschmolzen. Ich verursachte überhaupt keine Geräusche, außer ich schüttelte heftig den Kopf. Dann klapperten die Perlen, die in mein Haar eingeflochten waren. Iris war beinahe ebenso leise wie ich, und wir schlichen weiter, bis wir tief genug in die Gasse vorgedrungen waren, um zu sehen, was da los war. Im trüben Lichtschein, der aus einem Apartment in einem der oberen Stockwerke fiel, konnten wir zwei Männer und ein Mädchen sehen, offenbar noch ein Teenager. Einer der Männer hatte der jungen Frau einen Arm um die Taille geschlungen und versuchte, ihr mit der Hand den Mund zuzuhalten. Der andere hatte ihr die Bluse aufgerissen, und blasse junge Brüste schimmerten in der dunklen Nacht. Er befingerte ihre Brustwarzen, und ich erstarrte. Iris sog scharf den Atem ein. Ich berührte sie am Arm und bedeutete ihr zu bleiben, wo sie war. Lautlos wie ein Dolch glitt ich durch die Schatten bis auf zwei Meter an sie heran, machte dann einen großen Satz und landete direkt neben dem Mann, der das Mädchen gepackt hielt. Meine Reißzähne fuhren aus, und Adrenalin rauschte durch meinen Körper. Der Mann war groß und blass und trug einen kurzen Trenchcoat über einer hellbraunen Hose. Er hatte einen Panama-Hut auf, dessen Krempe tief über ein Auge gezogen war. Sein Kumpel war in Jeans und einem dicken Pulli unterwegs. »Habt wohl nicht damit gerechnet, dass ihr hier Gesellschaft bekommen könntet, was, Jungs?« sagte ich und packte den geschniegelten Hutträger am Mantelkragen. Er ließ das Mädchen los und ich schubste die kleine Sacht aus dem Weg. »Was zum Teufel?« begann er, doch ich hob ihn hoch und knallte ihn mit einer Hand rücklinks gegen die Mauer. Sein Kumpel wollte davonlaufen, aber Iris murmelte etwas und grelles Licht blitzte direkt vor ihm auf. »Scheiße, ich kann nichts mehr sehen, Mann!« rief er und taumelte an mir vorbei. Ich stellte den linken Fuß aus, schob die Stiefelspitze um seinen Knöchel und riss das Bein zurück. Ihm zog es die Füße unter dem Körper weg und er prallte hart aufs Pflaster. »Was zum...« begann er, doch dann stürzte sich Iris auf ihn. Ich war nicht ganz sicher, was sie getan hatte, jedenfalls blieb er bewusstlos liegen. Sie eilte zu dem Mädchen hinüber, das sich an die gegenüberliegende Hauswand drückte und seine zerrissene Bluse über den nackten Brüsten festklammerte. Ich wandte mich meinem Gefangenen zu und schlug ihm den Hut vom Kopf, damit ich sein Gesicht sehen konnte. Er wehrte sich, aber er hatte keine Chance, mir zu entkommen. Ein Ausdruck des Entsetzens breitete sich über sein Gesicht, als er erkannte, dass er machtlos war, fest im Griff gehalten, von einer kaum ein Meter sechzig großen Frau mit glühend roten Augen. »Wie heißt du, Saftsack?« Er versuchte, sich loszureißen, und ich drückte ihn noch fester an die Wand. »Ich habe dich nach deinem Namen gefragt, Junge. Okay, okay, Robert, ich heiße Robert. Herr Gott, was hast du dir denn reingezogen?« Er wandte sich, aber ein wenig Druck auf seine Luftröhre ließ ihn erstarren. »Nur damit du's kapierst. Meine Angelegenheiten gehen dich überhaupt nichts an. Alles, was jetzt interessiert ist, was du mit diesem Mädchen gemacht hast. Sag schon, du Freak, was hattet ihr mit ihr vor? Und behaupte jetzt nicht, dass ihr der Kleinen die Stadt zeigen wolltet. Ich habe keinerlei Geduld mit Idioten.« Aus den Augenwinkeln sah ich nach Iris. Sie tröstete das Mädchen. Er schnappte würgend nach Luft und sagte, »Geht dich nichts an, Miststück!« Zehn, neun, acht. Ich drückte erneut zu, achtete aber darauf, ihm die Luftröhre nicht zu zerquetschen. »Weißt du, es ist ziemlich kalt hier draußen, und ich habe einen üblen Tag hinter mir. Vielleicht solltest du etwas schneller reden.« »Herr Gott, lass los! Lass mich los!« Er schien endlich zu kapieren, dass ich sämtliche Karten in der Hand hielt, denn er sank an der Mauer zusammen. »Okay, okay. Wir wollten Sie auf eine Party mitnehmen!« Der Junge färbte sich allmählich blau. Ich lockerte meinen Griff um seinen Hals ein wenig. »Sie wollten mich vergewaltigen!« warf das Mädchen schniefend ein. Die Kleine trat aus dem Schatten und ich konnte sehen, dass sie hautenge Jeans, eine Bluse und eine Lederjacke trug. Die Arme sah müde und durchgefroren aus. »Sie haben gesagt, sie würden mich auf eine Party mitnehmen, wo ich etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen kriege, aber stattdessen haben sie mich hierher gebracht.« »Wo hast du sie getroffen?« fragte ich sie, und dann gab ich Iris einen Wink. »Würdest du den Kerl durchsuchen?« »Am Busbahnhof,« flüsterte das Mädchen. »Ich bin gerade erst hier angekommen. Ich habe nichts, wo ich schlafen kann. Ich wollte mir einen Platz am Bahnhof suchen, wo ich mich verstecken und ein bisschen schlafen kann, als diese Kerle mich gefunden haben. Sie hatten ein Mädchen dabei, und sie haben mich gefragt, ob ich mitkommen will zu einer Party. Sie haben gesagt, da würde ich etwas zu essen bekommen und einen Platz zum Schlafen. Als wir dann draußen vor dem Bahnhof waren, ist das Mädchen verschwunden. Und die da, die haben mich hierher gebracht.« Eine alte Geschichte, sogar zu Hause in der Underwelt. Ich zeigte auf eine Stufe vor einem Laden im Erdgeschoss des Whitmore Buildings und sagte, »Setz dich einen Moment hierhin. Jetzt kann dir nichts mehr passieren.« Iris hatte Robert abgetastet und hielt einen hässlich aussehenden Revolver hoch. Ich wusste, dass Eisen ihr nichts ausmachte, aber mir würde es die Hände verbrennen. Nicht alle Feen hatten ein Problem mit diesem Metall, aber einige von uns, sogar ein Halbblut wie ich, konnten das Zeug nicht ertragen, vor allem Gusseisen. Ich ließ los und sah zu, wie Robert zu Boden sagte. »Rühr dich nicht von der Stelle, oder du bist tot«, sagte ich, und nahm Iris die Waffe ab. Meine Hand versprühte Funken, als ich das Metall berührte, aber die Tatsache, dass ich ein Vampir war, kam mir in diesem Fall zur Hilfe. Ich konnte den Schmerz nicht spüren, als das Eisen meine Haut verbrannte. Und seit meiner Verwandlung heilten die meisten Wunden binnen Minuten, höchstens Stunden. Ein Jammer, dass die Wunden, die mir Dredge zugefügt hatte, nicht verheilt waren, bevor ich gestorben war, aber er hatte mich zu bald danach getötet. Ich richtete den Revolver auf Robert und sagte, »Hübsch, hm, du spielst gern mit Waffen herum, was?« Seine Augen weiteten sich und ich lächelte ihm entspannt zu. »Oh ja, das hier könnte ein richtig lustiges Spielchen werden.« Er krabbelte von mir weg, den Rücken an die Mauer gedrückt. »Nicht schießen! Bitte tu mir nichts! Es tut mir ja leid! Lass uns einfach gehen und halt's Maul und bleib still sitzen!« Ich klappte die Trommel heraus und ließ die Kugeln in meine Hand fallen. Dann schloss ich die andere Hand um den langen Lauf der Waffe und hielt sie hoch. Sodass Robert sie deutlich sehen konnte. Langsam bog ich den Lauf zu einem U. So, schon viel besser. Jetzt kann dieses Ding wieder tun, was Eisen am besten tut. Rosten. Robert schlotterte, als ich ihm die Kugeln hinhielt und sie dann in einer Hand zu Schlacke zerquetschte. Ich warf sie in den Gulli, neben dem er kauerte. Die Waffe folgte nach, indem ich zwei Stege des Rosts weit genug auseinanderbog, um die Waffe hindurchzuschieben. Dann bog ich sie wieder gerade. Ich beugte mich über ihn. »Du solltest nicht mit Sachen spielen, die bumm machen«, sagte ich und strich ihm mit einem Finger über die Wange, wobei ich mit dem Fingernagel ganz leicht seine Haut aufritzte. »Du könntest jemanden verletzen. Du könntest damit sogar jemanden töten.« Das Grauen in seinen Augen passte zum Geruch von Angst, den seiner Haut verströmte, und ich schnappte unwillkürlich nach Luft, als eine Woge von Begehren durch meinen Körper raste. »Sag schon, Robert, was hattet ihr mit der Kleinen vor? Was für eine Party wolltet ihr genau mit ihr feiern?« Als ich seinen hämmernden Herzschlag spürte, erwachte der Hunger in mir. Wie eine Schlange hob er den Kopf aus dem tiefen, dunklen Grund der Blutlust, die ein Teil von mir war, seit Dredge sein Handgelenk auf meinen Mund gepresst und ich meinen letzten Atemzug getan hatte. Ich zerrte Robert auf die Füße und schleuderte ihn gegen die Wand. »Und denk nicht einmal daran, mich zu belügen. Ich würde es merken. Wenn dir ein einziges falsches Wort über die Lippen kommt, heißt es »Gute Nacht, Freundchen«. Na gut, das war ein bisschen übertrieben. Ich war eigentlich gar kein magischer Lügendetektor, aber das konnte er ja nicht wissen. Er war jetzt schon so nervös, dass er sich fast in die Hose pisste. Seine Pheromone hüpften wie Popcorn im Topf. Er räusperte sich. »Also gut, also gut. Du weißt doch, was wir mit ihr machen wollten.« »Nein, ich will, dass du es sagst. Ich will, dass du es zugibst.« »Na gut, Miststück«, fauchte er. »Du willst es wissen? Willst du vielleicht zuschauen?« »Wir wollten ihr das Gehirn rausficken und sie dann anschaffen lassen.« »Du bist ein mieser kleiner Zuhälter, nicht?« »Ich hatte nichts gegen Nutten, aber Zuhälter hasste ich inbrünstig. Die waren nichts weiter als Ausbeuter. Ihr wolltet sie also vergewaltigen und sie dann auf der Straße verkaufen? Und damit wäre für sie jede Hoffnung begraben gewesen, ein normales Leben zu führen.« »Er ist außerdem ein Drogendealer,« bemerkte Iris und hielt ein Tütchen voll Tabletten hoch, die halb schwarz und halb weiß gefärbt waren. »Z-Fan, die neueste Droge in der Stadt, beliebt bei Ravern, Daydrape-Gurus und Sexsüchtigen. Wirkt stark enthemmend und verursacht Gedächtnislücken. Viel gefährlicher als Ecstasy, macht stark abhängig und die Wahrscheinlichkeit von Überdosen ist enorm.« Ich verengte die Augen. »Warum um alles in der Welt weißt du so viel darüber?« Iris zuckte mit den Schultern. »Kam vor einer Weile in einer dieser Talkshows, die mitten in der Nacht laufen. Offenbar kann man das Zeug einfach kauen, es schmeckt nach Pfefferminz, macht es den Dealern noch leichter, Jugendliche in die Sucht zu treiben.« Ich stieß ein heiseres Lachen aus. »Robert, Robert, was soll ich nur mit dir und deinem Freund hier anstellen? Ich wette, ihr habt eine Masche daraus gemacht, Teenagern, die von zu Hause weggelaufen sind, euren Schutz anzubieten, oder? Ihr bringt eure Opfer dazu, euch zu einer eurer Partys zu begleiten, setzt sie unter Drogen und überlasst sie dann euren Kumpels als Spielzeug.« Sein Blick sagte mir alles, was ich wissen musste. »Die Kinder wehren sich nicht, weil sie high sind,« fuhr ich fort. »Dann braucht ihr sie nur noch auf den Strich zu schicken, euch zurückzulehnen, ihnen das Geld abzunehmen und ihnen genug Drogen zu liefern, damit sie süchtig bleiben. Sie arbeiten hübsch weiter. Wenn sie versuchen, euch wegzulaufen, verprügelt ihr sie, und wenn ihr scharf seid, benutzt ihr sie.« Ich hatte seinesgleichen schon allzu oft gesehen, wenn ich nachts auf der Suche nach einer Mahlzeit durch die Straßen streifte. Die schmierige Rückseite einer schönen Stadt. Er kniff die Augen zu und sein Adamsapfel hüpfte, als er gegen seine Angst anschluckte. »Was machst du jetzt mit mir? Bist du ein Kopf?« Ich warf Iris einen Blick zu, die frierend und mit verschränkten Armen an der Hauswand lehnte. Sie zuckte mit den Schultern. »Was immer du willst,« sagte sie, »wir müssen bald nach Hause, aber...« Als ich mich wieder Robert zuwandte, überlegte ich, was ich mit ihm anstellen sollte. Ich vermutete, dass er mit diesem Revolver schon eine Menge mehr getan hatte, als Leute bloß zu bedrohen. »Wie viele Kids hast du auf der Straße laufen? Wie viele Leute hast du schon erschossen?« Robert wurde kalkweiß. »Herr Gott, nehm ich doch einfach fest oder so!« Plötzlich hatte ich von all dem Schmutz und Elend nur noch die Nase voll. Ich stieß ihn wieder an die Hauswand. »Na los, wie viele Kinder gehen für dich anschaffen?« Er rieb sich die Kehle und sackte zusammen wie ein angestochener Luftballon. »Vier Jungen und fünfzehn Mädels. Was willst du sonst noch wissen? Wenn du kein Kopf bist, was zum Teufel machst du denn hier? Die Superheldin spielen?« Sein selbstgerechter Tonfall ging mir auf die Nerven. Ich gab Iris einen Wink. »Gib mir die Pillen, dann bring das Mädchen fort zur Straße. Wartet dort auf mich.« Als die beiden weg waren, wandte ich mich wieder meinem neuen Kumpel zu. »Superheldin? Hm, ich sehe mich lieber als Werkzeug der Gerechtigkeit,« sagte ich und öffnete das Tütchen. Sein Blick schoss nervös zum Ausgang der Gasse, doch ich hielt den Zeigefinger hoch. »Sieh mich an!« sagte ich und ließ den Glamour hervorblitzen, den ich normalerweise bedeckt hielt. Mit meinem Anteil Feenblut und der speziellen Anziehungskraft der Vampire konnte ich so gut wie jeden in meinen Bann ziehen. Und sie gehorchten mir immer, ob sie wollten oder nicht. Auch Robert konnte nicht widerstehen, gab den Kampf auf und sah mir in die Augen. »Psst«, flüsterte ich, und er verstummte. Während ich nach irgendwelchen Anzeichen von Reue suchte, flackerte seine Energie spürbar um ihn auf. Wie Ranken einer widerlichen, kranken Pflanze krochen sie aus seinem Körper hervor und suchten nach Frischfleisch. »Weißt du«, sagte ich leise, »ich bin ein Vampir.« Ich öffnete den Mund, um ihm meine Reißzähne zu zeigen, und er versuchte zurückzuweichen, doch mein Bann erlaubte ihm nicht, sich zu rühren. »Und die Sache ist die«, fuhr ich fort, »du bist auch ein Vampir. Du ernährst dich nicht von Blut, und trotzdem saugst du Jungen und Mädchen das Leben aus und lebst von ihren Körpern, indem du sie an andere verkaufst. Ist es nicht so?« Er nickte, braver Junge. »Ja, so ist es recht. Es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen. Aber weißt du, es gibt da einen bedeutenden Unterschied zwischen uns. Im Gegensatz zu mir bist du ganz leicht zu töten.« Robert begann zu zittern und erschauerte dann, als die Lust dick zwischen uns aufstieg. Aber ich wollte nicht, dass er das hier genoss. Ich konnte diese Erfahrung für mein Opfer unglaublich sinnlich und genussvoll machen oder außerordentlich schmerzhaft. Für Robert würde es keinen süßen Kuss des Todes geben. Ich war nicht durstig, aber der hier hatte zum letzten Mal die Straßen unsicher gemacht. Er sollte erfahren, was Angst war, wie es sich anfühlte, ein Opfer zu sein, ehe ich ihn mit einem Tritt aus dem Kreislauf des Lebens beförderte. Wenn ich ihn der Polizei überließe, würde er in Nullkommanichts wieder frei sein, weil niemand aus seinem Stall wagen würde, gegen ihn auszusagen. Robert versuchte zu kämpfen, aber ich drückte ihn wieder an die Wand. Halt still, flüsterte ich, und er erstarrte. Ein Schweißtropfen löste sich von seiner Braue und landete auf meiner Stirn, doch ich ignorierte es und drückte die Lippen an seinen Hals. Langsam leckte ich an seiner Haut. Er erschauerte, und ich konnte seine Erektion an mir spüren, doch dann verflog seine Erregung, als ich die Zähne in seinen Hals grob und das hervorschießende Blut zu trinken begann. Wie flüssiges Feuer ran es meine Kehle hinab. Süßer Honigwein, dachte ich, und mir schwirrte der Kopf, während ich gierig trank, um meine strapazierten Nerven zu beruhigen. Eine Woge der Entspannung und des Begehrens rollte durch meinen Körper. Ich hatte es nach dem Trinken immer schwer. Ich wollte ficken, und zwar hart. Aber ehe ich es mit einem der perversen Trieb, von denen ich mich nährte, würde es in der Hölle schneien. Außerdem weigerte ich mich, über meine Freunde herzufallen und sie zu benutzen, um meine Triebe zu befriedigen. Und da war immer die Erinnerung an Dredge Hände, die mich zurückhielt, die dafür sorgte, dass ich vor intimen Berührungen zurückscheute. Dies war es, worauf die VBM-Möchtegern-Vampire scharf waren, dieses sinnliche Einswerden. Aber die meisten von ihnen kamen damit nicht klar, sie waren nicht stark genug, dem Wahnsinn zu widerstehen, der einen überkam, wenn man sich der Blutlust hingab. Also hielt ich mich fest im Griff und wartete auf den Tag, wenn ich einen Partner finden würde, der meiner Leidenschaft und Kraft gewachsen war und bei dem ich mich sicher fühlen konnte. Robert wurde immer schwächer. Ich leckte noch einmal an seinem Hals und trat dann zurück. Ich hielt ihm das Tütchen voll Pillen hin. Ist, sagte ich. Er wimmerte, aber ich warf ihm einen glühenden Blick zu. Wenn du nicht isst, werde ich dich um einen schnellen Tod betteln lassen, sagte ich. Möchtest du wirklich auf dem Bauch kriechen und kreischen, bis es soweit ist? Wortlos begann er, die Pillen einzuwerfen. Ich wartete ab, bis er etwa dreißig davon geschluckt hatte und warnte mich dann seinem Kumpel zu. Ich riss den Kerl vom Boden hoch und stopfte ihm eine Handvoll Pillen in den Mund. Er war kaum bei Bewusstsein, begann aber zu kauen, als ich ihm den Mund zupresste und er merkte, dass er das Zeug nicht ausspucken konnte. So machte ich weiter, bis alle Pillen weg waren. Meine Arbeit war getan und ich trat zurück. Robert rang mit dem Tod, eine Hand um die Kehle gekrallt. Seinem Freund ging es nicht viel besser. Zwei weitere Irre erledigt. Ich wischte mir den Mund ab und nahm mir einen Augenblick Zeit, um mich zu beruhigen. Als meine Reißzähne sich in den Kiefer zurückgezogen hatten, ging ich auf die Straße zu Iris und dem Mädchen, die um die Ecke auf mich warteten. Du brauchst keine Angst zu haben. Die werden dir nie wieder etwas tun, sagte ich. Und wie wäre es jetzt mit einem Namen? Sie blinzelte und sah mich verblüfft an. Anna-Linda, Anna-Linda Thomas. Ich bin aus Oregon. Die Kleine glaubte vermutlich, das Leben hier oben wäre besser. Ich versuchte, ihr Alter abzuschätzen. Sie sah aus wie sechzehn, aber vermutlich war sie eher zwölf. Wie alt bist du? Und sag die Wahrheit. Sie zog den Kopf ein und starrte auf ihre Turnschuhe hinab. Dreizehn. Iris mischte sich ein. Wie wäre es, wenn wir sie für heute Nacht mit zu uns nehmen? Dann kann sie ordentlich essen und sich ausschlafen und morgen kümmern wir uns um alles Weitere. Ich sah dem Mädchen ins Gesicht. Keine Verschlagenheit. Nur pure dumme Naivität. Komm mit, sagte ich. Bei uns bist du sicher. Darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Iris' Anwesenheit schien sie zu beruhigen und sie folgte uns brav. Iris flüsterte so leise, dass ich sie hören konnte, das Mädchen aber nicht. Alles okay? Ich nickte. Robert und sein Freund? Im ewigen Schlaf, sagte ich und ging auf das Parkhaus zu. Iris holte zu mir auf und ließ Anna-Linda ein paar Schritte hinter uns zurück. Sag mir nur eins. Und das wäre? Wir blieben an der Ampel stehen und warteten auf grün. Als wir die Straße überquert hatten und das Parkhaus schon in Sicht war, sagte Iris leise, Camille hat einmal erwähnt, dass sie sich Sorgen macht, wenn du Dämonenblut trinkst, dass es dich irgendwie verändert oder dir schaden könnte. Was ist mit dem Blut von Mördern, Vergewaltigern, prügelnden Ehemännern? Schmeckt es anders oder hat es irgendwelche unangenehmen Wirkungen auf dich? Ich runzelte die Stirn. Wenn sie so davon sprach, verstand ich, wie Camille auf die Idee kam. Wegen dem Dämonenblut mache ich mir selbst Sorgen. Sie sind eine ganz eigene Art von Wesen, genetisch völlig anders als wir. Ich habe keine Ahnung, was schon mit mir geschehen sein könnte, weil ich Dämonenblut getrunken habe. Aber bei Menschen? Blut ist Blut. Wenn sie körperliche Krankheiten haben, macht es mir nichts aus. Viren können in mir nicht überleben. Was alles andere angeht, na ja, es ist ihre Seele, die verdorben ist, nicht das Blut. Blut ist rein. Es sinkt, aber nicht von ihren Sünden. Iris nickte und wir betraten das Parkhaus. Kaum hatten wir Anna-Linda auf den Rücksitz meines schicken schwarzen Jaguar XJ gesetzt, da lehnte sie schon den Kopf ans Seitenfenster. Keine Minute später war sie eingeschlafen. Ich glitt hinters Lenkrad. Iris warf mir einen Seitenblick zu. Danke. Wofür? Ich ließ den Motor an, fuhr vorsichtig hinaus auf die Straße und dann in Richtung Norden. Unser Haus lag in der nordwestlichsten Ecke von Belfer. Bis nach Hause würden wir etwa zwanzig Minuten brauchen. Dafür, dass du da bist. Dass dir so etwas nicht egal ist. Dass du etwas unternimmst. Sie grinste und warf dann lachend den Kopf zurück. Ich danke dir, sagte ich, und auf einmal war mir ganz leicht ums Herz. Manchmal verstand Iris mich besser, als meine Schwestern es taten. Du bist auch nicht zu verachten, wenn es drauf ankommt, weißt du das? Allerdings weiß ich das. Sie kicherte und wir wechselten das Thema. Ich legte eine CD mit Holsts Die Planeten ein. Als wir uns der Abzweigung zu unserem Haus näherten, fragte ich mich, was die Leila und Kamelwut zu Annalinda sagen würden. Und Annalinda über sie. Das konnte interessant werden. Als wir zu Hause ankamen, war es schon fast halb drei, aber das Haus war hell erleuchtet. Wir wohnten in einer dreistöckigen viktorianischen Villa, voll unterkellert. Der Keller war mein Reich. Das Haus war ein wunderbarer, furchtbar teurer alter Kasten, wie unsere Mutter immer liebevoll gesagt hatte. Mutter hatte uns eine Menge über die Gebräuche und Redensarten der Erdwelt beigebracht, und wir hatten ihr sehr genau zugehört. Im Gegensatz zu meinen Schwestern, die damit zufrieden gewesen waren, zu Hause in der Anderwelt zu leben, hatte ich mich schon immer heimlich danach gesehnt, die Erdwelt mit all ihrer exotischen Technologie und ihren seltsamen Bräuchen zu besuchen. Nun war ich seit knapp einem Jahr hier und wusste immer noch nicht recht, was ich davon halten sollte. Unser riesiges Grundstück war an drei Seiten von einem dichten Wäldchen umgeben. An einer Seite führte ein Pfad in den wilden Wald und hinab zum Birkensee. An den beiden anderen Seiten endete unser Besitz mitten im Wald, wo die Grundstücke der Nachbarn angrenzten. Zu den Häusern hier gehörten jeweils mindestens 15.000 bis 20.000 Quadratmeter, und die meisten waren so klug, ihr Land nicht als Baugrundstücke zu verkaufen. Das Haus selbst war so alt, dass es bezahlbar gewesen war, aber doch so neu, dass keine größeren Reparaturen fällig waren. Die Lila bewohnte den zweiten Stock, Camille den ersten. Das Erdgeschoss teilten wir uns, und der Keller gehörte natürlich mir. Iris wohnte bei uns und hatte sich in einem kleinen Raum neben der Küche behaglich eingerichtet. Maggie schlief normalerweise bei Iris, aber wenn alle irgendwo unterwegs waren, brachte Iris sie zu mir in meinen Unterschlupf. Dort rollte die kleine Gargoyle sich in einem besonderen Bettchen zusammen, das wir für sie hergerichtet hatten, um sicher und behütet zu schlafen. Ich wachte zwar normalerweise knurrend und mit gefletschten Zähnen auf, hatte Maggie aber noch nie angegriffen. Dieselben Mechanismen, die andere dazu brachten, mich zu fürchten, kehrten sich um, wenn es um Maggie ging. Sie war mein persönlicher kleiner Schützling. Iris und ich sprangen aus dem Auto. Iris weckte Anna-Linda, und die beiden folgten mir zur Vordertreppe. Ehe ich die Tür aufschließen konnte, riss Camille sie auf und scheuchte uns nach drinnen. Chase will mit dir sprechen. Chrysander hat gesagt, du wärst auf dem Heimweg. Wir haben schon Ausschau nach dir. Plötzlich verstummte sie. Wer ist das? Ein Gast, sagte ich knapp. Ist Chase hier? Im Wohnzimmer, sagte sie und versuchte, an mir vorbeizuspähen. Das mit dem Mädchen erkläre ich dir gleich, murmelte ich. Als wir das Wohnzimmer betraten, schaute Delilah wie üblich eine ihrer Talkshows. Diesmal konfrontierte Jerry Springer ahnungslose Frauen mit ihren Verlobten, die ihn in der Sendung gestehen würden, dass sie mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter geschlafen hatten. Na herrlich. Ich verstand nicht, was Delilah an diesem Mist so toll fand, aber sie hatte Spaß daran und den ließ ich ihr. Ich hegte ja den Verdacht, dass sie auf Springer stand, aber diese Vorstellung war derart unappetitlich, dass ich möglichst nicht darüber nachdachte. Chase hatte es sich neben ihr auf dem Sofa bequem gemacht und schnarchte leise. Von Trillian und Morio war nichts zu sehen. Morio war Camils anderer Liebhaber, ein weiteres Mitglied ihres kleinen Harems. Morio war ein Yukai Kitsune, ein Fuchsdämon. Er war Japaner, ebenso umwerfend und ebenso begierig darauf, zu Camils Gefolge zu gehören wie ihre anderen Männer. Außerdem unterwies er sie in Todesmagie und sie entwickelte ihre neuen Fähigkeiten nur allzu leicht weiter. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Wade müsste bald kommen. Delilah weckte Chase, der gähnte, sich die Augen rieb und sich aufrichtete. Die beiden gaben ein schickes Paar ab. Sie waren mit knapp über 1,80m gleich groß, aber Delilah war so golden wie Chase dunkel. Ihre katzenhaften Züge strahlten vor Energie, während er auf südländische Art so gut aussah, dass es für das Cover des GQ locker reichen würde. Aber er war nicht mein Typ. Camils Liebhaber auch nicht. Die meisten Männer wirkten überhaupt nicht anziehend auf mich, und das aus gutem Grund. Ich nahm Iris beiseite. Würdest du Anna Linda in die Küche bringen, ihr etwas zu essen machen und sie dann ins Bett stecken? Und wenn du irgendeine Art von Lauf-nicht-davon-Zauber kennst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Sie nickte, führte das Mädchen sanft zur Küche und fragte mit beruhigender Stimme, was Anna Linda gern essen würde. Soweit ich das erkennen konnte, hatte die Kleine noch nicht gemerkt, dass ich ein Vampir war, und ich wollte, dass sie sich ein wenig erholte und sich sicher fühlte, ehe sie erfuhr, was ich war. Schließlich wollten wir sie nicht so erschrecken, dass sie gleich wieder weglief. Als die beiden außer Hörweite waren, setzte ich mich auf die Ottomane und bedeutete den anderen, sich vorzubeugen. Die Kleine soll nicht hören, was ich euch gleich sagen werde, flüsterte ich. Sie ist für heute Nacht schon genug traumatisiert. Chase runzelte die Stirn. Ich habe auch Neuigkeiten für dich. Ich schüttelte den Kopf. Immer langsam mit den jungen Pferden. Chase, du wirst in einer der Gassen, die von der Wilshire Avenue abgehen, die Leichen von zwei Drogendealern finden. Aus Versehen haben sie jede einzelne Tablette der Zee-Fan geschluckt, die sie dabei hatten. Ich habe sie davon abgehalten, die Kleine zu vergewaltigen. Sie wollten sie unter Drogen setzen und sie dann auf den Strich schicken. Sie heißt Anna-Linda Thomas und kommt aus Oregon. Sie ist von zu Hause abgehauen. Ich rieche förmlich, ein schlimmes Familienleben, aber du solltest das nachprüfen, ehe du irgendetwas sagst. Sie ist ziemlich scheu. Wow, du hattest ja einen interessanten Abend. Die Leila blinzelte und wandte mir ihr hübsches Gesicht zu. Sie war in den vergangenen Monaten viel erwachsener geworden und dieser naive Funke war aus ihrem Blick verschwunden. Aber es waren nicht nur die Dämonen, die ihn erstickt hatten. Nein, eine schwarze Narbe in Form einer Sense prangte mitten auf ihrer Stirn. Sie war eine gezeichnete Frau und das hatte sie sehr verändert. Auf so vielfältige Weise, dass ich manches nur erahnen konnte. Ich wandte mich wieder Chase zu. Er gehnte und klappte sein Notizbuch auf. Könnte ich einen Kaffee haben, bat er. Und jetzt noch mal von vorn, aber diesmal etwas langsamer. Die Leila löste sich vom Sofa und ging in die Küche, um Koffein zu beschaffen. Camille fing meinen Blick auf und reckte lächelnd einen Daumen hoch. Sie war mir sehr ähnlich, obwohl ich sie in puncto Gnadenlosigkeit locker übertraf. Ich berichtete noch einmal von dem Zwischenfall, Schritt für Schritt und versuchte gar nicht erst, meine Ungeduld zu verbergen, als Chase laut seufzte. Hör mal zu, es ist mir scheißegal, dass dir von meinen Methoden übel wird. Eines solltest du endlich kapieren, sagte ich zu ihm. Wir befinden uns nicht nur im Krieg gegen die Dämonen, sondern auch gegen eine ganze Welt voll Perverser da draußen. Wenn Iris und ich nicht zufällig genau in diesem Moment aufgetaucht wären, würde dieses kleine Mädchen jetzt auf den Knien rumrutschen und Schwänze lutschen, vollgepumpt mit Z-Fan. Vielleicht müsste sie sich auch von irgendeinem Geschäftsreisenden, der sich mal ein bisschen amüsieren will, in den Arsch ficken lassen. Willst du, dass das passiert? Schön. Aber mir ist der Gedanke unerträglich, den Notruf zu wählen und dann einfach abzuwarten, bis die Polizei kommt. Und das passt mir nicht, dass dieser Abschaum sich einfach wieder freikaufen würde, wenn er tatsächlich mal eingebuchtet würde. Chase starrte auf seine Notizen hinab. Entweder hatte ich ihn furchtbar wütend gemacht oder aber einen Nerv getroffen, denn er klappte das Notizbuch zu und steckte es wieder ein. Mit einem Glitzern in den kühl blickenden Augen sagte er, bevor ihr drei hier ankamt, habe ich streng nach den Vorschriften gearbeitet. Ich war ein guter Cop, dachte ich zumindest. Ich habe mich an die Regeln gehalten. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich bin. Ich unterdrückte den Impuls, ihn an den Schultern zu packen und zu schütteln. Hör mir zu. Du hast gelernt und dich angepasst. Das müssen wir alle. Und deswegen wirst du eine bessere Chance haben, das bevorstehende Chaos zu überleben. Nur zu, spiel wieder den guten Bullen und steck den Kopf in den Sand, wenn du das willst. Dann gehen wir nach Hause und überlassen Schattenschwinge das Portal. Wie weit werden deine Regeln und Vorschriften dich dann wohl bringen? Er wurde blass, und ich spürte Gewissensbisse, die ich sofort beiseite schob. Von uns allen war ich am pragmatischsten. Trillian stand mir darin kaum nach, gefolgt von Camille und Morio, aber Chase und Delilah zögerten oft, wenn sie vor schwierige Entscheidungen gestellt wurden. Das konnte ich ihnen nicht verdenken. Es entsprach einfach nicht ihre Art, die Dinge hart anzupacken. Aber wenn wir das Böse aufhalten wollten, das aus den Urreichen durchsickerte, konnten wir es uns nicht leisten, so empfindlich zu sein, wenn es darum ging, ein paar Regeln zu brechen. Ja, ich weiß, sagte er einen Augenblick später. Ich höre dich klar und deutlich. Auch wenn mir die Botschaft nicht gefällt. Delilah kam mit einem Tablett aus der Küche zurück, auf dem die Kaffeekanne und Becher standen. Außerdem hatte sie noch ein Glas Milch für sich und einen leeren Kelch für mich mitgebracht, den sie nun hochhielt. Etwas zu trinken? Ich schüttelte den Kopf. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Okay, Waffenstillstand, was deine Vorgehensweise bei Zuhältern betrifft, sagte Chase und nahm einen Becher Kaffee entgegen. Sag mal, woher bekommst du eigentlich das Blut, das du in der Tiefkühltruhe lagerst, oder will ich das lieber nicht wissen? Ich grinste. Ich hatte mich schon gefragt, ob du je den Mumm aufbringen würdest, mich darauf anzusprechen. Alle paar Wochen stattet Camille einer kleinen Farm in der Nachbarschaft einen Besuch ab. Chase sah sie fragend an. Und? Camille lachte. Ein Kuss und der Bauer gibt mir alles, was ich haben will. Sie legen etwas für uns zurück, wenn sie Vieh schlachten und ausbluten. Das ist ein Bio-Bauernhof, also ist das Blut nicht mit Chemikalien verseucht. Tierblut funktioniert also auch? fragte Chase, der weniger geschockt aussah, als ich erwartet hatte. Aber das konnte daran liegen, dass die Antwort wesentlich weniger schrecklich war, als er vermutlich befürchtet hatte. Na klar, ist nicht meine Lieblingsnahrung, aber es erfüllt seinen Zweck, zumindest eine Zeit lang. Tierisches Blut kann den Hunger nicht allzu lange stillen, aber es reicht, um mich eine Weile über die Runden zu bringen. Unsere Tiefkühltruhe ist voll davon. Das würde mir vier, fünf Monate reichen, falls ich mich hier verschanzen müsste. Ich schwieg einen Moment lang. Okay, was hast du für Neuigkeiten, Johnson? Er starrte in seinen Becher, blickte dann auf und sah mir direkt in die Augen. Die vier Leichen, die wir heute Abend zur Autopsie gebracht haben. Die Vampiropfer. Sein Tonfall sagte mir, dass mir nicht gefallen würde, was er mir zu sagen hatte. Camille und die Leila schauten auf den Boden. Offenbar wussten sie schon Bescheid. Sie sind weg. Was soll das heißen, sie sind weg? Ich starrte ihn an. Leichen spazieren nicht einfach so davon. Naja, jedenfalls nicht allzu häufig. Gebrauche dein Kopf, Mädchen, sagte Chase, der erschöpft aussah. Es laufen vier neugeborene, hungrige Vampire in der Stadt herum. Einer der Laboranten hat gesehen, wie sie sich erhoben haben. Er konnte sich verstecken, bis sie weg waren. Einer der Elfen, die mit Shara zusammenarbeiten. Chase hob den Becher an die Lippen. Der Kaffee musste kochend heiß sein, aber er zuckte nicht mit der Wimper. Verfluchte Scheiße. Glaubst du, dass sie Möchtegern-Vamps waren? Groupies, die einen Vampir gefunden haben, der bereit war, sie zu erwecken? Er schüttelte den Kopf. Ich habe sie überprüft. Keiner von ihnen hat sich in solchen Kreisen herumgetrieben. Sie sind nicht durch die einschlägigen Clubs gezogen. Sie hatten gute Jobs. Wohnungen, Haustiere, Familien. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich ihre Familien benachrichtigen soll oder nicht. Was soll ich denen sagen? Ihre Tochter ist tot, aber sie ist aufgestanden und davon spaziert? Oder warte ich einfach, bis die Opfer als vermisst gemeldet werden? Ich bewege mich da auf verdammt dünnem Eis und ich bin heilfroh, dass bis jetzt nur das AETT involviert ist. Aber ich brauche unbedingt jemanden, der da rausgeht und diese neuen Vampire erledigt, ehe sie über die Bevölkerung von Seattle herfallen. Und außerdem muss ich den Scherzkeks kriegen, der sie erweckt hat. Toll! Diese Nacht wurde ja immer besser. Hm. Hast du irgendwelche Hinweise? Keine Ahnung. Du kennst die Vampirgemeinschaft viel besser, als ich sie je kennenlernen könnte. Meine Männer und ich wären wandelnde Zielscheiben, wenn wir ein paar von den Subkult-Clubs betreten, die in den vergangenen Jahren aus dem Boden geschossen sind. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, was da drin vor sich geht. Ich habe von diesen Partys im Dominics gehört. Er stellte seinen Becher weg und zuckte müde mit den Schultern. Ich weiß, das ist verdammt viel verlangt. Noch dazu, wo ich dich eben erst wegen dem Kerl, der sie getötet hat, um Hilfe gebeten habe, aber... Ich blickte von Delilah zu Camille. Ich nehme an, ihr seid dabei. Camille nickte. Was sollten wir sonst tun? Sie sah aus, als wollte sie noch etwas sagen, schüttelte dann aber nur den Kopf. Also, du hast irgendetwas auf dem Herzen. Raus damit. Sie starrte einen Moment lang auf den Boden. Wie oft kommt es deiner Erfahrung nach vor, dass Vampire ihre Beute einfach so herumliegen lassen, wo andere sie finden müssen? Und wenn sie neue Vampire erwecken wollten, würden sie diejenigen denn nicht mit in ihr Nest nehmen, um das dort zu tun? Was sie sagte, war völlig richtig. Aber ich verstand nicht, worauf sie hinaus wollte. Nur weiter? Ich glaube einfach... Ich habe das Gefühl, das könnte eine Botschaft sein. Dass wir diese Leichen finden sollten, vor allem, wenn man bedenkt, dass Chase diesen anonymen Hinweis erhalten hat. Wer auch immer das getan hat, hat sich keine Mühe gegeben, die Bismale zu verbergen, oder? Sie runzelte die Stirn und schürzte die Lippen. Eine Mimik, die mich so sehr an Vater erinnerte, dass ich den Blick nicht von ihr losreißen konnte. Was sie damit sagen will, glaubst du, der L-Wing-Blutclan könnte uns auf diese Weise mitteilen wollen, dass sie es durch die Portale geschafft haben? Die Leila stieß diesen Gedanken wie aus einer Maschinenpistole hervor. Sie zitterte, und mir wurde klar, dass sie erwartete, ich würde gleich explodieren. Meine Schwestern wussten, dass ich äußerst ungern über den L-Wing-Blutclan sprach. Mein Ausraster kurz nach dem Juhlfest, als sie mir gesagt hatten, dass der Clan womöglich auf dem Weg hierher war, bewies, dass ich noch nicht bereit war, darüber zu reden. Das Problem war, die Leila konnte recht haben, und wenn dem so war, stand mir Grauenhaftes bevor. Ich ging zum Kamin hinüber und starrte in die knisternden, knackenden Flammen. Der Winter war wirklich sehr kalt, und auf einmal erschien er mir nur noch trübe und düster. Bis zum Frühling war es noch lange hin, und ich würde niemals wieder das Gesicht dem wiederkehrenden Licht entgegenrecken. Ich drehte mich um. Chase blickte ein wenig verwirrt rein, wie üblich, aber Camille und die Leila und Iris musterten mich argwöhnisch. Einst hatte ich gelebt wie sie. Einst hatte ich tief durchgeatmet. Einst hatte mein Herz gerast. Hatte ich Kälte und Hitze und die Sonne auf meinem Gesicht gespürt. Der L-Wing-Blutclan hatte mir all das genommen. Dredge hatte es mir genommen. Er war stärker und älter als all die anderen. Ihr Anführer. Dunkler Wein in einer heißen Sommernacht. Dredge hatte mir die Haut in Fetzen geschnitten. Er hatte mich gelehrt, wie eng Lust mit intensivem, köstlichem Schmerz verbunden ist. Er hatte jede nur erdenkliche Waffe, die mich nicht auf der Stelle töten würde, an mir ausprobiert, auch seinen eigenen Körper. Er hatte mir die Seele in Stücke gerissen. Und niemand hatte sich die Mühe gemacht, Manoli wieder zusammenzufügen. Und dann am Ende hatte er mir sein aufgeschlitztes Handgelenk an die Lippen gepresst. Sein Blut ran in meine Kehle. Mir blieb keine andere Wahl. Ich musste schlucken oder ersticken. Also schluckte ich. Und dann kam das Ende. Das nur der Anfang neuer Qualen war. Ich schüttelte den Kopf und verbarrikadierte mich rasch gegen diese Gedanken. Manche Wege waren einfach zu gefährlich, um sie zu beschreiten. Der AND hatte meine geistige Gesundheit wiederhergestellt, aber sie konnten nichts gegen die Narben tun, die mein Körper und mein Herz entstellten. Manche Wunden verheilen niemals. Manche Erinnerungen verblassen nicht. Dann sollten wir wohl besser rausfinden, ob sie wirklich dahinter stecken, sagte ich. Wade müsste gleich da sein. Wenn irgendjemand davon erfährt, was es Neues in der Vampirgemeinschaft gibt, dann er. Er hält enge Verbindungen mit den meisten Nestern und Clubs. Wade nahm seine selbstgewählte Aufgabe, stets zu wissen, was im Untergrund vor sich ging, sehr ernst. Die Gemeinde der Übernatürlichen bestand aus drei Schichten. Jenen, die sich offen zu ihrer Natur bekannten und am gesellschaftlichen Leben teilnahmen. Jenen, die sich nicht angepasst hatten, aber notfalls als Menschen durchgehen konnten. Und dann gab es noch die Übernatürlichen, die sich verborgen hielten und das menschlich geprägte Leben völlig mieden. Jedenfalls das Leben der ganz normalen, durchschnittlichen VBM. Wenn sie dahinter stecken, begann Camille, doch ihre Stimme erstarb. Wenn Dredge dahinter steckt, ist Visteria bei ihm. Und meine Vermutung wäre, dass sie versuchen, einen Weg in die unterirdischen Reiche zu finden, um sich mit Schattenschwinge zu verbünden. Ich zögerte und fuhr mit der Hand über die Augen. Normalerweise wurde ich nie müde, aber im Augenblick fühlte ich mich, als sei ich tausend Jahre alt. Ich will, dass ihr mir eines versprecht. Was denn? fragte Chase und starrte mich mit großen Augen an. Als ich die Hand sinken ließ, merkte ich, dass sie nass war, mit blutigen Tränen verschmiert. Ich hatte geweint und es nicht einmal gemerkt. Ich machte mir nicht die Mühe, mir das Blut vom Gesicht zu wischen, sondern sah ihm direkt in die Augen. Falls der L-Wing-Blut-Clan in die Sache verwickelt ist, gehört Dredge mir allein. Und niemand verliert ein Wort darüber, was ich mit ihm anstelle. Ganz gleich, was ich tue. Verstanden? Er gehört mir. Die Leila stieß ein leises Miau aus. Camille blinzelte, sagte aber kein Wort. Sie warf mir nur einen Blick zu, der mir sagte, dass sie mich verstand. Chase nickte. Ich wandte mich wieder dem Feuer zu, als Iris zu mir trat, ein Geschirrtuch über der Schulter. Manoli, Maggie ist wach und sucht nach dir. Würdest du sie für mich halten, während ich ihre Salbeisahne zurechtmache? Ich glaube, sie hat Hunger. Ihr flachsblondes Haar schimmerte im indirekten Licht und in ihrem Blick war keinerlei Mitleid zu erkennen, nur reine, ungetrübte Ermunterung. Dankbar zwang ich meine Lunge tief, Luft zu holen. Ich brauchte nicht zu atmen, aber das half mir, mich zu beruhigen, wenn ich gestresst war. Danke, sagte ich. Ich komme. Wir gingen in die Küche, wo Maggie blinzelnd in ihrem Laufstall saß. Sie warf Iris einen Blick zu. Du hast sie geweckt, stimmt's? Iris zuckte mit den Schultern. Schwer zu sagen, ich bin in mein Zimmer gegangen, um mein Notizbuch zu holen und habe dabei wohl zu viel Lärm gemacht. Sie hat angefangen zu wimmern, also habe ich sie mitgenommen. Sie wandte sich ab, um meinem finsteren Blick auszuweichen, aber ich kannte sie zu gut. Maggie war nicht von allein aufgewacht. Danke, sagte ich und schüttelte die trübseligen Gedanken ab. Was macht das Mädchen? Anna-Linda schläft. Ich habe ihr einen Schlaftrunk untergejubelt. Sie muss sich ausruhen und ich will nicht, dass sie während der Nacht aufwacht. Iris deutete auf ihr Kämmerchen. Ich habe sie in mein Bett gelegt. Ich kann auch im Schaukelstuhl schlafen oder auf dem Sofa, wenn es sein muss. Sie stellte einen Topf auf den Herd und gab Sahne, Salbei, Zucker und Zimt hinein. Maggies spezielle Gargäulmilch würde ihr helfen, groß und stark zu werden. Und schlau, zumindest hofften wir das. Möchtest du Tee? fragte ich und griff nach dem Orangenblütentee im Kühlschrank Iris' Lieblingsgetränk. In diesem Moment entdeckte Maggie mich und hob die Ärmchen. Sie war immer noch winzig, nicht größer als ein kleiner Hund, und ihr Fell war in einem wirbelnden Muster aus Orange, Schwarz und Weiß gezeichnet. Sie war eine Waldgargäul, und Camille hatte sie aus dem Fresspaket eines Dämons gerettet. In den vergangenen Monaten war mir diese halbe Portion ans Herz gewachsen, obwohl ich es mit Tieren oder Babys eigentlich nie sonderlich gehabt hatte. Ich hob sie auf, wobei ich darauf achtete, ihre Flügel nicht zu knicken, die noch sehr weich und biegsam waren. Mit der Zeit würden sie ledrig und breit werden, stark genug, Maggie in der Luft zu halten. Bis dahin mussten wir dafür sorgen, dass sie keinen Schaden nahmen. Maggie hatte noch kein Wort gesprochen, sie stieß nur ihr leises Move aus, und wir waren nicht sicher, ob sie je eine normale Intelligenz entwickeln würde. Sie war von Dämonen gezüchtet worden und hatte vermutlich nicht lange genug Muttermilch bekommen, um diesen Entwicklungsprozess anzustoßen. Aber ganz gleich, wie sie sich entwickeln mochte, wir würden sie lieben, uns um sie kümmern und sie beschützen. Sie hatte ein langes Leben vor sich, und wir würden für sie da sein. Sie schlang die Arme um meinen Nacken und klammerte sich fest. Ich ging zum Schaukelstuhl, setzte mich hinein und wiegte sie sanft wieder in den Schlaf. Ich drückte die Nase in das Fell an ihrem Hals und atmete ihren Tiergeruch ein. Ihr kleines Herz pochte langsam im Rhythmus ihres jungen Lebens, aber ich fühlte überhaupt keinen Drang, keine Versuchung, keine Blutlust. »Schlaf, Kindchen, schlaf, der Vater hüt die Schar«, sang ich leise. Dieses Lied hatte unsere Mutter uns oft vorgesungen, als wir noch klein gewesen waren. »Die Mutter schüttelt's Bäumelein, der fällt herab ein Träumelein.« Lächelnd schloss Maggie die Augen und dämmerte weg. Ich schaukelte sie sanft und versuchte nicht, an den Elwing-Blutklan zu denken. Ein paar Minuten später klopfte es an der Tür. »Das müsste Wade sein«, sagte ich zu Iris und drückte ihr widerstrebend Maggie in die Arme. »Aber lass mich die Tür aufmachen, vorsichtshalber.« Ich spähte durch den Türspion und es war tatsächlich Wade, der da draußen stand. Er winkte kurz und ich öffnete die Tür. Abgesehen von mir war er der einzige Vampir, der über diese Schwelle treten durfte. Es war einfach keine gute Idee, Blutsaugern Zutritt zum eigenen Haus zu gewähren. Es stimmte nämlich wirklich, dass wir keine Wohnräume betreten konnten, wenn wir nicht dazu eingeladen worden waren. Ich öffnete die Tür und bat ihn herein. Wade war ein seltsamer Typ. Mit seinen stacheligen, blondierten Haaren und den blassen Augen konnte man ihn leicht für einen Loser halten, wenn man nicht näher hinschaute. Er trug blaue Jeans, ein dickes Flanellhemd und seine Brille, ohne die man ihn nie sah. Die Gläser waren ungeschliffen, aber er hatte diese Brille sein Leben lang getragen und konnte sich nicht daran gewöhnen, ohne sie herumzulaufen, auch jetzt nicht, da er tot war. Was liegt an, meine Schöne? Er zwinkerte mir zu. Das war eine der Eigenschaften, die ich an ihm mochte. Er hatte seinen Platz in der Welt als Vampir akzeptiert und nutzte ihn dazu, anderen zu helfen, für die dieses Dasein neu war. Und er hatte seine Menschlichkeit noch nicht verloren. Er liebte einen guten Witz, ein gutes Buch und eine gute Zigarre. Schlechtes Karma, Wade. Schlechte Neuigkeiten. Ich streckte die Hand aus und berührte vorsichtig seine Fingerspitzen, unsere übliche Begrüßung, und führte ihn dann ins Wohnzimmer. Wade verbeugte sich knapp vor meinen Schwestern und winkte Chase zu. Die beiden hatten sich schon ein-, zweimal gesehen, aber noch nie die Gelegenheit gehabt, sich in Ruhe zu unterhalten. Chase wollte ihm die Hand hinstrecken, doch ich schüttelte warnend den Kopf. Die Lila berührte leicht seinen Arm und er zog ihn zurück. Huch, ja, richtig, Entschuldigung, sagte Chase. Wade zuckte mit den Schultern. Ich hab keinen Hunger, und selbst wenn ich hungrig wäre, würde ich aus Höflichkeit darauf verzichten, die anderen Gäste zu fressen. Er blickte sich um und ich wies auf einen Sessel. Als er Platz genommen hatte, erzählten wir ihm, was passiert war. Wir müssen wissen, ob sich im Untergrund irgendetwas tut. Ich drehte den Bürostuhl hinter dem Schreibtisch herum und setzte mich rittlings drauf. Im Ernst, Wade. Es könnte sein, dass hier eine gewaltige Scheiße läuft und wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Er wusste nicht alles über Schattenschwinge, aber doch genug, um ihn auf unserer Seite zu halten. Wade glaubte, wir könnten es schaffen, eine kleine Armee von Erdwelt-ÜV aufzustellen, falls die Dämonen in größerer Zahl hierher durchbrechen sollten. Sie wären unsere besten Kämpfer und viel wirkungsvoller als Soldaten mit Schusswaffen. Wade lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Ach, verdammt! Und wir hatten mit der AB-Gruppe schon solche Fortschritte gemacht. Aber wie kommst du darauf, es könnte dein Meister sein und nicht irgendein abtrünniger Erdwelt-Vampir, jemand, der ausgerastet ist oder einfach neu in der Gegend? Ich will meine Suche nicht von vornherein so einschränken. Chase sah mich an. Ich zuckte mit den Schultern. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, sagte er und starrte Wade an. Ich hatte den Eindruck, dass es für Chase viel schlimmer war, einem Erdwelt-Vampir gegenüber zu sitzen als mir. Ich stammte schließlich aus einem anderen Land, einer anderen Welt sogar. Mich konnte er hübsch in eine Schachtel packen. Manoli kommt aus der Anderwelt. Natürlich ist sie anders und seltsam. Aber Wade? Wade war mitten in Seattle zum Vampir geworden, ein Junge aus der Nachbarschaft sozusagen, aber von der gefährlichen Sorte. Das Schweigen im Raum wurde durchdringend und ich tippte Chase aufs Knie. Er riss den Kopf hoch und ich schnaubte. Beruhige dich, ich wollte nur vorschlagen, dass du deinen Gedanken zu Ende führst. Du hast offenbar den Faden verloren. Äh, ja, danke, glaube ich. Blinzelnd fuhr Chase fort. Also, die Mädels glauben, dass der L-Wing-Blutclan in die Sache verwickelt sein könnte. Aber du hast recht. Wir sollten davon ausgehen, dass es jeder beliebige Vampir sein könnte. Schließen wir nicht voreilig irgendwelche Türen. Was ist also unser erster Schritt? Wade sah mich an und grinste leicht. Er war an nervöse Sterbliche gewöhnt. Schließlich erlebte er sie oft genug am Freunde- und Familienabend der anonymen Bluttrinker. Ich blickte mich um. Camille und die Lila hatten sich zusammengekuschelt und futterten Chips. Chase spielte an seinem Notizbuch herum. Iris fallte sich konzentriert die Fingernägel. Ich wartete einen Moment lang, aber es war offensichtlich, dass niemand die schmerzhafte Pause unterbrechen wollte. »Redet bitte nicht alle auf einmal«, sagte ich kopfschüttelnd. »Ich bin doch hier nicht die Einzige mit einem Gehirn, oder?« Camille zuckte mit den Schultern, wischte sich die Mundwinkel ab und schaffte es dabei, irgendwie ihren Lippenstift intakt zu lassen. »Na ja.« »Wie machst du das?« unterbrach ich sie. »Was denn?« »Dein Lippenstift. Er ist nicht verschmiert.« Sie lächelte. »Das ist extra lang anhaltender Lackgloss. Verwischt nicht. Da müsste ich schon mit einem Topfschwamm kommen.« »Macht das Essen in der Öffentlichkeit sehr viel einfacher. Darf ich jetzt fortfahren?« »Klar«, sagte ich und überlegte, wie die Chemikalien in diesem Lippgloss sich auf meine Haut auswirken würden, jetzt da ich ein Vampir war. Manchmal ließen sich nämlich Sachen, die abwaschbar sein sollten, bei uns nicht abwaschen. Ich hatte an einem Vampir, der letzten Monat auf der Durchreise in Seattle gewesen war, ein grauenhaftes Beispiel für einen Rouge-Unfall gesehen. Wenn man sich grelle Feuerbälle auf beiden Wangen vorstellte, kam man der Sache nahe. Der Arme war ein pummeliger Teenager, dessen sogenannte Freunde, die sämtlich noch am Leben waren, sich einen Scherz mit ihm erlaubt hatten, während er geschlafen hatte. Und da wunderten sich Atmer, warum wir sie lieber nicht wissen ließen, wo sich unser Unterschlupf befand. »Naja, wir dachten, du hättest vielleicht schon eine Idee. Immerhin kennst du dich mit den Gewohnheiten von Vampiren besser aus als wir.« Camille warf die Leila einen Blick zu, die ihn nickend erwiderte. Mit anderen Worten, »Du bist dran.« Mit einem Rülpser, bei dem sie kaum die Hand vor den Mund hielt, nickte die Leila eifrig. »So ist es. Du bist die Anführerin.« »Und wie kommt ihr dazu, mir diese zweifelhafte Ehre zu übertragen?« Ich hatte das Gefühl, dass ich aus dieser Sache nicht so leicht rauskommen würde. »Hey, ihr habt mich nach vorn geschoben, als sechs Stamm abgeschlachtet wurde,« sagte die Leila. »Und Camille musste die Zügel übernehmen, als wir gegen Badass Luke gekämpft haben. Jetzt bist du dran, Manoli.« Ich warf Chase einen Blick zu. »Hast du dem noch was hinzuzufügen, Johnson?« Er zupfte an seinem Kragen herum und runzelte die Stirn, als die Leila ein paar orange-rote Chili-Käse-Chips auf seinen makellosen schwarzen Anzug fallen ließ. Aber er sagte kein Wort, zupfte sie nur ab und deponierte sie auf dem Couchtisch. Falls er sauer war, weil sie sein Armani-Anzug bekrümelt hatte, sagte er jedenfalls nichts dazu. »Nein«, erwiderte er gleich darauf, »nein, denn ihr habt recht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wonach ich suchen sollte. Und da du... Naja. Sprich es einfach aus.« Ich zog ein finsteres Gesicht und wünschte, die Leute würden nicht immer so um den heißen Brei herumschleichen. »Ich bin tot. Untot. Ein Vampir. Ich mache dir eine Scheißangst, ich nähere mich von Blut, und wenn du mir genug dafür bezahlen würdest, könnte ich sogar darüber nachdenken, in meinem langen schwarzen Cape herumzulaufen. Ick, Ick, Ick!« zu kreischen und Bela Lugosi zu spielen. Alle starrten mich an, als sei mir ein zweiter Kopf gewachsen. Wade schnaubte so laut, dass er sich rotzüber das ganze Hemd geblasen hätte, wenn er noch gelebt hätte. Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß, was ich bin. Ihr werdet mich gewiss nicht beleidigen, indem ihr das Offensichtliche aussprecht. Also würdet ihr euch bitte mal entspannen und einfach normal weitermachen. Ich gehe euch schon nicht an die Kehle, nur weil ihr gerade heraus mit mir redet.« Nach einer kurzen Pause hüstelte Camille. »Wir sind heute Abend ein bisschen empfindlich, hm?« Mit erstickter Stimme fügte sie hinzu. »Die Hormone kannst du dafür jedenfalls nicht mehr verantwortlich machen. Das steht mal fest.« Ich starrte sie an und unterdrückte ein Grinsen. Chase warf ihr einen panischen Blick zu, als sei sie verrückt geworden. Die Lila war so in ihr Junkfood vertieft, dass sie alles andere ignorierte. Iris starrte zur Decke hoch und tat so, als suchte sie die Ecken nach Spinnweben ab. »Und Wade?« »Nun ja, Wade saß einfach nur da und wartete, bis wir uns abreagiert hatten.« »Weißt du,« sagte ich sanft, »du könntest diese prachtvolle Figur für immer behalten, wenn du mich mal an deinen Hals lassen würdest.« Camilles Hand schoss zu ihrer Kehle, doch dann lachte sie. »Frag mich in zweihundert Jahren nochmal, ja?« »Abgemacht.« Ich gab es auf, den großen bösen Vampir zu spielen und lachte mit ihr. »Können wir dieses Gespräch jetzt beenden? Ich hätte gern noch ein bisschen Zeit für mich, bevor ich ins Bett muss, und es sind nur noch wenige Stunden bis Sonnenaufgang.« Chase verdrehte die Augen. »Dann halten wir also fest. Du bist hiermit zum Gehirn unserer Operation ernannt, weil du die Situation am besten kennst. Du weißt, wie es ist, ein Vampir zu sein. Du und Wade habt das selbst schon erlebt. Also, was sollen wir tun? Wo fangen wir an zu suchen?« Ich trat ans Fenster und starrte in die eisige Nacht hinaus. Der Winter machte uns allen zu schaffen, dachte ich. Wir waren gereizt und müde und ständig besorgt, was als Nächstes kommen mochte. Und doch blieb uns nichts anderes übrig. Wir taten, was wir tun mussten. Mehr gab es dazu nicht zu sagen. »Du meinst, wo ich hingehen würde, wenn ich ein neugeborener Vampir wäre? Kommt darauf an, ob mein Meister oder meine Meisterin mich zu sich rufen würde.« »Wade«, sagte ich, ohne mich umzudrehen. »Wie läuft das hier drüben ab? Werden die meisten neugeborenen Vampire von ihren Meistern unterwiesen wie in der Anderwelt?« Er runzelte die Stirn. »Äh, das weiß ich nicht. Wir sind so daran gewöhnt, uns verborgen zu halten. Ich glaube, so etwas wie ein Protokoll für den Umgang mit Neugeborenen gibt es gar nicht.« »Als ich verwandelt wurde, bin ich danach allein in meiner Praxis aufgewacht. Offenbar wurde ich schon seit ein paar Tagen vermisst, aber niemand hat daran gedacht, in der Praxis nachzusehen, weil das ein langes Feiertagswochenende war und alle dachten, ich wäre einfach an den Strand gegangen. Als ich aufgewacht bin, habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis ich begriffen habe, was passiert war. Naja, als der Hunger eingesetzt hat, war es ziemlich offensichtlich. Hm. Übernatürliche haben es in der Erdwelt wirklich nicht leicht, was? Keine Richtlinie, niemand, der sich um euch kümmert und euch im Auge behält. Sogar in den mieseren Blutclans in der Anderwelt kümmert man sich um diejenigen, die man für die Verwandlung auserwählt hat, außer, wie in meinem Fall, das geschah aus Boshaftigkeit, um andere dadurch zu verletzen. Ich schob die Erinnerungen beiseite, die wieder in mir hochzukriechen drohten. Jetzt war keine Zeit dafür, meiner Wut freien Lauf zu lassen. Wenn sie sich auf der Straße herumtreiben, könnten sie sonst wo sein. Aber sie werden anfangs sehr ungeschickt sein. Sie werden eine deutliche Spur hinterlassen, weil sie noch nicht ganz begriffen haben, was mit ihnen passiert. Es dauert eine Weile, bis man dahinter kommt. Chase betrachtete mich mit undurchdringlichem Blick. Ich will nicht mal so tun, als wüsste ich, was während dieser Verwandlung passiert. Aber es kann nicht angenehm sein, nicht einmal dann, wenn jemand sich freiwillig darauf einlässt. Ist es nicht, erwiderte ich knapp. Wade nickte und ich sah ihm an, dass er an seinen eigenen Tod und seine Erweckung dachte. Also sollten wir wohl zuerst herausfinden, wer sie verwandelt hat. Ich solltest du im Wayfarer die Augen offen halten. Das Erschreckendste ist eigentlich, dass derjenige, wer auch immer es war, vier auf einmal verwandelt hat. Das ist wirklich selten. Ich habe noch nie von einem Vampir gehört, der mehr als einen Neugeborenen auf einmal hervorgebracht hat. Du vielleicht? Ich weiß nicht. Ich dachte an die Underwelt und an den L-Wing-Blut-Clan und daran, wozu die fähig waren. Dredge war immer sehr wählerisch. Das wusste ich schon, bevor er mich zu fassen gekriegt hat, denn ich hatte den Clan ausspioniert. Sicherlich würde er nicht wahllos Opfer von der Straße nehmen, schon gar keine Menschen. Die meisten Vampire, die ein neues Nest aufbauen wollen, wählen ihre Neulinge sorgfältig. Immerhin wird man sehr, sehr lange an diese Leute gebunden sein. Wade runzelte die Stirn. Vielleicht hat sich daran etwas geändert. Oder das Ganze hat überhaupt nichts mit Dredge zu tun. Jedenfalls müssen wir schnell sein, denn neugeborene Vampire müssen trinken und trinken werden sie. Wenn wir sie nicht bald finden, werden sie eine Mordorgie feiern. Ich gab Chase einen Wink. Dein Notizbuch. Er schlug es auf. Okay, lass hören. Als erstes solltest du die Krankenhäuser und das Leichenschauhaus auf einen plötzlichen Anstieg von Gewaltopfern überprüfen. Vier Neugeborene können eine Menge Blut trinken und offengestanden haben wir im Augenblick so wenig Anhaltspunkte, dass der Kampf wohl ziemlich einseitig verlaufen wird, bis wir sinnvoll reagieren können. Die Leila mischte sich ein. Wisst ihr, vielleicht wird es Zeit, dass wir unsere Idee mit der Datenbank von allen Übernatürlichen in die Tat umsetzen. Ich weiß, es ist gefährlich, derartige Informationen irgendwo zu speichern, aber wie es aussieht, werden wir jegliche Hilfe brauchen, die wir nur kriegen können. Natürlich können wir niemanden zu irgendetwas verpflichten, aber wir sollten zumindest schon mal anfangen, alles zusammenzutragen. Mit Schattenschwinger auf dem Kriegspfad und einem Degard-Kommando nach dem anderen, das zum Spionieren hierher geschickt wird, schaffen wir das einfach nicht mehr allein. Camille säufzte tief. Sie hat recht. Wir müssen uns besser organisieren. Die Zügel des AMD liegen jetzt inoffiziell in unseren Händen und wir haben niemanden mehr, an den wir uns wenden können, wenn wir Unterstützung brauchen. Die Leila, mach du dich an die Arbeit und überlege dir schon mal, wie diese Datenbank aussehen könnte. Vielleicht sollten wir ein Gipfeltreffen aller Anführer der übernatürlichen Gemeinschaften im Wayfarer abhalten. Die Oberhäupter der verschiedenen Nester, Stämme und Rudel bitten, sich uns anzuschließen. Wäre das okay, Menoli? Oh, klar, das klingt nach einem Haufen Spaß. Ich verzog das Gesicht. Wir werden eine Armee brauchen, um den Frieden allein zwischen den verschiedenen Wehrgruppen zu sichern, ganz zu schweigen davon, was passiert, wenn wir auch noch Vampire, Erdweltfehen, Besucher aus der Anderwelt und auch sonst alles, was nicht ganz als menschlich gelten kann, mit in einen Topf werfen. Aber ich glaube, wir sollten einen anderen Ort dafür finden. Das Wayfarer ist zu klein für so viele Leute. Außerdem wird dieses Treffen schon für genug Spannungen entsorgen. Da muss nicht auch noch Alkohol im Spiel sein. Sonst fangen die Teilnehmer unseres Gipfeltreffens noch an, sich gegenseitig Gläser und Flaschen auf den Kopf zu hauen. Das wäre doch schon ein Anfang, sagte Camille. Und jetzt muss ich mich ein bisschen entspannen. Ich bin in meinem Unterschlupf, falls mich irgendjemand braucht. Wait, du gehst lieber nach Hause, ehe es hell wird. Ich begleitete ihn zur Tür und schlich mich dann in die Küche. Plötzlich fühlte ich mich einsam. Alle anderen konnten noch aufbleiben und reden. Sie konnten auf Schlaf verzichten und brauchten sich keine großen Sorgen darum zu machen. Sie hatten kein Problem damit, dass morgens die Sonne aufging. Für mich war das eine der Ungerechtigkeiten des Lebens, mit denen ich fertig werden musste. Ich lebte während der dunklen Stunden immer im Schatten des Lebens. Manchmal wollte ich einen kindischen Wuteinfall bekommen, aber das tat ich dann doch nie. Energie zu verschwenden war einfach nicht mein Stil. Ich schlüpfte durch den geheimen Eingang in meine Wohnung im Keller und fragte mich auf dem Weg die Treppe hinunter wohl zum tausendsten Mal, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht von der Decke gestürzt und dem Eing-Clan in die Hände gefallen wäre. Ich versuchte, meine trübe Stimmung abzuschütteln und wandte mich dem Stapel Bücher auf dem Nachttisch zu. Mein Bett war mit hübscher grüner Bettwäsche bezogen. Ich griff nach dem obersten Buch, einer Geschichte über eine Gruppe von Männern, die den Mount Everest bestiegen, lehnte mich auf dem Bett zurück und verlor mich in einer Welt aus Eis und Schnee, wo die Tage so glitzernd weiß waren, dass man davon blind wurde, wo der Schnee glänzte und funkelte, rein und klar, und wo die Sonne Freund war, nicht Feind. Träumen Vampire eigentlich, wenn sie schlafen? Diese Frage hatte Camille mir einmal gestellt, als sie heruntergekommen war, um mich zu wecken. Wie hätte ich ihr das erklären können? Sie wandelte in drei Welten, in der Anderwelt, der Erdwelt und im Reich der Mondmutter. Aber ihr Weg war ein ganz anderer als der meiner. Ja, wollte ich ihr sagen, wir träumten von Blut und Sex und Leidenschaft, aber das entsprach nicht ganz der Wahrheit, obwohl meine dahintreibenden Gedanken oft von beängstigenden Bildern erfüllt wurden, die mich warnten, wenn ich ein bisschen zu weit auf das Raubtier in mir zudriftete, weg von meinem wahren Selbst. Vielleicht hätte ich ja auch sagen sollen, dass Vampire im Schlaf durch die Hallen der Toten wandelten. Wir spazierten durch Wiesen und Wälder, streiften durch die Straßen von Städten und Glitten übers Meer dahin. Wir wandelten mit dem Wind, wir wandelten auf dem Wasser. Wir waren die eigentlichen Windwandler. Aber auch das wäre nur ein Teil der Antwort gewesen. Tatsache war, wenn die Macht der Sonne mich in den finsteren Schlummer der Untoten hinabzwang, träumte ich von zu Hause. Von der Anderwelt und meiner Kindheit. Ich träumte davon, wie ich zum ersten Mal einen Mann geküsst hatte. Keres, den Nachbarsjungen. Ich träumte davon, wie ich zum ersten Mal eine Frau geküsst hatte. Elias, ebenfalls Agentin beim AND. Ich träumte davon, Priesterin in der Schwesternschaft der Alten zu werden. Eine Hoffnung, die ich begraben hatte, als ich meine erste Blutung bekam und zur Frau wurde. Ich träumte von Bewegung und Mustern und Fraktalen, von Tanz und Poesie. Und nach besonders stressigen Nächten träumte ich von Dredge. Leider genoss ich nicht mehr den Luxus anderer Leute, die aus ihren Albträumen aufwachen konnten. Wenn ich erst einmal schlief und die Erinnerungen mir einen unwillkommenen Besuch abstatteten, konnte ich nichts tun, als sie auszuhalten. Die Folter, die Vergewaltigung und schließlich meinen ersehnten Tod noch einmal zu durchleben. Wieder und wieder träumte ich von meiner Verwandlung. Wie Sisyphus wurde ich immer wieder geboren, nur dass ich mich nicht des Verrats an den Göttern schuldig gemacht, sondern die Geheimnisse eines sehr übellaunigen Vampirs und seiner Mannschaft ausspioniert hatte. Damit hatte ich mir meine ewige Strafe verdient, dazu verflucht, unter den Untoten zu wandeln bis zu jenem Tag, da ich bereit sein würde, loszulassen und den endgültigen Tod zu sterben. Kamil und Delilah erzählte ich nie von diesen Albträumen. Das war nicht nötig. Warum sollten wir alle solch finstere Erinnerungen mit uns herumtragen müssen? Sie konnten nichts tun, nichts an meinem Schicksal ändern, und ich wollte sie nicht mit dem Wissen belasten, wie bösartige Leute lebendig oder untot wirklich sein konnten. Allerdings hatten sie diese hässliche Wahrheit selbst erkennen müssen bei unserem Kampf gegen die Dämonen. Ich legte mein Buch weg und schlüpfte langsam aus Jeans und Rollkragenpulli. Der Gedanke an Dredge hatte zu viele Erinnerungen geweckt. Ich blickte an meinem Körper hinab. Es hatte keinen Sinn mehr, in einen Spiegel zu schauen. Mein Spiegelbild schaute mir nicht mehr entgegen. Nie mehr. Und doch. Jedes Mal, wenn ich mich auszog und die Narben sah, wie konnte ich den Erinnerungen entkommen? Das Treffen war fast vorbei. Noch ein paar Minuten und ich konnte mich rausschleichen, frei und sicher mit den Informationen, die wir brauchten. Ich atmete langsam und tief durch und hielt mich gut fest. Ich hatte nur gefährlichen Halt gefunden, weit oben in der Höhle. Aus dieser Entfernung konnte der L-Wing-Blutclan die Hitze, die mein Körper abgab, nicht spüren, aber mein hochempfindliches Gehör schnappte alles auf, was gesagt wurde. Ein weiterer Vorteil meines gemischten Blutes. Ich konnte leise Schritte in der benachbarten Kammer hören. Zufrieden sagte ich mir, dass ich nur noch ein bisschen länger warten musste. Vor fünf Minuten hatte ich die entscheidenden Informationen erhalten, die sie zu Fall bringen würden. Dredge war brillant, konnte sich aber offenbar nicht einmal vorstellen, dass irgendjemand irgendwo Pläne gegen ihn schmieden könnte. Niemand außer dem A-N-D wäre mutig oder waghalsig genug, den L-Wing-Blutclan auszuspionieren. Da kam ich ins Spiel. Jetzt brauchte ich nur noch zu warten, bis sie die Höhle verließen. Nach diesem Treffen zerstreuten sie sich immer, um zu trinken. Ich war schon dreimal hier gewesen und jedes Mal mit Leichtigkeit unbemerkt davongekommen. Dies war mein letzter Auftrag für diese Mission. Ich hatte, was wir brauchten. Ich konnte bestätigen, was der A-N-D vermutet hatte. Dredge und seine Kumpane hatten sich verschworen und wollten einen eigenen Hof gründen, mit Dredge als ihrem König. Vampirreiche waren in der Anderwelt verboten und sämtliche Feenregierungen hatten diesem Abkommen zugestimmt. Vampire durften Nester bilden, mit einer maximalen Mitgliederzahl von 13. Wenn sie die überschritten, mussten die Überzähligen eine eigene Enklave gründen. Dieses Gesetz hatte Dredge bereits gebrochen. Ich hatte 23 Mitglieder des L-Wing-Clans gezählt und er wollte seine Herrschaft weit über sein jetziges Einflussgebiet hinaus ausdehnen. Er wollte sich zum Vampirfürsten aufschwingen und wir vermuteten, dass er vorhatte, von den Geldströmen zu profitieren, die durch die Gilden der Diebe und Meuchler flossen. Wenn ihm das gelang, wäre er in einer Position, die ihm erlaubte, seinen sadistischen Begierden nachzugeben, ohne Vergeltung fürchten zu müssen. Die Leute würden zu viel Angst vor ihm haben, um sich zur Wehr zu setzen, wenn er erst ein ganzes Reich statt nur ein Nest regierte. Mit dem Wissen, das ich gesammelt hatte, konnte der A-N-D schon morgen früh ein Team hierher schicken, das jeden einzelnen Blutsauger dieses abtrünnigen Clans vernichten würde. Die Drohung, sie in die U-Reiche abzuschieben, hatte sich nicht als sonderlich wirkungsvoll erwiesen, weil es uns nie gelungen war, sie festzunehmen. Ich brauchte nur, leise zu sein und mich gut festzuhalten, während sie die Höhle verließen. Dann hatte ich es bald geschafft. Für diese Leistung könnte ich sogar befördert werden, eine Premiere für die Dartigo-Mädels. Naja, wenn man sich unsere Erfolgsbilanz so ansah, würde eine Beförderung uns zumindest davor schützen, dass der A-N-D uns in irgendein mieses Kaff unten im Süden schickte, damit wir den Abschaum im Auge behielten. Wir waren nicht faul, nur manchmal ein bisschen vom Pech verfolgt. Ich erschauerte, als ein kalter Luftzug vorbeistrich, obwohl ich einen hautengen Anzug aus Spinnenseide trug. Mein Haar war fest zu einem Knoten zusammengesteckt, damit es mir nicht ins Gesicht fiel. Ich hatte mich gründlich gestreckt und gedehnt, ehe ich meinen Dienst begonnen hatte, aber jetzt schmerzte jeder Muskel in meinem Körper, und ich konnte nur noch daran denken, endlich nach Hause zu gehen und mir ein heißes Bad einzulassen. Camille und ich hatten vor, gegen Mitternacht loszuziehen, auf eine Party. Im Colliquia fand eine Opium-Party statt und Camille wollte mir da irgendjemanden vorstellen, einen Kerl, mit dem sie seit ein paar Monaten zusammen war. Er hieß Trillian oder so ähnlich. Die Tatsache, dass sie uns nichts über ihn erzählen wollte, sagte mir, dass mit dem Kerl irgendetwas nicht stimmte. Camille hatte außerdem ein Fable für böse Jungs. Schmerz flammte in meinem rechten Arm auf. Verdammt nochmal! Warum brauchten die Vampire so lange dafür, die Höhle zu verlassen? Ich kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was da unten vor sich ging. Von meinem Versteck aus konnte ich sie nicht gut sehen, aber das bedeutete auch, dass sie mich nicht sehen konnten. Noch zehn Minuten, dachte ich, nur zehn Minuten. Ich zwang mich, meine brennenden Muskeln zu ignorieren und versuchte, an irgendetwas anderes zu denken. Vater hatte uns versprochen, dass wir noch vor dem nächsten Vollmond einen Ausflug machen würden. Verwandte im Windweidental besuchen oder vielleicht ein paar Tage in Aladril verbringen, der Stadt der Seher. Einen Kurzurlaub konnten wir alle gut gebrauchen, denn wir vier hatten in letzter Zeit sehr hart gearbeitet. Ich war jeden Abend so müde, dass ich einschlief, sobald mein Kopf das Kissen berührte. Verflucht! Ein Jucken im Nacken machte mich wahnsinnig. Als ich mich ein wenig bewegte, um das Jucken zu lindern, brach der kleine Felsvorsprung, auf dem meine rechte Hand ruhte, ohne jede Vorwarnung glatt ab. Heilige Scheiße! Ich tastete verzweifelt nach dem nächsten Vorsprung und hoffte voller Panik, dass ich irgendeine Spalte, einen Vorsprung, einen Halt zu fassen bekäme, aber meine Finger trafen auf nichts als glatten Fels. Meine Füße glitten ab, als meine Hände über den Granit rutschten. Ich verlor den Halt und stürzte dem Boden dort unten entgegen. Es heißt, kurz vor dem Tod würde einem das eigene Leben noch einmal blitzschnell vor dem geistigen Auge vorüberziehen, aber das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war ein Gebet. Ich hoffte auf das Glück, mir bei meinem Sturz den Hals zu brechen, denn ich wusste, wer in diesen Höhlen herumstrich. Und dann prallte ich mit einem Schlag auf dem Boden auf, der mir sämtliche Knochen durcheinander schüttelte. Verdammt! Ich lebte noch, und meine Landung hatte einen furchtbaren Lärm gemacht. Das bedeutete, wenn ich unversehrt davon kommen wollte, musste ich rennen wie der Teufel. Als ich mich aufrappelte und auf den nächsten Ausgang zulief, hörte ich, wie hinter mir Bewegung entstand. Sie hatten mich gehört und kamen nachsehen. Scheiße! War das mein Ende? Während ich den Tunnel entlang rannte, gab ich mich keinerlei Illusion darüber hin, was geschehen würde, wenn sie mich erwischten. Die Vampire des Elwing-Blutclans waren gesetzlose, arrogante Raubtiere, angeführt von einem Vampir, der im Blut seiner Opfer badete. Der Clan ignorierte den vampirischen Sittenkodex, deshalb hatte ich ja überhaupt den Auftrag, ihn auszuspionieren. Ich schlitterte um eine Biegung des unterirdischen Gangs, und ein höllischer Krampf durchzuckte meinen Unterschenkel, denn die plötzliche, heftige Bewegung setzte viel Milchsäure frei. Das schwache Schimmern von Sternenlicht vor mir sagte mir, dass ich es fast nach draußen geschafft hatte. Vielleicht würde ich sie im Wald abschütteln können, ich war sehr geschickt darin, mich zu verbergen. Ich rang nach Luft, zwang meinen protestierenden Körper schneller zu laufen und hielt den Blick fest auf den Höhlenausgang gerichtet. Noch zehn Schritte und ich konnte die Freiheit schon riechen. Neun Schritte und ich tastete nach dem Notfallpflock an meinem Gürtel. Ich schaffte es, ihn herauszureißen, rannte mit voller Kraft, pumpte mit den Armen und er lief mir den Vorsprung, der mir eine Chance geben würde, das hier zu überleben. Nur noch ein paar Schritte, ein paar Meter! Und dann erschien die Silhouette eines Mannes in der Öffnung vor mir, groß und dunkel, mit langem, lockigem Haar, gekleidet in schwarzes Leder mit einem Lächeln auf dem Gesicht, das einen Stein sprengen könnte. Ich wusste, wer das war. Dredge. Der Anführer des L-Wing-Blutclans. Er verherrlichte die Folter, schwelgte in Schmerz. Ich bremste scharf ab und warf mich nach rechts herum in den Seitengang, aus dem er eben hervorgetreten war. Dredge machte keine Anstalten mir zu folgen, aber ich hörte seine Stimme hinter mir sagen, »Wenn ihr der Jagd überdrüssig werdet, bringt sie zu mir. Rührt sie nicht an. Ich habe etwas ganz Besonderes mit ihr vor.« Grauen überkam mich, als ich erkannte, dass der Gang mich zurück zur Haupthöhle führen würde. Kurz vor dem Ende bemerkte ich einen Strahl Mondlicht, der durch einen Spalt in der Decke hereinfiel. Ein rascher Blick nach oben sagte mir, dass ich gerade schmal genug war, mich durch diesen Riss zu zwängen. Ich zog mich an der Wand hoch und tastete verzweifelt nach dem nächsten Halt. Inzwischen brannte jedes meiner Gelenke wie Feuer und ich hatte mir mindestens fünf verschiedene Muskeln böse gezerrt. Ich unterdrückte den Schmerz und zwang mich, nur auf die Decke zu achten. Ich musste es nur bis zu diesem Spalt schaffen, nur aus dieser Höhle heraus. Ich war keinen halben Meter mehr von dem Riss entfernt, als eine Hand mein Knöchel packte. Ich versuchte, mich mit einem Tritt loszureißen, doch mein Angreifer hielt mich mit eisernem Griff fest und riss mich mit einem heftigen Ruck von der Wand. Als er losließ, stürzte ich und prallte mit dem Rücken auf den Boden. Das Geräusch meiner brechenden Rippen hallte durch den Gang, Sekunden bevor der Schmerz einsetzte. Stöhnend blinzelte ich gegen die Tränen an und blickte plötzlich in das Gesicht eines Elfen oder das, was einmal ein Elf gewesen war. Alterslos, blass und fahl beugte er sich über mich. Und mir fiel der Pflock wieder ein. Wo war er? Ich hatte ihn wieder in meinen Gürtel gesteckt, um besser klettern zu können. Als ich danach tastete, starrte der Vampir mir in die Augen. Entspann dich. Lass einfach los. Seine Stimme war beruhigend, so sanft wie eine Frühlingsbrise, und ich spürte den überwältigenden Drang, die Augen zu schließen und mich seinen Worten zu überlassen. Doch dann lächelte er, und in diesem Augenblick sah ich seine ausgefahrenen Reißzähne, schimmernde Nadeln, die meinem Leben ein Ende machen würden. Nein, flüsterte ich und versuchte, die Beherrschung über meine Sinne wieder zu erlangen. Ich zwang meine Hand, sich zum Gürtel zu bewegen, wo ich den hölzernen Pflock spürte, der an meinen Körper gepresst war. Es wird so viel leichter sein, wenn du mir erlaubst, dir zu helfen, sagte der Vampir. Ich heiße Vela. Wie ist dein Name? Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen und blinzelte. Er war nicht mein Freund, und er würde mir nicht helfen. Seine Stimme versprach eine zärtliche Umarmung, aber ich zwang mich daran zu denken, was er war und wo ich mich befand. Ich schüttelte den Kopf und schaffte es, meine Finger um den Pflock zu schließen, obwohl der Schmerz der gebrochenen Knochen in meiner Brust loderte. Velaan hatte nicht gemerkt, was ich da versuchte, so sehr konzentrierte er sich darauf, mich mit seinem Blick zu bannen. Komm her, flüsterte ich. Hilf mir. Er beugte sich zu mir herunter. Ich wartete genau den richtigen Augenblick ab, weil ich wusste, dass ich nur eine Chance haben würde. Blitzschnell drehte ich den Pflock herum, das spitze Ende nach oben, zielte auf seine Brust und legte alle Kraft, die ich aufbringen konnte, in den Stoß. Ich biss mir auf die Lippen, als der Schmerz durch meine Rippen, meine Brust, meine Lunge fuhr. Treffer! Ich hatte ihn voll erwischt, und der schockierte Ausdruck auf seinem Gesicht war das Schönste, was ich je gesehen hatte. Er öffnete den Mund, doch ehe er ein Wort hervorbringen konnte, zerstob er zu einer Wolke aus Asche und Knochensplittern, die auf mich herabregneten. Hustend richtete ich mich auf und biss mir erneut auf die Lippe, um nicht laut aufzuschreien. Jede Faser schmerzte, jeder Muskel, jeder Knochen, als lägen meine Nerven bloß und würden mit einem Messer abgeschabt. Ich schaffte es, taumelnd auf die Füße zu kommen. Der Tunnel war leer, aber das würde er nicht mehr lange sein. Der einzige Weg, der mir offen stand, war der zurück in die Hauptkammer, außer... Ich blickte wieder zu dem Spalt in der Höhlendecke hinauf. Vielleicht konnte ich es immer noch schaffen, durch diesen schmalen Schacht zu klettern. Ich war verletzt, aber hochmotiviert. Mir standen noch wesentlich schlimmere Schmerzen bevor, wenn ich Dredges Kumpanen die Chance gab, mich zu fangen. Langsam tastete ich nach einem Halt hier, eine Stütze für meine Zehen dort und arbeitete mich wieder die Felswand hoch. Ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen, denn jeder Atemzug löste schwindelerregende Krämpfe in meiner Brust aus. Während ich mich an der Wand hochschob, schossen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Die meisten drehten sich darum, dass ich sofort meine Kündigung einreichen würde, wenn ich nach Jelestrial zurückgekehrt war, falls ich je nach Jelestrial zurückkehrte. Warum zum Teufel hatte der AND diesen Auftrag mir erteilt? Es gab andere Speer, andere Akrobaten beim AND, die viel besser waren als ich. War das eine Strafe? Oder hatten die da oben entschieden, dass der Fall eigentlich nicht so wichtig war? Die Idioten hatten keine Ahnung und jetzt würde ich ein weiterer Fall in der Statistik werden, dank meiner dämlichen Vorgesetzten. Ich blickte mich um und stellte überrascht fest, dass ich schon fast oben war. Vielleicht war Wut genau das, was ich brauchte. Sie lenkte mich jedenfalls von den Schmerzen ab. Ich stellte mir so lebhaft wie möglich unseren direkten Vorgesetzten vor und zielte im Geiste mit einer Armbrust auf ihn, während ich mich näher an den Spalt heranschob. Nur noch ein bisschen, noch ein paar Handbreit, und ich wäre frei. Und da war es. Gesegnetes Sternenlicht fiel mir ins Gesicht. Ich krallte mich an den Rändern des kurzen Schachtes fest, zog langsam meinen schmerzenden Körper durch den Spalt und ließ mich in das duftende Gras fallen, das den Hügel bedeckte. Ich hatte es geschafft. Ich war tatsächlich entkommen. Jetzt musste ich es nur noch bis in den Wald schaffen, wo ich mich bis zum Morgen verstecken konnte. Erleichterung durchströmte mich wie süßes, kühles Wasser, und ich rappelte mich mühsam hoch. Brauchst du Hilfe? Eine Hand fiel auf meine Schulter und ich erstarrte. Seine Stimme war tief und leise, und vom Klang seiner Worte wurde mir schwindelig. Ich zitterte, und der Gesang der Grillen und Frösche, die zärtliche Berührung der Brise auf meiner Haut, waren mir nur allzu bewusst. Langsam drehte ich mich um und betete, dass ich mich irrte. Bitt, Bitt, lass das nicht wahr sein. Aber da stand er. Der große dunkle Mann, ganz in Leder, mit einem blendenden Lächeln. Dredge beugte sich zu mir herab und musterte mich, und ich stieß ein leises Wimmern aus. Seine Augen waren schwarz wie der Nachthimmel, umrandet mit glitzerndem Frost, und als er lächelte, schimmerten die Spitzen seiner Reißzähne im Sternenlicht. Ich versuchte, mich zu bewegen, davon zu laufen, aber ich konnte den Blick nicht mehr abwenden. Er strich mit einer Hand sacht über meine Wange und liebkoste mich mit den Fingern, die so kalt waren wie das Grab. Hast du dich verlaufen, kleines Mädchen? Die vom A&D müssen den Verstand verloren haben, wenn sie glauben, du wärst im L-Wing-Blut-Clan gewachsen. Ich nehme dich jetzt mit zu mir nach Hause, und dann werden wir uns in aller Ruhe unterhalten, sagte er und hob mich mühelos auf seine Arme. Übrigens, falls du das nicht wissen solltest, mein Name ist Stretch, und du, meine Süße, wirst mir alles erzählen. Dann denke ich mir noch ein paar Spielchen für uns aus. Ich stöhnte leise, als meine gebrochenen Rippen aneinanderrieben und ein heißer Schmerz mich durchfuhr wie eine Lanze. Arme Kleine, hast du Schmerzen? Sein Gesicht verzerrte sich zu einem hässlichen Grinsen. Er neigte den Kopf und flüsterte mir ins Ohr. Keine Sorge, bald wirst du nicht mehr an deine gebrochenen Rippen denken. Erst werde ich dich bluten lassen, Schnitt für Schnitt für Schnitt, bis du vor Schmerzen wahnsinnig wirst, und dann werde ich dich so lange ficken, bis jeder Nerv in deinem Körper nach Erlösung schreit, und du mich anfließt, dich zu töten. Oh ja, meine Kleine, du wirst herausfinden, wie viel Schmerz ein Körper erdulden kann, ohne daran zu sterben. Er zögerte, dann huschte ein Leuchten durch diese toten Augen. Weißt du, mir ist gerade ein hübsches Geschenk für dein AND eingefallen. Ich bin wohl heute in einer seltsamen Stimmung. Ich glaube, ich werde dich nicht töten. Naja, nicht endgültig. Nein, ich denke, ich werde dich zu einer von uns machen und dich dann nach Hause schicken, damit du über deine Freunde und deine Familie herfällst. Wie hört sich das an? Ewiges Leben, ewige Schönheit, eine Ewigkeit in dem Wissen, dass du all jene getötet hast, die du am meisten liebtest. Ja, das werde ich dir schenken, und du brauchst mich nicht einmal darum zu bitten. Von Grauen erfüllt versuchte ich, nach ihm zu schlagen, aber meine Arme blieben still wie tiefes, dunkles Wasser. Ich schaffte es, nur ein paar Worte herauszupressen, indem ich kräftig genug ausatmete. Nein, das lasse ich nicht zu. Ich werde keinem von euch. Psst, sagte er, und meine Stimme verlor sich wieder. Du kannst mich nicht daran hindern. Komm jetzt, Mädchen, dir steht die längste Nacht deines Lebens bevor. Stumm dachte ich an zu Hause. Wir hatten gerade zwei weitere Streuner aufgenommen. Trevor und Harleys, zwei herrenlose Kaninchen. Würde die Leila auch daran denken, sie zu füttern? Sie brachte immer irgendwelche armen Streuner mit nach Hause, aber dachte manchmal einfach nicht daran, sie zu füttern. Kamil war zu sehr mit dem Haushalt beschäftigt, deshalb übernahm ich die Tiere, wenn unser Kätzchen sie wieder einmal vergaß. Und das Erntefest stand vor der Tür. Ich hatte vorgehabt, mein neues Kleid anzuziehen und mit meinem Nachbarn Keeres zum Fest zu gehen. Wir waren schon seit ein paar Monaten zusammen. Seine Lippen waren süß und zärtlich, wenn sie meine trafen. Und wenn ich in seinen Armen lag, hatte ich das Gefühl, mich in ein sicheres Nest zu kuscheln. Jetzt zerfielen alle meine Zukunftspläne zur Asche, als hätte jemand ein Blatt Papier angezündet. Wie würde meine Familie mit meinem Tod zurechtkommen? Kamil wirkte immer so stark, aber hinter dieser selbstsicheren Fassade lag ein Brunnen voll Tränen, so tief, dass er gar keinen Grund zu haben schien. Nach Mutters Tod hatte sie ihre Trauer beiseite geschoben, um für uns andere die Bruchstücke wieder zusammenzufügen. Würde sie dasselbe tun, wenn sie erfuhr, was mit mir geschehen war? Und die Leila, unser Kätzchen, verließ sich so sehr auf mich. Sie brauchte mich. Und Vater? Er hasste Vampire. Würde er auch mich hassen? Würde er mir die Schulter angeben? Wenn sie herausfanden, was geschehen war, würden sie mich aufspüren und vernichten? Würden sie lange trauern? Oder würde ich bald vergessen sein? Eine schmerzhafte Erinnerung, die sie mitsamt den Überresten meiner Seelenstatue begraben wollten? Wenn ich doch nur nachgeben und jetzt ohnmächtig werden könnte, das Bewusstsein verlieren, sterben und es hinter mir haben. Aber mein Geist war zu stark, und ich konnte nicht willentlich das Bewusstsein verlieren. Ein Blick auf Dredge sagte mir, dass er auch nicht vorhatte, mich einen Augenblick seines Genusses versäumen zu lassen. Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden und blickte zu den Sternen auf, als er leichtfüßig in den Schacht sprang und mit mir auf den Armen hinab in die Höhle schwebte. Das war der letzte Blick auf wahre Schönheit durch klare, unverdorbene Augen. »Menoli, Menoli, es ist Zeit, aufzuwachen!« Die zarte Stimme drang in meinen Traum und riss mich gerade noch rechtzeitig vom Abgrund zurück. Alle Erinnerungen an den Traum zerbarst, als ich im Bett hochschoss. Der nagende Schmerz in meinem Magen drängte mich aufzuspringen, denjenigen zu packen, der mich gestört hatte, und ihn mir einzuverleiben. Ich blickte mich um und erkannte meine Umgebung. Ich war sicher in meinem Schlafzimmer. Der hübsche grüne Stoff der Bettdecke wurde vom sanften Licht der imitierten Tiffany-Lampe auf dem Tisch erhellt. Iris saß im Schaukelstuhl, weit genug von mir weg, um sicher zu sein während dieser ersten Sekunden des Aufwachens, in denen ich am ehesten dazu neigte, gedankenlos zu reagieren. Camille hatte diese Lektion auf die harte Tour gelernt, und ich ebenfalls. Die Sonne geht unter. Zeit zum Aufstehen. Sie erhob sich, strich ihre Schürze glatt und lächelte mich freundlich an. Ganz gleich, wie oft Iris mich schon mit ausgefahrenen Reißzähnen und blutroten Augen gesehen hatte, es schien sie nie zu beunruhigen. Anna-Linda ist schon seit dem späten Vormittag auf. Ich habe mich lange mit ihr unterhalten. Sie weiß übrigens, was du bist. Offenbar bist du nicht der erste Vampir, der ihr begegnet ist. Ha, du machst wohl Witze. Wo hat sie schon einen anderen Vampir kennengelernt? Ich öffnete meinen Kleiderschrank und überlegte, was ich anziehen sollte. Fast alle meine Sachen hatten lange Ärmel, denn ich achtete darauf, Arme und Beine zu bedecken. Die Narben waren längst verblasst, zogen sich aber über meinen ganzen Körper, und es war einfacher, sie zu verbergen, als sie ständig erklären zu müssen. Ich schob die Kleiderbügel herum und zog schließlich eine tiefsitzende Jeans, einen jagdgrünen Rolli und eine braune Wildlederweste hervor. Dazu noch meine Stiefel mit dem Killer-Stiletto absetzen und ich würde ganz präsentabel aussehen. Iris lächelte. Wann hast du eigentlich zuletzt ein Höschen oder einen BH getragen? Äh, nie, erwiderte ich, schlüpfte in die Jeans und knöpfte sie zu. Sie saß eng, aber da ich nicht zu atmen brauchte, musste ich nur darauf achten, ob ich mich darin hinsetzen konnte, ohne dass die Nähte platzten. Jedenfalls nicht erdseits. Als ich noch am Leben war, habe ich natürlich Unterwäsche getragen, aber warum sollte ich mir jetzt noch die Mühe machen? Meine Brüste werden nie schlaff. Iris unterdrückte ein Lachen und schüttelte den Kopf. Wie du meinst. Also, Anna-Linda hat mir heute beim Frühstück erzählt, dass es in Portland, Oregon, wo sie herkommt, einen Clan von Vampiren gibt. Ihr Bruder wollte dazugehören und hing mit einer Gruppe verwahrloster Jugendliche herum, die immer wieder die Vampire herausgefordert haben. Sein Wunsch wurde schließlich erfüllt, aber die Vampire haben die Jugendlichen nicht verwandelt, sondern nur ausgesaugt. Die Medien haben darüber berichtet, als Serie von Ritualmorden, aber Anna-Linda hatte sich im Wald versteckt, um ihren Bruder auszuspionieren, als es passiert ist. Bald danach hat ihre Mutter einen neuen Mann mit nach Hause gebracht, der anfing, das Mädchen zu belästigen. Da ist Anna-Linda weggelaufen. Ich ließ mich aufs Bett fallen, um in die Stiefel zu schlüpfen und die Reißverschlüsse hochzuziehen. Während ich liebevoll das herrliche Wildleder streichelte, dachte ich darüber nach, was Iris mir erzählt hatte. Das Mädchen hatte offensichtlich Probleme, und wenn sie die Wahrheit sagte, konnten wir sie natürlich nicht einfach nach Hause schicken. Andererseits waren wir nicht dafür geeignet, ein menschliches Kind in unsere Obhut zu nehmen. Glaubst du, dass sie die Wahrheit sagt? Ich schaute Iris an. Sie war eine sehr gute Menschenkennerin. Sie würde es merken, wenn das Mädchen sie belog. Iris zog die Augenbrauen hoch. Interessant, dass du mich das fragst. Ja, ich glaube schon. Trotzdem habe ich Chase gebeten, die Geschichte nachzuprüfen. Er hat die Polizei in Oregon angerufen, und offenbar gab es da unten einen Massenmord, der zu ihrer Schilderung vom Tod ihres Bruders passt. Ritualmorde der Polizei zufolge fünf Opfer, vollständig ausgeblutet. Die Vampire haben allerdings allen ihren Opfern die Pulsadern aufgeschnitten und genug Blut fließen lassen, damit es wie ein Mord aussah und nicht wie eine Vampirorgie. Eines der Opfer hieß Bobby Thomas, Anna Linders Bruder. Ich stand auf und machte mein Bett. Iris half mir und schüttelte die Kissen auf. Sie war eine hervorragende Haushälterin, so viel war sicher. Bevor sie hier eingezogen war, hatten wir nie glatte Bettlaken gehabt oder Kissen, die so frisch gestärkt waren, dass sie flüsterten, wenn wir uns hineinkuschelten. Wir hatten uns nie mit Bügeleisen und Bügelbrett abgegeben, aber jetzt stand eine Bügelstation in der Waschküche, die allwöchentlich zum Einsatz kam. Das war die eine Haushaltstätigkeit, die Iris lieber auf die altmodische Art erledigte als auf magische Weise. Ich zupfte an den Ecken des Spannbettlakens, zog es glatt, um die Falten zu entknittern und schob dann das Gummiband unter die Matratze. Dumm. Das ist pure Dummheit. Ich weiß nicht, ob mir diese armen Kids leidtun sollen oder ob ich mir wünsche, irgendjemand hätte ihnen Vernunft eingebläut. Naja, für beides ist es jetzt zu spät, sagte ich und zog die Bettdecke gerade. Iris legte die Kissen an ihren Platz. Die meisten wissen es eben nicht besser. Das sind Teenager, nervös und voller Hormone. Ein paar kommen aus kaputten Familien. Ihr Vampire seid Raubtiere. Ganz unsterblich seid ihr vielleicht nicht, aber praktisch unverwundbar, was die meisten gewöhnlichen Kümmernisse angeht. Ihr besitzt Macht und danach gieren so viele von diesen Jugendlichen. Macht, das Gefühl Kontrolle über ihr Leben zu haben. Im Grunde kann man ihnen das kaum vorwerfen. Ich glaube, wir sind hier fertig, fügte sie hinzu und blickte sich in meinem Schlafzimmer um. Sieht alles ordentlich aus. Ich komme morgen wieder hier herunter, während du schläfst und wische Staub. Danke, sagte ich und folgte ihr die Treppe hinauf. Und du hast vermutlich recht. Eine Menge Leute sind so fasziniert von dem ganzen Glamour, dass sie die Wirklichkeit nicht sehen. Und viele von uns haben anfangs die besten Vorsätze. Trinke gerade genug, um zu überleben. Töte keine Unschuldigen. Aber die Wahrheit sieht so aus. Diese guten Vorsätze sind mit der Zeit immer schwerer einzuhalten, außer man hat etwas, das einen immer und sehr deutlich daran erinnert, warum sie so wichtig sind. Wie auch immer das bei ihrem Bruder war, Annalinda weiß, dass du ein Vampir bist und es schien ihr nichts auszumachen. Wenn ich so darüber nachdenke, kommt es mir beinahe komisch vor. Ich glaube, sie hat sich sogar darüber gefreut, sagte Iris, als wir die Küche betraten. Ich hörte Stimmen aus dem Wohnzimmer. Eine davon war wohl Anna Linders. Die Stimme klang nach einer jungen Frau. Aber da war noch eine zweite, die ich nicht erkannte. Wer ist denn da? fragte ich. Chase ist hier. Und Zachary, Lioness, und eine Frau aus seinem Rudel, sagte Iris, deren Stimme einen eigenartigen Unterton annahm. Ich mag sie. Sie heißt Nerissa und ist darauf spezialisiert, Jugendlichen aus Problemfamilien zu helfen. Sie arbeitet für den Sozialdienst, aber die haben keine Ahnung, dass sie ein Wehrpuma ist. Sozialdienst? fragte ich. Ja, die kümmern sich auch um Problemfamilien. Nerissa hat vorgeschlagen, dass wir für Annalinda einen Pflegeplatz in einer übernatürlichen Familie suchen, denn falls das Mädchen sich dann bei seinen Pflegeeltern verplappert, macht das nichts. Die Leila hat an Siobhan gedacht und sie angerufen. Sie hat gesagt, sie würde das Mädchen sehr gern für eine Weile bei sich aufnehmen. Siobhan Morgan war eine Freundin von uns. Sie war ein Selkie, eine Wehrrobbe, die ursprünglich aus Irland stammte und in der menschlichen Gestalt als VBM durchging. Sie war sanft und gütig und liebte Kinder auf eine Art, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Außerdem war sie diplomatisch und klug und konnte so gut wie jede Situation unter Kontrolle halten. Wirklich? Ich weiß, dass wir Annalinda nicht hier behalten können, aber es kommt mir nicht richtig vor, sie so herumzuschubsen. Allerdings wäre es natürlich viel angenehmer, sie bei Siobhan unterzubringen, als das Mädchen zu irgendwelchen Fremden abzuschieben. Iris schüttelte den Kopf. Annalinda hat sich heute Morgen geweigert, in irgendein Heim zu gehen. Sie hat damit gedroht, sofort wieder wegzulaufen, falls wir sie fortschicken. Chase gefällt die ganze Sache nicht, aber er wird sich nicht einmischen. Ich glaube, die Tatsache, dass Nerissa beruflich mit problematischen Jugendlichen zu tun hat, war da sehr nützlich. Sie konnte ihn davon überzeugen, dass es das Beste wäre, sie bei Übernatürlichen unterzubringen. Iris scheuchte mich weiter, während sie selbst in der Küche stehen blieb. Geh nur, ich koche inzwischen Tee. Als ich das Wohnzimmer betrat, spürte ich sofort die angespannte Atmosphäre. Delilah saß zwischen Chase und Zack. Ihre Miene wirkte ein wenig gequält. Seit Chase wusste, dass Delilah mit dem Wehrpuma geschlafen hatte, achteten die beiden Männer darauf, Abstand zueinander zu halten. Chase und Delilah hatten sich ein paar Mal heftig deswegen gestritten, doch im Moment schien alles halbwegs in Ordnung zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass Chase nur deshalb stillhielt, weil er fürchtete, ein weiterer Streit könnte auf ein Ultimatum hinauslaufen und Delilah könnte sich dann für Zack entscheiden. Ich mochte Chase zwar nicht, aber er tat mir leid. Ich bezweifelte stark, dass Delilah eine Beziehung mit einem VBM langfristig bewältigen konnte, aber das war ihre Angelegenheit. Der letzte Rest Tageslicht verschwand vom Himmel, als ich unsere Gäste mit einem Nicken begrüßte. Ich trat ans Fenster und blickte hinaus auf die Schneedecke im Garten. Die Temperatur hing immer noch bei um die Null Grad und hatte sich seit Tagen nicht verändert. Annalinda lächelte mich schüchtern an. Danke, sagte sie. Gestern Nacht habe ich ganz vergessen, Danke zu sagen, weil ich so müde war, aber ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich gerettet haben. Sie rutschte auf dem Sofa beiseite und klopfte auf den Platz neben sich. Hier, Sie können sich zu mir setzen. Während ich überlegte, ob es klug war, sich neben die Kleine zu setzen, sah ich etwas in ihren Augen schimmern und plötzlich begriff ich. Ich war ihre Heldin, ihre große Retterin, Vampir oder nicht. Sie wollte mir näher kommen. Ich warf einen Blick auf Nerissa, die es sich auf dem Liegesessel bequem gemacht hatte. Offensichtlich einer der Renier-Pumas, gar kein Zweifel. Sie hatte die gleichen wilden, topazfarbenen Augen und das goldene Haar wie alle aus ihrem Clan. Aber sie trug ein Kostüm und Pumps und ihr Haar war zu einem ordentlichen Chignon hochgesteckt. Sie sah aus, als sei sie direkt von der Arbeit hierher gekommen. Du musst Nerissa sein. Ich bin Manoli Dartigo. Iris und ich haben Annalinda gestern Nacht in einer Seitengasse gefunden. Ich streckte die Hand aus und Nerissa stand auf und ergriff sie geschmeidig. Und falls ihr auffiel, dass meine Haut viel kälter war als ihre, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Sie meinen, sie haben mich gerettet, mischte Annalinda sich ein. Nerissa lächelte sie an. Annalinda, Manoli und ich möchten uns kurz unter vier Augen unterhalten. Ich glaube, Miss Cousy hat gesagt, sie wollte Tee kochen. Würdest du ihr vielleicht helfen? Nerissa hatte eine angenehme Stimme, glatte Haut. Sie sah liebenswürdig und zugleich energisch aus. Und mir gefiel nicht nur ihr Auftreten. Das anziehende Schimmern ihres Halses ließ mich einen Augenblick lang in Trance sinken und ich spürte, wie meine Reißzähne aus dem Kiefer fuhren. Erschrocken über die Richtung, die meine Gedanken plötzlich eingeschlagen hatte, nickte ich abrupt. Sie hat recht, Iris könnte sicher Hilfe gebrauchen. Warum gehst du nicht zu ihr in die Küche und fragst sie? Annalinda blickte enttäuscht rein, aber sie stand vom Sofa auf und ging in die Küche. Als sie im Flur verschwand, bedeutete ich Nerissa mir in den selten benutzten Salon zu folgen. Wir sind gleich wieder da, sagte ich zu Delilah. Mit einem finsteren Blick auf die beiden Männer fügte ich hinzu. Und inzwischen lasst ihr alle die Krallen hübsch eingezogen, versprochen? Delilah errötete und Zack zog den Kopf ein. Chase verdrehte nur die Augen, aber alle drei nickten. Ich führte Nerissa in den Salon und schloss die Tür, nur für den Fall, dass Annalinda die Küche verlassen sollte, ehe wir unser Gespräch beendet hatten. Ich nehme an, Iris und Chase haben dir schon erzählt, was wir herausgefunden haben, fragte ich. Sie setzte sich auf die Armlehne eines antiken Sessels und stützte sich leicht mit der Hand ab. Ich konnte mich kaum vom Anblick ihrer Beine losreißen, als sie das linke über das rechte schlug. Die Intensität meines Interesses machte mich nervös und ich zwang mich, ihr ins Gesicht zu sehen. Ja, das haben sie. Die arme Kleine hat eine Menge durchgemacht. Aber ich rate euch wirklich davon ab, sie hier zu behalten. Glaubt mir, ich bekomme in meinem Beruf eine Menge Straßenkinder zu sehen. Sie erheben einen leicht zu ihrem Idol, wenn man sie rettet. Aber man darf sich nicht darauf verlassen. Annalinda ist ein Opfer und sie wäre viel schlimmer dran gewesen, wenn du sie nicht vor diesen Zuhältern gerettet hättest. Aber sie ist immer noch im Überlebensmodus. Und Leute, die ums Überleben kämpfen, sind zu allem fähig, was sie normalerweise nie tun würden, beendete ich ihren Satz. Sie hat immer noch Angst und wer weiß, auf was für Ideen sie kommen könnte. Nerissa seufzte tief. So ist es. Ich sage das nur sehr ungern. Aber du darfst dich nicht von deinem Mitgefühl blenden lassen. Sie ist so traumatisiert, dass sie nur noch ihren Impulsen folgt. Im Augenblick vergöttert sie dich, weil du sie vor den Zuhältern gerettet hast. Aber lass ihr ein, zwei Tage Zeit, sich zu beruhigen, und sie fängt vielleicht an, sich damit zu beschäftigen, dass ihr Bruder von Vampiren getötet wurde. Im Augenblick wäre es wirklich das Beste für sie, wenn sie bei Miss Morgan bliebe. Nerissa hatte recht. Annalinda war eine wandelnde Zeitbombe. Wir hatten schon zu viel um die Ohren, um uns um ein VBM-Kind zu kümmern. Und wenn ihre Mutter herausfand, dass wir sie bei uns aufgenommen hatten, könnte es gewaltigen Ärger geben. Aber Nerissa ging in der Gesellschaft durch und arbeitete innerhalb des Jugendfürsorgesystems, sodass sie sämtliche Tricks ausnutzen konnte. Sie würde es auch schaffen, die Tatsache zu verschleiern, dass Siobhan eine Übernatürliche war, weil Siobhan selbst ihre wahre Identität sorgsam verborgen hielt. Das klingt vernünftig, aber wie sollen wir sie dazu bringen, bei Siobhan zu bleiben? Sie hat doch sicher schon damit gedroht, wieder wegzulaufen, oder? Meine Nase zuckte. Nerissa roch nach Rosenseife und einem Hauch Puder. Während ich sie beobachtete, glühten ihre Wangen noch ein wenig rosiger und ihre Brüste hoben und senkten sich mit jedem Atemzug. Ich ertappte mich dabei, dass ich die Hand ausstrecken und mit den Fingern über die weiche Haut streichen wollte, die ich mir unter der Seidenbluse vorstellte. Hastig legte ich den Rückwärtsgang ein und floh ans andere Ende des Raumes, wo ich vorgab, aus dem Fenster zu starren. Die Luft im Raum fühlte sich stickig an und wurde immer dicker, während sich das Schweigen zwischen uns ausdehnte. Ich war entsetzlich nervös und fragte mich, warum sie nicht geantwortet hatte, also drehte ich mich zu plötzlich um und stieß mit ihr zusammen. Nerissa war lautlos herübergekommen und stand direkt hinter mir. »Vielleicht kannst du uns dabei helfen«, sagte sie mit weicher Stimme. Vor Schreck fuhren meine Reißzähne aus und ich packte sie unwillkürlich am Handgelenk. Ich war so durstig, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte, als daran, die zarte Haut an ihrem Hals zu küssen und voller Hochgenuss die Zähne hineinzuschlagen. Nerissa riss die Augen auf, doch sie blieb eisern stehen. »Manoli, du tust mir weh«, sagte sie mit fester Stimme. Ich konnte ihre Angst spüren, aber sie zügelte sie gut. Ich zwang mich, sie loszulassen und schwebte zur Decke hinauf, um erst einmal die Fassung wieder zu gewinnen. Als meine Reißzähne sich wieder zurückzogen, versuchte ich zu begreifen, was zum Teufel da gerade geschehen war. Normalerweise hatte ich mich wirklich besser im Griff. Allerdings hatte ich die Leila schon oft warnen müssen, dass sie mich nicht erschrecken durfte. Sie bewegte sich so leise, dass ich sie nicht kommen hörte, und Nerissa hatte gerade dasselbe getan. »Alles in Ordnung?«, fragte Nerissa. Ich war so scharf wie seit meinem Tod nicht mehr. Langsam ließ ich mich zu Boden sinken, hielt aber sicheren Abstand zu ihr. »Verfluchte Wehrwesen! Ein kleiner Ratschlag, den du vielleicht an dein Rudel weitergeben solltest. Schleicht euch nie an Vampire heran! Wehrwesen, vor allem Wehrkatzen, schleichen gern herum. Glaub mir, du willst wirklich keinen Vampir überraschen, der vielleicht nicht bereit wäre, die Reißzähne wieder einzuziehen. Ich war wütend, weil sie mich überrumpelt hatte, verschränkte die Arme und starrte sie finster an. Sie errötete ganz zart, und ihre Hand flatterte hoch zu ihrem Hals. »Es tut mir leid. Ich habe über deine Art wohl noch viel zu lernen. Bitte entschuldige.« »Ja, ist schon gut. Aber denk das nächste Mal daran. Also, wie könnte ich Annalinda davon überzeugen, dass sie brav mit dir geht?« Ich brauchte Zeit, um mit meiner Verwirrung klarzukommen. Ich hatte mich schon immer sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen gefühlt. Das war es also nicht, was mir Angst machte. Nein, es machte mir zu schaffen, dass Nerissa nicht zurückgewichen war, als ich sie beinahe angegriffen hätte. Das war sogar ein Glück. Wenn sie die Nerven verloren und geflohen wäre, hätte der Reiz so stark werden können, dass ich sie möglicherweise gedankenlos angegriffen hätte. Aber da war noch etwas. Ein tiefer Blick in ihre Augen sagte mir, dass sie nicht nur aus Verlegenheit errötete. »Ich hatte mir überlegt, dass du sie vielleicht unter deinen Bann bringen könntest. Das wäre wohl die einfachste Möglichkeit. Oder deine Schwestern. Besitzt ihr nicht alle die Fähigkeit, Menschen mit eurem Schaum zu verzaubern?« Auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. »Ja, die haben wir von unserem Vater geerbt. Die Feen können jedem mit einem Kuss, einer Berührung, manchmal auch nur mit einem Blick verzaubern. Und die Tatsache, dass ich ein Vampir bin, schadet in dem Fall auch nicht gerade. Du hast recht. Wenn sie glaubt, sie hätte der ganzen Idee von sich aus zugestimmt, wird sie nicht das Gefühl haben, wir hätten sie im Stich gelassen.« »Genau«, sagte Nerissa. »Also, machst du es?« »Nickend zuckte ich mit den Schultern.« »Ja, warum nicht?« »Gut.« »Dann ist das also geklärt.« Sie wandte sich der Tür zu, blieb aber stehen und drehte sich noch einmal um. »Ach, übrigens...« »Nur damit du es weißt.« »Ich spüre es auch«, sagte sie, und ihre Lippen verzogen sich zu einem vielsagenden Lächeln. »Die Hitze, meine ich. Ich bin im Moment mit niemandem zusammen. Ruf doch mal an, wenn du möchtest. Ich habe keine Angst vor einer Herausforderung, weißt du? Und Venus' Mondkind hat mich unterwiesen.« Als sie zur Tür ging, folgte ich ihr langsam und fragte mich, was zum Teufel ich von dieser Einladung halten sollte, und worin genau hatte Venus' Mondkind sie unterwiesen. Er war ein wilder alter Schamane. Nerissa war gewiss kein Möchtegern-Vampir oder Groupie, aber unter diesem korrekt hochgesteckten Dutt und dem nüchternen Kostüm versteckte sie auch eine Seite, die sexy und etwas abgefahren war. Das war offensichtlich. Die Frage war, ob ich herausfinden wollte, wie abgefahren. Im Grunde war es ganz einfach. Ich setzte mich mit Annalinda an den Küchentisch und nahm ihre Hände in meine. Als sie mich dann ansah, ließ ich die Schutzschilde fallen, die meinen Glamour, sowohl den der Feen als auch den der Vampire, normalerweise unterdrückten. Annalinda blinzelte ein paar Mal, doch es dauerte nicht lange und ich spürte, wie ihr freier Wille kapitulierte. Sie war noch sehr jung und leicht zu kontrollieren. Schuldgefühle flackerten in mir auf. Ich war im Begriff, in ihrem Geist herumzupfuschen, ihrem Verstand meine Gedanken einzugeben und sie glauben zu lassen, das Sein ihrer eigenen. Ich zögerte und versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich das Richtige tat. Immerhin, falls sie tatsächlich durchdrehte und auf die Idee kam, den Tod ihres Bruders rächen zu wollen, wäre ich ein leichtes Ziel. Inakzeptables Risiko. Kinder waren allzu geschickt darin, Geheimnisse zu erschnüffeln. Sie würde nicht lange brauchen, um mein Versteck zu finden. Also schob ich meine Zweifel beiseite und drehte den Charme voll auf. Annalinda, hör mir zu. Meine Stimme hatte einen leichten Nachhall. Sie blinzelte und sah mich dann an, als existierte außer mir niemand im ganzen Universum. Du willst bei Siobhan bleiben. Sie wird sich gut um dich kümmern und du wirst ihr keinen Ärger machen. Du glaubst, das sei deine eigene Idee und du wirst nicht weglaufen, es sei denn, dein Leben wäre in Gefahr. Falls etwas Schlimmes passiert, kommst du zu uns und erzählst uns davon. Hast du das verstanden? Meine Stimme liebkoste sie wie warmer Honig und ein friedvoller Ausdruck breitete sich über ihr Gesicht. Sie nickte mit leerem Blick. Ich will bei Siobhan bleiben. So ist es. Und du wirst keinen Ärger machen. Du wirst ihr helfen und immer auf sie hören. Während sie meine Anweisungen wiederholte, zog ich langsam meine Energie zurück, wie eine Welle, die ins Meer zurückgesogen wurde und nur die Nachwirkungen der Flut hinterließ. Danach brauchte ich sie nur noch mit Nerissa fortzuschicken, die versprach, uns am nächsten Morgen anzurufen. Als ich die Tür hinter ihnen schloss, legte Kamil mir eine Hand auf die Schulter. »Annalinda wird es bei Siobhan besser haben,« sagte sie. »Wir sind nicht dafür geeignet, uns um ein Kind zu kümmern, das weißt du doch.« Ich starrte auf die stille Tür. Dieses Mädchen ist schon lange kein Kind mehr. Annalinda hat Dinge gesehen und getan, die einem Kind wirklich erspart bleiben sollten. Bilder von Dredge standen mir plötzlich vor Augen. Ich war nicht sein einziges Opfer. Zweifellos hatte es jede Menge Annalindas gegeben, an denen er seine perversen Neigungen ausgelebt hatte. Ich hatte Glück gehabt. Ich war älter und eher fähig gewesen, mit den Nachwirkungen fertig zu werden als so ein junges Mädchen. Kamil schluckte. Ihr Blut war heiß heute. Ich konnte ihre Wärme sogar von hier aus spüren, und ihre Emotionen flackerten in ihrer Aura. Sie war zornig, sie wollte mit der wilden Jagd durch die Welt hetzen, aufspüren, zerstören. Aber sie sagte nur, »Ich weiß, Menuli. Deshalb tun wir das, was wir tun.« Ich gehe heute früh in den Wayfarer, es sei denn, Chase hat irgendwelche Neuigkeiten über die vermissten Vampire. Vielleicht bekomme ich dann mal ein paar Gesichter zu sehen, die ich sonst verpasse, weil ich immer die Spätschicht mache. Mal sehen, was ich herausfinden kann. Als ich meine Lederjacke überzog, nicht gegen die Kälte, sondern weil sie mir gut stand und mich in der Bar härter aussehen ließ, hielt Kamil mich zurück. »Du hast das Richtige getan, Menuli. Du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen.« Ich schnaubte leise und erzählte ihr wieder die Lüge, die ich mir und allen anderen immer auftischte. »Ich empfinde keine Schuld mehr. Eigentlich.« Als ich zur Tür hinausging, flüsterte sie gerade so laut, dass ich sie noch hören konnte. »Schon klar. Aber falls doch, denkt daran, Schuldgefühle sind ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Wir müssen alles nutzen, was sich uns bietet, um den Angriff der Dunkelheit abzuwehren.« Ich nickte energisch und dachte im Stillen, dass meine älteste Schwester sich allmählich in einen Klon von mir verwandelte, und das machte mir Sorgen. Lautlos wie tanzende Schatten schoss ich die Stufen hinunter zu meinem Jaguar. Kamil hatte natürlich recht. Ich hatte Anna-Linda gerettet. Warum hatte ich dann das Gefühl, sie verraten zu haben? Ein Schwall von Lärm schlug mir ins Gesicht, als ich durch die Tür des Wayfarer trat. Die Unterhaltung mischte sich mit der Musik zu einer gewaltigen Kakophonie, die donnernd von den Wänden wiederhallte. Seit ein paar Wochen war hier immer mehr los, und inzwischen war die Bar die ganze Nacht lang voll. Das war auch gut so, denn der A&D bezahlte uns kein Gehalt mehr. Wir mussten unser echtes Geld jetzt also durch unsere Scheinjobs verdienen. Jeder Tisch, jede Sitznische war besetzt. Der Wayfarer war von einer ruhigen Zuflucht für die Besucher aus der Anderwelt zum angesagten Treffpunkt für allerlei Volk geworden, von Feen über die Wehrgemeinde der Erdwelt bis hin zu VBM. Ich glitt hinter die Theke, und Luke, ein Wehrwolf, den ich erst kürzlich eingestellt hatte, warf mir einen dankbaren Blick zu. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Jede Nacht ist hier mehr los. Meinst du, wir könnten einen weiteren Barkeeper anheuern? Er strich sich eine wilde Locke aus der Stirn. Er war Mitte dreißig und sehr süß. Obwohl Luke ziemlich klein war, kaum 1,70 groß, schimmerten seine Muskeln an genau den richtigen Stellen. Sein weizenfarbener Pferdeschwanz reichte ihm bis zur Taille. Eine lange Narbe zog sich über sein Gesicht, zackig und verblasst, offensichtlich eine alte Wunde. Ich wusste nicht, wie er sie sich zugezogen hatte, und ich würde ihn auch nicht danach fragen. Luke würde es mir schon erzählen, wenn er es wollte. Mich interessierte nur, dass er in Rekordzeit eine Runde Drinks einschenken konnte, über die sich noch nie jemand beschwert hatte. Ich band mir die Schürze um und nahm die nächste Bestellung auf. Zwei Long Island Iced Tees, ein Kryptidenpilz und ein Feuerspucker, eine Spezialität aus der Anderwelt, die viel zu viel Alkohol und ein Streichholz beinhaltete. Als ich den Anadit-Brandwein aus dem Regal zog, ließ ich kurz den Blick durch den Raum schweifen. Dann stellte ich abrupt das Schnapsglas, das ich gerade hatte füllen wollen, auf die Theke. Luke, ist heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Böses hing in der Luft. Irgendetwas stimmte nicht, und es fühlte sich gar nicht gut an. Er schüttelte den Kopf. Nein, allerdings musste ich vor ungefähr einer Stunde eine Prügelei auflösen. Mit einem Nicken lenkte er meine Aufmerksamkeit auf eine der Sitznischen. Siehst du den Kerl da hinten in der Nische? Der Mann, den Luke mir zeigte, sah aus wie eine Anderweltfee, aber er hatte etwas Seltsames an sich. Er wirkte wie aus einer anderen Welt, aber gewiss nicht der der Feen. Ja, was ist mit ihm? Ich sprach mit leiser Stimme. Es war unwahrscheinlich, dass mich irgendjemand bei diesem Lärm belauschen konnte, aber ich wollte nichts riskieren. Fast alle Übernatürlichen hatten ein hervorragendes Gehör, und man konnte nie wissen, wer sich gerade in der Bar aufhalten könnte. Plötzlich sehe ich diesen Kerl vor dem Tisch in der Nische stehen. Ein anderer Typ taucht auf, und die zwei geraten in Streit. Laut und richtig hässlich. Ich bin nicht sicher, worum es bei dem Streit ging, aber ich sage dir, dieser Kerl macht mir Angst. Ich habe die Waffe hervorgeholt und war auf dem Weg zu ihm, um sie zu trennen, als der andere Typ plötzlich verschwindet. Puff! Scheiße. Teleportation? Und der da setzt sich hin. Also gehe ich zu ihm, um seine Bestellung aufzunehmen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was da los ist. Verdammt, Menoli, ich habe einen solchen Schiss gekriegt, dass ich Chrysandra mit seinem Drink hingeschickt habe. Sie ist zurückgekommen mit einem Lächeln, als hätte sie gerade einen Joy-Juice gekippt. Der Kerl hat ihr 20 Dollar Trinkgeld gegeben. Luke hatte eine hohe Angstschwelle. Die Tatsache, dass dieser Fremde ihm so unheimlich war, sollte mir eine deutliche Warnung sein. 20 Dollar Trinkgeld? Was hat er denn bestellt? Nichts Exotisches. Ein Kognak, weiter nichts. Luke zögerte und blickte verwirrt rein. Was? Was hast du mir noch nicht erzählt? Ach, das hört sich ziemlich verrückt an, obwohl einen bei unseren Gästen eigentlich nichts mehr wundern dürfte. Er blinzelte und sah mich offen und ohne Angst an. Es gefiel mir, dass er sich nicht vor mir fürchtete. Allerdings hatte er mich noch nie mit ausgefahrenen Reißzähnen gesehen. Ach, Herrgott, nochmal. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Du weißt doch, mit wem du hier sprichst. Ich werde dich nicht für verrückt halten. Ich verschränkte die Arme und wartete. Okay, es war so. Als ich seine Bestellung aufgenommen habe. Menoli, du weißt, dass ich auf Frauen stehe. Du weißt, dass ich absolut hetero bin, aber verflucht. Ich wollte zu diesem Kerl auf die Bank kriechen und ihn abknutschen. Und dann hat er mir direkt in die Augen gesehen und gesagt, richte der hübschen Lady, der diese Bar gehört, aus, dass ich mit ihr sprechen möchte. Ich runzelte die Stirn. Kein Wunder, dass der Kerl Luke so unheimlich war. Denn wenn Luke sagte, dass er absolut hetero war, dann übertrieb er damit nicht. Er war beinahe homophobisch, so sehr, dass ich mich schon gefragt hatte, ob er nicht doch latent homosexuell sei. Der Fremde will also mit mir reden. Eine fremde Fee, das allein, ließ meine Alarmglocken schrillen. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Irgendetwas. Luke runzelte die Stirn. Lass mich überlegen. Ja, ich hab ihn nicht reinkommen sehen. Naja, das ist nicht ungewöhnlich. Du hast viel zu tun. Die Bar ist voll. Ja, aber trotzdem. Ich hab die Tür sehr genau im Auge behalten, weil Tava bald kommen sollte und ich sie bitten wollte, mir was vom obersten Regalbrett im Lager zu holen. Ich wollte sie nicht verpassen. Er hielt inne und wischte die Bar mit seinem Tuch ab. Und auf einmal prügeln sich die zwei. Keiner von den beiden war vorher in diesem Raum. Das garantiere ich dir. Ich vertraute Luke und seiner Beobachtungsgabe. Und je länger ich den Mann in der Sitznische anstarrte, desto klarer wurde mir, dass er ebenso wenig eine Fee war wie Luke. Verdammt will ich sein, sagte ich, als eine Erkenntnis sich kribbelnd in meinem Hinterkopf ausbreitete. Stimmt was nicht? Bei meinem Glück? Vermutlich. Ich will mal mit dem Kerl reden. Ich reichte Luke die halbfertige Bestellung, die ich gerade eingeschenkt hatte, und schob mich durch das Gedränge zu der Nische. Die meisten Gäste kannten mich und machten mir hastig Platz. Mein Ruf war in Granit gemeißelt und hier war allgemein bekannt, dass ich ein Vampir war. Niemand machte mir Ärger und während meiner Schicht brauchten wir nicht einmal einen Rausschmeißer, weil alle viel zu viel Angst von mir hatten. Als ich die Nische fast erreicht hatte, konnte ich einen Blick auf den Mann werfen. Er war keine Fee, jedenfalls nicht so richtig, und ganz sicher kein Siede. Aber er hatte etwas Wildes an sich. Vermutlich gehörte er irgendeinem gefährlicheren Zweig der Feenfamilie an. Er machte schmale Augen und musterte mich von oben bis unten, neigte aber nur leicht den Kopf und sagte kein Wort. Ich hab gehört, du suchst mich, sagte ich, und zog mir einen Stuhl heran. Ich drehte ihn um und setzte mich rittlings darauf, ans Kopfende des Tisches in der Sitznische. Und ich habe gehört, dass es vorhin Ärger gab. Luke war so weit, zur Waffe zu greifen. Ich mag es nicht, wenn Luke gezwungen ist, die Pistole auszupacken. Also solltest du mir vielleicht erzählen, was da los war. Ich lächelte ihn kurz an und fuhr dabei die Reißzähne aus, gerade so weit, dass er die Spitzen sehen konnte. Und mir sagen, wer du bist? Der Mann blinzelte zweimal und straffte dann die Schultern. Er trug einen langen, schwarzen Kutschermantel aus Leder, dunkelblaue Jeans und einen grauen Rollkragenpulli. Das brünette Haar fiel ihm bis auf die Schultern und seine Augen waren grün und schimmerten vor Magie. Ich heiße Ross. Nun war ich an der Reihe, ihn gründlich zu mustern. Du kommst aus der Anderwelt, nehme ich an. Welchem Bündnis gehörst du an? Er lächelte schief. Keinem. Ich bin Söldner. Ich arbeite für den Meistbietenden und derzeit stehe ich in Diensten. Ich beugte mich vor, denn der selbstzufriedene Ausdruck, der in seinen Augen aufblitzte, machte mich misstrauisch. Dann solltest du mir lieber erzählen, wer dich angeheuert hat, sonst könnte ich noch beschließen, dich aus der Bar zu werfen. Es gibt gewisse Gruppen aus der Anderwelt, die im Wayfarer nicht willkommen sind. Ross schnaubte. Bei mir kannst du dir deine Tricks sparen. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du bist. Und das ist mir alles völlig gleichgültig. Ich stehe nicht in Diensten der Opiumfresserin. Sie ist die geringste unserer Sorgen. Aber das weißt du ja. Er schwang sich von der Sitzbank und stolzierte zur Jukebox hinüber, wo er ein Viertel Dollar einwarf und einen Song auswählte. Er drehte sich zu mir um, streckte die Hand aus und wies mit einem Nicken auf die Tanzfläche. Ich fühlte mich, als ginge ich durch dichten Nebel und erreichte ihn, als das industrielle Wummern von Yoko Cannons Lithiumflower einsetzte. Ross nahm meine Hand, führte mich auf die Tanzfläche und zog mich an sich, während der Beat uns in einen elektronischen Gewittersturm einhüllte. Er schlang die Arme um meine Taille und senkte den Kopf, um das Gesicht an meinem Hals zu bergen. Der Geruch seines nach Kognak duftenden Atems, sein Pulschschlag, der durch seine Finger raste, all das berauschte mich. Er schwankte im Takt der Musik, zog mich mit sich, schmiegte seine Hüften an meine. Warum bist du hier, flüsterte ich, denn ich wusste, dass er mich verstehen konnte, obwohl die Musik alles unter sich begrub. Königin Asteria hat mich angeheuert und mich hergeschickt, damit ich euch helfe. Ich bin Kopfgeldjäger. Meine Spezialität sind Vampire und höhere Dämonen. Immer noch hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas an ihm nicht stimmte. Ich stellte mich ganz auf ihn ein und versuchte, seine Energie zu erspüren. Und dann wusste ich es. Keine Fee, du bist ein minderer Dämon. Er neigte den Kopf zur Seite. Ach, wirklich? Ich musterte sein Gesicht und spürte den Charme, der aus jeder Pore durch seine Aura drang. Sehr wenige Dämonen verfügten über einen solchen Glamour. Ich ließ mir die Kategorien durch den Kopf gehen und dann ging mir ein Licht auf. Du machst wohl Witze. Königin Asteria hat uns einen Inkubus geschickt? Er schnaubte. Hast du ein Problem damit? Ich stieß ihn auf armes Länge von mir. Wenn man versuchte, die Kontrolle über sich zu behalten, führte man keinen Teufel in Versuchung. Als Vampir war ich gegen den Charme vieler Wesen immun, aber ein Inkubus und vor allem dieser hier. Nun ja, für so zuverlässig hielt ich meine Selbstbeherrschung dann doch nicht. Und ich mochte gar nicht daran denken, was er bei Camille anrichten könnte. Sofort war ich fest entschlossen, diese Möglichkeit im Keim zu ersticken, ehe sie eine Chance hatte, Blüten zu treiben. Abgesehen von der Tatsache, dass du ein Dämon ... Das bist du auch. Er war auf Zack. Das musste ich ihm lassen. Ich hob die Hand, um ihn zu unterbrechen. Abgesehen von der Tatsache, dass du ein Dämon bist. Also, du hast bereits eine Prügelei in meiner Bar angefangen, obwohl du noch keine vierundzwanzig Stunden hier bist, richtig? Er schüttelte den Kopf. Stimmt. Woher weißt du das? Du riechst noch nach der Anderwelt. Und das tat er. Ich konnte den Duft von Sternbeerenblüten und Uscherbäumen an ihm riechen. Er musste durch ein Portal irgendwo im Süden gekommen sein. Na toll. Also ist Ross dein richtiger Name? Ich bedeutete ihm, mir an die Bar zu folgen. Er gehorchte, doch ich ertappte ihn dabei, wie seine Mundwinkel sich zu einem selbstzufriedenen Lächeln verzogen. Inkubi waren nicht immer böse. Wenn Königin Asteria also fand, dass er seine guten Seiten hatte, dann stimmte das vermutlich. Aber sie schafften es immer, Chaos zu verbreiten, wo sie gingen und standen. Mit ihrem Charme kriegten sie so ziemlich jeden rum, hetero oder homo. Dazu gehörten auch zahllose Ehemänner, die einem Inkubus alles durchgehen ließen, sogar, dass er es mit ihrer Frau trieb. Inkubi waren dazu veranlagt, sich und anderen Genuss zu bereiten. Der Inkubus starrte mich einen Augenblick lang an und zuckte dann mit den Schultern. Mein Name ist Ross. Eine Abkürzung für Rosurial. Warum jagst du deinesgleichen? Ein Dämon, der andere Dämonen jagte, machte mich misstrauisch, obwohl man mir streng genommen wohl dasselbe vorwerfen konnte. Ich will mich schützen. Und ich mag Geld, sagte er. Außerdem bringe ich ja nicht meinesgleichen zur Strecke. Meist bin ich hinter höheren Dämonen und Vampiren her. Ich bin schon seit siebenhundert Jahren in dem Geschäft und reise zwischen der Anderwelt und der Erde hin und her, weil ich einen ganz bestimmten Vampir suche. Ich hatte ihn in der Anderwelt schon aufgespürt, aber als ich in sein Nest eingedrungen bin, war er weg. Seine Spur führte mich zur Elfenkönigin. Sie hat mich angehört, im Beisein eines Wahrsehers, wie ich hinzufügen möchte, und mich dann zu dir geschickt. Sein ernster Blick gab mir das Gefühl, gefährlich nah am Rand eines Abgrunds zu stehen. Ich kannte die Antwort auf meine nächste Frage schon, ehe ich sie stellte. Aber dies war einer dieser Augenblicke, in denen ich, so dumm es auch sein mochte, absolute Gewissheit brauchte. Von welchem Vampir sprichst du? Ross beugte sich über die Bar und sagte mit einer Stimme, so kalt wie meine Haut. Muss ich dir das wirklich buchstabieren? D-R-E-D-G-E. Die Geißel der Welten. Ich lehnte mich an die Bar und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Königin Asteria hatte uns gewarnt, es sei möglich, dass der Elwing-Clan zu uns unterwegs wäre. Nun sah es ganz so aus, als hätte sie damit recht. Warum sonst hätte sie uns diesen Kopfgeldjäger schicken sollen? Und du bist ganz sicher, dass er die Grenze überquert hat? Er und ein paar von seinen räudigen Anhängern, angeführt von diesem verrückt gewordenen Stück Natur, das ihr bei der Königin abgeliefert habt. Auf meinen überraschten Blick hin hob er die Hand. Ich weiß alles über die allgemeine Situation, und ich weiß, dass Dredge dich in seiner Gewalt hatte. Ich weiß, was er seinen Opfern antut, Manoli. Aber er hat dich verwandelt. Meine Schwester, meine Mutter und meinen Bruder hat er einfach weggeworfen, nachdem er sich mit ihnen amüsiert hatte. Vor siebenhundert Jahren hat er sie ausgesaugt, buchstäblich in Stücke gerissen und die Überreste an ein Rudel Höllenhunde verfüttert. Ich hatte mich auf dem Dachboden versteckt und habe alles durch die Spalten zwischen den Dielenbrettern mit angesehen. Da war ich sieben Jahre alt. Ich habe alles gesehen. Er sagte die Wahrheit. Ich sah es in seinem Gesicht und hörte es in seiner Stimme. Dredge hatte seine Familie ausgelöscht. Du warst damals noch kein Inkubus, nicht wahr? Ross schüttelte den Kopf. Nein, aber das ist eine Geschichte, die wir uns für ein andermal aufheben. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich straffte die Schultern und schaute zum vorderen Fenster hinaus in die dunkle, verschneite Nacht. Weißt du, wo er ist? Noch nicht, sagte Ross. Aber ich habe vor, es herauszufinden. Wag es nicht, ihn zu töten, sagte ich. Wag es ja nicht, ihn zu Staub zerfallen zu lassen. Ich will es sein, die ihm einen Pflock durchs Herz treibt. Deine Familie ist ermordet worden, und ich verstehe deinen Schmerz. Aber sie sind jetzt bei euren Ahnen. Ich bin noch hier, und ich weiß ganz genau, was Dredge seinem Spielzeug antut. Das kann ich niemals vergessen. Ich überlegte kurz. Wer war der Kerl, mit dem du dich vorhin geprügelt hast? Luke hat gesagt, er hätte sich einfach in Luft aufgelöst. Ross lächelte verlegen. Ein Vampir aus der Stadt. Seine Tochter lebt noch und ich habe mit ihr geschlafen, weil ich dachte, ich könnte von ihr mehr darüber erfahren, wo hier die Subkult-Clubs sind. Aber alles, was ich bekommen habe, waren ein paar böse Blutergüsse, als ihr Vater plötzlich in ihrem Schlafzimmer aufgetaucht ist. Wie sich herausstellte, wusste sie gar nicht, dass er ein Vampir ist. Er hat gut über sie gewacht, hat mich mit einem Tritt aus dem Haus befördert und ist mir dann gefolgt, um noch mal nachzutreten und mich zu warnen. Wenn ich seine Tochter noch mal anfasse, würde er einen Protektor herbeirufen, der mich so schnell und so tief in die unterirdischen Reiche hinabsaugen würde, dass ich nie wieder freikäme. Ich blinzelte. Nein, sowas? Ein Vampir, der einen Protektor beschwören konnte? Normalerweise hatten nur Magie oder Hexen der höchsten Ebenen Zugang zu diesen spirituellen Wachhunden und sie wurden oft dazu eingesetzt, unerwünschte Geschöpfe aus den U-Reichen zu fangen und zu deportieren. Hatten wir hier einen Vampir herumlaufen, der Zugriff auf solche Magie hatte? Darüber würde ich unbedingt mit Wade sprechen müssen. Also, haben wir eine Abmachung? Wir arbeiten zusammen, um Dredge zu finden. Und wenn wir ihn haben, überlasse ich dir die Ehre, ihn zu erledigen, aber ich darf dabei zuschauen. Aus Ross' Lächeln zu schließen, war er vollkommen sicher, dass ich Ja sagen würde. Unwillkürlich erwiderte ich das Lächeln. Ich traute ihm nicht, aber an dem alten Sprichwort war schon was dran. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich werde darüber nachdenken, sagte ich. Aber ich habe eine Bedingung und ich will dein Eid darauf, sonst kannst du auf der Stelle zu dieser Tür hinaus spazieren und weiterhin in Schlafzimmern nach Hinweisen auf Dredges Versteck suchen. Und die wäre? Ross lehnte sich an die Theke und verschränkte die Arme. Er zwinkerte mir zu, aber ich ignorierte seine Anmache. Es lag einfach in der Natur eines Inkubus, jede Frau in seiner Reichweite verführen zu wollen. Er würde jedenfalls keine Gelegenheit bekommen, mich seiner zweifellos ellenlangen Liste von Eroberungen hinzuzufügen. Meine Schwestern, sie sind sehr schön. Du lässt sie in Ruhe. Wenn ich herausfinde, dass du auch nur versuchst, eine von ihnen zu verführen, sorge ich dafür, dass du sofort von der Erdwelt verschwindest und in die U-Reiche abgeschoben wirst. Wir haben schon genug Ärger, auch ohne einen Inkubus, der die Hände nicht bei sich behalten kann. Er schnaubte. Aber wenn sie den ersten Schritt machen, dann wirst du ihnen höflich sagen, dass du dich geschmeichelt fühlst und dankend ablehnen. Kapiert? Ich stemmte die Hände in die Hüften, beugte mich vor und lächelte ihn an, um ihm die Spitzen meiner Reißzähne zu zeigen. Hüstelnd straffte er die Schultern. Kapiert. Kein Problem. Also, wann lerne ich diese wunderbaren Leckerbissen kennen? Sobald ich Feierabend habe, brummte ich. Und jetzt setze ich wieder zu deinem Drink. Als er sich abwandte, hielt ich ihn auf. Ach, übrigens, wie bist du eigentlich durch das Portal gekommen, ohne dass wir etwas davon gemerkt haben? Da lachte Ross aus voller Kehle. Ich habe doch nicht das Portal im Wayfarer benutzt. Sagen wir einfach, wir Inkubi haben unsere eigenen Transportmöglichkeiten. Damit winkte er mir zu und kehrte zu seiner Sitznische zurück. Sobald es ging, rief ich zu Hause an, um meinen Schwestern von Ross zu erzählen und sie zu fragen, ob wir uns lieber in der Stadt treffen wollten oder ob ich ihn mit nach Hause bringen sollte. Camille und Delilah fanden es sicherer, in die Stadt zu kommen und sich nach Feierabend mit ihm hier zu treffen. Er musste nicht unbedingt wissen, wo wir wohnten, zumindest so lange, bis wir ihn besser einschätzen konnten. Sie tauchten gegen zwei Uhr früh auf, Sperrstunde im Wayfarer, und ließen sich in einer Sitznische nieder. Ich sah genau, dass Ross sie musterte, aber als ich ihm einen finsteren Blick zuwarf, wandte er sich wieder seinem zweiten Cognac zu. Während Chrysandra und ich die letzten Gläser wegräumten und die Bar und die Tische abwischten, hörte ich plötzlich ein Geräusch an der Tür. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, abzuschließen, sondern nur das Schild von offen auf geschlossen umgedreht. Die Tür flog auf, und als ich den Mund öffnete, um zu verkünden, wir hätten schon geschlossen, sah ich Chase und Shara in der Bar stehen. Was ist los? Ich eilte zu ihnen hinüber. Beide waren etwas grün im Gesicht, und Chase sah aus, als müsste er sich gleich übergeben. Ich führte ihn zu einem Stuhl, und die Leila eilte zu uns und kniete sich vor ihn hin. Camille sauste hinter die Theke und holte ihm ein Glas Eiswasser. Während er versuchte, die Fassung wieder zu gewinnen und in winzigen Schlucken das Wasser trank, blickte Shara mit gequälter Miene zu uns auf. Die Vampire haben wieder zugeschlagen. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Moment mal, sagte ich. Sprecht ihr von den Ursprünglichen oder von den vier Neulingen? Shara verzog das Gesicht. Wir wissen es nicht. Beides wäre möglich. Soweit wir wissen, könnten die Neulinge sich ihren Meistern angeschlossen haben. Wie auch immer. Wir haben drei weitere Tote im Autopsie-Raum, und ich fürchte, sie werden sich erheben. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich warf einen Blick auf die Uhr. Kommt darauf an, wann sie getötet wurden. Kommt darauf an, wie sie getötet wurden und wie viel Blut ihres Meisters sie getrunken haben. Kommt, sagte ich, und warf den Putzlappen auf die Bar. Chrysandra, machst du fertig sauber? Schließ die Tür ab, wenn wir weg sind, und ruf Togo an. Er soll herkommen und dich zu deinem Auto begleiten. Wenn er meckert, richte ihm aus, dass ich ihm die Kehle herausreißen werde, wenn er seinen faulen Arsch nicht sofort hierher bewegt. Das ist kein Scherz. Im Gegensatz zu Tava war Chrysandra kein Vampir und nur allzu verletzlich. Sie nickte, den Blick starr auf die Theke gerichtet. Camille, Delilah, Ross und ich folgten Chase und Shara hinaus auf die Straße. Chase war mit einem SUV vorgefahren. Steckt ein, wir dürfen keine Zeit damit verlieren, dass jeder erst zu seinem Auto läuft. Die Tatsache, dass er nicht einmal fragte, wer Ross sei, sagte mir, dass Chase wirklich außer sich sein musste. Er war sonst die Vorsicht in Person. Wir quetschten uns auf den Rücksitz und Shara stieg vorn mit ein. Auf dem Weg zum AITT-Krankenhaus betete ich, dass sie sich geirrt hatten, dass nur irgendein gewöhnlicher Irrer beschlossen hatte, sich mal als Freddy Krueger zu versuchen. Das letzte, was wir brauchten, war ein schnell wachsendes Nest blutrünstiger Vampire in der Stadt. So etwas ließ sich nicht lange geheim halten. Als Chase einen Schalter umlegte und die Sirene zu heulen begann, warf ich Ross einen Blick zu. Er starrte mich an, und sein Gesichtsausdruck war so mörderisch, dass ich nur darum beten konnte, Dredge als Erste zu finden. Denn Ross Miene machte sehr deutlich, dass er nicht die Absicht hatte, Gefangene zu machen. Und bei meinem Meister wollte ich den ersten Stoß haben. Ein kalter Wind stöhnte im Hafen und rüttelte an den Fensterscheiben des Wagens, während die Lichter der Stadt verschwommen an uns vorbeiflogen, auf dem Weg zum speziellen Leichenschauhaus des AITT. Die Wolkenkratzer reihten sich wie Diamanten am Horizont auf. Die Interstate 5 war zu dieser Nachtzeit leer, und ich warf einen Blick auf eine der Überführungen, als wir daran vorbeirasten. Wir fuhren ein Rennen gegen die Zeit, und ich wusste nicht, wie viel uns davon noch blieb. Ich hatte nie einen anderen Vampir erweckt, und ich hatte auch nicht vor, das je zu tun. Aber jetzt wünschte ich doch, ich hätte mit den älteren Vampiren aus der Gegend darüber gesprochen, wie das lief. Wissen, sogar finsteres Wissen, war besser als Unwissenheit. Chase, wurden die Leichen zusammen aufgefunden wie bei den anderen vier? Das könnte darauf hindeuten, dass sie von demselben Vampir oder derselben Gruppe Vampire getötet wurden wie unsere abgehauenen Neulinge. Er seufzte laut. Ja, aber dieses Mal war es nicht in der Nähe des Delmonico-Cinema. Dieses Trio haben wir drüben in Green Lake gefunden. Im Green Lake Park, um genau zu sein. Die Leila schnappte nach Luft, und ich stieß ihr sacht den Ellbogen in die Rippen und schüttelte warnend den Kopf. Sassy Branson wohnte dort in der Gegend von Green Lake. War es möglich, dass sie etwas mit der Sache zu tun hatte? Erst vor einem Monat waren wir auf ihrer berühmten Weihnachtsparty gewesen. Sassy war eine Society-Lady, deren Freundinnen sie noch für quicklebendig hielten. Sie spielte mit großem Elan und vollendeter Eleganz die zurückgezogen lebende Exzentrikerin und hatte sich große Mühe gegeben, ihren Tod geheim zu halten. Sie lebte in ständiger Angst davor, enttarnt zu werden. Mit ihren tadellosen Manieren war sie der letzte Vampir auf der Welt, von dem ich derart wüste Taten erwarten würde. Aber der Raubtierinstinkt überwältigte die meisten Vampire, früher oder später. War es möglich, dass wir es doch nicht mit Dredge zu tun hatten? Hatte Sassy sich drastisch verändert? Nein, das wollte ich nicht glauben. Aber sie könnte etwas über die Morde wissen. Ich hielt den Mund, während wir in das Gebäude eilten und die Treppe hinunter vorbei an den magischen Sensoren zur kleinen Leichenhalle rannten. Die AMD-Techniker hielten Wache bei den Leichen. Der Gestank nach Formaldehyd und Desinfektionsmitteln hing im Flur und Camille und die Leila sahen aus, als würden sie sich gleich übergeben. An mir trieb der Gestank einfach vorbei, denn meine ganze Aufmerksamkeit galt dem Raum vor uns. Wir hätten uns ebenso gut in einem Bahnhof befinden können, so viele Schließfächer reiten sich vor uns auf oder einem Schulkorridor. Aber hinter den Türen dieser grauen Metallschränke lagen die Überreste der Opfer von Gewalt oder Zeit. Tische mit aufgereihten Instrumenten standen überall herum. Skalpelle, Scheren, Sägen, grelle Lichter hingen von der Decke, Werkzeuge, die dazu dienten, Illusionen zu zerstören, einzudringen, zu erkunden, aufzudecken. Große Gläser, in denen seltsame Formen schwammen, standen in einem Regal aufgereiht. Schau hin, schau weg, am Ende des Tages, dachte ich, ist dies alles, was bleibt. Ich versuchte, den Blick loszureißen, doch dieser Zirkus aus Farben und Formen faszinierte mich. Mitten im Raum standen sechs lange Tische, und auf drei davon lagen Körper, unter so reinen Tüchern, dass sie aussahen wie schneebedeckte Zuckerwatte, leuchtend und unnatürlich weiß. Wo waren die Flecken? Keine Wäscherei der Welt konnte rückstandslos das Blut auswaschen, und das tote Körper überzog. Chase winkte mich zu sich. Es wäre vielleicht besser, wenn die anderen zurückbleiben, nur für den Fall, dass etwas passiert. Nur für den Fall, dass die Opfer wieder aufstehen, meinst du? Er nickte und beugte sich dicht zu mir heran. Wenn das passiert, meinst du, du wirst mit ihnen fertig? Ich habe noch nie gegen einen Vampir gekämpft, und ich bin nicht sicher, wie man am besten vorgeht. Das gilt auch für die Laboranten hier. Mit einem Blick zu den anderen hinüber fügte er hinzu, ich will nicht, dass Kamil oder die Leila etwas geschieht, oder sonst jemandem. Da hatte er recht. Die bittere Wahrheit lautete, dass ich nicht sicher war, ob ich alle drei ausschalten konnte, ehe sie es an mir vorbei zu den anderen schafften. Wenn sie sich erhoben, falls sie es taten, würden sie rasend hungrig sein und nur nach der nächsten Halsschlagader suchen, um ihren Durst zu stillen. Sie würden ihr Opfer aussaugen, dann das nächste und das nächste. Nachdem ich mich erhoben hatte, hatte ich auf dem Heimweg ein Gemetzel angerichtet. Ich hatte eine blutige Spur hinterlassen, die ich heute noch sehen konnte, wenn ich die Augen schloss und mich der Erinnerung überließ. Bis ich zu Hause angekommen war, hatte ich es geschafft, meinen Durst so weit zu stillen, dass ich mich in meinem Zimmer einschließen und nach Kamil schreien konnte, damit sie Hilfe holte. Und danach war alles schwarz. Monatelang. Ein schwarzer Abgrund, eine Leere in meinem Gedächtnis, die ich niemals, niemals mit Erinnerungen füllen würde. Denn diese Erinnerungen wollte ich nicht zurück. Ich überlegte kurz und wandte mich dann den anderen zu. Raus mit euch. Ross, du bleibst. Du bist ein Inkubus, du wirst mir helfen können. Aber die anderen, Chase, damit bist auch du gemeint, geht raus und haltet die Tür verbarrikadiert, bis ich euch sage, dass ihr aufmachen könnt. Und schaut durch die Fenster und vergewissert euch, dass ich es bin, die euch das Okay gibt und nicht irgendjemand, der meine Stimme nachahmt. Kamil und Delilah begannen zu protestieren, doch als ich nur den Kopf schüttelte, scheuchten sie alle anderen aus dem Raum. Ich warnte mich Ross zu. Bist du bereit? Falls sie sich erheben, ist es wahrscheinlich, dass sie vom Erwing-Clan erweckt wurden, so ungern ich das auch glauben möchte. Ich erwarte, dass du meine Anweisungen befolgst, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Diesmal spielst du nicht allein, kapiert? Er lächelte mich gemächlich an. Hast du Pflöcke? Ich blinzelte und mir wurde bewusst, dass ich normalerweise nicht mit spitzen Holzpflöcken durch die Gegend herumlief. Äh, nein, das dachte ich mir. Er tat zurück und knöpfte seinen langen Ledermantel auf. Ich musste plötzlich kichern, als er den Mantel links und rechts packte und aufriss, weil er aussah wie ein schmieriger Exhibitionist. Doch mein Kichern brach abrupt ab, als ich das Arsenal sah, das am Innenfutter befestigt war. Holzpflöcke, Dolche, eine fies aussehende Halbautomatik, ein Blasrohr, Wurfsterne, ein Nunchaku und was sonst noch alles in eigens eingenähten Schlaufen baumelte. Dieser Kopfgeldjäger meinte es ernst. Er verstand sein Geschäft und es war offensichtlich, dass er bereits einige Zeit in der Erdwelt verbracht hatte. Über meine Reaktion musste er lächeln. Fang! Er zog zwei Pflöcke heraus und warf sie mir zu, mit dem stumpfen Ende voran. Ich fing sie auf und musterte sie vorsichtig. Ein schlichter Pflock und doch konnte er mich endgültig zu Staub zerfallen lassen. Natürlich konnte man damit auch einen normalen Menschen töten, wenn man richtig zielte und kraftvoll genug zustieß, aber in meinen Augen war dieser Zahnstocher auf Anabolika von diesem ganzen Mystik-Scheiß umgeben. Ich wurde das Gefühl nicht los, eine tickende Bombe in der Hand zu halten. Danke, glaube ich. Ich blickte auf, als er zwei weitere Pflöcke aus dem Mantel zog. Wir sehen uns wohl lieber mal an, womit wir es zu tun haben. Ich trat langsam zu dem ersten Leichnam, riss das Tuch halb herunter und sprang außer Reichweite. Der Mann auf dem Labortisch war massig. Er war groß, mit buschigem grauen Haar und einem Brustkorb wie ein Fass. Sein Bauch war zwar mit einer Fettschicht bedeckt, aber darunter lagen Muskeln aus Stahl. Es würde schwer sein, den im Kampf zu überwältigen. Und ein kurzer Blick unter das Tuch sagte mir, dass er vermutlich irgendeine Frau ziemlich glücklich gemacht hatte. Er hätte ein Holzfäller aus den Bergen sein können. Ein alter Hippie, ein Footballspieler in Rente, der auf Sissi Top stand. Aber was immer er auch gewesen sein mochte, er würde nie wieder im Tageslicht wandeln. Sein Gesicht war in einem Ausdruck schieren Grauens erstarrt, eingefangen in den tiefen Falten. Was hat er da am Mund? Ross zeigte auf etwas, das auf der Haut getrocknet war, ein paar braune Sprenkel. Ich beugte mich darüber und schnupperte. Blut. Ich zog die Lippen des Mannes auseinander. Auch an seinen Zähnen klebte getrocknetes Blut und vor meinen Augen reckten sich dünne, nadelspitze Zähne aus dem Kiefer über den Eckzähnen. Ich ließ los und sprang zurück. Er verwandelt sich. Ich weiß nicht, wann er aufwachen wird, aber lang kann es nicht mehr dauern. Ross und ich sahen uns rasch die anderen an. Eine junge Japanerin, die so schön war, dass sie ein Model gewesen sein könnte, und ein völlig unauffälliger junger Mann, vermutlich Ende zwanzig. Beide waren im Begriff, auf meiner Straßenseite wieder aufzuwachen. Zögernd sah ich Ross an. Ich hatte noch nie einen von meiner Art vernichtet. Nicht, dass ich mich davor ekelte, aber irgendwie erschien es mir unfair, sie allein deswegen zu töten, was sie waren, ehe sie überhaupt eine Chance bekamen, irgendetwas zu tun. Du weißt, was passieren wird, wenn sie sich erheben, ohne dass ihre Meister anwesend sind, um sie bei der Verwandlung zu begleiten. Sie werden ein Blutbad anrichten. Ross tippte mit dem Finger auf den Edelstahltisch. Wir müssen es tun. Er hatte recht. Und trotzdem erschien mir das wie ein weiterer Schritt in ein Leben, aus dem meine Schwestern und ich niemals würden zurückkehren können. Wir glitten rapide in Bereiche ab, in denen es sonst nur die härtesten Agenten des A&D aushielten. Die Schatten kannten kein Erbarmen und gaben niemanden frei, der auf ihren Pfaden gewandelt war. Da fiel mir etwas ein. Was, wenn sie sich auf dem Weg zu ihrem Meister machen? Sollten wir nicht versuchen, ihnen zu folgen? Vielleicht führen sie uns zu Dredge und dem Elwing-Clan. Ross runzelte die Stirn. Dann müssten wir mindestens einen von ihnen laufen lassen, und das gäbe eine hübsche Schweinerei. Bist du bereit, diesen Monstern das Leben unschuldiger Menschen zu opfern? Wenn ja, bitte. Ich werde mich zurückhalten und einen von ihnen laufen lassen. Aber für das, was dann passiert, bist allein du verantwortlich. Verflucht. Ich wollte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Ich wog die Möglichkeiten gegeneinander ab. Falls der Neuling sich seinen Weg zu Dredge suchte, könnten wir ihm folgen und, bingo, ein Punkt für uns. Aber was, wenn er nicht zu Dredge ging? Was, wenn der neue Vampir stattdessen auf mörderische Sauftour ging und eine Spur von Leichen durch die Stadt zog? Konnte ich einer bloßen Hoffnung unschuldige Menschen opfern? Ich brauchte Camille und die Leila gar nicht zu fragen. Ich wusste schon, was sie dazu sagen würden. Ich holte Tiefluft und ging zu dem Holzfäller hinüber. Ich denke, wir sollten sie vernichten, ehe sie aufwachen. Während ich den nackten Mann anstarrte, wusste ich ganz genau, was er jetzt dachte. Erinnerungen an seinen Tod gingen ihm durch den Kopf, verbunden mit der Erkenntnis, dass er auf ewig in seinem toten Körper gefangen war. Und dann würde der Durst einsetzen und die Raserei. Wenn das geschah, war alles andere in den Wind geschrieben. Die stämmige Leiche setzte sich plötzlich auf und ließ den Blick hastig durch den Raum schweifen. Heilige Scheiße! Ich sprang zurück, als er nach mir schlug, und ich bedankte mich bei meinen Reflexen. Die Hungerkrämpfe eines Neugeborenen waren so schmerzhaft, dass der eben erwachte Vampir phänomenale Kräfte entwickeln konnte. Im Bruchteil einer Sekunde war er vom Tisch gesprungen und stürmte mit blutrotglühenden Augen auf mich zu. Als ich mich kampfbereit machte, flatterte das Tuch auf dem zweiten Tisch und die junge Japanerin richtete sich auf. Ross hob einen der Pflöcke und rückte langsam vor. Der Saum seines Ledermantels streifte seine langen Beine. Sei vorsichtig, Ross! Sie ist klein, aber tödlich! Mein Ruf erschreckte den Massigen. Der Kerl riss den Kopf herum und starrte Ross an, einen verwirrten Ausdruck auf dem Gesicht. Und dann begann der Kampf. Ich wog einen der Pflöcke in der linken Hand und schob den anderen in meinen Gürtel, mit der Spitze zur Seite, damit es keinen hässlichen Unfall gab, falls ich stürzen sollte. Dann wedelte ich mit der Hand und forderte ihn heraus. Na mach schon, Junge, komm und hol mich doch! Seine wilde, krause Mähne blähte sich um seine Schultern, als der nackte Koloss mit brennenden Augen auf mich losstürmte. Plötzlich schnupperte er und zögerte. Richtig, du kannst keinen Puls riechen. Das liegt daran, dass ich einer von euch bin! Ich stieß einen Fluch aus, als er sich trotzdem auf mich stürzte. Ich hieb mit dem Pflock nach ihm, verfehlt ihn aber um ein paar Finger breit, und plötzlich waren wir in einen Ringkampf verstrickt. Er drückte die Hände seitlich gegen meine Schultern und versetzte mir einen Stoß, der mich zu Boden schleuderte. Ich bog den Rücken durch, stieß mich ab und landete locker auf beiden Füßen. Meinem guten Training hatte ich es zu verdanken, dass meine akrobatischen Fähigkeiten nach dem Tod erst richtig erblüht waren. Ich war doppelt so schnell wie die meisten anderen Vampire. Mein Gegner beäugte nun die Doppeltür, die aus der Leichenhalle hinausführte. Wenn er sie vor mir erreichte, konnte er entkommen und auf die Jagd gehen. Du willst trinken? Dann musst du erst an mir vorbei, sagte ich, und sprang mit einem gewaltigen Satz zwischen den Neuling und die Tür. Während ich auf seinen Angriff wartete, stellte ich mit einem raschen Blick fest, dass Ross in einen Kampf auf Leben und Tod verstrickt war. Die junge Frau, äh, falsch, der neugeborene Vampir, versuchte, an seinen Hals zu gelangen. Sie konnte ihn töten, aber Ross, dämonische Natur, war ein Vorteil, der ihn in dieser Situation am Leben erhalten könnte. Der dritte Vampir hatte sich noch nicht erhoben, aber uns blieb nicht mehr viel Zeit. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem stämmigen Mann zu, der mich umkreiste und versuchte, an mir vorbeizukommen. Ich täuschte nach links an und ließ ihm glauben, ich hätte einen Schritt zu viel gemacht. Als er zur Tür stürzte, wirbelte ich herum, den Pflock auf Brusthöhe. Die hölzerne Spitze drang tief ein, zerfetzte Muskeln und spießte ihn auf. Er wandte sich mir mit ausgestreckten Armen zu, einen flehentlichen Ausdruck auf dem Gesicht. In diesem Augenblick war er ein Tier, eine verängstigte, hungrige Kreatur. Der Schmerz und die Verwirrung in seinen Augen gaben mir ein scheußliches Gefühl im Bauch. Nichts Neues für mich. Ich wurde nicht gern daran erinnert. Und dann wurde er zu Staub und zerstob in einer Wolke aus Rauch und Asche. Der Pflock fiel zu Boden. Ich hob ihn auf und rannte zu dem noch immer bedeckten dritten Körper hinüber, wobei ich einen Laborwagen aus dem Weg stieß. Das Tablett kippte herunter, Instrumente fielen scheppern zu Boden und der Lärm von Metall und zersplitterndem Glas zerriss die Luft wie ein Alarm. Ich sprang über die Sauerei hinweg und hob den Pflock über den nächsten Körper. Ein Zucken. Der Vampir würde sich gleich erheben. Oh, scheiße! Ich reckte den Pflock hoch über meinen Kopf und rammte ihm dem dritten Neuling durchs Herz, ehe er die Augen aufschlagen konnte. Er stieß ein langes, flüsternes Seufzen aus, das sich anhörte, als Pfeife eine Brise durch eine hohle Schote. Und dann löste er sich in Staub und Asche auf. Zwei waren erledigt. Ich wandte mich zu Ross um. In diesem Moment ließ er den Pflock auf die Brust der jungen Frau herabsausen und sie kreischte laut, ehe auch sie ins Nichts verschwand. Sobald die Gefahr gebannt war, spürte ich, wie die Beine unter mir nachgaben. Ich ließ mich zu Boden gleiten und starrte die Pflöcke an. Ross kam zu mir. Alles in Ordnung? fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. Das hätte ich sein können. Die Götter stehen mir bei. Nein, das wird nicht geschehen. Ich habe gesehen, wie du diese beiden Vampire besiegt hast. Du bist eine Überlebenskünstlerin, Menoli. So hast du es auch geschafft, dich von Dredge zu lösen, nachdem er dir genommen hatte, was er nur konnte. So hast du es geschafft, dir den Weg hinaus aus dem Wahnsinn zu erkämpfen, in den er dich gestürzt hat. Er bemerkte meinen überraschten Blick und strich sich eine aufsässige Locke aus der Stirn. Ich weiß mehr, als du glaubst. Also, wir wissen zwar immer noch nicht, wo der L-Wing-Blutclan ist, aber wir werden sie finden. Keine Sorge. Hm. Er mochte eine Menge über mich wissen, aber ich kannte ihn noch nicht gut genug, um ihm zu vertrauen. Und dennoch. Ross schien uns aufrichtig helfen zu wollen. Und wenn tatsächlich Dredge und der L-Wing-Blutclan hinter all dem steckten, würden wir für die Jagd jede erdenkliche Hilfe brauchen können. Ich rappelte mich hoch, klopfte mir den Staub von der Jeans, streckte dann die Hand aus und riss ihn auf die Füße. Komm, wir müssen den anderen Bescheid sagen, dass wir noch heil sind. Und dann müssen wir herausfinden, was zum Teufel hier vor sich geht, bevor es noch schlimmer wird. Auf dem Weg zurück zur Bar fragte ich Chase. Also, was wirst du ihren Angehörigen sagen? Und was hast du den Angehörigen der ersten vier gesagt? Er wurde bleich. Offiziell haben wir noch keinen der Vermissten gefunden. Da wir alles inklusive der Leichen über das AETT laufen lassen, können wir die Dokumente fälschen, so ungern ich das auch tue. Sämtliche Sanitäter und Laboranten, die in dem Kino dabei waren, waren unsere Leute. Und dem Geschäftsführer dort haben wir erzählt, ein Polizeiinformant sei überfallen und verprügelt worden. Streng geheime Angelegenheit. Falls einer seiner Angestellten auch nur ein Wort darüber verlieren sollte, könnte derjenige dafür ins Gefängnis kommen und so weiter. Wie nutze ich meine Dienstmarke so richtig aus, brummte Camille lächelnd. Du weißt, dass trotzdem irgendwer mit der Klatschpresse reden wird. Vermutlich, aber wir können nun mal nicht alles kontrollieren. Er verdrehte die Augen. Ihr wisst doch genauso gut wie ich, dass das alles geheim gehalten werden musste, weil es sich um Vampirmorde handelt. Diese Leichen tauchen in keiner Akte auf, nirgendwo. Und dabei wird es auch bleiben. Ich finde es schrecklich, ihren Familien so etwas anzutun. Sie werden sich ewig fragen, warum ihre Angehörigen einfach verschwunden sind. Aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir verhindern wollen, dass in der ganzen Stadt Panik ausbricht. Ist denn schon jemand als vermisst gemeldet worden? fragte Delilah. Er schüttelte den Kopf. Noch nicht, aber ich schätze, spätestens morgen ist es soweit. Offiziell werden wir der Angelegenheit nachgehen, aber dieses Spielchen können wir nicht ewig aufrechterhalten. Sieben Leute in zwei Nächten. Camille hat recht. So eine Geschichte lässt sich nicht lang geheim halten. Und ziemlich bald wird irgendein schlauer Reporter zwei und zwei zusammenzählen. Bestenfalls wird sich meine Abteilung nur etwas anhören müssen, warum wir nichts davon bemerkt hätten, dass diese Leute verschwunden sind. Delilahs Handy stieß ein nervtötendes Gepiepse aus und sie klappte es auf und sprach leise. Nach einer Minute klappte sie es wieder zu und lächelte. Na immerhin, eine gute Neuigkeit. Ich habe die Übernatürlichen aus der Gegend zu einem Treffen eingeladen. Offenbar haben Zack, Siobhan und Wade dafür gesorgt, dass sich das wirklich überall herumgesprochen hat, denn wir haben schon einen Termin. Wir treffen uns morgen Abend im Saal der anonymen Bluttrinker. Zumindest eine Sache, die gut lief, dachte ich. Aber irgendetwas nagte an mir. Ich sah zu Ross hinüber. Warst du schon mal in Aladriel? Er blindelte. Nein, noch nie. Die Stadt ist gegen astrale Dämonen wie mich sehr stark geschützt. Ich habe einmal versucht, hineinzugelangen, konnte aber keinen Fuß über die Schwelle des Stadttores setzen. Die brauchen keine große Armee, wenn sie solche magischen Fähigkeiten haben, das kann ich dir versichern. Kein Wunder, dass sie sich wegen des Krieges zwischen Letesana und Tanaqua keine Sorgen machten. Eine Stadt, die in der Lage war, Dämonen auf magische Weise fernzuhalten, war viel mächtiger als die Königin von Jelestrial oder deren Schwester, die nach der Krone griff. Camille sah mich an. Du meinst, wir sollten tatsächlich da hingehen, nicht wahr? Ich nickte knapp. Am besten gestern. Königin Asteria hat uns geraten, diesen Seher namens Yaret aufzusuchen. Offenbar ist sie überzeugt davon, dass der Elwing-Blutclan hinter den Übergriffen steckt. Deshalb hat sie uns ja auch Ross zur Unterstützung geschickt. Vielleicht hat dieser Yaret irgendwelche Erkenntnisse für uns. Allein sind wir bisher jedenfalls nicht sehr weit gekommen, oder? Wir wissen noch nicht einmal, wer der Gegner ist, sagte Camille und warf Delilah einen Blick zu. Nicht mit Sicherheit. Ich glaube, Menuli hat recht. Aber wir werden bei Sonnenuntergang aufbrechen und vor Sonnenaufgang zurück sein müssen. Morgen Abend geht es nicht, wenn da die Versammlung ist. Wie wäre es mit übermorgen? Sonntagnacht. Delilah zuckte mit den Schultern. Von mir aus, was meinst du? fragte sie und sah mich an. Ich runzelte die Stirn. Wenn wir bis Sonntag warten müssen, dann eben Sonntag. Aber wundert euch nicht, wenn wir bis dahin noch mehr Tote und noch mehr Vampire sehen, die sich erheben. Warum tut der Elwing-Blutclan das eigentlich? fragte Chase. Ich dachte, Visteria würde ihnen eher dabei helfen, in die Urreiche zu gelangen. Ich starrte aus dem Fenster. Vielleicht ist das gar nicht ihr Ziel. Vielleicht haben sie ganz andere Gründe, für Chaos und Zerstörung zu sorgen. Camille blinzelte. Es ist ja ein beängstigender Gedanke. Chase setzte uns an der Bar ab. Während er und Delilah sich knutschend verabschiedeten, lehnte ich mich an die Wand und unterhielt mich mit Ross. Ich melde mich morgen Abend bei dir, sagte er. Ich komme zu eurer Versammlung. Bis dahin seid wachsam und sehr vorsichtig. In seinem Blick flackerte gefährliches Begehren auf, als er Camille nachsah, die zu ihrem Auto ging. Denk daran, was ich dir gesagt habe, flüsterte ich. Ein Fehler. Und ich sorge dafür, dass es dein letzter war. Er schnaubte, neigte aber den Kopf. Vielleicht möchtest du mich ja von ihr ablenken. Wenn ich kein Vampir gewesen wäre, hätte er mich in diesem Moment gehabt. Ich konnte seine konzentrierte Energie spüren, die sinnliche Ladung in diesen Worten. Inkubi lebten und atmeten Sex, und es gab einen Grund dafür, weshalb es ihn nie an willigen Partnern mangelte. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, warnte ich ihn. Glaub mir, es gibt Wege, die nicht einmal ein Dämon wie du sicher beschreiten könnte. Ich nehme mir niemals Liebhaber. Und das aus gutem Grund. Ross marschierte die Straße entlang davon, und Delilah löste sich von Chase. War vorsichtig, Süßer, sagte sie. Ich will erst zurück ins Labor und Shara nach Hause bringen, erwiderte er. Delilah warf ihm eine Kusshand zu und ging hinüber zu Camilles Lexus. Als Chase anfuhr, schaute ich ihm nach. Er sah müde aus. Auch Shara hatte erschöpft gewirkt. Ich fragte mich, wie das wohl sein musste, Tag für Tag mit Toten und Verletzten zu tun zu haben. Unter den Untoten zu wandeln war die eine Sache. Wir waren in unseren Körpern gefangen, in einer Art ewigem Limbus, aber immer noch da. Doch die Heiler und Sanitäter, die schweigend jenen zur Seite standen, die auf die andere Seite hinübergingen, die Wunden versorgten und denen, die Schmerzen litten, die Hand hielten, das waren schon ganz besondere Leute. Und dass jemand wie Shara, eine Nichte von Königin Asteria, hier weiter ihren Dienst versah, obwohl eine Horde Dämonen zu uns unterwegs war, also das war in meinen Augen wahrer Mut. Das hier war nicht einmal ihre Welt. Aber die Anderwelt lag nur einen Schritt von der Erdwelt entfernt und würde als nächstes an der Reihe sein, wenn die Erde erst gefallen war. Ohne unsere Hilfe wären beide Welten zum Untergang verurteilt. Dabei ging es nicht um Wenn, nur um Wann. Iris erwartete uns schon, als wir ins Haus strömten. Sie winkte mit einer Videokamera und strahlte uns entgegen. Ich habe wunderbare Neuigkeiten! Kamil ließ sich in den Schaukelstuhl fallen und lehnte den Kopf weit zurück. Die können wir gut gebrauchen, glaub mir, sagte sie. Die Leila sank aufs Sofa und zog sich die Stiefel aus. Mann, bin ich fertig! Übrigens habe ich einen neuen Fall, also müsste ich in ein paar Wochen wieder Geld ins Haus bringen. Mal wieder irgendein untreuer Ehepartner, glaube ich. Langweilig, aber es bringt Geld. Jetzt, da wir kein Gehalt vom AND mehr bekamen, arbeiteten wir alle mehr. Es war irgendwie lustig gewesen, als der AND sämtliche Ausgaben abgedeckt und unsere normalen Jobs nur Tarnung gewesen waren, aber nun mussten wir selbst für unseren Lebensunterhalt sorgen. Zum Glück hatte der AND beide Gebäude, den Wayfarer und den Indigo Crescent, gekauft und komplett bezahlt und dann offenbar jegliches Interesse daran verloren, als Letesana mit ihrem schmutzigen Krieg alles durcheinandergewirbelt hatte. Iris musterte Camille und die Leila und runzelte die Stirn. Mir ist aufgefallen, dass ihr beide euer Abendessen nicht angerührt habt. Es steht noch im Kühlschrank. Schmeckt euch mein Essen vielleicht nicht? Aber natürlich, Camille gehnte. Wir mussten zu Menoli in die Bar und sind noch gar nicht dazu gekommen, etwas zu essen, aber ich könnte jetzt wirklich einen Teller Lasagne gebrauchen. Ich auch. Die Leila lächelte den Hausgeist strahlend und voller Hoffnung an. Ja, ja, Iris schnaubte. Ihr beiden esst wie die Scheunendrescher. Ich mache euch gleich etwas warm, aber ehe noch irgendetwas ... Sie hielt inne und sah mich an. Ich weiß, dass du schlimme Neuigkeiten hast. Es steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber warte noch einen Augenblick. Ich hob die Hände und schüttelte den Kopf. Ich sag kein Wort. Kein Wort. Gut. Sie hielt die Videokamera hoch und bedeutete, uns näher zu kommen. Camille und die Leila stöhnten, aber Iris ließ sich nicht erweichen. Kommt hierher. Na los. Ihr seid viel jünger als ich und ich beklage mich auch nicht über meine müden Knochen. Also macht schon. Wir drängten uns um sie herum und sie stellte die Kamera auf Wiedergabe. Da, lebhaft und in Farbe, war unsere Maggie, die ihre ersten Schritte ganz allein machte. Die kleine Gargoyle klammerte sich am Kaffeetisch fest, erreichte das Ende, hielt sich aufrecht und ließ dann einen Finger nach dem anderen die Tischkante los. Wackelig watschelte sie mit ausgestreckten Ärmchen auf die Kamera zu. Wir konnten Iris im Hintergrund murmeln hören und dann tat Maggie zwei Schritte, stieß ein besonders lautes Move aus und plumpste aufs Hinterteil, den Schwanz seitlich weggeknickt. Sie begann zu heulen und der Film brach ab. Aber da waren sie in voller Pracht. Maggies allererste Schritte. Die Leila klatschte in die Hände und Camille machte sich sofort auf in die Küche, während ich Iris um die Talie packte, hochhob und herumwirbelte. Ich hätte platzen können vor Stolz auf unsere Kleine. Lass mich sofort wieder runter, sagte Iris und ich gehorchte. Wenn Iris es ernst meinte, nahm ihre Stimme diesen strengen Keine-Wiederrede-Tonfall an und niemand, nicht einmal ich, wagte es, den zu ignorieren. Und was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? rief sie und zeigte auf. Camille! Camille erstarrte. Irgendwohin, sagte sie und machte kehrt, grinste aber dabei. Tja, eins zu null für Iris. Du wolltest Maggie aufwecken, nicht wahr? Nein, das kommt nicht in Frage. Der Schlafrhythmus der Armenkleinen ist völlig durcheinander, dank euch dreien. Ihr müsst endlich eure Spielzeiten mit ihr vernünftig planen, sonst kommt sie nie zur Ruhe. Ich habe sie erst vor einer Stunde schlafen gelegt und sie wird weiterschlafen, also haltet euch von meinem Zimmer fern. Ihr könnt ihr morgen einen Kuss geben. Manoli, du darfst noch bei ihr reinschauen, ehe du für den Tag nach unten gehst, aber wag es ja nicht, sie zu wecken, falls sie noch schläft. Die Hände in die Hüften gestemmt, sah Iris aus, als wollte sie es mit der ganzen Welt aufnehmen. Sogar ich musste zugeben, dass ich nicht ihr Gegner sein wollte, wenn sie sich zum Kampf bereit machte. Keine von uns wusste so ganz genau, wie mächtig eine Talon-Haltia eigentlich war, aber wir hatten schon ein paar beeindruckende Vorstellungen von ihr gesehen und wussten, dass das nicht alles gewesen war, was sie drauf hatte. Iris hat recht, sagte ich und sah Delilah und Camille an. Wir sollten feste Spiel- und Schlafenszeiten einführen. Wir alle schleppen Maggie gern herum, aber es ist nicht fair, sie so durcheinander zu bringen, nur weil wir uns nicht richtig abgestimmt haben. Delilah ging zu ihrem Laptop auf dem Couchtisch. Dann machen wir das doch gleich, während Iris sich um das Abendessen kümmert. Iris nickte energisch. Kluge Mädchen. Und ich dachte mir, dass ihr euch über diese Neuigkeit freuen würdet. Was heute Nacht passiert ist, könnt ihr mir erzählen, wenn ihr mit eurem Zeitplan fertig seid. Heftet doch einen Ausdruck an die Pinnwand in der Küche, damit ich weiß, wer was wann mit ihr vorhat. Als sie das Zimmer verließ, öffnete Delilah ein Word-Dokument und fügte eine Kalendervorlage ein. Machen wir erstmal nur einen Plan für eine Woche. Wann muss Maggie ihr Nickerchen machen? Kennt jemand ihre Schlafenszeiten? Ich schob für den Augenblick alle Gedanken an abtrünnige Vampire und grausige Morde beiseite und setzte mich neben Delilah. Camille machte es sich auf ihrer anderen Seite gemütlich. Wir wechselten einen Blick und obwohl keine von uns etwas sagte, wusste ich, dass auch meine Schwestern froh waren, sich zur Abwechslung mal mit etwas anderem zu beschäftigen, das nicht mit Blut besudelt war und meterweit nach Dämonen stank. Wir einigten uns auf einen Zeitplan, druckten ihn aus und hängten ihn an die Pinnwand, und Iris servierte Delilah und Camille ihr Abendessen. Während sie aßen, erzählten wir Iris von Ross und den drei neuen Opfern. Ihr habt also keine Ahnung, warum sie sich ausgerechnet diese Leute ausgesucht haben? Iris reichte meinen Schwestern einen Nachschlag. Ich mochte es nicht besonders, Leuten beim Essen zuzusehen. Das weckte zu viele Erinnerungen daran, wie es war, lebendig zu sein, und ich hatte gutes Essen sehr geliebt. Aber um der Unterhaltung Willen überwand ich diese Abneigung. Ich schüttelte den Kopf. Nein, wir wissen im Grunde nicht mehr als vorher, nur dass diese Morde in der Gegend von Green Lake passiert sind. Wo Sassy wohnt, bemerkte Delilah und spießte mit der Gabel eine Nudel auf. Weshalb ich ihr heute Nacht einen Besuch abstatten werde. Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück und schlug ein Bein über. Iris runzelte die Stirn. Glaubst du denn, dass sie etwas damit zu tun hatte? Camille und Delilah rissen die Köpfe hoch. Offensichtlich waren sie noch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, obwohl er mir schon im Hinterkopf herumspukte. Ich schüttelte den Kopf. Sassy scheint mir nicht der Typ zu sein, der gern den Gesetzlosen spielt, aber naja, wenn... Falls das Raubtier die Oberhand gewinnt, könnte sie die ethischen Regeln vergessen, die sie seit ihrer Verwandlung so sorgfältig kultiviert hat. Camille warf mir einen Blick zu. Was sagt dir dein Instinkt? Ich starrte einen Moment lang auf den Tisch und überlegte, wie ich das erklären sollte. Meine Instinkte sind nicht wie eure. Und Vampire sind sehr geschickt darin, sich zu verbergen und ihre wahre Natur zu verschleiern. Ich weiß es ehrlich nicht, obwohl ich bezweifle, dass sie hinter diesen Morden steckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es mit Dredge zu tun haben. Als ich aufblickte, merkte ich, dass Camille mich mit einem seltsamen Gesichtsausdruck beobachtete. Du bist dir bei mir auch nicht ganz sicher, oder? Sie stammelte... Nein! Nein, das ist es nicht! Ich wollte nicht andeuten, dass... Die Leila wurde blass und ließ ihre Serviette auf den Boden fallen. Seufzend legte ich den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke. Ist schon gut. Wirklich. Ich weiß, dass du mir gegenüber immer noch misstrauisch bist. Das ist auch gut so. Ich würde euch beide niemals verletzen. Nicht solange ich weiß, was ich tue. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Ich bin jetzt ein Dämon. Manchmal... passieren eben Dinge. Ich reckte den Kopf hoch, denn ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Verfluchte Gefühle. Sie waren zwar verändert, aber immer noch da. Camille beugte sich vor und schob mit ernster Miene ihren Teller von sich. Was sollen wir tun, falls du je... Falls ich je die Kontrolle verliere? Falls das Raubtier mich ganz und gar übernimmt? Ich starte sie an, ohne mit der Wimper zu zucken. Tötet mich, ganz egal wie. Ich weigere mich, Dratch gewinnen zu lassen. Ich weigere mich, zu einer Kopie dieses geisteskranken Sadisten zu werden. Lieber kehre ich zu unseren Ahnen zurück, ehe ich als Monster weiterlebe. Delilahs Unterlippe bebte und sie begann zu zittern. Ich gab Camille einen Wink, die sofort um den Tisch herum zu ihr eilte. Delilah sagte sie, Schätzchen ist schon gut. Alles ist okay. Das war doch nur hypothetisch, Kätzchen. Mach dir keine Sorgen. Ich hatte noch nicht ausgesprochen, als ein goldener Lichtschein um Delilah aufschimmerte und sie sich zu verwandeln begann. Scheiße. Camille und ich hätten es besser wissen müssen, so ein schwieriges Thema anzusprechen, ohne sie vorher zu warnen. Obwohl Delilah als Todesmaid gebrandmarkt war und damit in Diensten des Herbstfürsten stand, obwohl sie sich neuerdings in einen schwarzen Panther verwandeln konnte, wenn er es ihr befahl, war sie tief im Herzen immer noch dieses empfindliche goldene Tigerkätzchen. Camille erreichte sie zuerst. Delilah blickte vom Boden auf und miaute und Camille streckte ihre Arme aus. Mit einem kräftigen Satz sprang Delilah auf ihre Arme und begrub den Kopf zwischen Camilles üppigen Brüsten. Das war so gedankenlos von mir, sagte sie. Ich hätte dich unter vier Augen fragen und Delilah dann schonend darauf vorbereiten sollen. Sie setzte sich auf Delilahs Stuhl, streichelte zärtlich das lange Fell und küßte die Katze auf den Kopf. Ach, Kleines, so forsch du auch auftrittst, du bist immer noch viel zu weichherzig. Camille warf mir einen traurigen Blick zu. Ich mache mir Sorgen, was der bevorstehende Krieg ihr antun wird. Schattenschwinge hat bisher nur ein paar unbedeutende Gefolgsleute gegen uns in den Kampf geschickt. Was wird passieren, wenn ganze Horden durchbrechen? Ich schüttelte den Kopf. Damit befassen wir uns, wenn es soweit ist. Delilah wird es überleben. Das Mal auf ihrer Stirn sichert ihr einen Verbündeten, der stärker ist als jeder Dämon. Niemand kann den Tod besiegen. Oder seine Schergen. Ob es uns gefällt oder nicht, unsere Schwester ist jetzt mit dem König der Ernte vermählt. Sie wird noch ihre Zeit brauchen. Aber was wetten wir, dass sie am Ende stärker und härter ist als wir beide? Iris hatte während dieser Unterhaltung geschwiegen. Jetzt rutschte sie von ihrem Barhocker, ging um den Tisch herum, nahm Camille Delilah ab und legte sich unser Kätzchen auf die Schulter. Delilah ließ sich das ohne Protest gefallen und starrte aus großen, runden Augen mit diesem katzentypischen, vollkonzentrierten Blick die Wand an. Ihr Mädchen seid alle stärker, als ihr glaubt, erklärte Iris. Das müsst ihr sein. Und ich werde für euch da sein, ganz gleich, was geschieht. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr morgen Abend bei der übernatürlichen Versammlung merken werdet, wie viele Verbündete ihr bereits gewonnen habt. Euer Ruf hat sich herumgesprochen. Wie meinst du das? Ich starrte Iris an. Sie neigte den Kopf zur Seite und ein verschmitztes Lächeln breitete sich über ihr Gesicht. Denk doch mal darüber nach. Der Jägermond-Clan, einer der meist gefürchteten Wehrclans, weit und breit. Ausgelöscht. Sie schnippte mit den Fingern. In einer einzigen Nacht dezimiert. Alle wissen, wem sie das zu verdanken haben. Die Leute wissen auch, dass ihr einen Drachen auf eurer Seite habt. Sogar Delilahs neuer Job als Todesmaid hat sich herumgesprochen. Euch ist nicht klar, dass ihr allmählich zu Berühmtheiten werdet. Wenn das Subkult-Netzwerk erkennt, wie die Situation mit Schattenschwinge wirklich aussieht, werden sie überleben wollen. Und sie werden euch folgen, wenn es hart auf hart kommt. Camille strich ihr Kleid glatt und wandte sich wieder ihrem Teller zu. Ich schloss die Augen. Wer eine Krone trägt, dessen Haupt ist schwer, sagte ich. Setz dich noch nicht gleich auf einen Thron, warnte Iris mich. Noch schwerer haben es diejenigen, die ihm die Krone vom Haupt schlagen wollen, und verzweifelter sind sie obendrein. Die Schlachtreihen werden aufgestellt. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die Energie im Raum wurde zum Greifen dicht und Delilah schmiegte sich schnurrend an Iris' Brust. Im Lauf der nächsten Monate werden die Übernatürlichen ihre Tarnung aufgeben und sich verbünden. Es stehen raue Zeiten bevor. Ich fürchte, die Menschen werden glauben, dass die Übernatürlichen sich gegen sie erheben wollen, wenn das eintritt. Bandenkriege. Camille glitt von ihrem Stuhl und kniete sich neben Iris. Iris, bist du eine Seherin? Ein Lächeln breitete sich langsam über das Gesicht der Talon halt hier, und sie flüsterte, wenn es nötig ist. Ich habe in der Vergangenheit viele Dinge getan, von denen ihr nichts wisst. Aber glaubt mir, ich bin aus gutem Grund hier. Und dann, ohne die Augen zu öffnen, wandte sie sich zu mir. Du musst nach Aladril gehen. Er wartet auf dich. Hast du verstanden? Ein Schauer lief mir über den Rücken, der sich trotz meiner todeskühlen Haut eiskalt anfühlte. Magie hing in der Luft. Die Magie des zweiten Gesichts. Die Magie der Voraussage. Die Magie von Wind und Eis, die Iris so geschickt handhabte. Wir gehen Sonntagnacht. Camille legte Iris eine Hand aufs Knie. Brauchst du irgendetwas? Etwas, das dir nützlich sein könnte? Leise stieß Iris den Atem aus. Bringt mir einen Kristall mit. Selbst dann, wenn ihr ihn in einem der Läden kaufen müsst. Aqualin. Ein klarer, blauer Stein, der nur aus den Tiefen des Wyvernmeers kommt. Die Sirenen bauen ihn ab und verkaufen ihn an die Seher. Er wird mehr kosten, als ihr bezahlen könnt. Aber sagt ihnen, dass eine Priesterin der Undutar ihn braucht. Dann müsstet ihr ihn bekommen. Undutar? Bei meiner Frage erwachte Iris aus ihrer Trance und blinzelte. Ich wollte gerade erneut fragen, als die Leila ein lautes Brummen ausstieß und von Iris Schulter sprang und auf die Vorhänge zusauste. Sie schaffte nur die halbe Strecke, dann wallte goldener Nebel um sie auf und ihr Körper begann, sich zu verwandeln. Die Leila zuckte und wandte sich in äußerst schmerzhaft aussehenden Krämpfen, ein verschwommenes Knäuel aus Fell und Fleisch im grausamen Griff der seltsamen Magie unserer Familie. Als sie mit einem lauten Uff auf den Knien landete, eilte Camille zu ihr. Ich starrte Iris an, die meinen Blick stumm erwiderte. Als ich den Mund öffnete, schüttelte sie den Kopf. Frag nicht. Noch nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen, Menoli. Ich könnte dir nichts über meine Beziehung zu Undutar sagen, selbst wenn du mich bedrohen wolltest. Über gewisse Ereignisse in meiner Vergangenheit kann ich nicht sprechen. Ihre Stimme erstarb, doch in ihren Augen glitzerte plötzlich ein schimmernder Wirbel aus Licht, das Silber des Mondes, das Indigo-Blau des Zwielichts, weiße Wolken, die mit dem Wind vorüberrasten. Iris säufzte tief und ihre Augen nahmen wieder ihre normale Farbe an. Blau, wie der Morgenhimmel. So sehr meine Neugier auch brannte, ich wusste es besser, als sie zu bedrängen. Iris würde es uns schon sagen, wenn, falls sie das konnte. Ich nickte stumm und eilte dann zu Camille, um ihr mit Delilah zu helfen, die ein wenig benommen aussah, ansonsten aber wohl keinen Schaden genommen hatte. Alles in Ordnung, Kätzchen? fragte ich, als sie auf ihren Stuhl glitt. Camille griff zur Teekanne und schenkte sich und Delilah nach. Delilah nickte und wurde rot. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte inzwischen mehr Kontrolle über die Verwandlung, aber offenbar habe ich mich geirrt. Entweder das, oder sie ist genauso unzuverlässig und sporadisch anfällig wie Camilles Magie. Hey! Camille erstarrte, die Teekanne erhoben. Bei vielen Sprüchen bin ich schon besser geworden. Ja, wenn man Todesmagie dazu zählt. Aber ich spreche von der Mondmagie, deinen angeborenen Fähigkeiten. Delilah lächelte mit blitzenden Zähnen. Das war doch nicht böse gemeint, Camille. Du scheinst wirklich ein Händchen für die dunkle Magie zu haben, in der Morio dich unterweist. Aber kannst du ehrlich behaupten, dass du bei den Sprüchen, die du von klein auf gelernt hast, besser geworden bist? Camille seufzte tief. Ich weiß es nicht, und ich verstehe selbst nicht, warum mir die Todesmagie so zu liegen scheint. Das ist mir unheimlich, aber ich weiß, dass ich die Dinge lernen muss, die Morio mir beibringt. Es fühlt sich wichtig an, aber ich weiß nicht, warum. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Wir brauchen alle Schlaf. Delilah und mir bleiben ohnehin nur noch ein paar Stunden. Menoli, wir wecken dich vor der Versammlung, dann fahren wir alle gemeinsam hin. Ich nickte. Meine Schwestern küßten mich auf die Wange, winkten Iris zu und verschwanden die Treppe hinauf. Sie wandelten in der Welt des Tages. Ich lebte nur in der Nacht. Zwei sehr verschiedene Welten, die die Sonne auseinanderhielt. Ich fahr dann mal zu Sassy. Ich stand auf und warf einen Blick auf die Uhr. Noch vier Stunden bis Sonnenaufgang. Reichlich Zeit, um nach Green Lake hinüberzufahren und festzustellen, ob da irgendetwas vor sich ging, wovon ich wissen sollte. Iris, pass gut auf das Haus auf, sagte ich. Sie tätschelte meine Hand. Das tue ich immer, Liebes. Gib gut auf dich Acht, hast du gehört? Laut und deutlich, sagte ich, schnappte mir Schlüsselbund und Handtasche und ging hinaus zu meinem Jaguar. Die Fahrt zu Sassy dauerte mitten in der Nacht etwa zwanzig Minuten. Die Straßen von Seattle waren fast leer, nur hin und wieder schlich ein Auto die schummrig erleuchteten Straßen entlang. Das Eis auf den Bürgersteigen schimmerte im Licht der Straßenlaternen und die Welt fühlte sich an wie schallgedämpft von der Schneeschicht, die in den vergangenen paar Tagen überall festgefroren war. Wieder einmal nahm ich mir vor, Camille nach diesem seltsamen Winter zu fragen. Sie und Iris konnten der Sache mal nachgehen und feststellen, ob hinter der plötzlichen arktischen Kälte, die Seattle fest im Griff hatte, irgendetwas Magisches steckte. Sassys Haus war eigentlich eher eine Villa, umgeben von 8000 Quadratmetern sehr gepflegten Gartens hinter einem schmiedeeisernen, mit Spitzen bewährten Zaun. Das Tor war mit einer Sprechanlage ausgestattet und ich drückte auf den Knopf, dankbar, dass ich nicht aus dem Auto steigen und das Ding selbst würde öffnen müssen. Nicht, dass die Kälte oder das schwere Tor mir etwas ausgemacht hätten, auch das Eisen wäre nicht allzu schlimm gewesen, wenn ich mich beeilte. Aber die Nacht war schon so stressig gewesen. Ich wünschte mir, dass dieser Besuch leicht und locker verlief. Ja, rang Janets Stimme aus der Sprechanlage. Janet war Sassys persönliche Assistentin und arbeitete schon seit 40 Jahren für sie, seit Sassy mit 16 debütiert hatte. Hier ist Manoli, ich muss mit Sassy sprechen. Ist sie zu Hause? Janet wusste, wer ich war. Abgesehen von meinen Schwestern war sie außerdem der einzige Nicht-Vampir, der wusste, dass Sassy jetzt eine Goldkarte für die Mitgliedschaft im Blutsauger-Kluppe saß. Offenbar hatte die ältere Frau diese Veränderung ebenso gelassen akzeptiert, wie etwa den Hinweis, dass die Müllabfuhr jetzt an einem anderen Tag käme oder der Supermarkt um die Ecke diese Woche alles um 50 Cent reduziert hätte. Janet machte nicht viele Worte. Sie antwortete mir nicht, aber das Tor gab ein Klicken von sich und schwang langsam auf. Ich wartete, bis ich durchfahren konnte, ohne mein Auto zu zerkratzen und kroch dann im Schritttempo die schmale, gewundene Auffahrt entlang, um nicht etwa irgendein streunendes Tier anzufahren. Das Branche-Anwesen war bewachsen mit alten Trauerweiden und Eichen, Tannen und Flieder. Sassy hatte sich gut verheiratet, trotz ihrer lesbischen Neigung, und als Johan gestorben war, hatte er ihr so viel Geld hinterlassen, dass sie sich nie Sorgen um ihr Auskommen machen würde. Naja, er hatte natürlich nicht damit gerechnet, für alle Ewigkeit vorsorgen zu müssen, aber das Problem würde Sassy lösen, wenn es soweit war. Ich parkte vor der vierstöckigen Villa, die an das Herrenhaus einer Plantage erinnerte, mitsamt der umlaufenden Veranda. Als ich die Stufen hinauf eilte, fragte ich mich, was zum Teufel Sassy im Laufe der Jahre mit diesem Kasten anstellen würde. In etwa dreißig Jahren würde man allmählich damit rechnen, dass sie starb. Was würde sie dann tun? Ihren eigenen Tod vortäuschen? An der Tür prangte ein Türklopfer mit Marleys Gesicht, dem Geist aus der Weihnachtsgeschichte. Sassy hatte einen fiesen Sinn für Humor. Wenn man den schweren Messingklopfer betätigte, hallte ein schweres Poch von drinnen heraus und die Titelmelodie von Die Monsters erklang. Gleich darauf öffnete Janet die Tür. Guten Abend, Miss Manoli, sagte sie. Janet war groß, hatte schneeweißes Haar und so helle Haut, dass sie kaum mehr Farbe hatte als mein Albino-Tint und hielt sich ein wenig krumm, als hätte sie einen leichten Buckel. Sie sah nie so aus, als sei sie müde oder hätte Schmerzen und trug stets ein makelloses Leinenkostüm. Miss Sassy erwartet sie im Salon. Sie wies auf die erste Tür rechts. Danke sehr. Als ich die Tür öffnete, blendete mich der ganz in weiß gehaltene Raum, so stark war der Kontrast zum dunkelrot gestrichenen Flur. Sassys Salon war so stilvoll und nobel wie ihr ganzes Leben, es gewesen war. Kein Stäubchen wagte es, sich auf den glänzend polierten Tischen niederzulassen, sämtliche Pflanzen waren üppig grün. Jeden Morgen öffnete Janet die schweren Samtvorhänge und alle Fenster, um gründlich zu lüften, sodass der Raum immer frisch und sauber roch. Sassy in einem hellblauen Ann-Taylor-Hosenanzug saß in einem Lehnsessel, der mit einem neutralen Jacquard bezogen war. Wie immer war ihr Haar perfekt frisiert. Sie quälte sich seit Wochen mit der Frage herum, ob sie es färben sollte oder nicht. Wenn die Farbe abscheulich aussieht, müsste ich sie wieder herausbleichen lassen, jammerte sie ständig. Dann lass es doch, sagte ich stets dazu. Aber ich vermisse mein prachtvolles rotes Haar. Ich will solche Haare wie du. Dann schüttelte ich immer den Kopf und ermahnte sie, Vampir hin oder her, wenn sie ihr Haar oft genug mit Chemie misshandelte, würde sie irgendwann für alle Ewigkeit eine Glatze haben. Ich wusste, dass das nicht besonders nett von mir war, aber tief im Herzen war ich erleichtert. Wenn man schon in einen Vampir verwandelt werden musste – nun ja, zumindest war ich jung und gesund gewesen, als es passiert war – abgesehen von den kleinen Geschenken, die Dredge auf meiner Haut hinterlassen hatte natürlich. Männoli! Sassy sprang auf und ein strahlendes Lächeln breitete sich über ihr Gesicht. Sie streckte die Arme aus und ich ließ mich widerstrebend von ihr umarmen. Sie küsste mich auf beide Wangen. Nur Luftküsse, okay, aber ich mochte es eigentlich nicht, wenn mich irgendjemand außer meinen Schwestern oder Iris berührte. Was führt dich hierher? Darf ich? Ich deutete auf einen Schaukelstuhl. Nur Platz für einen, da konnte Sassy mir nicht so auf die Pelle rücken. Aber natürlich, mach es dir bequem. Ich blickte mich im Zimmer um und musterte die Gemälde, Skulpturen und den Stutzflügel, die Besucher daran erinnerten, dass sie es mit altem Geldadel zu tun hatten. Ich wollte dich fragen, ob du von irgendwelchen seltsamen Vorkommnissen in der Vampirgemeinde gehört hast, vor allem in den letzten paar Tagen. Sie verengte die Augen zu Schlitzen. Wovon sprichst du? Was ist passiert? Es hat allein in dieser Woche sieben Morde gegeben, von denen wir wissen. Drei gestern Nacht in der Umgebung von Green Lake. Alle Opfer wurden von Vampiren getötet und alle haben sich wieder erhoben. Ich beobachtete sie aufmerksam und suchte nach irgendwelchen Anzeichen von Wissen in ihrem Gesicht, aber sie wirkte nur schockiert. Nein, sagte sie und griff sich sacht an die Kehle. Sieben, bist du sicher? Das ist ja schrecklich. Ich glaubte ihr. Sassy war gut, aber nicht gut genug, um Schuldgefühle so völlig zu überspielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Vampiren hatte sie noch ein Gewissen. Ja, leider. Ich musste heute Nacht drei von ihnen mit einem Pflock töten, mit Hilfe eines Inkubus, der sich als Vampirjäger verdingt. Ich zögerte und fasste mir dann ein Herz. Ich habe dir bisher nur wenig über meine Verwandlung erzählt. Die Sache ist die, wir glauben, dass die Vampire, die mich gefoltert und verwandelt haben, in die Erdwelt vorgedrungen sind. Was sie hier vorhaben, weiß ich noch nicht genau. Aber du kannst mir glauben, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Ihr Anführer, Dredge, mein Meister, ist ein Sadist. Sein größtes Vergnügen besteht darin, anderen Schmerzen zuzufügen. Sassys ungläubiger Ausdruck wich der Bestürzung. Ach du lieber Himmel! Menuli, glaubst du, dass sie hinter dir her sind? Ich erstarrte. Dieser Gedanke war mir noch gar nicht gekommen. Wir hatten angenommen, dass die Vampire eine Möglichkeit suchten, in die unterirdischen Reiche zu gelangen. Aber vielleicht irrten wir uns da. Visteria hegte einen heftigen Groll gegen mich, gegen uns alle drei. Wenn sie sich gezielt mit dem Erwing-Blut-Clan zusammengetan hatte, könnte ein persönliches Motiv hinter diesen Angriffen stecken und nicht irgendein großer Plan, der mit Schattenschwinge zu tun hatte. Heilige Scheiße, daran habe ich noch gar nicht gedacht, sagte ich. Sassy schüttelte den Kopf. Ich weiß ja nicht, was die eurer Meinung nach sonst vorhaben könnten. Aber das wäre mein erster Gedanke. Trägt dein Meister dir denn irgendetwas nach? Ich blinzelte. Das ist, als würde man fragen, ob Hannibal Lecter ein Groll gegen seine Opfer hegt. Es ist einfach... Mein Meister hat einfach gern mit mir gespielt. Aber du bist ihm entkommen. Du gehörst nicht seinem Clan an, nicht wahr? Sie starrte mich durchdringend an, und ich hatte das Gefühl, dass sie mehr aus meiner Seele las, als mir lieb war. Was genau hat er dir angetan? Ich überlegte. Würde sie damit klarkommen? Ja, sie war ein Vampir. Aber sie hatte immer noch diese sanfte, gütige Seite, die ihr im Lauf ihres Lebens eine große Schar von Freunden beschert hatte. Weißt du, sagte sie, lehnte sich auf dem Divan zurück und ließ ein diamantfunkelndes Handgelenk auf der Lehne ruhen. Ich habe auch so meine Geheimnisse. Wenn sie herausgekommen wären, solange ich noch am Leben war, hätten sie mich meinen Platz in der Gesellschaft gekostet. Vor allem, als ich noch ein Teenager war, in den späten Sechzigern. Ich wusste nicht recht, worauf sie hinaus wollte und neigte den Kopf zur Seite. Tatsächlich? Sie nickte. Du meine Güte, ja. Für mich waren die Sechziger geprägt von Partys, Studentenvereinigungen und teuren privaten Mädchenschulen. Der Aufruhr der damaligen Jugendkultur ist einfach an mir vorübergegangen, zur großen Erleichterung meiner Eltern. Sie haben mich auf ein exklusives Mädcheninternat in Frankreich geschickt, in der Überzeugung, dass ich als perfekte, sittsame junge Dame zurückkehren würde, bereit, meinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Und was ist passiert? Sie lächelte mich an und mir wurde klar, wie umwerfend sie in ihrer Jugend gewesen sein musste. Sie war immer noch eine Schönheit, aber die Blüte der Jugend musste ihr einen besonderen, aparten Reiz verliehen haben. Was meine Eltern nicht wussten, während dieser beiden letzten Schuljahre in Frankreich habe ich entdeckt, dass ich die Gesellschaft von Frauen bevorzuge. Die Erkenntnis verdanke ich einem wunderbaren Mädchen namens Claudine. Ich erkannte, dass ich eine Lesbienne bin, wie Claudine es ausgedrückt hat. Wir hatten zehn Monate lang eine heiße Affäre, dann haben wir uns wegen irgendetwas gestritten. Ich weiß nicht einmal mehr, was. Ich war am Boden zerstört. Claudine trennte sich von mir, ich beendete die Schule und kehrte nach Hause zurück. Sassy deutete Waage auf Wände und Decke. Und dies, dies ist das Leben, in dem ich schließlich gelandet bin. Die Leila hatte erwähnt, dass Sassy sie angemacht hatte, aber ich hatte geglaubt, dieses Interesse fürs eigene Geschlecht sei erst nach ihrer Verwandlung erwacht, nicht schon vorher da gewesen. Aber du warst doch jahrelang verheiratet. Oh ja, sagte Sassy. Ich war verheiratet und Johan war ein wunderbarer Mann. Er hat für mich gesorgt und auf Partys und bei offiziellen Anlässen habe ich mich an seinem Arm gut gemacht. Ich habe hinter ihm gestanden, ihm mit meinem Geld und meinem Familiennamen den Rücken gestärkt. Er hat es in der Welt der Medizin weit gebracht und dafür gesorgt, dass ich alles hatte, was ich wollte. Er hatte ein paar Affären, aber die hatte ich auch. Wir waren beide sehr diskret. Dann hat er sich zur Ruhe gesetzt und drei Monate später ist er gestorben. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, blutig rot, und sie blinzelte sie fort. Hast du ihn geliebt? fragte ich, gefesselt von ihrer Geschichte. Sie dachte kurz darüber nach. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich. Aber nicht mit der Leidenschaft, die man für einen Liebhaber empfindet. Ich habe ihn geliebt, weil er ein guter Mann war, weil er mich geachtet und mich nie in Verlegenheit gebracht hat. Als er starb, dachte ich, vielleicht kann ich mich jetzt zu meiner Neigung bekennen, allen enthüllen, wer ich wirklich bin. Aber dann habe ich mir meine Freunde sehr genau angesehen. Sie sind wunderbare Menschen, aber festgefahren in ihren Ansichten, und ich wusste, ich wusste, wenn ich ihnen die Wahrheit sagte, würden sie sich von mir abwenden. Ich verstehe. Und das tat ich auch. Wenn ihre Freunde sie im Stich ließen, würde sie niemanden mehr haben. Sie hatte eine Tochter geboren, die jung gestorben war. Sie war ertrunken. Und Cessys eigene Verwandtschaft war vermutlich inzwischen ebenfalls verstorben. Naja, zuerst machte es mir nicht so viel aus. Ich hatte endlich die Entscheidung gefällt, mein Leben radikal zu verändern. Ich hatte daran gedacht, nach Soho oder San Francisco zu ziehen. Aber dann, eines Abends, auf einer Party, lernte ich Takiyaken. Er sah gut aus und war sehr weltgewandt. Ich dachte, er wollte nur mit mir befreundet sein, und als er mich anrief, klang er so einsam, dass ich ihn hierher zum Abendessen eingeladen habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich auf der Speisekarte stand. Sie hob die Hand, ein trauriges Lächeln auf den Lippen. Er hatte sich in mich verliebt und hat mich in einen Vampir verwandelt, weil er wollte, dass ich für immer bei ihm bleibe. Ich war entsetzt. Die Ironie der Geschichte ist, zwei Nächte, nachdem ich mich erhoben hatte, hat jemand Takiyak getötet. Er hat sich in ein Wölkchen Asche aufgelöst, und ich blicke jetzt ganz allein der Ewigkeit entgegen. Wer hat ihn getötet? Mich beschlichte ein bestimmter Verdacht. Mit einem Grinsen, das reichlich Zähne zeigte, antwortete sie. Ich. Ich hatte mich gerade überwunden, einen Neuanfang zu wagen, ein offenes Leben zu führen als diejenige, die ich wirklich bin, und er hat mir alles verdorben. Sie neigte den Kopf zur Seite. Weißt du, warum ich dir das alles erzähle? Auf mein verwundertes Kopfschütteln hinlachte sie. Das habe ich mir gedacht. Ich habe dir meine Geschichte aus zwei Gründen erzählt. Erstens. Wenn ich dir meine Geheimnisse anvertraue, weißt du, dass du mir deine erzählen kannst. So etwas baut Vertrauen auf, Menoli. Und der zweite Grund? Ich finde es nicht richtig, andere zu erwecken. Außer jemand fleht darum, außer jemand stirbt und bittet dich um Hilfe, und du weißt, du bist dir absolut sicher, dass derjenige es nicht bereuen wird. Wer auch immer diese armen Menschen angreift, muss aufgehalten werden. Es ist schlimm genug, sie auszusaugen und zu töten, aber sie gegen ihren Willen zu diesem Dasein zu erwecken, das ist gewissenlos. Während sie sprach, erkannte ich ihre Kraft, den Willen hinter ihren Worten. Ich sah ihr in die Augen und dachte, das ist eine Frau, die wahrhaft verstanden hat, was es bedeutet, für eine Sache einzustehen, an die man glaubt. Sie hatte ihren eigenen Meister vernichtet. Eine äußerst gefährliche Angelegenheit, falls andere Blutskinder dieses Meisters in der Nähe sein sollten. Wade und die AB-Gruppe sind alles, was mich davon abhält, mich in die Sonne zu legen, fügte sie hinzu. Er gibt mir Hoffnung. Wahrscheinlich können wir nicht verhindern, dass der Vampirismus sich ausbreitet, aber vielleicht können wir die Gewalt und die schrecklichen Auswirkungen ein wenig eindämmen. Wir können unsere Natur nicht verleugnen, aber wir können sie kontrollieren. Ich lehnte mich zurück, nun vollkommen überzeugt davon, dass sie mit den Morden nichts zu tun hatte. Ich nehme an, du hast nichts gehört, das den Verdacht nahelegt, irgendwelche ortsansässigen Vampire könnten dahinter stecken. Die Sonne geht in gut einer Stunde auf. Du solltest zusehen, dass du nach Hause kommst. Sie erhob sich und betätigte die Klingel, um Janet herbeizurufen. Es ist weithin bekannt, dass ich Takiyah vernichtet habe. Ich bezweifle ernsthaft, dass mich die anderen Vampire je in ihre Geheimnisse einweihen werden, aber ich werde die Ohren offen halten und ein bisschen herumschnüffeln. Ich habe immer noch ein paar gute Kontakte an den richtigen Stellen sitzen. Ich folgte ihrem Hinweis und stand auf und ging zur Tür. Danke, Sassy. An der Tür, die Hand schon am Türknauf, blieb ich stehen. Ohne mich umzudrehen, sagte ich, Dredge hat mich gefoltert, bis ich den Verstand verloren habe. Erst hat er seine Fingernägel und ein kleines stumpfes Messer benutzt, um jeden Zentimeter meiner Haut aufzuritzen, außer an Händen und Füßen und im Gesicht. Er hat sich Zeit gelassen und ist Millimeter für Millimeter vorgegangen. Dann hat er mich vergewaltigt, bis ich dachte, ich müsste an der eisigen Kälte seines Fleisches sterben. Danach hat Dredge sich die Pulsader aufgeschnitten und mich gezwungen zu trinken. Als ich mich erhoben habe, hat er mich nach Haus geschickt, damit ich über meine Familie herfalle. Hinter mir hörte ich Sassy nach Luft schnappen. Manche Geheimnisse bleiben besser geheim, sagte ich, aber du hast danach gefragt. Du sollst wissen, mit was für Monstern wir es hier zu tun bekommen. Bist du trotzdem dabei? Wirst du uns helfen, falls wir deine Hilfe brauchen? Ihr könnt auf mich zählen, murmelte sie leise. Ich nickte und schloss dann die Tür hinter mir. Nicht mehr lange bis zum Morgengrauen und für mich wurde es Zeit zu schlafen. Am Samstag hielten meine Träume still, eine willkommene Erleichterung. Als Camille mich bei Sonnenuntergang weckte, hatten sie und Delilah schon gegessen. Iris war gerade damit beschäftigt, Maggie zu einem Bäuerchen zu bewegen. Ich schlüpfte rasch in eine schwarze Jeans, einen dunkelroten Rolli und zog eine dazu passende schwarze Jeansjacke darüber. Während ich meine Stiefeletten mit den Stilettoabsätzen anzog, setzte Camille sich auf die Bettkante. Sie trug einen halb durchsichtigen Rock, ein hautenges Büstier und eine bekümmerte Mine. Stimmt was nicht? Ich trat kurz in mein Badezimmer, legte pfirsichfarbenen Lipgloss, etwas grünen Lidschatten und schwarzen Eyeliner auf, ehe ich das Ganze mit ein wenig Wimperntusche vollendete. Ich hatte nie das Bedürfnis gehabt, mich zu schminken, ehe meine Hautfarbe beschlossen hatte, sich jenseits von Bleich anzusiedeln. Doch selbst da hatte ich erst in die Erdwelt kommen müssen, um endlich aktiv zu werden. Nach ein paar katastrophalen Versuchen mit dem, was das Kosmetikregal der rund um die Uhr geöffneten Drogerie zu bieten hatte, war Camille mir zur Hilfe geeilt. Sie ging tagsüber für mich einkaufen, wenn die großen Kaufhäuser geöffnet hatten, und kam mit einer Tüte guter Kosmetik nach der anderen nach Hause, bis wir den perfekten Look und die Produkte gefunden hatten, die mit der seltsamen Chemie meiner Haut nicht unglücklich reagierten. Jetzt konnte ich mich in fünf Minuten von einer wandelnden Toten in ein glamouröses Vibe verwandeln. Ich war immer noch furchtbar blass, aber zumindest sah ich gut aus. Camille seufzte, als ich in das Schlafzimmer zurückkam. Ich habe den Nachmittag mit Morio verbracht. Trillian ist mitten reingeplatzt. Ich lachte auf. Oh Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Was ist passiert? Im Gegensatz zu Delilah schreckte ich vor keiner peinlichen Frage zurück, außer das Thema war völlig tabu. Schonungslos war mein zweiter Vorname. Okay, war er nicht. Mein zweiter Vorname lautete Rosabelle. Wie auch immer, ich hatte keine Scheu, meine Nase irgendwo hineinzustecken, wenn jemand die Tür einen Spaltbreit offen ließ. Camille lehnte sich zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Sie starrte zur Decke hinauf. Morio hatte sich teilweise verwandelt, und es war verdammt heiß. Seine Reißzähne waren voll ausgefahren und seine Krallen auch. Nicht nur das, seine Augen haben geglüht, er sah aus, als wäre er eben aus dem Schlund der Hölle hervorgesprungen. Prachtvoll, aber schon irgendwie beängstigend. Du stehst wirklich nicht auf Blümchensex, oder? Ich starrte sie grinsend an. Sie trieb es also gern mit Morio, wenn er seine Dämonengestalt annahm. Offenbar war dies nicht das erste Mal gewesen. Weiter, was ist dann passiert? Es ist so, Trillian hat nie groß danach gefragt, was ich eigentlich mit Morio mache, solange sich die beiden nicht in die Quere kommen. Sie richtete sich auf, und Lachfältchen bildeten sich um ihre Augen. Menoli, ich hatte solche Mühe, mir das Lachen zu verkneifen. Trillian sah aus, als würde er gleich einen Anfall bekommen. Stinksauer, was? Nein, das ist es ja gerade. Er war nicht sauer, er war nur … Ja, er sah beinahe schockiert aus. Ihm war wohl nicht klar, wie weit ich zu gehen bereit bin. Aber weißt du, wenn Morio sich verwandelt, bringt er mich auf Touren wie niemand sonst. Es ist, als könnten wir gemeinsam eine andere Welt betreten. Dorthin komme ich mit niemand anderem. Hat Trillian nicht damit gedroht, Morio zu Hordövre zu verarbeiten? Ihr anderer Liebhaber behauptete regelmäßig, er werde den Fuchsdämon in Scheiben schneiden, aber wir alle wussten, dass das bloß Gerede war. Jedenfalls, solange Morio nicht anzweifelte, dass Trillian in Kamils Leben den Status eines Alphamännchens genoss. Kamil schluckte schwer und schüttelte den Kopf. Nicht direkt. Wo liegt dann das Problem? fragte ich. Allmählich verlor ich die Geduld. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eines gibt. Verstehst du? Trillian wollte da bleiben und zuschauen. Er hat darauf bestanden. Und ehe ich wusste, wie mir geschah, war er bei uns im Bett. Trillian ist nicht bi. Er steht nicht auf Männer. Und Morio auch nicht. Aber ich hatte am Ende den besten Sex meines Lebens. Jetzt ist Trillian der Ansicht, eine echte Ménage à trois sei gar keine so üble Idee. Er will eben, dass ich glücklich bin. Also damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich setzte mich im Schneidersitz neben sie aufs Bett. Und was hält Morio davon? fragte ich und musste plötzlich lächeln. Es fühlte sich so gut an, wie zwei normale Schwestern zu quatschen über irgendetwas außer Schattenschwinge, Krieg und Blutvergießen. Kamil lachte leise. Schwer zu sagen. Er ist nicht besitzergreifend, obwohl er jeden Angreifer töten würde, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich in Gefahr wäre. Aber er ... Er hat Trillian einfach in meinem Bett willkommen geheißen. Sie lächelte zärtlich. Solange es dich glücklich macht, sagte ich und sah sie aufmerksam an. Ich bin glücklich, sagte sie. Ich habe wohl doch mehr von Vaters Seite geerbt als von Mutters, aber ich weiß, dass ich trotzdem niemals ganz in eine der beiden Welten passen werde. Ich schüttelte den Kopf. Du passt wunderbar in beide. Du bist nur ein bisschen auffällig. Die Lila ist diejenige, die wirklich Schwierigkeiten damit hat, zu Hause in der Underwelt. Dass sie mit Zachary geschlafen hat, war pures Mitleid. Du weißt, dass sie ihr Herz an Chase verloren hat. Kamil verzog das Gesicht. Ja, und die Götter allein wissen, was sie an ihm findet. Aber das ist ihre Sache. Abrupt stand sie auf und strich ihren Rock glatt. Bist du bereit? Wir sollten im Versammlungsraum sein, ehe die anderen kommen. Trillian und Morio kommen auch ins Gemeindezentrum. Smokey hat gesagt, er hätte zu tun und könne nicht kommen. Ich habe keine Ahnung, was er tut, und ich habe ihn auch nicht danach gefragt. Ich zog eine Augenbraue hoch. Smokey ist eine gewaltige Komplikation in deinem Leben, und du kannst kaum etwas dagegen tun. Drachen schufen sich ihre eigenen Regeln. Wenn man das einmal begriffen hatte, standen die Chancen, nicht von einem gefressen zu werden, gleich viel besser. Erzähl mir was Neues, sagte sie. Glaubst du, wir werden je seinen richtigen Namen erfahren? Ich schnaubte. Na klar, muss jeden Tag soweit sein. Ich meine, wenn er beschließt, uns zu töten, kann er ihn ebenso gut vorher ausspucken. Auf ihren bissigen Blick hin sagte ich, also ehrlich, wer eine dumme Frage stellt, kriegt eine dumme Antwort. Du weißt ganz genau, dass Drachen ihren Namen so sorgfältig hüten wie ihr Gold. Söldner, das sind sie. Ich erwartete, dass sie mir widersprechen würde, aber sie lachte nur. Eins zu null für dich, sagte sie und ging die Treppe hinauf. Aber manchmal sind sie einfach attraktiver, als gut für sie ist. Oder für uns. Ich folgte ihr schweigend. Zumindest konnten wir uns nicht darüber beklagen, dass unser Leben langweilig war. Chase wartete auf uns, als wir das Wohnzimmer betraten. Die Leila hatte ihn gebeten, den Babysitter für Maggie zu spielen, und er hatte sich widerstrebend dazu bereit erklärt. Ich finde ja immer noch, dass ich euch zu der Versammlung begleiten sollte, sagte er. Die Leila lachte. Hör schon auf, Chase. Kommt nicht in Frage. Wir haben allen versprochen, dass wir bei unserem ersten Treffen keinen VBM zulassen werden. Wenn wir dieses Versprechen brechen, wird es keine weitere Versammlung mehr geben. Das kann ich dir versichern. Ich erzähle dir alles haarklein, wenn wir nach Hause kommen. Sei lieb, Schatz. Sie beugte sich vor, um ihn zu küssen. Er grinste jungenhaft und zog sie auf seinen Schoß. Schon gut, ihr zwei, Schluss jetzt, sagte ich und brachte Maggie aus der Küche. Ihr Gesicht, das einen seltsamen, engelsgleichen Ausdruck hatte, erhellte sich noch mehr, als sie Chase entdeckte. Aus irgendeinem Grund mochte die kleine Gargoyle ihn. Hier, Schatz, pass gut auf sie auf, solange wir weg sind. Okay, okay, sagte er. Die Leila rappelte sich von seinem Schoß auf und er legte sich Maggie in die Armbeuge. Aber lasst mich ja nicht die ganze Nacht hier sitzen, ich bin nicht der geborene Babysitter. Das glaube ich dir nicht, sagte ich. Sieh dir doch nur an, ganz der stolze Papa. Chase setzte sich Maggie aufs Knie und die Leila reichte ihm die Fernbedienung. Iris brachte ihm noch ein Tablett mit einer Schüssel Chips und ein paar Dosen Sprite, das sie auf das Tischchen neben ihm stellte. Maggie beschäftigte sich bereits mit dem plüschigen Teddybären, den Chase ihr zum Julfest geschenkt hatte, und die beiden gaben ein sehr heimeliges Bild ab. Schon gut, schon gut. Aus mit euch. Seid vorsichtig und kommt bald wieder, ja, sagte er und scheuchte uns hinaus. Iris fuhr bei mir mit, die Leila nahm ihren Jeep und Camille ihren Lexus. Es konnte ja sein, dass wir uns nach der ÜW-Versammlung würden trennen müssen, und wir hatten die Erfahrung gemacht, dass es klüger war, mit mehreren Fahrzeugen unterwegs zu sein. Machte vieles einfacher. Der Motor meines Jaguars schnurrte, während wir durch die kristallklare, dunkle Nacht zu dem Gebäude fuhren, in dem sich sonst die AB-Gruppe traf. Iris hatte sich für die Versammlung extra umgezogen und trug ihr blaues Kleid und den weißen Umhang. Ihr knöchellanges, goldblondes Haar war zu einem komplizierten Muster geflochten und aufgesteckt. Nach kurzem Schweigen bemerkte sie, Bruce hat mich heute angerufen. Bruce? Einen Moment lang sagte mir der Name gar nichts. Dann fiel es mir wieder ein. Der Hausgeist war neulich Nacht aus der Bar. Also genau genommen ist er ein Leberton. Er hat mich gefragt, ob ich kommende Woche mit ihm ausgehen möchte. Ich kann es nicht fassen. Nach dreißig Jahren wage ich mich endlich wieder hinaus auf die Wildbahn. Es ist ja nicht so, als hätte dich vorher keiner gefragt, sagte ich. Henry Jeffreys himmelt dich an. Sie verzog das Gesicht. Henry Jeffreys ist ein sehr netter Mann, aber ich bin nicht auf der Suche nach einem menschlichen Gefährten und außerdem ist er zu alt für mich. Naja, in Jahren gemessen bin ich natürlich älter als er, aber ich bin noch jung genug, um eine Familie gründen zu wollen und er ist, also, er kommt einfach nicht in Frage. Ich unterdrückte ein Lächeln. Als Camilles treuster Kunde besagte, Henry Jeffreys endlich den Mut aufgebracht hatte, Iris um ein Date zu bitten, hatte sie Magenschmerzen vorgeschoben. Beim zweiten Mal behauptete sie, sie hätte Kopfschmerzen. Beim dritten Mal war ihr keine Ausrede mehr eingefallen und sie hatte sich halbherzig bereit erklärt, mit ihm ins Kino zu gehen. Er war ganz der perfekte altmodische Gentleman gewesen und sie hatte sich zu Tode gelangweilt. Seitdem hielt sie sich vom Indigo Crescent fern, wenn sie vermutete, er könnte an diesem Tag dort auftauchen. Aber irgendwann würde sie sich mit seiner Vernahrtheit befassen müssen. Du unterschätzt deine Wirkung auf Männer, meine Liebe. Oh, natürlich, erwiderte sie spitz. Dir ist hoffentlich klar, dass es jedem das Selbstbewusstsein rauben würde, den ganzen Tag lang von euch dreien umgeben zu sein. Ihr seid alle so verdammt schön. Ich schaltete den Blinker ein und bog nach links auf den Baltimore Drive ab. Iris, das siehst du falsch. Ja, viele Männer springen spontan auf uns an, aber die meisten kriegen ziemlich bald eine Scheißangst oder werden von der Tatsache vergrault, dass wir nicht ihren Fantasievorstellungen entsprechen, sobald sie uns erst näher kennenlernen. Aber Männer lieben deine Offenheit, dein Lächeln und deine Art, dich zu behaupten, ohne ihnen das Gefühl zu geben, du würdest sie gleich bei lebendigem Leib auffressen. Obwohl du das könntest, fügte ich hinzu, denn ich musste daran denken, welchen Schaden sie mit einer schweren Bratpfanne anrichten konnte, ganz zu schweigen von ihrem Händchen für Magie. Da sind wir, sagte ich und bog auf den Parkplatz ab. Kommt Bruce denn zu der Versammlung heute Abend? Sie schüttelte den Kopf. Nein, er ist bei einer Veranstaltung von so einer irischen historischen Gesellschaft. Er ist Gründungsmitglied, also muss er dabei sein. Das Bürgerhaus, die Belfair Community Hall, war früher eine Grundschule gewesen. Als wir den großen Versammlungsraum im Keller betraten, waren Wade und Sassy schon da, aber es war noch niemand von den anderen Übernatürlichen erschienen. Die beiden waren damit beschäftigt, den Saal ein bisschen herauszuputzen. Sassy hatte einen Partyservice beauftragt und ein unglaubliches Buffet verschiedenster Häppchen füllte einen langen Tisch. So ziemlich jeder dürfte hier etwas nach seinem Geschmack finden, dachte ich. Wade winkte mich zu sich hinüber. Ich erlaubte ihm, mich mit einem flüchtigen Kuss auf den Kopf zu begrüßen. Manoli, schön dich zu sehen. Und euch auch, fügte er hinzu und begrüßte die anderen, die hinter mir hereinschlenderten, mit einem Nicken. Könntet ihr uns helfen, die Stühle aufzustellen? Das wäre wirklich nett. Wir machen das, sagte eine barsche Stimme von der Tür her. Wir drehten uns um und sahen Zachary Lioness und Venusmondkind eintreten, gefolgt von mehreren weiteren Mitgliedern des Renier-Puma-Rudels. »Mädels«, sagte Zach mit einem Nicken, und dann blieb sein Blick an Delilahs Gesicht hängen. Seine Sehnsucht war offenkundig. Chase war nicht der Einzige, der von unserem Kätzchen völlig hingerissen war. Wenn ich Zach so sah, war ich doppelt froh, dass wir den Detective zu Hause gelassen hatten. Die Gefahr testosteronbedingter Gewaltausbrüche war ohnehin schon hoch genug, wenn man die kastenartigen Hierarchien der diversen Clans und Nester bedachte. Das Letzte, was wir brauchten, war ein Wettsabern um meine Schwester. Als ich an ihm vorbei nach seinem Gefolge schaute, entdeckte ich ein Gesicht, das ein plötzliches Feuer in meinem Herzen entfachte. Ich erstarrte, erschüttert. Nerissa starrte mich ebenso unverwandt an, wie ich sie. Sie löste sich von der Gruppe und kam zu mir herüber. »Menuli, ich bin froh, dass du da bist.« Ich habe extra darum gebeten, heute Abend als Abgesandte des Renierrudels hierher geschickt zu werden. Ich hatte gehofft, dass wir uns ein bisschen unterhalten könnten. Sie war gut einen Kopf größer als ich und ziemlich stark. Muskeln zeichneten sich unter der glatten Haut ihrer Arme ab, als sie ihren Mantel auszog und über einen Stuhl legte. Natürlich war ich ihr haushoch überlegen wegen dieser Vampirsache, aber sie war sehr wohl in der Lage, es mit einem großen, kräftigen Mann aufzunehmen. Sie streckte die Hand aus, zögerte einen Moment und legte dann unter meinem wachsamen Blick leicht die Finger auf meinen Arm. Etwas wie eine angespannte Feder begann sich am Ansatz meiner Wirbelsäule zu entrollen und ich erschauerte. Ich starrte in diese leuchtend goldenen Augen, wie schimmerndes Sonnenlicht, und sie schwankte leicht, als ich einen Schritt näher trat. Alles andere begann zu verschwimmen, als der Duft ihres Parfums, der Geruch ihrer Haut, das Pochen ihres Herzschlages meine Sinne überwältigten. Ich sog tief die Luft ein, um mir ihren Duft einzuprägen, und spürte, wie der Durst in mir wuchs. Meine Reißzähne fuhren aus, ihr Hals schimmerte im künstlichen Licht und schien mich zu locken, während sie sich mit der Zunge über die Lippen fuhr und unter meinem Blick erbebte. »Männoli! Männoli, komm zurück!« flüsterte eine drängende Stimme hinter mir. Ich wirbelte herum und meine Augen waren sofort auf Jagd eingestellt. Wade stieß ein leises Knurren aus und schüttelte energisch den Kopf. Er warf Nerissa einen Blick zu und sah dann wieder mich an. Plötzlich wurde mir bewusst, wo wir waren und dass eine einzige falsche Bewegung Panik bei den Pumas auslösen könnte, falls diese die Szene missverstanden. Ich schloss die Augen und kämpfte um Beherrschung, während ich mich langsam vom Abgrund zurückarbeitete. Verflucht! Es wäre so leicht gewesen, Wade beiseite zu stoßen, Nerissa in meinen Bann zu ziehen, sie in meine Arme zu reißen, ihr Blut zu kosten, eine Spur von Küssen über ihren Körper zu legen. »Männoli, hör auf! Sofort!« Die Worte halten durch meinen von Leidenschaft vernebeltes Hirn. Ich öffnete die Augen und starrte plötzlich in das Gesicht einer alten Hexe. Einer Frau, die ganz in Waldgrün gekleidet war und ein stählerndes Gebiss hatte. Ihr Gesicht wies mehr Runzeln auf als ein alter Baum Jahresringe. Oh, scheiße! Großmutter Koyote! Ich war ihr noch nie zuvor begegnet, aber Kamil war schon bei ihr gewesen und die Beschreibung reichte mir, um zu erkennen, wen ich da vor mir hatte. Meine Reißzähne zogen sich zurück und ich schluckte den Kloser runter, den ich plötzlich in der Kehle hatte. Großmutter Koyote war eine der ewigen Alten. Sie konnte mich einfach ausradieren, ohne auch nur ein Flüstern von sich geben zu müssen, und genau das würde sie auch erbarmungslos tun, falls sie es für nötig hielt. »Es tut mir leid,« sagte ich. »Ich...« »Das war nicht ihre Schuld,« mischte Nerissa sich ein. »Ich habe damit angefangen.« Sie warf Zack einen Blick zu, der sie anstarrte. Sein Gesicht war verzerrt vor ungläubiger Verwirrung. »Es ist mir gleich, wer damit angefangen hat,« sagte Großmutter Koyote. »Denk daran, wo ihr seid. Denkt daran, warum ihr hier seid. So viel hängt von diesem Abend ab. Enttäuscht mich nicht.« Sie wandte sich ab und ging hinüber zu Camille, die nervös lächelte. »Und haben sich diese Dämonenfinger schon als nützlich erwiesen, meine Liebe?« fragte die Alte. Ich entspannte mich allmählich und drehte mich wieder zu den Wehrpumas um. Zack starrte Nerissa an. »Was zum Teufel ist hier los?« »Nerissa!« Sie wirkte nicht im Mindesten verlegen, sondern zuckte nur mit den Schultern. »Ich denke, ich werde nach der Versammlung noch in der Stadt bleiben, Cousin,« sagte sie und warf mir einen fragenden Blick zu. Ich zögerte. Seit Dredge hatte ich mich niemandem hingegeben. Er war der letzte Mann, lebendig oder tot, der mich intim berührt hatte. War ich bereit für eine sexuelle Beziehung? Die Vorstellung von Männerhänden auf meinem Körper jagte mir eine scheiß Angst ein. Die Erinnerung an Dredge war noch viel zu frisch. Aber eine Frau, und nicht bloß irgendeine Frau. Nerissa hatte so etwas an sich. Konnte ich sie mit in meine Welt nehmen, ohne dass ihr etwas geschah? Ich betrachtete sie und sie warf mir eine Kusshand zu. Ich musste es herausfinden. So oder so. »Sie übernachtet bei uns, Zack. Nerissa, du kannst mit mir nach Hause fahren.« Ohne ein weiteres Wort wandte ich mich ab und ging in den vorderen Teil des Saals, wo meine Schwestern gerade eine geflüsterte Konferenz mit Wade, Sassy, Großmutter Koyote, Morio und Trillian abhielten. Iris hatte die Gastgeberpflichten übernommen, sie empfing die Leute an der Tür, begrüßte sie und sorgte dafür, dass sich alle wohlfühlten. Kamil räusperte sich. »Nett, dass du auch vorbeischaust,« bemerkte sie trocken. »Es kommen immer mehr. Wir haben von den wichtigsten Clans Wachen rekrutiert und sie im Raum verteilt, damit sie für Ordnung sorgen können. Hoffen wir, dass heute Abend niemand eins auf die Schnauze bekommt.« Ich blickte mich im Saal um, der sich rasch füllte. Die meisten Gruppen, die ihre Teilnahme zugesagt hatten, hatten eine Handvoll Abgesandte hergeschickt. Die Anzahl hing von der Größe des jeweiligen Clans ab und von seiner Stellung innerhalb der übernatürlichen Gemeinde. Die Pumas des Renierrudels stachen natürlich hervor allein durch ihre Größe und ihr gutes skandinavisch wirkendes Aussehen. Aber die Wolf-Clans waren ebenso ansehnlich. Die meisten ihrer schlanken, muskulösen Leute sahen aus, als hätten sie mongolische Vorfahren gehabt und sie bewegten sich mit einer kultivierten Arroganz, die man kaum ignorieren konnte. Ich erkannte Mitglieder des Olympic-Wolfsrudels, den bedeutendsten Rudel in diesem Bundesstaat, aber auch ein paar von den Locolobo und Cascadia-Rudeln. Die Wehrpumas waren auf zwei Gruppen beschränkt, das Renierrudel und das Icicle Falls-Rudel, dessen Mitglieder schmaler und kleiner waren als sechs Leute. Mit dem Obsidian-Schimmer ihrer Haut konnten sie Trillian Konkurrenz machen, aber Trillian hatte diesen Underwelt-Ausdruck in den Augen und sein Haar schimmerte platinhell, während die Icicle Falls-Panther eher wie erdgeborene Menschen aussahen als wie Feen. Sie waren schwarze Panther, die sich in den Tiefen der Wälder verbargen und ihr Haar war so schwarz wie ihre Haut. Camille rückte näher an mich heran und Trillian folgte dicht hinter ihr. Mit einem Nicken wies sie zur Tür. Sieht so aus, als hätten sich auch ein paar die ganz im verborgenen Leben dazu durchgedrungen, heute herzukommen. Sie hatte Recht. Ich war nicht ganz sicher, was für Übernatürliche das sein mochten, aber ein Grüppchen von drei sehr ungleich aussehenden Gestalten hatte soeben den Raum betreten. Und seltsame Gestalten waren das. Ihre Klamotten sahen aus, als wären sie vor etwa zweihundert Jahren aus der Mode gekommen. Ich nickte Camille zu und sagte, »Dann gehen wir unsere neuen Freunde mal begrüßen.« Wir drängten uns in Richtung der Neuankömmlinge durch und Camille schnappte plötzlich nach Luft. »Das sind alte Feen, Menoli. Sehr alt. Ich kann es bis hierher spüren.« Die drei, eine Frau und zwei Männer, drehten sich um, als wir uns ihnen näherten. In ihren Augen glühte ein inneres Licht, das man gar nicht übersehen konnte. Ich war nicht sicher, ob sie zu den Zede gehörten oder einer anderen, viel älteren Linie der Feen entstammten, aber wer auch immer sie sein mochten, in ihren Auren hing dunkle Magie. So schwer wie ein Leichentuch. Die beiden Männer waren höchstens mittelgroß, aber kräftig, mit schulterlangem, geflochtenem Haar, und sie trugen goldene Umhänge. Die Frau war sogar noch kleiner als ich, knapp 1,50, mit langem, dunklem Haar und einem silbernen, halbmondförmigen Mal auf der Stirn. Sie neigte ganz leicht den Kopf vor Kamil. »Grüße, meine Mondschwester.« Kamil wirkte wie gebannt, und ihr Gesicht rötete sich vor Aufregung. Sie erwiderte die Verbeugung und streckte die Hände aus. »Seid willkommen. Wir haben wahrlich nicht damit gerechnet, euresgleichen durch diese Tür kommen zu sehen.« Da ich immer noch keinen Schimmer hatte, wer sie waren, räusperte ich mich. »Kamil, kennst du diese Frau?« Kamil warf mir einen warnenden Blick zu. »Benimm dich«, zischte sie leise und wandte sich dann wieder dem Trio zu. »Danke, dass ihr gekommen seid. Wir brauchen alle Unterstützung, die wir bekommen können.« »Wir behalten uns vor, erst dann zu entscheiden, ob wir eingreifen werden, wenn wir mehr wissen«, erklärte der Jüngere der beiden Männer. »Dann sah er mich an. Geschöpf der Nacht. Und doch eine von uns, aber nicht ganz. Du und deine Schwestern. Ihr stammt aus der Anderwelt, richtig?« Ich neigte den Kopf zur Seite immer noch argwöhnisch. »Ich bin Menoli d'Artigo. Das ist meine Schwester Kamil, und die Blondine da drüben, das ist die Lila. Wir stammen aus der Anderwelt, ja. Aber unsere Mutter war ein Mensch aus der Erdwelt. Und ihr seid?« Kamil mochte um diese Leute herumscherwenzeln, aber ich hatte nicht die Absicht, vor irgendwem auf die Knie zu fallen, solange ich nicht wusste, wer sie waren. Die Frau lächelte schwach, aber mit einem Glitzern in den Augen. »Du darfst mich Morgana nennen. Ich bin eine Tochter der Mondgöttin, wie deine Schwester hier.« »Morgana?« Mir blieb der Mund offen stehen, und ich wich hastig einen Schritt zurück. »Doch nicht die Morgana!« Sie lachte leise. »Die einzig wahre.« Eine der größten Zauberinnen, die je gelebt hatten. Morgana war halb menschlich, halb fee, genau wie wir, nur dass sie offenbar nicht unter den Kurzschlüssen litt, die die Fähigkeiten der meisten Halbblüter beeinträchtigten. Morgana hatte sich bei der Spaltung der Welten dafür entschieden, hier zurückzubleiben, und man glaubte, sie sei längst Geschichte. Ihr Erscheinen bewies, dass das nur wilde Gerüchte gewesen waren. Sie war so lebendig wie wir alle. Naja, so lebendig wie Camille und die Leila. Ich sah die Männer an. Dann müssen das? Mordred, mein Neffe, obgleich viele ihn fälschlicherweise für meinen Sohn halten. Und dies, sie wies auf den älteren Mann, ist Arturo, mein Gefährte aus dem goldenen Wald. Ihre Augen blitzten auf, violett wie Camilles. Vielleicht eine Verbindung aufgrund der Mondmagie, vielleicht auch etwas anderes. Ich warf einen Blick auf Arturo. Er sah aus wie ein VBM, aber irgendetwas an ihm stimmte nicht ganz. Mordred hingegen besaß offensichtlich ein Teil Feenblut. Camille starrte Morgana an, ganz hingerissener Fan, wie nur kleine Mädchen es sein können. Mein Lehrer hat uns alles über euch erzählt. Ihr wart die größte Zauberin, die je gelebt hat. Euch hier zu sehen ist eine Ehre. Morgana hob die Hand, strich Camille übers Gesicht und ließ die Finger zärtlich an ihrer Wange ruhen. Ihr drei seid also in unsere Welt zurückgekehrt. Weshalb, wenn ich fragen darf? Ihre Frage klang völlig harmlos, aber irgendetwas löste bei mir Alarm aus. Wir haben unsere Gründe dafür, sagte ich, ehe Camille oder sonst irgendjemand antworten konnte. Wir wollen mehr über das Volk unserer Mutter erfahren. Wir möchten mehr über ihr Leben hier wissen. Eine glatte Lüge. Aber ich hatte so ein dummes Gefühl, das keine Ruhe geben wollte. Und was führt euch zu unserer Versammlung heute Abend? Mordred starrte mich mit undurchdringlichem Blick an, aber ich hatte das Gefühl, dass er mir meine Geschichte nicht abkaufte. Es ist an der Zeit, die großen Mächte zu wecken, Zeit, Anspruch zu erheben auf das, was rechtmäßig uns gehört. Die großen Mächte wecken, Anspruch erheben. Das klang irgendwie nicht nett. Ich wandte mich Morgana zu. Und mit den großen Mächten, meint ihr? Camille schnappte nach Luft. Den Merlin? Sucht ihr nach dem Merlin? Ist er noch am Leben? Morgana zuckte mit den Schultern und ihr Glamour verblasste. Auf einmal sah sie müde und ausgelaugt aus. Ja, wir suchen nach dem Merlin. Wir hatten gehofft, dass ihr vielleicht etwas von ihm gehört habt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht, aber Mordred, Arturo und ich tun unser Möglichstes, um ihn zu finden. Falls die Kristallhöhle noch existiert, werden wir tun, was immer nötig sein mag, um ihn aufzuwecken und die Herren vom See ebenfalls. Ihr wollt versuchen, Avalon aus dem Reich der Schatten und Nebel zurückzuholen? Ich fragte mich, wie mächtig genau waren diese drei? Oder für wie mächtig hielten sie sich? Nein. Mit einem schiefen Lächeln schüttelte Morgana den Kopf. Avalon ist längst davon getrieben. Und Arthus, mein geliebter Arthus, selbst wenn er erwachen sollte, könnte er sich niemals an dieses moderne Zeitalter anpassen. Aber wir können noch immer den Schleier durchdringen und unsere Verbündeten aus uralten Zeiten herbeirufen. Mit Titania braucht ihr nicht zu rechnen. Wir haben sie kennengelernt, brummte Camille. Morgana hob den Kopf. Gib nicht so vorschnell ein Urteil ab. Es ist nicht leicht, vom Thron gestoßen und als Königin abgesetzt zu werden. Sie blickte sich um. Bisher hatte sie offenbar niemand außer uns bemerkt, und nun erkannte ich, dass sie einen Glamour um sich gelegt und ihn nur für wenige Anwesende durchsichtig gemacht hatte. Ich zuckte mit den Schultern. Was ist euer Ziel? Ihr sagt, ihr wollt Anspruch erheben auf das, was rechtmäßig euch gehört. Aber wovon sprecht ihr da? Camille warf mir einen hässlichen Blick zu. Ich wusste, dass ich mich schon fast unverschämt benahm, aber das war mir egal. Aalglattes Geschwafel mochte ich von Menschen nicht hören, und es gefiel mir auch nicht, wenn Feen so etwas von sich gaben. Die Zauberin tippte sich an die Nase. Das werdet ihr erfahren, wenn die Zeit gekommen ist. Bis dahin, falls ihr Nachricht vom Merlin erhaltet, lasst es uns wissen. Und wie sollen wir das machen? Wollt ihr euch hier niederlassen, fragte ich, nun sehr misstrauisch. Wenn die drei sich dauerhaft hier in der Gegend ansiedelten, würden wir sie gut im Auge behalten müssen. Ich entschuldige mich für meine Schwester, mischte Camille sich ein, die nun fast schon sauer klang. Bitte nehmt es ihr nicht übel. Sie hat nach ihrem Tod ihre guten Manieren verloren. Wie dem auch sei, sagte Morgana. Wir werden euch wieder aufsuchen. Verlasst euch darauf. Sie blickte sich um. Eure Versammlung wird wohl gleich beginnen, also gehen wir jetzt. Es ist möglich, dass ihr eine ganze Weile nicht mehr von uns hören werdet. Macht euch nicht die Mühe, uns aufspüren zu wollen. Achtet auf Raben und Krähen. Sie bringen euch Nachricht von mir. Sie verstummte und tätschelte erneut Camilles Wange. Lass dich von niemandem, fügte sie mit giftigem Blick auf mich hinzu. Zu vorschnellen Schlüssen verleiten. Noch ehe Camille oder ich ein Wort sagen konnten, nickte sie knapp, alle drei wandten sich um und rauschten zur Tür hinaus. Als sie auf der Treppe verschwunden waren, räusperte ich mich. Was hältst du davon? Camille schnaugte. Weiß ich nicht genau, aber du warst jedenfalls reichlich zickig. Allerdings haben sie uns wirklich nicht viel gesagt, oder? Ich frage mich, wo sie sich all die Jahre lang herumgetrieben hat. Sie scheint jedenfalls wesentlich besser in Form zu sein als Titania, das muss man ihr lassen. Irgendetwas an dieser Begegnung kommt mir komisch vor. Bist du sicher, dass sie wirklich ist, wer sie zu sein behauptet? Dass sie uns nichts vorgemacht hat? Camille seufzte tief und schaudernd. So geblendet ich auch bin, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht sicher bin. Fragen wir Großmutter Koyote, schlug sie vor, und ehe ich protestieren konnte, packte sie mich am Arm und schleifte mich durch den Saal. Ich erhaschte gerade noch einen Blick auf mehrere Mitglieder des Blue Road-Stammes Wehrbären, die den Raum betraten, bevor ich wieder vor Großmutter Koyote stand. Sie hatte sich auf einem Stuhl in der Ecke niedergelassen und beobachtete, wie sich der Raum füllte. Camille berichtete ihr von Morganas Erscheinen. Wir möchten gern wissen, ob sie es wirklich war und was sie will. Großmutter Koyote bedeutete uns, dass wir uns setzen sollten, zu ihren Füßen. Camille ließ sich sofort auf den Boden sinken, und ich tat es ihr nach. Wenn eine der ewigen Alten einem sagte, man solle sich zu ihren Füßen setzen, dann setzte man sich. Sie blickte sich um und vergewisserte sich, dass uns niemand belauschte. Das war Morgana, allerdings. Denkt daran, nicht alle, die euch Hilfe anbieten, sind vertrauenswürdig, selbst wenn sie nicht die Wege des Bösen beschreiten. Es gibt nur wenige, die der Zauberin ebenbürtig sind. Aber sie dürstet nach Macht. Dieser Durst war in der Vergangenheit ihr Verderben. Ich bezweifle, dass sie in den Jahren seither viel dazugelernt hat. Zumindest sprach Großmutter Koyote diesmal nicht in Rätseln. Ich runzelte die Stirn und fragte mich, was dieses kleine Juwel an Informationen uns kosten würde. Bei den ewigen Alten hatte alles seinen Preis. Dann sollten wir ihr also nicht vertrauen. Ich warf Camille einen Blick zu, die niedergeschlagen auf den Boden starrte. Großmutter Koyote sah mir unverwandt in die Augen. Es gibt nur wenige, denen ihr in dieser Welt vertrauen könnt. Selbst jene, die es gut meinen, können unter zu großem Druck einbrechen. Je mehr Leute eure Geheimnisse kennen, desto größer ist das Risiko eines Verrats. Deshalb bin ich heute Abend hier. Eine Warnung! Überlegt es euch gut, ehe ihr Geheimnisse über die Dämonen preisgebt, denn wenn ihr Hampti erst von der Mauer geschubst habt, steht ihr vor einem Haufen Rührei. Damit erhob sie sich und marschierte hinüber zum Buffet. Camille und ich saßen da und starrten einander an. Es tut mir leid, sagte ich. Ich weiß, dass du lieber etwas anderes gehört hättest. Mein Lehrer verehrte Morgana als Heldin. Es fühlt sich an, als sei gerade eines meiner größten Vorbilder von seinem Podest gefallen. Und ich frage mich, was dieses Gerede bedeuten sollte, dass sie Anspruch auf das erheben wolle, was rechtmäßig ihr gehört. Wenn sie vorhat, irgendeinen Streit unter uralten Mächten anzuzetteln, sollten wir wirklich die Ohren offen halten, bis wir dahinter kommen, was zum Teufel sie im Schilde führt. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Boden und stand dann auf. Verflucht! Ich hasse das! Es gibt so viele Variable, so viele unbekannte Faktoren, die jetzt das Gleichgewicht der Dinge beeinflussen. Vielleicht wird sie den Merlin gar nicht finden oder irgendwo anders suchen. Der Merlin kann unmöglich hier in der Gegend sein, sagte ich. Aber dann kam mir ein scheußlicher Gedanke. Du glaubst doch nicht, dass sie von den Geistsiegeln weiß, oder? Dass sie sie sucht, um sie für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Gewiss würde sich jemand wie Morgana weigern, die zweite Geige unter einem Dämonenfürsten zu spielen. Wenn sie hinter den Siegeln her war, dann deshalb, weil sie sie für sich selbst haben wollte. Camille warf mir einen geknickten Blick zu. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ach zur Hölle, als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Denk erst mal nicht daran. Wir müssen schleunigst die Köpfe mit Delilah und den Jungs zusammenstecken und über das sprechen, was Großmutter Koyote sonst noch gesagt hat. Ich bin nämlich nicht mehr so sicher, ob diese Versammlung wirklich eine gute Idee war, brummte ich. Camille nickte. Ich auch nicht. In diesem Moment kehrte die ewige Alte zurück, einen albernen Harry-Potter-Pappteller voller Kekse in der Hand. Da wäre noch eine Sache, Mädels. Wenn sie nur noch eine einzige niederschmetternde Neuigkeit für uns hatte, würde ich einfach auf die Versammlung pfeifen und nach Hause fahren. Aber sie schenkte uns nur ein stählernblitzerndes Grinsen, bei dem sogar Dredge ein Schauer über den Rücken gelaufen wäre. Die Bezahlung für meinen Rat. Camille wandte sich jetzt schon. Als sie Großmutter Koyote das letzte Mal etwas schuldig geblieben war, hatte sie ihre Schuld damit begleichen müssen, dass sie ein paar Dämonen die Finger abhackte. Was wollt ihr, alte Hexe? fragte ich gerade heraus, denn für heute Abend hatte ich genug dummes Geschwätz gehört. Camille schnappte nach Luft, aber Großmutter Koyote lachte nur. Ich mag dich, Mädchen, aber pass auf, wie du mit mir sprichst. Der warnende Tonfall war unmissverständlich und ich schluckte und deutete mit einem Nicken an, dass ich die Warnung beherzigen würde. Ich gebe dir einen besonders heiklen Auftrag. Nur mir oder auch Camille? Das fand ich unfair. Camille war diejenige gewesen, die ihr die Frage gestellt hatte. Aber Fairness spielte in der Welt der Unsterblichen nun mal keine Rolle. Wie auch immer die Sache laufen mochte, ich würde mich nicht darüber beklagen. Es hatte keinen Sinn, sie noch mehr zu reizen, als ich es ohnehin schon getan hatte. Sich auf dem Spielplatz der Götter auf einem schmalen Grat zu bewegen, erforderte Balance und gutes Timing, und ich war nicht ganz sicher, ob ich beides beherrschte, wenn es um diplomatische Fragen ging. Beide, obgleich der Löwenanteil dir zufallen wird. Camilles Aufgabe wird es sein, dich davon zu überzeugen, dass du das durchziehen musst. Oh oh, Camille und ich wechselten einen Blick. Das klingt nicht gut, sagte ich. Was zum Teufel stand mir da bevor? Großmutter Koyote atmete langsam und tief aus. Sie kniff die Augen zusammen, sodass ihre Augenwinkel in den Lachfältchen verschwanden. Manoli, du wirst etwas tun müssen, von dem du geschworen hast, dass du es niemals tun würdest. Du wirst wissen, was das ist, wenn die Zeit gekommen ist, und du wirst dich dagegen sperren. Aber du musst es tun, ganz gleich, wie sehr du den Gedanken verabscheust. Eine lange Schicksalskette hängt an deiner Tat oder deiner Untätigkeit. Enttäusche mich nicht. Wenn du davor zurückscheust, bringst du ein wichtiges Kräfteverhältnis aus dem Gleichgewicht. Ehe ich sie bitten konnte, mir das näher zu erklären, wandte sie sich ab und verschwand wie ein Wolkenfähnchen in der gleißenden Sonne. Ich blinzelte. Alles gerät außer Kontrolle. Camille schüttelte den Kopf. Ich sagte das nur ungern, aber es ist längst alles außer Kontrolle geraten, an dem Tag, an dem wir uns entschlossen haben, diesen Auftrag vom A&D anzunehmen. Sie schaute zum Podium ganz vorn im Saal. Komm, wir müssen unsere ursprünglichen Pläne für diese Versammlung umwerfen, und wir haben nicht ganz zehn Minuten, um uns eine neue Strategie einfallen zu lassen. Während wir zum Podium eilten, wo Wade sich leise mit Sassy und Delilah unterhielt, konnte ich den Gedanken nicht abschütteln, dass wir schon etwas in Gang gesetzt hatten. Eine sehr große, sehr gefährliche Maschine. Delilah und Wade starrten uns an, als hätten wir den Verstand verloren. »Ihr wollt, dass wir die Versammlung absagen?« fragte Delilah. »Jetzt hört mal, wir haben hier einen ganzen Saal voller Wehrwesen, Vampire und aller möglichen anderen Übernatürlichen, von denen sich viele gegenseitig nicht ausstehen können. Wollt ihr ihnen wirklich sagen, dass sie den weiten Weg hierher gekommen sind, um Tee zu trinken und ein paar Kekse zu essen?« »Was ist los?« fragte Trillian, der hinter Camille trat und den Arm um ihre Talie schlang. »Ich sage ja nicht, dass wir die Versammlung ausfallen lassen sollten, aber wir haben ein Problem.« Mit einem Nicken wies ich auf die Menge. Großmutter Koyote hat uns gewarnt, lieber den Mund zu halten, was Schattenschwinge angeht. Ich halte nichts davon, ihrem Rat zuwiderzuhandeln, vor allem, da mir offenbar ein Höllenjob bevorsteht, mit dem ich diesen Ratschlag bezahlen soll.« »Nicht nur das«, sagte Camille. »Wir haben ein weiteres Problem. Morgana und Mordred sind vorhin hier aufgetaucht.« »Moment mal«, unterbrach Trillian sie. »Du willst mir erzählen, Morgana sei in diesem Raum gewesen? Morgana Le Fay persönlich?« Er blickte sich mit allzu interessierter Miene um. Camille rammte ihm einen Ellbogen in die Magengegend. »Sie war hier«, sagte sie. »Spar dir dein Interesse. Sie ist nicht eine Kragenweite.« Offenbar haben sie und ihr kleines Gefolge sich aufgemacht, den Merlin zu suchen und aufzuwecken. Wir wissen nicht warum, aber Mordred zufolge gehört es zu irgendeinem Plan, Anspruch zu erheben auf das, was ihnen rechtmäßig gehört. Was auch immer das heißen soll, unterbrach ich sie. Das Problem ist, Großmutter Coyote hat uns gewarnt, ihnen nicht zu trauen. Morgana führt etwas im Schilde und wir sollten sehr vorsichtig mit ihr umgehen. Ich war so genervt, dass sich ein leises Fauchen ausstieß. Diese Nacht wurde zu einem Albtraum, noch ehe sie überhaupt richtig begonnen hatte. Wade, der bisher geschwiegen hatte, räusperte sich. »Ihr vertraut dieser Coyotenfrau?« »Sie ist keine Frau. Sie ist eine der ewigen Alten. Die ewigen Alten wachen über die Fäden des Schicksals. Manchmal, wenn es ihren eigenen Zwecken dient, intervenieren sie, um das Gleichgewicht zu wahren.« Camille rieb sich das Kinn. »Glaub mir, wenn sie dir einen Rat gibt, tust du gut daran, auf sie zu hören. Sie bietet ihre Hilfe nicht jedem an, und ihr Rat ist auch nicht billig.« Morio, der still zugehört hatte, meldete sich zu Wort. »Camille hat recht. Großmutter Coyote zu ignorieren wäre gefährlich. Sie steht auf unserer Seite, auch wenn es manchmal nicht so aussehen mag. Ich habe eine Idee, wie ich uns aus dieser Zwickmühle herausbringe. Darf ich?« Er wies auf das Podium. Wade räusperte sich. »Nur zu. Mir ist jedenfalls noch nichts eingefallen«, sagte er. Morio vergewisserte sich mit einem Blick, ob sonst niemand etwas dagegen hatte. Keine von uns hatte Einwände, und trat auf das Podium, während wir übrigen uns auf die Stühle links und rechts vom Rednerpult verteilten. Ich konnte spüren, dass Camille den Atem anhielt, und ich fragte mich genau wie sie, was für einen Trick der Yokai diesmal aus dem Hut zaubern würde. Morio hob die Hand. »Bitte setzt euch! Wir möchten die Versammlung eröffnen!« Alle drängten sich durcheinander, suchten sich ihre Plätze aus, und gleich darauf war es still im Saal, und nachdenkliche Erwartung hing in der Luft. »Danke, dass ihr zu diesem Treffen erschienen seid und damit unseren Versuch unterstützt, möglichst viele Angehörige der hiesigen übernatürlichen Gemeinschaft zu erreichen. Wir bedanken uns für eure Zeit und Aufmerksamkeit.« Er wartete, bis der pflichtbewusste Applaus verklungen war. »Ich bin Morio, ein Yokai-Kitsune, und gewiss kennt ihr Camille, Menoli und Delilah aus der Anderwelt. Und dies ist der Gastgeber des heutigen Abends, Wade Stevens, der Anführer der anonymen Bluttrinker. Wir hoffen, dass wir gemeinsam Verbindungen innerhalb der übernatürlichen Gemeinschaft aufbauen können. Diese Verbindungen könnten sehr wichtig werden, vor allem angesichts einiger ernster Vorfälle in den vergangenen Tagen.« Das erregte allgemeine Aufmerksamkeit. Die Leute verstummten erwartungsvoll. Morio winkte mich zum Rednerpult vor. »Das wäre ein günstiger Zeitpunkt, diese Vampirmorde zu erwähnen«, flüsterte er mir zu. Ich wusste nicht recht, worauf er hinaus wollte, war aber bereit, erst einmal mitzuspielen, also stellte ich mich vor das Mikrofon. »Mein Name ist Menoli d'Artigo. Mir gehört der Wayfarer. Das Problem, das uns zu dieser Versammlung angeregt hat, betrifft die gesamte übernatürlichen Gemeinde. Wir brauchen eure Hilfe in einer ernsten Krisensituation. In den vergangenen Tagen haben mehrere abtrünnige Vampire begonnen, Menschen zu ermorden. Und nicht nur zu ermorden, sie haben sie auch wiedererweckt. Das ist nicht nur ein Problem der Menschen dieser Stadt. Diese Vampire könnten sich ihre Opfer ebenso gut unter den Wehrwesen oder anderen Übernatürlichen suchen. Ein leises Raunen lief durch den Saal. Ich hatte ihre volle Aufmerksamkeit, so viel war sicher. Ich räusperte mich und fuhr fort. »Natürlich können wir die Öffentlichkeit nicht über diese Morde aufklären. Wir sind der Ansicht, dass zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Menschen über das Problem Bescheid wissen sollten, außer den Ermittlern des Anderwelt-Erdwelt-Tatort-Teams. Aber wir dachten, wenn wir uns an euch wenden, an die gesamte Gemeinschaft der Übernatürlichen, dann könnten wir vielleicht ein Subkult-Netzwerk aufbauen und das Problem abtrünniger Übernatürlicher selbst in die Hand nehmen.« Das Summen, das sich nun im Versammlungssaal ausbreitete, klang wie aus einem großen Bienenstock. Zu Hause in der Anderwelt wäre eine solche Zusammenarbeit völlig selbstverständlich gewesen. Die Erdwelt-Übernatürlichen hatten eine Menge nachzuholen, aber das war nicht überraschend, wenn man bedachte, dass die meisten von ihnen bis vor wenigen Jahren völlig im Verborgenen gelebt hatten. Camille trat zu mir ans Rednerpult. »Meine Schwester hat recht. Wir dürfen diejenigen, die darauf bestehen, die Verhaltensregeln zu brechen, seien es Vampire, Wehrwesen oder sonstige Übernatürliche, nicht länger ignorieren. Wenn es uns gelingt, ein Netzwerk aufzubauen, könnten wir Unschuldige, Menschen wie Übernatürliche davor schützen, zur Zielscheibe von Hasspredigern, gewalttätigen Gruppen oder psychotischen Mördern zu werden.« Während das Schweigen immer schwerer wurde, erkannte ich, wie heikel das Thema tatsächlich war. Aber wenn es uns gelang, hier eine geeinte Front aufzustellen, würden sie gut organisiert und kampfbereit sein, wenn es Zeit wurde, ihnen die Wahrheit über die Dämonen zu sagen. Nach kurzem Schweigen erhob sich Brett, ein Vampir, der sich aus vollem Herzen der AB-Gruppe verschrieben hatte. »Ich kann verstehen, dass niemand gern petzt. Aber wenn jemand der Gemeinschaft, in der wir leben, schadet, dann schadet er damit uns allen. Wir sind es uns selbst schuldig, solchen Unruhestiftern einen Riegel vorzuschieben.« Er wandte sich an die Mängel. »Wir alle haben viel zu verlieren, wenn wir zulassen, dass abtrünnige Übernatürliche unseren ethischen Kodex brechen. Die Anführer aller Clans und Nester haben vor langer Zeit im geheimen Abkommen und Verträge geschlossen. Sie haben sich verpflichtet, diese Regelungen einzuhalten. Aber was nützen Eide und Abkommen, wenn wir jene ignorieren, die unsere Regeln brechen?« Venus Mondkind erhob sich. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Alle wussten, wer der Schamane war. Und alle, ganz gleich welchem Clan sie angehörten oder ob sie ein Wehrwesen oder ein anderes Ü-W waren, achteten seine Kraft und Weisheit. Die Leila, die sich mit dem Mikrofon in der Hand ins Publikum gestellt hatte, ging zu ihm hinüber. »Ich bin autorisiert, das Renier-Puma-Rudel per Eid zu verpflichten,« begann der Schamane. »Die Dartigo-Schwestern und ihre Freunde haben vollkommen recht. Ich brauche keine weiteren Argumente mehr hier. Und heute verpflichte ich mich, im Namen des Renier-Rudels alles zu tun, was in unserer Macht steht, um ihnen beim Aufbau einer wahrhaftigen Gemeinschaft der Übernatürlichen zu helfen. Ihr könnt uns als eure Verbündeten betrachten.« Der stämmige Schamane spuckte in seine Hand und streckte sie dann die Leila hin. Sie spuckte auf ihre eigene Handfläche und drückte dann fest seine Hand. Sobald Venus Mondkind seinen Pakt besiegelt hatte, tat der Marschall des Olympik-Wolfsrudels es ihm gleich. Das Selscheier-Nest, eine Gruppe von Vampiren, die den Subkult-Club namens Bloodvane betrieben, sicherten uns ihre Hilfe zu. Zwei Abgesandte einer Familie von Erdweltfeen, den Vinyard-Nymphen, verpflichteten sich ebenfalls. Der Blue Road-Stamm und das Loco-Lobo-Rudel erklärten, sie müssten die Angelegenheit mit ihrem Ältestenrat besprechen und würden sich bis Mitte der Woche bei uns melden. »Wie soll das laufen?« fragte dann ein Mann von den Loco-Lobos. »Wer soll dieses Netzwerk leiten?« Morio übernahm wieder das Mikrofon. »Die Einzelheiten haben wir noch nicht festgelegt. Wir hatten gehofft, eine Art Führungsstab aus Mitgliedern aller beteiligten Stämme bilden zu können. Idealerweise sollte das Netzwerk so funktionieren, dass alle binnen weniger Stunden benachrichtigt werden können, falls ein Clan, Nest oder Rudel ein Problem hat. Nur durch Einigkeit können wir dafür sorgen, dass wir unsere Rechte nicht verlieren, wenn Gesetze erlassen werden, die unser aller Leben betreffen. Die Menschen sind sich unserer Existenz jetzt bewusst. Und ihr könnt sicher sein, dass sich früher oder später Gruppen bilden werden, die unsere Rechte schützen oder, wie es die Freiheitsengel versuchen und jegliche Rechte nehmen wollen.« Ein Murmeln lief durch den Saal. »Kluger Junge«, dachte ich, »sprich ihr Bedürfnis nach Sicherheit an und sie werden dir zuhören. Morio hatte wirklich Köpfchen. Der Fuchsdämon besaß eine Brillanz, die wir bisher unterschätzt hatten.« Ein Mitglied des Blue-Road-Stammes hob die Hand. Die Leila ging zu ihr. »Bitte nennt eure Namen, bevor ihr einen Kommentar abgebt oder eine Frage gestellt«, sagte sie zu ihr. Die Frau, groß und imposant, nahm das Mikrofon entgegen. »Ich bin Orinja vom Blue-Road-Stamm. Ihr habt da ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Unsere Halbbrüder sind die Ureinwohner dieses Landes und sie wurden abgeschlachtet wie Vieh. Selbst als man ihnen dann gewisse Rechte zusprach, war der angerichtete Schaden bereits unumkehrbar. Wir sollten jetzt handeln, damit es uns nicht ebenso ergeht.« Ein Mann hob die Hand. Er war stämmig, hatte eine barsche Stimme und trug zerrissene Jeans und eine Lederjacke. Die Leila eilte zu ihm hinüber. »Mein Name ist Trey. Ich bin vom Olympik-Wolfsrodel. Ich finde auch, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber wie könnten wir uns zusammenschließen, ohne eine Panik auszulösen? Die Menschen sind auch so schon nervös genug. Seht euch nur die aufrechte Bürgerpatrouille oder die Freiheitsengel an. Die werden mit ihren Forderungen immer unverschämter. Früher oder später wird bei einem Konflikt zwischen Menschen und Übernatürlichen irgendwer ums Leben kommen. Ja, und dann gibt es einen regelrechten Bandenkrieg.« Ich tippte Murio auf die Schulter. Darf ich darauf antworten? Er trat beiseite und ich übernahm das Mikro. »Wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt eine Organisation gründen und Komitees aufstellen, können wir von uns aus auf diejenigen Gesetzgeber zugehen, die unserem Anliegen offen gegenüberstehen. Wir könnten uns sogar als erstes Ziel vornehmen, herauszufinden, ob irgendwelche Abgeordneten oder Senatoren getarnte Übernatürliche sind. Wenn wir sie aufspüren und für unser Anliegen gewinnen könnten, hätten wir schon einen gewaltigen Vorsprung.« Wie ich gehofft hatte, traf meine Bemerkung über mögliche Übernatürliche in der Regierung voll ins Schwarze. Ein Dutzend Hände schossen in die Luft. Ich warnte mich way zu. »Würdest du mit einer Liste rumgehen, in die sich jeder eintragen kann, der mit uns zusammenarbeiten möchte?« Er trat sofort in Aktion und zwei Minuten später wurde ein Klemmbrett herumgereicht. Es trugen sich tatsächlich viele Leute ein. Da offenbar niemand irgendwelche Informationen zu dem Vampirproblem beizusteuern hatte, ließen wir die Versammlung mit einer Frage- und Antwortrunde auslaufen. Als wir fertig waren, hatten wir tatsächlich genug Freiwillige, um gleich mehrere Komitees aufzustellen, darunter eines, das weitere ÜW-Gruppen ermuntern sollte, sich in unsere neue, freiwilligen Datenbank eintragen zu lassen. Wade hatte sich bereit erklärt, die nächste Versammlung in einem Monat zu organisieren, damit wir feststellen konnten, was ich bis dahin schon getan hatte. Die einzige Sache, in der wir keinen Schritt vorangekommen waren, war das verfluchte Problem mit den abtrünnigen Vampiren. Als ich mich durch die Menge arbeitete, sah ich Ross an einer Wand lehnen und ging zu ihm hinüber. Es überrascht mich, dich hier zu sehen. Er ignorierte meinen Kommentar und schenkte mir ein faules Zwinkern. Ihr habt nicht bekommen, was ihr euch erhofft hattet, nicht wahr? Ich schüttelte den Kopf. Nein, sei nicht allzu enttäuscht. Niemand hier wird in der Lage sein, den Elwing-Blutklan aufzuspüren. Dazu ist Dredge viel zu schlau. Das weißt du nur zu gut, meine Liebe. Er beugte sich herab, bis seine Lippen mein Ohr streiften und flüsterte. Versuche niemals, Dredge und das, was er dir angetan hat, zu vergessen. Wenn du leichtsinnig wirst oder die Vergangenheit ignorierst, wird Dredge dich finden und töten. Ich kann nicht behaupten, ich wüsste, weshalb er hinter dir her ist. Aber das ist er. Es ist offensichtlich, ob du das nun erkennen willst oder nicht. Und was Dredge will, bekommt er auch. Sei dir da nicht so sicher. Ich erschauerte. Ross' Energie hüllte mich ein wie ein sinnlicher Umhang und zu meiner eigenen Überraschung reagierte ich darauf. Ich beugte mich vor, roch das Pulsieren seines Blutes und spürte die Hitze, die er in Wogen ausstrahlte. Dredge hat mich einmal gehabt. Er wird mich nie wieder berühren. Wenn ich mich selbst vernichten muss, um das zu verhindern, dann werde ich das bereitwillig tun. Was hältst du davon, wenn wir stattdessen Dredge vernichten? Entgegnete Ross und lachte leise. Er hob mein Kinn an, wobei seine Finger mich kaum berührten, und senkte den Kopf. Sein Atem kitzelte mich am Ohr. Du bist eine Überlebende, kein Opfer, Manoli. Gib dir selbst niemals die Schuld an dem, was passiert ist, und lass nicht zu, dass er gewinnt. Dazu bist du viel zu wertvoll. Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen gierig auf ihn und zugleich verängstigt von meiner eigenen Reaktion. Als uns jemand unterbrach, trat ich rasch zurück. Entschuldigung, ich wollte nicht stören, aber... Brad stand neben uns und starrte den Inkubus nervös an. Was ist denn los? fragte ich und versuchte, mich möglichst schnell wieder zu sammeln. Was du vorhin gesagt hast. Ich meine, wegen der neugeborenen Vampire. Er druckste verlegen herum und fühlte sich sichtlich unbehaglich, aber ich sah ihm an, dass er etwas wusste. Sofort wieder bei der Sache räusperte ich mich und führte ihn zu zwei freien Stühlen. Ross folgte uns, obwohl ich ihn mit einem Stirnrunzeln daran zu hindern versuchte. Ich setzte mich und wies auf den Stuhl neben mir. Wenn du mir etwas erzählen kannst, Brad, dann tu das bitte. Sie sind gefährlich und sie machen Jagd auf unschuldige Menschen. Brad sagte wie ein angestochener Ballon auf dem Stuhl neben mir zusammen. Gestern Nacht war ich auf Patrouille auf den Dächern und ich habe etwas gehört. Es war eine Frau, sie hat geschrien, ich bin ihrer Stimme gefolgt, weil ich dachte, da steckt vielleicht jemand in Schwierigkeiten. Was hast du gesehen? Ich wusste inzwischen, wie das bei Brad lief. Er war schüchtern, aber er erzählte gern von seinen Abenteuern, also würde ich ihn sanft zum Reden bringen, hübsch langsam, ohne ihn zu drängen, bis er damit herausrückte. Ich war drüben auf der Finney Avenue North in meiner Batvamp-Ausrüstung. Ross warf ihm einen eindringlichen Blick zu und fragte Batvamp? Ich sog scharf die Luft ein und sagte, Brad war ein großer Fan von Comics, als er noch am Leben war. Als er sich damit abfinden musste, in einen Vampir verwandelt worden zu sein, hat er beschlossen, eine Superheldenrolle für sich zu schaffen. Er ist Batvamp. Jede Nacht patrouilliert er durch die Stadt und hält die Augen nach Leuten offen, die Hilfe brauchen. Ich achtete sorgsam darauf, meinen Gesichtsausdruck neutral zu halten. Die ganze Sache hörte sich vielleicht lächerlich an, aber Brad nahm sie tot ernst. Er war im Leben ein sehr mitfühlender, fürsorglicher Mensch gewesen und in gewisser Weise hatte der Tod ihm das geschenkt, was er sich so verzweifelt gewünscht hatte. Die Chance, als Superheld zu glänzen. Und wenn er einen albernen Namen und einen schwarzen Umhang brauchte, um diese Rolle auszufüllen, na und? Er ging da hinaus und bewirkte etwas. Ross nahm sich meinen warnenden Blick zu Herzen. Tatsächlich. Du hast also wirklich Leute in Not gerettet. Brad nickte. Ich mache keinen großen Wind darum, weil das uncool ist, aber ich habe drei Frauen davor bewahrt, vergewaltigt zu werden. Und letzte Woche habe ich einem Mann geholfen, der bei einem schrecklichen Autounfall verletzt wurde. Ich bin bei ihm geblieben und habe ihn am Leben gehalten, bis die Sanitäter kamen. Ich bin verschwunden, ehe sie mich zu fassen kriegen konnten. Brad ernährt sich von Perversen und Verbrechern, genau wie ich. Er ist eine große Stütze der anonymen Bluttrinker und tut viel für die Mission, die Wade unserer Gruppe auf die Fahne geschrieben hat. Ich wandte mich wieder Brad zu. Also, erzähl uns, was du gesehen hast. Ich war in der Nähe vom Woodland Park Zoo. Ich bin den Schreien gefolgt, bis ich eine Frau auf dem Parkplatz entdeckt habe. Ihrer Kleidung nach arbeitet sie vermutlich im Zoo. Sie war in der Nähe eines Autos, wahrscheinlich wollte sie gerade nach Hause fahren. Ein Vampir hatte sie gepackt und versucht, sie zu Boden zu drücken. Scheiße, was hast du gemacht? Ihn von ihr heruntergerissen. Er sah ziemlich verwirrt aus. Ich habe es geschafft, ihn festzuhalten und ihr zugeschrien, sie solle weglaufen. Dann hat er sich losgerissen und ich bin ihm gefolgt, aber er ist in einem der Tiergehege verschwunden und mir entwischt. Er rutschte unbehaglich auf dem Stuhl herum. Irgendwas kam mir komisch vor. Ich wusste nicht genau, was. Aber dann habe ich das hier gesehen. Er hielt ein kopiertes Foto von einem der ersten vier Opfer hoch. Der Vampir, das war der hier. Ich bin ganz sicher. David Barnes, bist du wirklich sicher? Bis sie sich erhoben, konnte man von Vampiren noch Kameraaufnahmen machen. Ich hatte Chase ein paar Bilder aus der Leichenhalle abgeschwatzt, einen Haufen Kopien davon gemacht und wir hatten sie vorhin während der Fragestunde an alle verteilt, die bereit waren, einen Blick darauf zu werfen. Ja, und ich bin sicher, dass er nicht nur ein paar Schlucke trinken und dann wieder gehen wollte. Er wollte töten. Brett runzelte die Stirn. Ross räusperte sich. Meinst du, es besteht die Möglichkeit, dass die Frau den Vampirangriff bei der Polizei angezeigt hat? Ich zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie gar nicht gemerkt, dass es ein Vampir war, der sie angegriffen hat. Vermutlich dachte sie, der Kerl wollte sie vergewaltigen und irgendein guter Samariter sei rechtzeitig aufgetaucht, um ihn daran zu hindern. Aber ich werde Chase bitten, das zu überprüfen, wenn ich nach Hause komme. Ich kann mich an nichts weiter erinnern, dass euch nützlich sein könnte, sagte Brett. Ich hoffe, damit könnt ihr schon mal was anfangen. Das hast du sehr gut gemacht, sagte ich. Wenn dir noch etwas Ungewöhnliches auffällt, ruf mich an, okay? Brett sah aus, als würde er gleich platzen vor Stolz. Freut mich, dass ich helfen konnte und ich bin froh, dass ich den Mund aufgemacht habe. Wenn ihr jemanden für Patrouillen braucht, bin ich euer Mann. Ich berührte ihn sehr leicht und sacht an der Schulter. Die meisten Vampire mochten es nicht, wenn man sie anfasste, und unter uns glich ein solches leichtes Schulterklopfen praktisch einer festen Umarmung. Brett, mach einfach weiter so, aber sei vorsichtig. Das Böse in dieser Welt ist viel gewaltiger, als du dir ausmalen kannst. Manchmal ist es mit Abschrecken nicht getan. Ich hielt inne und überlegte, ob ich ihn vor Dredge warnen sollte. Wir waren in unserer kleinen Ansprache nicht auf Einzelheiten eingegangen. Aber was würde das nützen? Falls Brett, meinem Meister, über den Weg lief, würde Dredge ohnehin den Boden mit ihm aufwischen. Bleib wachsam und spiel nicht den Helden, außer dir bleibt gar keine andere Möglichkeit. Ich melde mich bei dir. Als er sich abwandte, sah ich Ross an. Der Woodland Park Zoo liegt in der Nähe von Green Lake. Ich wette zehn zu eins, dass Dredge oder die Neulinge dort ihr Versteck haben. Ich sehe mich heute Nacht mal um, sagte Ross. Und du brauchst mich nicht zu ermahnen, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß es. Er warf mir eine Kusshand zu und verschwand zur Tür hinaus. Während ich ihm nachschaute, trat Camille zu uns und starrte ebenfalls auf seinen entschwindenden Rücken. Weißt du was über ihn, Menoli? Ich schüttelte den Kopf. Nicht genug. Zu viel. Er ist ein Söldner, aber er hat es auf Dredge abgesehen. Diesen Hass kenne ich gut. Sie warf mir einen fragenden Blick zu, doch ich schüttelte ihn ab. Komm, wir fangen lieber an, hier aufzuräumen. Die Leute gehen und ich will noch in der Bar vorbeischauen. Als wir anfingen, die Stühle zusammenzuklappen, klimperte Camilles Handy, der von den Gorillas. Sie warf einen Blick auf die Nummer des Anrufers und zog eine Augenbraue hoch. Das ist Tim, Cleo. Ich gehe lieber ran. So spät ruft er sonst nie an. Sie trat beiseite und wir räumten weiter auf. Tim Winthrop oder Cleo Blanco, wie sein alter Ego hieß, war ein flamboyanter Freund von uns. Er war tagsüber Informatikstudent, abends Dragqueen, brillant, klug und witzig. Tims umwerfender Freund Jason hatte ihm kürzlich einen fetten Klunker an den Ringfinger gesteckt. Sie waren verlobt, die Hochzeit sollte im Sommer stattfinden. Tim hatte die Programmierung der UW-Datenbank übernommen, die er gemeinsam mit Delilah aufbauen würde, und er arbeitete außerdem aushilfsweise für unsere neue Version des A&D. Allerdings erfuhr er dann nur, was er unbedingt wissen musste. Plötzlich stieß Camille ein lautes, verfluchte Scheiße aus. Delilah fuhr herum. Was ist passiert? fragte sie. Doch Camille winkte ab und hörte mit gequälter Termine weiter zu. Sie sah aus, als müsse sie sich gleich übergeben. Wir sind sofort bei dir. Versteck dich irgendwo und komm nicht raus, ehe wir da sind und dir die Losung geben. Ich rufe dann, ähm, Lämmchen. Alles klar? Genau, komm nicht raus, bis du mich Lämmchen rufen hörst. Wir kommen so schnell wir können, Tim. Halte durch. Alles kommt wieder in Ordnung, das verspreche ich dir. Sie klappte ihr Handy zu. Lass die Stühle, wir räumen später auf. Was ist passiert? Ich ließ den Stuhl Fallen, den ich gerade in der Hand hielt. Was auch immer passiert sein mochte, es war schlimm genug, um Camille Angst einzujagen. Was bedeutete, dass es wirklich, wirklich übel sein musste? Sie war schon an der Tür und wir beeilten uns, sie einzuholen. Auf dem Weg zu den Autos erzählte sie uns, was passiert war. Nach einem von Tims Auftritten hat er mit Aaron noch im Wayfarer vorbeigeschaut. Dann sind sie zu Aarons Laden gegangen, sie wollten noch ins Kino. Tim war im Hinterzimmer, um sich die Frauenklamotten auszuziehen, als er Aaron schreien hörte. Er ist zur Tür zum Laden gerannt, hat es aber zum Glück geschafft, sich zurückzuhalten. Eine Gruppe Vampire schleifte gerade Aaron durch die Tür nach draußen. Sie haben ihn nicht gesehen und er hat sich in der Besenkammer versteckt, da sitzt er jetzt noch. Scheiße. Aaron Matthews war die Inhaberin der Scarlet Harlot de Sou Boutique und die Vorsitzende des örtlichen Vereins der Feenfreunde. Ein Fanklub von Menschen, die von den Feen aus der Underwelt fasziniert waren. Aaron war außerdem Tims größte Stütze und eine sehr gute Freundin von Camille. Camille war schon fast bei ihrem Auto angekommen, bis sie fertig erzählt hatte. Ich blickte mich um, weil ich wissen wollte, wer mit uns gekommen war. Wade, Iris und Nerissa bogen vor ihren Autos in meine Richtung ab. Zachary hielt auf die Lylas Jeep zu. Trillian und Morio waren Camille dicht auf den Fersen. Als wir alle anfuhren, raste Camille voran und ihr Lexus zischte beinahe lautlos durch die frostige Nacht. Glaubst du, Aaron könnte noch am Leben sein? fragte Iris. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, wer sie entführt hat. Wenn es Dredge war. Da kam mir ein Gedanke. Einer, den ich lieber nicht gehabt hätte. Dredge war irgendwo da draußen und verbarg sich in den Schatten. Wenn Ross recht hatte und mein Meister es darauf anlegte, mir das Leben zur Hölle zu machen, was läge da näher, als meinen Freunden etwas anzutun? Tim und Aaron waren in der Bar gewesen, ehe sie ein paar Querstraßen weiter zum Scarlet Harlet zu Fuß gegangen waren und jeder dort wusste, dass sie gute Freunde von uns waren. Wenn Dredge die Bar beobachten ließ, wäre es ihm ein leichtes gewesen, den beiden zu Aaron's Laden zu folgen. Wade stieß einen leisen Pfiff aus. Du glaubst, dein Meister steckt dahinter? Ich knurrte. Nenn ihn nicht so. Ich weigere mich, irgendeine Verbindung zu diesem dreckigen Mörder anzuerkennen. Aber du musst dich den Tatsachen stellen, Manoli, sagte Wade. Diese Verbindung zu leugnen wird dir nichts nützen. Ich denke sogar, dass es dir schaden würde. Was zum Teufel soll das heißen? Ich fand es grässlich, diese Seite von mir von Nerissa offenbaren zu müssen, die stumm neben Iris auf dem Rücksitz saß. Denk doch mal darüber nach. Ich wette, er kann dir überall hin folgen, weil ihr über sein Blut verbunden seid. Ist dir denn nicht klar, dass du immer mit Dredge verbunden sein wirst, solange dieses Band existiert? Wade starrte mich an. Was zum Teufel hat der A&D dir eigentlich beigebracht? Ich biss mir auf die Lippe und trat aufs Gas. Wie hatte ich nur so dämlich sein können? Natürlich konnte Dredge mich jederzeit aufspüren, allein dank der Tatsache, dass er mein Meister war. Wade räusperte sich. Bist du okay? Nein, ich bin nicht okay. Dieser beschissene Sadist hält vielleicht eine unserer Freundinnen gefangen. Einen VBM obendrein. Ich weiß, was Dredge im Geist und am Körper seiner Opfer anrichten kann. Mich hätte er beinahe zerstört. Aaron hat keine Chance zu überleben, wenn er beschließt, sie zu foltern. Und wenn er sie danach verwandelt, dann werden wir sie vernichten müssen, weil sie völlig den Verstand verlieren und durchdrehen wird. Was glaubst du wohl, wie ich mich fühle, wenn ich daran denke, dass ich womöglich eine Freundin werde töten müssen, die nie, niemals in so etwas hätte reingezogen werden dürfen? Nerissa beugte sich vor. Ich will euch nicht unterbrechen, aber wenn er wirklich so schlimm ist, warum hat der A&D ihn am Leben gelassen? Warum haben sie ihn nicht längst in die unterirdischen Reiche deportiert? Aha, du hast also mit Zachary darüber gesprochen. Der Junge muss lernen, den Mund zu halten, ehe er sich bei den falschen Leuten verplappert. Bewusst atmete ich zittrig durch. Entschuldige, ich sollte dich nicht anschreien. Also das war so. Dredge stand schon auf der Liste für die nächste Deportation. Wir waren bereit, zu ihm vorzudringen und unseren Verdacht gegen ihn endgültig zu bestätigen. Und dieser Auftrag wurde mir erteilt. Ich hielt inne und versuchte, die Tränen zurückzudrängen, die mir in den Augen brannten. Blut war salziger als Wasser. Weinen tat weh. Du brauchst nichts weiter zu sagen, erklärte sie, aber ich unterbrach sie. Nein, du musst wissen, was uns bevorsteht. Wenn du willst, setze ich dich dann an einem sicheren Ort ab und dann kannst du nach Hause gehen. Dredge wurde nicht deportiert, weil ich versagt habe. Er hat mich erwischt. Er hat mich gefoltert. Er hat mich vergewaltigt. Er hat mich getötet. Und als ich mich als Vampir wieder erhoben habe, bin ich durchgedreht. Bis der A&D davon erfuhr, was passiert war, hatte er sich mitsamt seinem Nest abgesetzt. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder bei Verstand warst? Ich wandte mich um und grinste sie kalt an. Muss jederzeit soweit sein. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sie lachte, aber es klang bekümmert. Ach, Menuli. Im Ernst, jetzt geht es. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber ich war über ein Jahr lang völlig irre. Es hat lange gedauert, bis ich dem A&D irgendetwas sagen konnte. Und man kann kein Gerichtsverfahren abhalten, wenn niemand da ist. Man kann niemanden deportieren, den man nicht in seiner Gewalt hat. Dredge und der Elwing-Clan sind danach immer in Bewegung geblieben und der A&D wollte keinen weiteren Agenten hinter ihnen herschicken, weil das Risiko zu groß war. Und ich habe mich geweigert, es noch einmal zu versuchen. Der Rest, wie sagt man so schön, ist Geschichte. Halt nicht an, sagte sie rasch. Wir müssen so schnell wie möglich zum Laden deiner Freundin. Ich will bei dir bleiben. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel. Nerissa konnte mich nicht sehen, da ich kein Spiegelbild erzeugte, aber ich konnte sie sehen, und ihr Blick war an meinen Hinterkopf geheftet. Ihre Miene drückte nacktes Begehren aus, und ich roch das Parfum ihrer Erregung, das allmählich den Wagen erfüllte. Ich ertappte Wade dabei, wie er mich ansah, dann Nerissa. Ein Lächeln breitete sich langsam über seine Lippen, das ihn auf verschrobener Weise sexy wirken ließ. Er zwinkerte mir zu, und ich sah, wie die Spitzen seiner Reißzähne sich hervorschoben. Sag es nicht, hauchte ich so leise, dass nicht einmal der Wehrpuma hinter uns es hören konnte. Es war, als flüsterte man Worte aus Nebel, die sich auflösten, sobald ich sie ausgesprochen hatte. Wade zwinkerte mir zu. Da hast du dir was Heißes geangelt, flüsterte er zurück. Lust auf einen Dreier? In deinen Träumen, du Spinner. Aber ich erwiderte sein Grinsen. Ich war hier nicht die Einzige, die ihre Gefühle unterdrückte. Wade hielt sich streng an seine ethischen Regeln, aber manchmal fürchtete ich, dass er das Raubtier in sich so stark unterdrückte, dass er irgendwann ausrasten würde. Ich hoffte sehr, dass es seine Mutter war, über die er dann herfallen würde, um der Ruhe und des Friedens in unserer kleinen Vampirgemeinde willen. Ich träume einfach weiter, flüsterte er. Diesmal ignorierte ich ihn. Wir mussten uns auf Dredge konzentrieren, der nie ausrastete und Fehler machte, weil er mit den Füßen voran in die Finsternis gesprungen war und die Schatten in sich aufgesogen hatte, bis sein gesamtes Wesen nach dem tiefsten Abgrund stank. Ich blinkte boklingsab und holte zu Camille auf. Die Leila war dicht hinter uns. Und dann waren wir da, vor dem Scarlet Harlot. Mitten in der Nacht gab es reichlich Parkplätze. Ich lenkte den Jaguar in eine Lücke und schaltete den Motor aus. Iris beugte sich vor. Menoli, könnte das etwas damit zu tun haben, was Großmutter Kujute von dir verlangt? Wieder brach eine tonnenschwere Erkenntnis über mich herein. Scheiße, war ich denn heute Nacht zu nichts zu gebrauchen. Scheiße, 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 fluchte ich und sprang aus dem Wagen. Würde ich Aaron tatsächlich vernichten müssen? Und würde Camille von ihrem Gewissen durch die Mangel gedreht werden, weil sie mich zwingen musste, ihre Freundin zu töten? Die Götter wandeln heute Nacht über unsere Gräber, brummte ich und ging zur Tür. Bis wir Schattenschwinge im Kampf gegenüberstehen, sind wir alle selbst zu Dämonen geworden. Dann fiel mir die Ironie meines Satzes auf und ich musste lachen. Meine Stimme klang heiser und kratzig. Ich war ein Dämon. Ich stand bereits auf der falschen Seite, zumindest logisch betrachtet, und ich hielt mich nur durch die bewusste Entscheidung, dieser Seite in mir nicht nachzugeben vom Sturz ins Höllenfeuer ab. Ich ignorierte Iris' fragenden Blick, denn wir rannten nun auf die Tür zu, nur wenige Schritte hinter Camille und ihren Jungs. Wie ein Tornado fegten wir durch die Tür, Camille und Morio mit einsatzbereiten Zaubern. Trillian hatte seine hässliche gezackte Klinge gezückt. Sofort suchten wir den Raum ab und Morio sprach einen Zauber, der Illusion enthüllte. Nichts. Nach ein paar Minuten waren wir sicher, dass die Boutique sauber war, und Camille rief das Code-Wort, das Tim aus seinem Versteck holen sollte. In Dockerschuhen und einem dicken Pulli hatte er so gar nichts mehr von Marilyn Monroe, seine derzeitige Lieblingsrolle als Frauenimitator. Sein früher kurzes, braunes Haar war zu einem lockigen Schopf gewachsen und auf seinem Gesicht waren noch Spuren von Bühnenschminke zu sehen, aber was mir am meisten auffiel, war die Angst in seinen Augen. Sie ist weg. Sie haben sie mitgenommen. Ich konnte sie nicht aufhalten. Wenn ich es versucht hätte, hätten sie... Psst, säuselte Camille, während Delilah ihn in den Arm nahm und ihn sacht auf die Stirn küsste. Er lehnte sich an ihre Schulter, zermürbt und erschöpft. Hast du irgendwas gehört, Tim? Haben sie erwähnt, wohin sie Aaron bringen wollten? Wie viele waren es? Wie haben sie ausgesehen? Ich weiß, dass du fix und fertig bist, aber du musst uns alles sagen, woran du dich erinnern kannst. Ich wollte ihn nicht bedrängen, er wirkte völlig durcheinander, aber je schneller wir die Verfolgung aufnehmen konnten, umso besser. Nerissa bemerkte die Mikrowelle auf der Anrichte, neben der eine Schachtel Teebeutel und Kekse standen. Sie eilte hinüber, stellte einen Becher Wasser in die Mikrowelle und keine zwei Minuten später drückte sie Tim einen dampfenden Becher Pfefferminztee und ein paar Kekse in die Hand. Du stehst unter Schock. Iss, trink. Zucker und Minze werden dir guttun. Wade begann im Laden herumzuschnüffeln, in der Hoffnung, irgendeinen Geruch aufzuschnappen, während Camille und Morio sich in eine Ecke zurückzogen und die Hände miteinander verschränkten. Ich konnte seine geflüsterten Anweisungen hören. Atme tief ein, konzentriere dich, konzentriere dich jetzt. Die Vampire leben im Reich des Todes und das können wir mittels des Zaubers erreichen, den ich dich letzte Woche gelehrt habe. Beschwörung der Dunklen. Wenn wir den letzten Vers weglassen, riskieren wir nicht, sie hierher zu holen. Wir könnten Glück haben und der Zauber zeigt uns den Weg zu ihnen. Gib auch die Energie der Mondmutter in den Zauber, wenn du kannst. Ich versuche es, sagte Camille. Ich kann einen Silberpfeil herabrufen. Vielleicht könnten wir den als Kompass benutzen. Ich wechselte einen Blick mit Delilah, die diese Unterhaltung ebenfalls mitgehört hatte. Inzwischen wussten wir alle, dass Morio Camille in Todesmagie unterwies, aber ich fragte mich, wie weit sie sich schon mit dem Fuchsdämon verstrickt hatte. Denn im Grunde wusste keine von uns sonderlich viel über ihn, und wir wussten auch nicht, wie tief in den Schatten er sich bewegte. Er stand auf unserer Seite, das hatte Großmutter Kujute klargemacht, aber mich beschlich der Verdacht, dass er viel mehr auf dem Kasten hatte, als er es sich anmerken ließ. Sexmagie, Todesmagie. Was für ein Yokai war er wirklich? Delilah schüttelte den Kopf und ich ließ die Sache auf sich beruhen. Jetzt war nicht der passende Zeitpunkt, um nachzubohren. Wir hatten viel zu tun. Ich wandte mich wieder Tim zu, der den Becher mit beiden Händen fest umklammert hatte wie ein Schutzschild. Er sah mich an und erschauerte. Du hast mich etwas gefragt. Er sah ausgemergelt aus, völlig am Ende. Ich merkte, dass wir ihn bei der Hand nehmen mussten, wenn wir irgendetwas Nützliches von ihm erfahren wollten. Er wollte uns gewiss helfen, er war nur zu erschöpft, um irgendetwas aus eigenem Antrieb zu tun. Fangen wir erst mal damit an, was du gesehen hast. Erzähl uns jede Kleinigkeit, an die du dich erinnern kannst. Ich gab Iris einen Wink, die ein Notizbuch und einen Stift hervorholte. Sie hatte ein fotografisches Gedächtnis, aber ich wollte keinerlei Risiko eingehen. Er holte Tiefluft und stieß sie scharf wieder aus. Ich habe mich hinten umgezogen und plötzlich Aaron schreien gehört. Ich bin schnell in die Hose gefahren. Ich war nackt und als ich an die Tür kam, die in den Verkaufsraum führte, habe ich drei Männer gesehen. Sie hatten Aaron gepackt und sie hat sich gewehrt, aber dann hat einer von ihnen mit der Hand vor ihrem Gesicht herumgewedelt und sie hat aufgehört, als hätte sie einfach vergessen, was mit ihr passiert. Du hast gesagt, es waren Vampire. Woher weißt du das? Wie haben sie ausgesehen? Ich klammerte mich an die vage Hoffnung, dass Aaron von ein paar VBM entführt worden war, die sie vielleicht nur berauben wollten. Das war lächerlich, aber dann wäre es so viel einfacher gewesen, sie zu retten. Tim zerschmetterte meine Hoffnung sofort. Sie standen vor dem großen Spiegel da drüben. Er deutete auf einen dreiteiligen Spiegel, in dem man sich von allen Seiten betrachten konnte. Aaron hatte ihn im Hauptraum der Boutique aufgestellt. Und die einzige, die ich darin sehen konnte, war Aaron. Keiner der Männer hatte ein Spiegelbild. Gibt es viele Wesen, die kein Spiegelbild werfen? Ich schloss die Augen und überlegte krampfhaft, ob ich daran irgendetwas Hoffnungsvolles finden könnte. Vielleicht ein paar Geister. Aber nein, Tim, wahrscheinlich hast du recht. Es waren Vampire, die sie entführt haben. Erzähl mir, wie sie ausgesehen haben. Drei Männer, hast du gesagt. Bist du sicher, dass keine Frau dabei war? Die vier Neugeborenen aus dem Kino, die einzigen, von denen wir sicher waren, dass sie noch da draußen herumliefen, waren zwei Männer und zwei Frauen gewesen. Wenn die Jungs die Mädels nicht sitzen gelassen und sich mit einem dritten männlichen Vampir zusammengetan hatten, war es unwahrscheinlich, dass sie Aaron entführt hatten. Neugeborene, die zusammen ihr Nest hatten, neigten dazu, erst einmal unter sich zu bleiben. Tim runzelte die Stirn und ich sah ihm an, dass er sich bemühte, sich an jedes Detail zu erinnern. Aaron war seine beste Freundin und was ihr passiert war, tat ihm entsetzlich weh. Er verströmte Schmerz wie Motorenöl, verbrannt und zähflüssig. Außerdem vermutete ich, dass Tim sich schuldig fühlte, weil er sich versteckt hatte, statt Aaron zu Hilfe zu kommen. Wenn man das Klügste tat, fühlte es sich eben manchmal doch nicht so an, als hätte man das Richtige getan. Der Kerl, der sie festgehalten hat, war klein und stämmig, er hatte kurzrasiertes Haar und der zweite Mann war, ich weiß nicht, stinkt normal. Die beiden sahen so aus, als gehörten sie hierher, in diese Zeit, in diese Welt. Aber der dritte, der hat mir eine Heidenangst eingejagt. Ich blickte in seine Augen auf. Schiere Angst. Primitives Grauen. Und in diesem Moment wusste ich Bescheid. Er war groß. Mit langem, dunklem, lockigem Haar, nicht wahr? Und er hatte einen Bartschatten und trug schwarze Ledersachen mit Nieten, oder? Und du wusstest, allein vom Hinsehen, dass du in das Antlitz der Hölle selbst blickst. Tim nickte und seine Augen weiteten sich. Ja, woher weißt du das? Hat er irgendetwas gesagt? Mein Magen fühlte sich an, als wolle er sich gleich in meine Kehle hochstülpen. Nur zwei Worte. Er hat gesagt, nehmt sie. Er ist böse, Menoli. Ich schwöre dir, allein von seinem Anblick habe ich eine solche Angst bekommen, dass ich mir fast in die Hose gepinkelt hätte. Ich wollte Aaron helfen, aber er hat ausgesehen, als würde er mich bei lebendigem Leib auffressen und dann die Knochen ausspucken. Ich habe einfach die Nerven verloren. Ich habe mich versteckt, verdammt nochmal. Ich habe mich versteckt und überhaupt nichts getan. Als ich zurücktrat, damit Delilah Tim trösten konnte, wusste ich, dass Dredge Aaron in seiner Gewalt hatte. Zumindest für den Augenblick. Das konnte nur Dredge gewesen sein. Er weidete sich an Angst, und wer ihm in die Augen sah, der wusste, dass sein Leben vorüber war, dass er den Kampf verloren hatte und nun die Bestrafung dafür beginnen würde. Wie heißt du, Mädchen? Seine Stimme drang mir bis ins Mark. Sie war eiskalt, und ich wusste, dass Tränen bei ihm nicht funktionieren würden, dass kein Betteln und kein Flehen mich vor dem bewahren konnte, was er mit mir vorhatte. Nenn mir deinen Namen. Obwohl ich wusste, dass man Vampiren niemals seinen Namen nennen darf, konnte ich seinem Befehl nicht widerstehen. Menoli, flüsterte ich. Menoli d'Artigo. Dredge beugte sich über mich, und das schiefe Lächeln auf seinem Gesicht drückte finstere Freude aus. Er strich mit einem scharf gefeilten Fingernagel über meine Wange, so leicht, dass gerade noch kein Blut floss. Nun, Menoli d'Artigo, ich bin im Begriff, dich auf den höchsten Berggipfel zu tragen. Dann werde ich dich in den Abgrund werfen und zuschauen, wie du fällst und fällst und fällst. Er riss meinen Anzug auf, und von der feuchten Kälte in den Höhlen wurden meine Brustwarzen hart. Ich hörte leises Lachen und Geflüster um mich herum und erkannte, dass wir Zuschauer hatten. Gemurmel drang an mein Ohr, Pfiffe und Vorschläge, aber Dredge winkte ab. Nur Geduld. Wir haben alle Zeit der Welt. Er beugte sich herab und leckte mir über den Bauch, von der Brust bis zum Nabel. Ich erschauerte, wollte nicht darauf reagieren und war zornig auf meinen Körper, der mich verriet. Ein Beben im Unterleib ließ mich nach Luft schnappen, und wieder lachte er. Gefällt dir ja? Gut. Wie ist es damit? Er verschränkte die Finger und ließ die Knöchel knacken. Ehe ich mich's versah, riss eine Phalanx rasiermesserscharfer Klingen mir den Bauch auf und hinterließ eine vielfache Spur flacher Schnittwunden, die in meinem Fleisch brannten. Ich war auf den Schmerz nicht gefasst gewesen und kreischte und Dredge erschauerte vor Genuss. Schrei, so laut du willst. Niemand hört dich hier, niemand wird dich retten. Eine weitere Reihe feiner Schnitte, und dann wurde Salzwasser über mein verletztes Fleisch gekippt. Ein paar Minuten lang verbiss ich mir die Schreie, während er gemächlich und sorgfältig in schmalen Linien Muster auf jeden Zoll meines Körpers zeichnete. Jeden Schnitt beträufelte er mit Salzwasser, damit alle zu sichtbaren Narben werden sollten. Nach dem zehnten Schnitt, einer Spirale zwischen meinen Brüsten, begann ich zu schreien. Nach dem dreißigsten brachte ich keine zusammenhängenden Worte mehr heraus. Und nach hundert Schnitten begann erst die eigentliche Folter. Manoli? Manoli, alles in Ordnung? Die Leila berührte mich an der Schulter und ich erschrak. Rasch sprang sie zurück, als ich ein Fauchen ausstieß. Ich schüttelte den Kopf und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Ich hatte jetzt keine Zeit, mich in Erinnerungen zu verlieren. Dredge hatte Erin, und das bedeutete, dass sie verloren war, wenn wir sie nicht fanden, ehe er sie sich vornahm. Entschuldigung, ich hab nur nachgedacht. Ich sah die Leila einen Blick mit Kamel wechseln, die einen silbernen Pfeil aus Mondlicht in der Hand hielt. Hat euer Zauber funktioniert? fragte ich und ignorierte den besorgten Blickwechsel. Sie wurde bleich und schüttelte den Kopf. Nein, nicht der geringste Hinweis. Uns bleiben noch fünf Stunden bis Sonnenaufgang, wir müssen anfangen, die Stadt abzusuchen. Ich verstummte, als die Leilas Handy klingelte. »Chase«, flüsterte sie und klappte das Handy auf. »Bitte, bitte, bitte lass zu Hause alles in Ordnung sein«, betete ich stumm und hoffte, dass die Götter mir dieses eine Mal Gehör schenkten. Sie legte auf. »Wir müssen nach Hause. Chase hat einen Anruf von Shara erhalten. Vier neue Vampiropfer. Das AETT hat sie zum Glück erreicht, bevor die Polizei davon erfahren hat. Sie haben sich noch nicht erhoben, aber ihr wisst so gut wie ich, dass sie das bald tun werden.« Ich warf Tim einen Blick zu. »Tim, wir müssen gehen. Wir müssen uns darum kümmern, bevor sie sich erheben und noch jemanden anfallen. Uns bleibt keine andere Wahl.« »Kann Chase das nicht übernehmen? Aaron ist irgendwo da draußen mit diesem Monster.« »Ich weiß. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, sie jetzt sofort zurückzuholen, dann würde ich es tun. Aber wir haben keine Ahnung, wo wir nach ihr suchen sollen. Ich verspreche dir, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht steht. Du kannst bei Camille und Morio mitfahren.« Ich warnte mich den beiden zu. »Versucht euch unterwegs etwas einfallen zu lassen, wie wir Aaron finden können.« Wortlos flehte ich sie an, mitzuspielen, auch wenn sie meinten, jetzt nichts tun zu können. Tim brauchte eine Hoffnung, an die er sich noch ein wenig klammern konnte. Und ich musste jetzt in den Autopsie-Raum und ein paar Vampire vernichten. Camille verstand meinen Wink. »Es gibt einige Zauber, die wir noch nicht probiert haben. Wir können es von zu Hause aus versuchen. Komm mit, Tim. Manoli, willst du da etwa allein hingehen?« Ich warf Wade und Nerissa einen Blick zu. »Nein. Nehmt Nerissa, Iris und Trillian mit. Trillian, du holst Chase zu Hause ab und kommst mit ihm zur Leichenhalle. Die Lila, Wade und ich warten dort auf euch.« Ich brachte die Lila sehr ungern in Gefahr, aber uns blieb keine andere Wahl und in einem echten Kampf war sie eher zu gebrauchen als Camille. Die Dinge standen schlecht, aber ich hatte das Gefühl, dass sie in den nächsten Monaten noch viel schlimmer werden würden. Und hier an der Front konnten wir uns den Luxus des Rückzugs nicht leisten. Als wir hinaus in die Nacht eilten, sah ich Aaron vor mir, und mir wurde übel. Was auch immer mit ihr geschehen mochte. Ich hoffte nur, dass es schnell ging. Aber tief im Innern wusste ich, dass Dredge kein Erbarmen kannte. Mit niemandem. »Morio, nimm Iris und Nerissa mit. Ich fahre mit Camille und Tim,« sagte Trillian. Camille schlang einen Arm um Tim und führte ihn zur Tür. Dann blickte sie zu Delilah und zu mir zurück. »Seid vorsichtig, ja?« Nerissa hielt die Tür auf und die anderen eilten in die glitzernd kalte Nacht hinaus. Ich wandte mich Delilah zu. »Du und Wade fatschen mal voraus. Wir treffen uns vor der Leichenhalle. Spielt ja nicht die Helden, wartet auf mich, ehe ihr reingeht. Wade, wir brauchen Pflöcke, hast du welche?« Er schnaubte ironisch. »Ja, so etwas habe ich natürlich immer bei mir.« »Er vielleicht nicht, aber ich.« Die Stimme von der Tür her ließ mich erschrocken zusammenfahren. Ich wirbelte herum. Ross betrat die Boutique. »Hast du uns nachspioniert?« »Nicht direkt. Ich habe den Zoo überprüft, wie ich es dir gesagt habe. Und dann bin ich deinem Marker hierher gefolgt.« Er zupfte am Gürtel seines langen Mantels und wirkte beinahe belustigt. »Meine Marker? Ich habe einen Marker?« Ein Marker war so etwas wie ein magisches GPS-Signal. Normalerweise bedeutete es, dass man von einem Zauberer oder einer Hexe markiert worden war. Wenn ich so etwas trug, dann hatte irgendjemand mich mit einem Zauber belegt, um meine Position verfolgen zu können, und ich wollte verdammt noch mal wissen, wer das getan hatte. Sein Blick flackerte überrascht auf. »Davon wusstest du nichts?« Ich runzelte die Stirn. »Wenn ich davon gewusst hätte, dann hätte ich sowohl mit dem Marker als auch mit der Person, die ihn mir angeheftet hat, kurzen Prozess gemacht.« Wade berührte mich federleicht am Arm. »Wir haben keine Zeit, darüber zu diskutieren, ob du magisch verwandt bist. Wir müssen uns um diese Neulinge kümmern, ehe sie sich erheben.« »Er hat recht«, sagte Delilah. »Wir können Camille und Morio später bitten, festzustellen, wer dahinter steckt. Jetzt müssen wir los. Chase wird bald auf dem Weg zum Obduktionsraum sein, und ich will ihn da nicht allein haben. Außerdem ist es nicht sicher, Shara da einfach stehen zu lassen. Wenn diese Vampire sich erheben, ehe wir dort sind, ist sie eine tote Elfe oder sogar eine Untote.« Ich gab Ross einen Wink. »Du kommst mit mir.« Wade sprang in Delilahs Jeep, während Ross mit mir in den Jaguar stieg. »Wenn wir fertig sind,« sagte ich, »müssen wir zwei uns unterhalten. Dredge hat eine Freundin von uns entführt, einen Menschen. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen, wenn wir sie retten sollen.« »Was bekomme ich dafür?« Ross wandte den Kopf zum Fenster und starrte auf die dunklen Gebäude und Straßenlaternen, die verschwommen vorbeizischten. Ich antwortete nicht, sondern trat das Gaspedal durch und dachte über diesen Marker nach. War es möglich, dass Dredge mir dieses Ding angehängt hatte? Aber das wäre unsinnig gewesen. Er braucht keinen Marker, um mich zu finden. Hast du mir den Marker verpasst? Sag mir die Wahrheit, denn Camille und Morio finden es sowieso heraus.« Ross drehte sich nicht einmal um. Das war nicht nötig. Der Marker war schon da. Ich brauchte mich nur darauf einzustellen. »Weißt du, wer es war? War es Dredge?« Ich hatte das Gefühl, dass er mehr über diese Sache wusste, als er zugeben wollte. »Da kann ich auch nur raten, aber wenn du unbedingt eine Antwort hören willst, würde ich sagen, nein. Dein Meister hätte das gar nicht nötig. Ich vermute, dass Königin Asteria dich und deine Schwestern hat markieren lassen. So kann sie immer feststellen, wo ihr seid, falls irgendetwas passieren sollte.« »Königin Asteria? Darauf wäre ich nie gekommen, aber es klang logisch. Da könntest du recht haben. Sie beschützt ihre Leute und sie weiß, dass wir in Gefahr sind. Dass wir mit toten Dämonen bei ihr hereingeplatzt sind, hat sie wohl nicht gerade beruhigt.« Ich warf Ross einen Seitenblick zu. »Ich bin sicher, dass sie dir alles darüber erzählt hat. Also frag gar nicht erst. Ich will jetzt nicht an Badass Luke und seine Kumpane denken.« Ross lachte, tief und kehlig, und ich wurde mir plötzlich der Tatsache bewusst, dass ich gerade mit einem weiteren Dämon zusammen war, der, genau wie ich, zwischen Schatten und Feuer wandelte. »Ich hatte gar nicht vor, dich danach zu fragen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, Dredge zu jagen und ihn zu zerstören.« Ich schaltete und fuhr den Hügel hoch. Die Lylas Jeep war immer noch direkt hinter mir. »Was wirst du tun, wenn er tot ist?« »Dann tue ich wohl wieder das, was ich am besten kann, denke ich«, sagte er. »Bei Nacht Frauen verführen. Was denn sonst? Hast du schon mal daran gedacht, ein Paar deiner Talente für die gute Sache einzusetzen?« Ross war wirklich nützlich. Wir mussten erst mehr über ihn in Erfahrung bringen, aber ich konnte mir vorstellen, dass er ein starker Verbündeter im Kampf gegen Schattenschwinge werden könnte. »Nein. Aber für Vorschläge bin ich immer offen,« sagte er und durchwühlte eine große Tasche. »Ich habe sieben Pflöcke. Das sollte reichen, hoffe ich. Drei weitere Opfer. Drei weitere Kerben auf seinem Holz.« Ich frage mich, ob die Frauen unter unseren vier Neulingen diesmal die Schuldigen sein könnten. Schließlich waren Dredge und die Männer damit beschäftigt, Aaron zu kidnappen. Ich fand es merkwürdig, dass Dredge-Leute noch niemandem in der Stadt aufgefallen waren. Sie mussten hier ebenso viel am Platze wirken wie er, aber die beiden Vampire, die ihm bei Aarons Entführung geholfen hatten, waren unsere Neulinge gewesen. Was war da los?« »Meinst du, er versucht, sich hier ein Meisternest aufzubauen?« Ross runzelte die Stirn. »Wenn es groß genug wird, könnte er die Neuen weiterschicken. Vielleicht hat er vor, die ganze Gegend unter seine Kontrolle zu bringen.« Er wartete auf meine Antwort, doch ehe ich etwas sagen konnte, wies er auf den Park. »Da drüben geht irgendetwas vor sich. Ich kann es spüren.« Er hatte Recht. Da geschah gerade etwas Hässliches. Der Geruch von Blut hing so schwer in der Luft, dass er trotz der geschlossenen Scheiben bis ins Auto drang. Ich fuhr abrupt rechts ran, stieß die Tür auf und rannte los, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Ross war dicht hinter mir. Ich hörte Reifenquietschen, als Delilahs Jeep ebenfalls anhielt, aber ich war schon auf dem Weg in den kleinen Park, der die Nachbarschaft aufwerten sollte. Meine Stiefel berührten kaum den Boden, meine Absätze machten so gut wie kein Geräusch, und meine Reißzähne fuhren aus. Der Geruch nach Vampiren lag schwer in der Luft, dieser unverwechselbare Duft von Blut und Tod und Hunger. Der Park zog sich etwa über einen halben Häuserblock und war angelegt mit Tannen, Ahornbäumen und Trauerweiden. Ich schoss in die Dunkelheit immer der Nase nach. Jetzt konnte ich die letzten japsenden Atemzüge eines Sterbenden hören. Als ich auf eine kleine Lichtung stieß, die durch Bäume von der Straße abgeschirmt wurde, sah ich, dass unser Quartett aus dem Kino eine Orgie feierte. Zwei Frauen lagen auf dem Boden, und die beiden Männer hatten sich über sie gebeugt. Die beiden weiblichen Vampire hielten einen jungen Mann fest, der sich loszureißen versuchte. Er sah aus, als sei er etwa 15 Jahre alt, und er war bereits gebissen worden. Vor meinen Augen sagte er im Griff der Frauen leblos zusammen. Der Meister hat gesagt, dass wir sie diesmal mitnehmen sollen, schrie eine der Frauen, als sie mich entdeckte, und ich sprintete auf sie zu. Gehen wir! Was ist mit diesem Miststück? fragte einer der Männer. Sein Name war Bob. Ich erkannte ihn von den Fotos aus der Leichenhalle. Der andere Mann schüttelte den Kopf. Lasst sie! Dredge hat gesagt, die gehört ihm! Ich legte einen Zahn zu, als sie sich ihre Opfer über die Schulter warfen und davonrannten. Folge ihnen, brüllte ich Ross zu, während ich Bäumen auswich und über Felsen sprang und versuchte, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Sie waren schnell, aber ich war schneller und schaffte es, auf eine armes Länge an den guten alten Bob heranzukommen, der Mühe hatte, die füllige Frau auf seiner Schulter nicht zu verlieren. Er fuhr fauchend herum und ich landete einen Hieb, der ihm das Hemd zerfetzte und eine Spur tiefer Kratzer über seinen Rücken zog. Als er die Frau beiseite warf, zerriss ein Knack die Nachtluft. Irgendwas in der Leiche war gebrochen. Ich durfte mir jetzt keine Gedanken um sie machen, sie war bereits tot. Als Bob mit ausgefahrenen Reißzähnen und glühenden Augen kampfbereit die Arme ausbreitete, sprang ich ihn an und riss ihn knurrend zu Boden. Ich war älter, ich hatte mehr Erfahrung und ich war skrupelloser. Als er hinten überkippte, zielte ich auf seine Kehle und schlitzte ihn auf, von einem Ohr bis zum anderen. Hier! Ross warf mir einen Pflock zu, den ich locker aus der Luft fing, doch als ich ihn über mein Opfer hielt, zögerte ich. Worauf wartest du? rief Ross. Töte ihn schnell, solange er am Boden liegt. Nein, er lebt und er kennt Gratch. Vielleicht kann er uns sagen, wo dieser Schwanzlutscher steckt. Ross kniete sich neben mich und behielt die fliehenden Vampire argwöhnisch im Auge. Sie hatten es geschafft, ihm zu entwischen. Die lernen schnell, was? Ihre Loyalität gehört Dredge und Dredge allein. Wenn einer fällt, lassen sie ihn einfach zurück. So ist es. So läuft das, sagte ich. Hey, hast du zufällig Silberdraht dabei? Ich hab etwas Besseres, sagte Ross grinsend. Diese kleine Überraschung habe ich heute vorbereitet. Er holte ein Seil hervor und ich wich augenblicklich zurück. Es war in Knoblauchöl getränkt. Ja, dachte ich mir doch, dass das funktionieren würde, fügte er hinzu und lächelte über meine Reaktion. Bleib mir mit diesem Mist vom Leib, sagte ich. Meinst du, dass das Seil stark genug ist, um ihn zu halten? Soll ich dich mal damit fesseln, damit wir sehen, ob du dich befreien kannst? Ich warf ihm einen bösen Blick zu. Ja, und danach würde ich gern im Sonnenschein tanzen. Beeil dich! Wir müssen hier weg, falls sie mit Verstärkung zurückkommen. Erst jetzt holten Delilah und Wade uns ein. Was ist passiert? Sieh mal nach der Frau da drüben. Lebt sie noch? Ich gab Wade einen Wink. Mach du das. Delilah, du musst Ross helfen, unseren Freund hier mit diesem stinkenden Seil zu fesseln. Während Ross den Kerl festhielt, wickelte Delilah ihm das Seil um die Handgelenke, dann um die Knöchel. Sobald das Seil die Haut des Vampirs berührte, fing er an zu kreischen. Ich versetzte ihm einen Tritt in die Seite. Hart. Er war bei der Entführung dabei gewesen und ich hatte keinerlei Mitleid mit ihm. Halt's Maul! Sonst gebe ich dir einen echten Grund zu schreien. Meine Schwester wird gerade in Todesmagie ausgebildet. Ich bin sicher, dass sie und ihr Partner etwas Hübsches für Vampire im Petto haben. Ich blöffte nur, aber das wusste er ja nicht. Wade winkte mich zu sich herüber. Sie ist tot. Aber sie hat getrunken. Sieh dir mal ihr Kinn an. Das Gesicht der Frau war mit Blut bespritzt. Bob hatte sie gezwungen zu trinken, ehe sie gestorben war. Nicht mehr lange und sie würde sich erheben. Mit starrer Miene wandte ich mich Ross zu. Gib mir den Pflock. Wade erbleichte, als ich mich über die Frau beugte. Es tut mir leid, sagte ich. Ich finde es grässlich, das zu tun. Aber … Ich verzog das Gesicht, rammte ihr den Pflock durchs Herz und schauderte, als ein leises Heulen die Nacht erfüllte und ihr Körper zu Staub zerstob. Sie hatte sich schnell verwandelt. Dredges Blut war stark. Alle seine Kinder, auch ich, besaßen außergewöhnliche Kraft. »Mennoli, die Leichenhalle«, sagte Delilah, »wir haben nicht so viel Zeit.« »Scheiße, die Leichenhalle!« »Vor lauter Aufregung darüber, einen der Neulinge erledigt zu haben, hätte ich Shara beinahe vergessen. Was sollen wir bis dahin mit ihm machen?« »Wir können ihn nicht hier lassen, sonst ruft er womöglich seine Grabnachbarn zur Hilfe, aber er hat Informationen, die wir dringend brauchen. Fahrt ihr weiter. Wade und ich bringen ihn nach Hause.« »Dann müsst ihr aber allein mit den Vampiren im Obduktionsraum fertig werden.« Delilah klopfte sich die Jeans ab, während Wade unseren Gefangenen auf die Füße zerrte. Glücklicherweise verursachten die Knoblauchgetränkenfesseln offenbar solche Qualen, dass er nicht darauf achtete, was wir sagten. »Seid ihr verrückt? Wir können diesem Geschöpf keinen Zugang zu unserem Haus gewähren. Lasst mich schnell nachdenken.« Ich ging die Möglichkeiten durch und schnippte mit den Fingern. »Ich hab's. Kommt her, ihr beiden. Ross, könntest du einen Moment auf unseren Kumpel aufpassen?« Ross übernahm Wades Wachposten und ich bedeutete, Delilah und Wade mir ein Stück zu folgen, damit uns niemand belauschen konnte. »Bringt ihn in den Wayfarer. Die Bar ist schon geschlossen, also werdet ihr euch nicht mit neugierigen Fragen von Gästen herumschlagen müssen. Unten in der Nähe des Raumes mit dem Portal findet ihr eine Metalltür. Tava kennt euch, sie wird euch nicht angreifen. Hier ist der Schlüssel zu diesem Raum.« Ich löste einen schweren Schlüssel von meinem Schlüsselbund und drückte ihn Delilah in die Hand. Sie schloss die Finger darum und jaulte leise auf. Der Schlüssel enthielt Eisen. Ein kleines Rauchwölkchen stieg von ihrer Hand auf. »Ja, ich weiß, dass es wehtut, aber das bisschen Eisen wird keinen großen Schaden anrichten.« »Was ist hinter dieser Tür?« fragte Wade. »Eine magiedichte Kammer, eigens eingebaut für den Fall, dass Gesetzlose aus der Underwelt über den Wayfarer zurück nach Hause deportiert werden müssen. Der A&D hat den Raum eingebaut und Jocko hat sich an das Top Secret gehalten. Ich glaube nicht, dass er Visteria davon erzählt hat und keiner meiner Mitarbeiter weiß davon. Als ich den Laden übernommen habe, hat das Hauptquartier mich in das kleine Geheimnis eingeweiht. Der Raum ist ausbruchssicher für mindere Dämonen, also müsste er auch einen Vampir aushalten. Der Kerl könnte von dort aus auch keine Botschaften über die Astralebene rausschicken. Schließt ihn da ein und dann kommt zur Leichenhalle. Und beeilt euch!« Delilah lachte heiser auf. »Das Zimmerchen wird uns noch gelegen kommen, vermutlich öfter als wir glauben. Also gut, fahrt los und macht euch keine Gedanken. Wade und ich kommen schon klar. Aber gebt uns einen von diesen Pflöcken mit, nur für alle Fälle.« Ein wilder Glanz trat in ihre Augen, und ich hatte das üble Gefühl, dass uns noch jemand durch ihre Augen beobachtete. Der Geruch von Herbstfeuern hing in der Luft, wurde aber vom nächsten Windstoß zerstreut. »Ich glaube, du hast Gesellschaft«, sagte ich leise und reichte ihr den Pflock. »Ich weiß«, flüsterte sie, »ich kann ihn hier spüren.« Der Herbstkönig ist schon da, seit die ersten Leichen gefunden wurden. »Tja, wir haben keine Zeit, ihn zu fragen, warum. Los, und lass ja dein Handy eingeschaltet.« Ich schob sie und Wade hinüber zu Bob. Sie hievten ihn hoch und schleiften ihn zwischen sich in Richtung Jeep. Ross und ich folgten ihn und behielten sie im Auge, bis der Wagen in die Dunkelheit davon raste. Ich hoffe, ihnen passiert nichts. Ich hätte es nicht ertragen, wenn Kätzchen meinetwegen irgendetwas zugestoßen wäre. Sie sind stark und sie haben Erfahrung. Ross zuckte mit den Schultern und reichte mir die Handtasche der Frau, die ich vernichtet hatte. Hier. Die kannst du vielleicht brauchen, um sie zu identifizieren. Komm, fahren wir zur Leichenhalle. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Ich trug die Handtasche wie ein rohes Ei. Darin lagen die letzten Dinge, die sie berührt hatte. Dredge hatte das Leben aus ihr getilgt. Und ich den falschen Tod. Ich konnte nur hoffen, dass sie jetzt mit ihren Ahnen wandelte. Das Gebäude des AETT, wohin Shara die neuen Leichen hatte bringen lassen, lag nur ein paar Querstraßen weiter. Als wir mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz einbogen, sahen wir Trillian und Chase aus ihrem Wagen steigen. »Warum zum Teufel hat das so lange gedauert?« fragte Trillian. »Habt ihr irgendwo noch ein Bierchen getrunken oder was?« »Halt's Maul, Svartana!« Wir sind im Park auf die ersten vier Neulinge gestoßen, die gerade weitere Opfer abgeerntet hatten. Drei von ihnen sind uns entkommen. Der vierte wird erst einmal sicher weggesperrt. »Und die Opfer?« fragte Chase, der bleich geworden war. Ich starrte ihn an und forderte ihn praktisch heraus, eine vorwurfsvolle Bemerkung zu machen. Zwei haben sie mitgenommen, einer davon war ein Teenager, ein Junge. Das dritte Opfer haben wir zu Staub zerblasen. Sie hatte bereits begonnen, sich zu verwandeln. Er wurde noch blasser und eilte dann auf das Gebäude zu. Ich rannte ihm nach und Ross und Trillian bildeten die Nachhut. Ross holte seine Pflöcke hervor und warf einen davon Trillian zu, der brummte und ihn mit Leichtigkeit auffing. An der Tür hielt ich inne. Da wären wir wieder mal. Runde zwei. Sehen wir nach, was los ist. Wenn sie sich schon erhoben haben, steckt Shara wirklich in der Scheiße. Ich stieß die Flügeltür auf und wieder einmal huschten wir die Treppe zur Leichenhalle hinunter. Als wir neulich hier gewesen waren, hatte ich die Überwachungskameras nicht bemerkt. Aber jetzt fielen sie mir auf und ebenso die magischen Detektoren, die es den Wachen oben ermöglichten, Besucher und Gefangene aus der Underwelt zu erkennen. Als wir an einem der Sensoren vorbeirannten, begann er schrill zu heulen. Chase zückte seine Waffe, drehte sich um und schoss das Ding einfach ab. Als der Bann mit einem Funkenregen explodierte, lachte er leise auf. Ich starrte ihn an. Was hast du denn eingeworfen, Johnson? Ich musste nur mal Dampf ablassen, erwiderte er. Trillian brummte ihm etwas zu, das ich nicht verstand. Die Leichenhalle war im Keller und als wir uns den Türen zum zweiten Obduktionsraum näherten, spürte ich, dass irgendetwas Schreckliches passiert war. Wir kamen zu spät. Ich spürte es bis in die Tiefe meines Herzens. Ich schob mich an den anderen vorbei, stieß die Türen auf und schaltete das Licht an. Drei Edelstahltische standen leer vor mir, die ehemals sterilen Tücher auf dem Boden, besudelt. Oh, verflucht! Sie haben sich erhoben, seid vorsichtig! Sofort begann ich kampfbereit, den Raum zu umrunden, den Pflock leicht erhoben. Shara! Chase Ruf klang wie ein raues Bellen und Trillian trat zu ihm, um ihm Deckung zu geben. Ich folgte dem Geruch der jüngsten Neugeborenen, drei weitere Vampire, die frei herumliefen. Mit den dreien, die uns im Park entkommen waren und ihren beiden neuen Opfern hatte Dredge jetzt mindestens acht um sich geschart. Sie konnten sonst wo sein, im Gebäude oder bereits draußen. Ich betete nur darum, dass Shara rechtzeitig geflohen war. Chase und Trillian, ihr bleibt zusammen und seid wachsam. Ich seh mal da hinten nach. Ross, gib mir Deckung! Ich ging auf das Hinterzimmer der Leichenhalle zu, wo Labortests durchgeführt und die Überreste beseitigt wurden. Ross hielt sich hinter mir. Ich hob den gestiefelten Fuß und trat mit voller Wucht gegen die Tür. Das Kreischen von berstendem Metall zerriss die Luft, als die Angeln und Scharniere sich verbogen und die schwere Metalltür aus dem Rahmen ins Nebenzimmer kippte. Ich sprang darüber hinweg, Ross dicht hinter mir. Dieses Hinterzimmer hatte ich erst einmal gesehen. Shara hatte uns während der verspäteten Weihnachtsfeier, die Chase für das gesamte AITT gegeben hatte, das ganze Haus gezeigt. An den Wänden reihten sich Schränke an Becken, auf den Arbeitsflächen blitzten alle möglichen Klingen, Knochensägen, Haken und andere Instrumente, über deren Zweck ich nicht einmal nachdenken wollte. Der Raum wurde von Neonlampen schwach erhellt und die sterilen Gerüche der Chirurgenseife und des Chlorreinigers, mit dessen Hilfe die Spuren der Toten beseitigt wurden, konnten den Gestank der Fäulnis nicht ganz überdecken. Die letzte Haltestelle der Fahrt. Kein Umsteigen. Keine weiteren Reisen in diesem Körper, außer man bekam seine Fahrkarte von Dredge. Jeden Schrank aufmachen und überprüfen. Ich riss eine Tür nach der anderen auf und suchte nach irgendwelchen Hinweisen auf Shara oder die Neulinge. Ich fand Flaschen mit Herzen und Augen und Lebern, die in Form Aldehyd schwammen, Flaschen voller Blut und Flaschen mit Dingen, die ich lieber nicht benennen wollte, aber keine Vampire. Ross nahm sich die andere Seite vor und wir arbeiteten uns schweigend voran, bis wir das andere Ende des Raumes erreicht hatten und vor der zweiten Tür standen. Wortlos trat ich vor und er gab mir Rückendeckung. Ich rammte die Tür mit der Schulter, das Holz erbebte und splitterte dann, als das Schloss nachgab. Der Flur war schwach erleuchtet, wieder nur matte Neonlampen, und führte zu den Toiletten und einem Notausgang. Die Tür des Notausgangs stand offen, die Drähte zum Feueralarm waren durchtrennt. Ich schob den Kopf nach draußen und starrte in die kleine Grünanlage hinter dem Gebäude. Sie waren weg. Ich konnte ihre Essenz noch wahrnehmen, aber sie waren durch diese Tür gegangen und verschwunden. Ich drehte mich um und sah Ross auf die Damentoilette zeigen. »Ist da jemand drin?« flüsterte ich kaum hörbar. Er nickte. Ich schlich mich zu ihm und öffnete vorsichtig die Tür, nur einen Spalt breit. Dahinter waren eine Dusche und zwei Toilettenkabinen, aus einer davon drang ein schwaches Wimmern. Ich erkannte die Stimme. »Shara? Shara, bist du es?« »Ich bin es. Manoli, komm raus!« Vorsichtig näherte ich mich der Kabine. Was, wenn sie angegriffen und verwandelt worden war und sich bereits erhoben hatte? Vampirische Elfen konnten wesentlich schlimmer sein als normale Vampire. Genau wie vampirische Feen besaßen sie meist stärkere und dunklere Kräfte. Aber bei den Elfen lief die Verwandlung ihrer grundlegenden Natur so zuwider, dass sie normalerweise den Verstand verloren und wahnsinnig wurden. Nur sehr wenige fanden den Weg zurück. Die Tür der Kabine ging auf und Shara taumelte heraus. Sie war verletzt, das war offensichtlich. Blut tropfte von ihrer Schulter und ihren Handgelenken. Aber ihr Mund war sauber und ich spürte nichts von einer Untoten. Sie lebte noch. »Sag schnell, haben sie dich gezwungen, ihr Blut zu trinken?« fragte ich und warf Ross meinen Pflock zu, der ihn auffing und die Tür zum Flur im Auge behielt. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein, du kannst gerne mir riechen, wenn du willst.« Ich bedeutete ihr, Abstand zu halten. »Das wäre nicht klug, das weißt du doch. Du bist mit Blut beschmiert und ich bin im vollen Jagdmodus, komm mir bloß nicht zu nahe.« Ich zögerte. Sie brauchte Hilfe und zwar schnell, aber dazu mussten wir sie erst zu den anderen zurückbringen. Ich durfte es nicht riskieren, mit ihr allein zu bleiben, während Ross Hilfe holte. Und ich wollte ihn auch nicht mit ihr allein hier lassen, nur für den Fall, dass die Neulinge zurückkehren sollten. »Ross, trag sie zurück in die Haupthalle.« »Meinst du wirklich, dass wir sie bewegen sollten?« Er reichte mir die Pflöcke und fing die schwankende Shara auf. Seine Augen blitzten auf, als sie sich an ihn lehnte und ich schüttelte nur den Kopf. »Bild dir ja keine Schwachheiten ein, sie ist schwer verletzt.« Er grinste verschlagen und zuckte mit den Schultern. »Ein Dämon wird doch noch träumen dürfen, oder?« Shara schnappte nach Luft. »Dämon?« »Halt still, sonst lasse ich dich noch aus Versehen fallen,« erwiderte er grimmig. »Ich bin ein Inkubus. Na und?« »Uns erwarten viel größere Gefahren als die, die ich je für euch darstellen könnte, verehrte Elfe.« Sie blickte ihm ins Gesicht, nickte dann und lehnte den Kopf an seine Schulter, als er herumwirbelte und den Raum verließ. Ich folgte ihm und trat kurz beiseite, um den Notausgang zu schließen. Es war nichts da, womit ich ihn hätte verbarrikadieren können, aber eine offene Tür wäre eine Einladung an jedermann gewesen, der hier vorbeikam, ob Vampir, Mensch oder Fee. Wir kehrten zu den anderen in die Leichenhalle zurück. Die Lila und Wade waren inzwischen gekommen. Die Lila sah stinkwütend aus. »Das hat ja nicht lange gedauert. Gab es Schwierigkeiten mit Bob?« fragte ich. Die Lila nickte. »Ja, auf halbem Wege hatte er es geschafft, sich aus seinen Fesseln zu befreien. Wir mussten ihn vernichten, sonst hätte er uns gehabt.« »Verflucht!« begann ich noch Wade, hob die Hand. »Uns blieb keine andere Wahl. Verbuch es unter Pech oder wo immer du willst. Jedenfalls ist er weg. Konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt.« Ich brummte vor mich hin, wusste aber, dass er recht hatte. Jetzt konnten wir ohnehin nichts mehr tun, und die Lila war eine gute Kämpferin. Sie hätte unseren potenziellen Informanten nicht getötet, wenn sie nicht ernsthaft in Gefahr gewesen wäre. Die Lila warf einen einzigen Blick auf Shara, als Ross sie hereintrug und rannte hinüber, um zu helfen, Chase ihr dicht auf den Fersen. »Nach oben, sagte er. Da ist ein Behandlungsraum. Folgt mir! Sei vorsichtig!« Wir wissen nicht, ob sie durchs ganze Haus gezogen sind, ehe sie den Ausgang gefunden haben. Sie könnten auch außen herum geschlichen und wieder oben eingestiegen sein. Dredge und seinen Kindern traute ich alles zu, vor allem wenn es verschlagen, hinterhältig oder dazu geeignet war, so viel Schmerz wie nur möglich zu verursachen. Wade und Trillian übernahmen die Nachhut. Ross und ich gingen voran. Wir blieben vor den Aufzügen stehen, direkt neben der Treppe. »Die Aufzüge will ich nicht riskieren,« sagte ich. »Falls uns da oben ein Trupp Vampire erwartet, möchte ich nicht in einer kleinen Metallkiste gefangen sein.« Chase beäugte die Treppe. »Dann müssten wir Shara drei Stockwerke hochtragen, und sie ist ziemlich schwer verletzt.« Ich trat zurück. »Ich könnte sie problemlos tragen, aber...« Ich zögerte und Delilah verstand sofort. »Sie blutet. Ich mach das.« Delilah war stärker als Chase. Er fühlte sich dadurch zum Glück nicht gekränkt, sondern war sofort einverstanden. »Ja, nimm du sie, du bist viel stärker und schneller als ich.« Delilah lagerte Shara auf ihren Armen und stieg die Treppe hoch, geführt von Ross und mir. Chase lief neben ihr her und half ihr, das Gleichgewicht und Shara zu halten. Am Kopf der Treppe spähte ich durch das Sichtfenster in der Flügeltür, die zum Großraumbüro führte. Chase hatte ein Büro im Polizeihauptquartier und eines hier, und er pendelte zwischen beiden hin und her. »Chase, kennst du den Kerl am Wachpult?«, fragte ich, winkte ihn heran und ließ ihn durch das Fenster schauen. Chase nickte. »Ja, das ist Yugi, ein Empath aus Schweden.« »Menschlich?«, fragte ich. »VBM, genau wie ich,« sagte er. »Warum? Spürst du etwas? Stimmt was nicht?« »Nein, aber...« Ich verstummte, als Yugi mich entdeckte. Er sprang auf und rief etwas über die Schulter. Drei Männer kamen um eine Ecke geschossen und liefen auf uns zu. »Warum zum Teufel haben sie den Magiesensor nicht gehört? Sie hätten doch nachsehen müssen, was da los war. Zumindest müssten sie den Schuss gehört haben, den du darauf abgefeuert hast.« »Ich weiß nicht,« sagte Chase und zückte seine Dienstmarke. Er trat zurück, als die Männer die Türen aufstießen und in den Vorraum platzten. Abrupt blieben sie stehen, als sie Chase sahen. »Shara,« rief Yugi, dem sämtliche Farbe aus dem Gesicht wie ich. »Detective, was ist mit ihr?« »Wir müssen sie sofort in den Behandlungsraum bringen. Seien sie vorsichtig. Hier laufen möglicherweise Vampire frei rum und sie gehören nicht zur freundlichen Sorte,« erklärte Chase, schob sich zwischen den Männern hindurch und bedeutete uns, ihm zu folgen. »Sollen wir unten nachsehen?« fragte Yugi und wies auf die Treppe. Ich mischte mich ein, noch ehe Chase ein Wort sagen konnte. Wenn Sie das tun, setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel. Gehen Sie einfach wieder rein, sichern Sie diese Tür und rufen Sie alle Ihre Leute hierher. Dieses Gebäude muss gründlich durchsucht werden. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass die Neulinge vielleicht zurückkommen werden. Der Notausgang unten wurde aufgebrochen und die Alarmleitungen gekappt. Und warum zum Teufel haben Sie den Alarm des Magiesensors nicht gehört? Chase hat das verfluchte Ding von der Wand geschossen und niemand hat sich auch nur die Mühe gemacht, den Kopf durch die Tür zu stecken und nachzusehen, was da los war. Was glauben Sie eigentlich, wo Sie hier arbeiten? Bei Burger King oder einer Hightech-Spezialeinheit?« Ich wartete seine Antwort nicht ab, sondern drängte mich an den Männern vorbei hinter Chase und Delilah her, die die immer noch stark blutende Shara auf den Armen trug. Der Geruch ihres Blutes machte mich verrückt, aber ich hatte es bisher geschafft, mich im Griff zu behalten. Ich warf Wade einen Blick zu. Der fing ihn auf und nickte kaum merklich, und ich wusste, dass auch er mit seiner primitiven Natur zu kämpfen hatte. An der Tür zum Behandlungsraum ließen wir Ross und Trillian den Vortritt, damit sie den Raum abcheckten. Trillian schob den Kopf durch den Türspalt heraus. »Bringt sie rein!« »Manually, Wade, wie wäre es, wenn ihr hier draußen Stellung bezieht und die Tür bewacht?« schlug Ross vor. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Er wusste es. Er wusste, dass dies die reinste Folter war, zu hetzen, zu jagen, dann das Blut zu riechen und doch nicht trinken zu dürfen. »Danke«, sagte ich leise, und er trat beiseite, um die anderen vorzulassen. Dann nahm er meine Hände in seine. »Ich weiß. Ich weiß. Bei mir ist es ein anderer Durst. Aber ich verstehe sehr gut«, murmelte er. Plötzlich zog er mich in seine Arme und presste die Lippen auf meinen Mund. Ich schnappte nach Luft, als das Feuer seines Kusses durch meinen ganzen Körper brannte. Ich schwamm in den Wellen der Sinnlichkeit, die von ihm ausging und wollte am liebsten darin ertrinken, tief hineintauchen und nie wieder an die Oberfläche kommen. Ross brach den Kuss ab und hielt mein Kinn leicht in einer Handfläche. »Wenn du mich brauchst, ganz gleich wie, musst du nur fragen. Ich verstehe das Wesen der Jagd. Ich kann deine Anspannung lösen. Ich kenne Wege, die du dir nicht einmal vorstellen kannst.« Und ohne ein Wort zu Wade wandte er sich ab und verschwand im Behandlungszimmer. Ich lehnte mich an die Wand und versuchte, die zuckenden Flammen zu dämpfen, die in meinem Bauch züngelten. Wade trat still zu mir. Er berührte mich nicht, sondern blieb einfach dicht neben mir stehen, ein beruhigender, tröstlicher Anker im Meer des Begehrens, das durch jede Faser meines Wesens tobte. »So viel, zu viel«, stammelte ich und hatte das Gefühl, dass ich in tausend spröde Scherben zerbrechen würde, wenn vor Tagesanbruch noch irgendetwas passierte. »Atme tief durch. Konzentriere dich darauf, deinen Hunger loszulassen«, sagte er. »Also atmete ich durch. Meine Lunge brauchte keine Luft, aber ich brauchte dieses Ritual, die Gewohnheit. Ich atmete durch den Mund, damit ich das Blut nicht roch oder Ross-Hitze, die ich immer noch auf dem Gesicht spürte. Ich atmete, um den Hunger zu besänftigen, den Durst zu besänftigen, das finstere Feuer zu löschen, das in mir aufgeflammt war. Ich atmete, um mich daran zu erinnern, dass ich zwar das Leben hinter mir gelassen hatte, aber immer noch ein bewusstes, denkendes Geschöpf war, das ein Willen besaß, dass ich dafür entscheiden konnte, einem strengen Pfad zu folgen, auf dem Blut und Leidenschaft nur durch Einverständnis zu erlangen waren und nicht, indem man Unschuldige zerfleischte. Als ich beim Zählen meiner Atemzüge den Faden verloren hatte, hörte ich auf und hob den Kopf. »Ich bin Menoli d'Artigo«, sagte ich. »Ich bin die Tochter eines Gardisten. Ich bin halb Fee, halb Mensch, und ich bin ein Vampir, der sich dafür entschieden hat, auf dem Hochseil zu balancieren und sich daran zu erinnern, wie es war, im Licht zu tanzen, obwohl ich jetzt im Dunklen wandle. Ich habe die Kontrolle, nicht meine Natur und nicht das Raubtier in mir. Ich treffe die Entscheidungen.« Diese Litanei, die der A&D mich gelehrt hatte, half mir auch heute noch. Ich blickte zu Wade hinüber, der mir ein dünnes Lächeln schenkte. »Ich bin wieder da«, sagte ich. Aber irgendwo tief in mir konnte ich finsteres Gelächter hören, während die Worte für den Augenblick durch meine Gedanken huschten. Ausnahmsweise einmal sehnte ich mich nach dem nahenden Morgen, der mich in meine Träume hinabziehen würde. Dort hatte ich zumindest eine Chance, zu entkommen, zu vergessen, den ständigen Kampf ruhen zu lassen, der in meinem Herzen tobte. Auf dem Heimweg wussten wir zwei Dinge. Shara würde überleben, und der Alarm des Magiedetektorsystems hatte die Jungs oben nicht aufgeschreckt, weil jemand ihn mit einem Dämpfungszauber belegt hatte. Im Flur und im Treppenhaus hörte man ihn laut und deutlich. Hinter den Türen des Hauptbüros war kein Ton zu vernehmen. Alle, bis auf mich, waren erschöpft, und auch ich war emotional angeschlagen. Wir vermissten immer noch eine Freundin, die Dredge und seine Mannschaft entführt hatten, und es liefen mindestens acht abtrünnige Vampire frei in der Stadt herum, einer davon ein süßer Junge im Teenageralter, der sich vermutlich sofort auf die nächsten Schulmädchen stürzen würde. Ein grausiger Gedanke, aber leider nur zu real. Ross hatte nicht mit uns nach Hause fahren wollen. Ich suche weiter nach Spuren, sagte er. Ich brauche kaum Schlaf. Ich kann mich umsehen, während ihr euch ausruht. Ich wusste zwar immer noch nicht so recht, was ich von ihm halten sollte, nahm seine Hilfe aber dankbar an. Er hatte sich bisher nur bewährt, und das bedeutete nicht unbedingt, dass wir ihm vertrauen konnten, aber es machte mir doch Hoffnung. Vielleicht war er wirklich in Ordnung. Wade hatte sich zu seinem Nest aufgemacht, und Delilah wollte Chase noch bei dessen Wohnung absetzen, ehe sie nach Hause kam. Trillian fuhr mit mir und zog während der gesamten Fahrt ein finsteres Gesicht. Was hast du denn? fragte ich, als wir über den Highway rasten. Camille macht sich völlig verrückt wegen Aaron. Sie hat mir gesagt, das sei allein ihre Schuld. Sie hätte niemals Freundschaft mit einem Menschen schließen dürfen, weil die Gefahr von Kollateralschäden einfach zu groß sei, und sie wisse ja, wozu Schattenschwinger und sein Gefolge fähig sind. Er starrte düster aus dem Fenster. Ich kann es nicht ausstehen, wenn sie unglücklich ist. Ich auch nicht. Und diese Kollateralschäden werden ins Unermessliche wachsen, falls die Dämonen tatsächlich durchbrechen. Aber wenn Dredge nicht hinter mir her wäre, dann würde uns irgendjemand anders bedrohen. Camille sollte stolz darauf sein, dass sie hier ist und echte Hilfe leistet. Wenn wir Badass Luke nicht aufgehalten hätten, hätte er Schattenschwinge womöglich längst den Weg hierher eröffnet. Sie ist diejenige, die dahinter gekommen ist, wo seine Schwachstelle liegt. Ich überholte ein dahinkriechendes Auto und drehte die Musik lauter. Trillian brummte. Du weißt das, und ich weiß das, aber ich glaube, Camille ist völlig erschöpft. Sie tut zwar immer so mutig, aber die vergangenen paar Monate haben sie fertig gemacht, und sie macht sich ständig Sorgen um euren Vater und eure Tante. Ein wenig genervt, sagte ich. Tja, das tut die Leila auch. Vermutlich noch mehr als Camille. Ich übrigens auch, falls das jemanden interessiert. Ich behalte meine Sorgen eben für mich. Ich starrte auf die Straße, während meine Räder die Straße auffraßen und der Jaguar durch die Nacht flitzte. Wir stecken da alle gemeinsam drin. Es gibt keinen Ausweg. Wir müssen uns eben daran gewöhnen. Du hast keine Freundinnen, erwiderte Trillian schnaubend. Wie könntest du nachvollziehen, was Camille durchmacht? Wenn dieser Sadist Aaron umbringt, wird Camille sich das nie verzeihen. Das wird sie lernen müssen, sagte ich grimmig. Ich muss mir jeden Tag verzeihen, was ich selbst tue. Je länger dieser Krieg mit Schattenschwinge dauert, desto mehr Todesopfer wird er fordern. Die Dämonen werden immer aggressiver, und wir müssen da mithalten. Wir spielen hier nicht Käsekästchen. Ja, es ist scheiße, aber wir haben es nun mal mit der Wirklichkeit zu tun. Noch während diese bitteren Worte über meine Lippen kamen, bereute ich sie. Ich war im Grunde nicht hartherzig, aber ich hörte mich an wie ein knallhartes Miststück. Kein Wunder, dass Trillian mich von oben herab musterte. Ich erwartete irgendeine scharfe Erwiderung, doch er wandte sich nur wieder dem Fenster zu. Gleich darauf sagte er, du hast natürlich recht. Ich verstehe schon. Ich habe die Fratze des Krieges schon oft genug gesehen. Ich sehe sie jedes Mal, wenn ich heim in die Anderwelt reise. Aber Camille und Delilah, sie sind nicht an Tod und Gemetzel gewöhnt. Ich schon, sagte ich leise. Ich wünschte, es wäre anders, aber ... Du lebst mit dem Geschmack von Blut auf der Zunge. Ich lebe mit dem Blut, das an meinen Händen klebt. Wir akzeptieren das als einen Teil unseres Lebens. Aber diese beiden, sie haben gerade erst begonnen, ihren Platz im Reich der Schatten zu erkunden. Delilah ist als Todesmaid gebranntmarkt worden. Camille lässt sich von diesem Yakuza-Wolf in Todesmagie unterweisen. Das kannst du dir sparen. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Morio ist ein Yokai und kein Mitglied der Yakuza, sagte ich, weil ich automatisch Camille in Schutz nehmen wollte. Doch noch während ich sprach, fiel mir auf, dass Trillian zwar ein genusssüchtiger, leutemanipulierender Egoist war, sich aber offenbar wirklich etwas aus ihr machte. »Bilde dir bloß nichts ein, oh Blutjägerin. Dich zu beeindrucken steht ganz unten auf meiner Prioritätenliste.« Trillian schüttelte den Kopf. »Hast du mir denn überhaupt nicht zugehört?« Ich verdrehte die Augen gen Himmel. »Schon verstanden. Kann ich denn irgendetwas tun, um den beiden zu helfen, worauf ich selbst noch nicht gekommen bin?« Er schüttelte den Kopf. »Bedauerlicherweise nein. Wir können nichts weiter tun, als für sie da zu sein und ihnen zu helfen, damit zurechtzukommen. Alle Reiche sind auf ihre Weise schön, aber ihrer Natur nach gibt es auf der Welt mehr Grauen als Glück. Und manchmal ist beides eng miteinander verwoben.« Er sah mir direkt in die Augen. »Wie bei dir. Du mit deinen blutigen Bissen und leidenschaftlichen Küssen. Du kannst mit deinem Charme einen Mann in den Tod ziehen und ihn glücklich sterben lassen. Du bist nicht weniger dämonisch als die Kreaturen, gegen die wir kämpfen. Aber du hast dich dafür entschieden, deinen ethischen Grundsätzen treu zu bleiben.« Und mit diesem zweifelhaften Kompliment hielten wir vor dem Haus. Ich machte mir nicht die Mühe, darauf zu antworten. Er hatte recht. So schmerzlich es auch für mich war, das zuzugeben. Alles, was er gesagt hatte, traf voll in Schwarze. Und ich konnte es nicht leugnen. Camille und Morio saßen mitten im Wohnzimmer, als wir eintraten. Camille hockte mit verbundenen Augen im Schneidersitz auf dem Boden, die Handgelenke mit Silberketten gefesselt. Morio kniete hinter ihr die Hände auf ihren Schultern. Sein Haar, das ihm seidig glatt bis auf die Schulterblätter fiel, reflektierte das Licht mit blau-schwarzem Schimmer. Er trug einen locker fallenden blau-weißen Kimono über einer schlichten Baumwollhose. Camille war in ein indigo-blaues Gewand gehüllt, das kaum ihre Brüste bedeckte. Eines von Aarons Flanellhemden lag auf ihrem Schoß. Die Musik, rhythmisch-esoterische Klänge, war laut aufgedreht, und Morio flüsterte Camille ins Ohr. Ich warf einen einzigen Blick auf die Nebel, die sich um sie herum kräuselten, und floh in die Küche. Im Hinblick auf Camilles Neigung zu magischen Kurzschlüssen und der Tatsache, dass die beiden mit Todesmagie herummachten, hielt ich es nicht für ratsam, mich in einem Raum mit ihnen aufzuhalten, solange sie irgendetwas beschworen. Man konnte nie sicher sein, was dabei herauskam. Trillion folgte mir, nachdem er einen missmutigen Blick auf die beiden geworfen hatte. Die Lila saß mit Tim und Nerissa am Tisch und trank Kakao. Iris bereitete einen späten Imbiss zu, und Maggie spielte in ihrem Laufstall. Alles wirkte so friedvoll, und nur zu gern hätte ich mich der Illusion hingegeben, dies sei ein ganz normaler Abend, alles in Ordnung, wunderbar. Ich ließ mich auf den Stuhl neben Nerissa gleiten, die mich bekümmert anlächelte. Die Lila hat uns erzählt, was passiert ist, sagte sie. Iris schüttelte den Kopf. Diese Situation hat zu viele Variable. Ihr braucht Hilfe. Ihr müsst morgen Nacht nach Aladriel reisen und diesen Seher aufsuchen. Finde ich auch, sagte ich. Aber es wird verdammt schwer sein, Camille hier wegzubewegen, solange Aaron vermisst wird. Tim fuhr zu mir herum. Iris hat mir von Dredge erzählt. Aaron ist so gut wie tot, nicht wahr? Verflucht. Ich warf Iris einen verärgerten Blick zu, den sie mit einem Schulterzucken erwiderte. Zweifellos hatte Tim sie so lange bedrängt, bis sie ihm erzählt hatte, was sie wusste. Aber was er jetzt dachte, konnte trotzdem noch nicht so schlimm sein wie die Wirklichkeit. Das weiß ich nicht sicher, aber wenn wir sie nicht bald finden, ja. Dann wird Dredge sie töten. Folter erwähnte ich lieber nicht. Wozu auch? Der Morgen zieht auf, Manoli, bemerkte Iris. Ich weiß, ich kann es spüren. Und das stimmte. Das langsame, sachte Ziehen, das mich in die Bewusstlosigkeit holen wollte, tippte mir schon auf die Schulter. Nicht mehr lange und ich würde mich zum Schlafen zurückziehen müssen. Wenn ich Glück hatte, würde ich heute nichts träumen. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Höchstens noch eine Stunde. Nerissa, kommst du kurz mit? Wir gingen hintenrum in den Salon, um Camille und Morio im Wohnzimmer nicht zu stören. Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, fragte ich, möchtest du, dass die Leila dich nach Hause fährt? Jetzt? fragte sie überrascht? Der Gedanke an Camilles Ängste schoss mir durch den Kopf. Nerissa, unsere Feinde sind viel gefährlicher, als du ahnst. Du könntest in Gefahr geraten, wenn du bei uns bleibst. Wenn du dich mit uns, mit mir einlässt. Langsam schloss sie die Lücke zwischen uns und hob die Hände, um sie sanft an meine Wangen zu schmiegen. Das weiß ich. Das wusste ich schon, bevor ich mich entschieden habe, dass ich mit dir zusammen sein will. Ich bitte dich ja nicht, gleich mein ganzes Leben mit mir zu verbringen. Ich bitte dich überhaupt um kein Versprechen. Ich will nur hier bei dir sein. Jetzt. Heute Nacht. Ich sah ihr forschend in die Augen, wobei ich zu ihr aufblicken musste. Ross' Kuss hatte gebrannt wie Feuer und mir beinahe Angst gemacht. Aber Nerissas Lippen sahen warm und einladend aus, üppig und voller stummer Versprechen. Ich dachte daran, was wir zu verlieren hatten, falls ich Nein sagte, und reckte mich langsam auf die Zehenspitzen, um sie zu küssen. Sie schlang die Arme um mich, zog mich an sich und teilte meine Lippen mit der Zunge, um mich zu erkunden. Ich schauderte, als ihre Hand unter meinen Pulli glitt, und wich hastig zurück. Was ist denn? Habe ich was falsch gemacht? Enttäuschung zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. Ich musste erst etwas sagen. Jede Narbe auf meinem Körper kribbelte. Mein Körper ist mit Narben übersät. Ich meine übersät. Ich wandte den Blick ab. Niemand hat mich mehr auf diese Weise berührt, seit Dredge mit mir fertig war und mich in einen Vampir verwandelt hat. Meine Schwestern glauben, ich hätte mit Wade geschlafen, aber die Wahrheit ist, dass wir nie so weit gekommen sind. Ich habe noch nie mit einem Menschen oder einem Erdweltübernatürlichen geschlafen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Willst du mit mir zusammen sein? fragte sie. Bitte sei ehrlich. Es ist in Ordnung, wenn du jetzt Nein sagst. Ich wäre enttäuscht, aber ich bin ein großes Mädchen. Mit einer Zurückweisung werde ich schon fertig. Ich schüttelte den Kopf. Das ist es nicht. Es ist nur... Verstehst du, ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann, wenn du dich erst ausgezogen hast. Vergangenen Sommer habe ich eine schlimme Erfahrung in einem Stripclub gemacht. Camille hatte eine schlaue Idee, wir sollten mehr von der Kultur hier kennenlernen. Es gibt so vieles, was ich über diesen Teil von mir gar nicht weiß. Ich verstummte, als sie sacht mit dem Zeigefinger über meine Lippen strich. Psst, sagte sie. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Mir geschieht nichts. Ich habe mich mit Venus-Mondkind zusammengetan. Er hat mich gut ausgebildet. Ich starrte sie blinzelnd an. Was hat denn das damit zu tun? Ihre Lippen verzogen sich zitternd zu einem Lächeln, das fast zu einem lüsternen Grinsen wurde. Venus hat mich gelehrt, meine Furcht zu beherrschen und der Leidenschaft nachzugeben. Er hat mich gelehrt, wie man alte Wunden des Herzens und der Seele mit Sex heilen kann. Nerissa lächelte mich mädchenhaft an. Aber hinter diesem einnehmenden Gesicht und der reservierten Stränge spürte ich einen wilden, freien Geist. Ich schluckte meine Sorgen herunter und zog langsam meinen Pulli aus. Dann wartete ich darauf, mich in ihrem Blick gespiegelt zu sehen. Das bin ich. Wenn du mich willst, nimm mich. Es liegt allein bei dir, sagte ich und fühlte mich vollkommen bloßgelegt. Ihr Blick fiel auf meinen Bauch, glitt aufwärts, blieb kurz an meinen Brüsten häng, strich meinen Hals hinauf und traf schließlich den meinen. Sie zuckte nicht mit der Wimper und wandte sich nicht von den hunderten feinen Narben ab, die stumm, Dredge psychotische Misshandlung bezeugten. Er hat dir das angetan. Dieser Dredge, fragte sie gleich darauf mit einer Stimme, die beinahe wie ein Knurren klang. Anstelle einer Antwort schlüpfte ich aus Stiefeln und Jeans, um ihr zu zeigen, dass die Narben sich auch abwärts über meinen gesamten Körper zogen. Einzig Hände, Füße und das Gesicht hatte er verschont und nicht mit seinen rasiermesserscharfen Nägeln gezeichnet. Ich hatte kein Schamhaar. Das hatte er mir abrasiert und seinen Namen als kringelige Narbe auf meinem Venushügel eingeritzt. Du gehörst mir, hatte er gesagt und mein Fleisch aufgerissen. Dein Körper und deine Seele sind mein Besitz und ich erwecke dich. Nerissa zog sich aus und warf Jeans und Bluse beiseite. Sie war prachtvoll, mit schweren heilenden Brüsten und einem goldenen Nest aus Haaren, das sich in ihren geheiligten Schoß schmiegte. Sie sah aus wie eine Wikingerkriegerin, als sie die Nadeln aus ihrem Knoten löste und ihr Haar ausschüttelte, das ihr bis über die Schultern fiel. Sie strahlte eine Energie aus, die ich nicht einordnen konnte. Ich wollte sie berühren, fürchtete mich aber noch. Würde ich sie verletzen? Würde ich zubeißen, in einen unkontrollierbaren Rausch verfallen, wenn ich ihren Duftroch und ihr Herz unter meinen Fingern schlagen spürte. Ich wollte mich schon abwenden, als sie plötzlich auf mich zutrat, mich in die Arme nahm und die Lippen auf meine presste. Ihr Mund schmeckte wie süßer Honigwein, und ich gab meinen Widerstand auf. Dieser Kuss sollte nie aufhören. »Du bist wunderschön«, flüsterte sie, als sie eine Atempause einlegte, und sah mir tief in die Augen. Und ihr Blick sagte mir, dass sie es ernst meinte. Sie neigte wieder den Kopf, und ich ließ mich von ihr zum Sofa führen und auf den dicken, weichen Teppich davor hinabziehen. Ihre Lippen strichen meinen Hals entlang, und ein leiser Schrei drang aus meiner Kehle, als ihre süße Berührung über meine Schulter hinab zu meinen Brüsten zog. Sie küßte meine Narben und murmelte etwas, das ich anhörte wie »Wir werden ihn töten, Süße, keine Sorge, wir werden ihn töten«. Und dann nahm sie einem meiner Brustwarzen zwischen die Zähne und knabberte zart daran. Wogen von Durst wallten in meinem Bauch auf, und meine Reißzähne fuhren aus, aber ich zwang sie, sich wieder einzuziehen, während ich Nerissas Liebkosung genoss. Sie saugte erst sacht, dann fester, und ich schloss die Augen und ließ mich in den Empfindungen treiben, die in meinem Körper emporstiegen. Eine Wolke, die in den strahlenden Himmel aufstieg, goldene Sonnenstrahlen, die auf meinem Haar schimmerten und mein Gesicht wärmten. Das war meine Nerissa. Ihre Küsse gaben mir zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl der Wärme, und als das Morgengrauen mich faul und schwer dem lethargischen Schlaf entgegensinken ließ, spreizte sie meine Beine und betrachtete meine Scham. Beim Gedanken an Dredge Namen, der dort verewigt war, wollte ich die Beine schließen und verbergen, was er mir angetan hatte, aber Nerissa zog sie sacht wieder auseinander, beugte sich vor und küßte das Mal, mit dem er mich besudelt hatte. Er mag seinen Namen hier hinterlassen haben, aber er wird dich nie wieder anrühren, flüsterte sie, und Tränen traten ihr in die Augen, während sie mit einem Finger über die vernarbte Haut strich. Sie ließ den Tränen freien Lauf, fing die glitzernden Tropfen mit dem Zeigefinger auf und wusch mich damit. Mit meinen Tränen gebe ich dir dich selbst zurück, mit dem Salz reinige ich dich von ihm. Ein Schauer durchlief mich. Ob es ihre Worte waren, ihre Berührung oder irgendein seltsamer Zauber, den sie von Venus Mondkind gelernt hatte, wusste ich nicht. Aber als sie die Lippen an meine Scham presste, stürzte ich in ein flammendes Inferno. Ein schmerzhafter Durst erwachte in mir, ein tusendes Begehren zu trinken und mich am Brunnen ihres Lebens zu laben. Ich schoss hoch mit glühenden Augen und ausgefahrenen Reißzähnen und konnte mich kaum mehr beherrschen. Nerissa zuckte nicht zusammen oder wich zurück. Sie legte eine Hand auf meine Schulter und schüttelte ruhig den Kopf. Nein, Menoli, lass dich einfach treiben. Ihre Furchtlosigkeit drang durch meine rotvernebelte Sicht und ich kämpfte darum, mich zu konzentrieren, kämpfte gegen den Wunsch, die Zähne tief in ihren Hals zu schlagen und mich so mit ihr zu vereinigen. Nerissa drückte mich auf den Teppich zurück und beugte sich über mich. Ihre Lippen glitten über meinen Bauch immer tiefer und hinterließen eine Kaskade aus Küssen. Und dann war sie angekommen, presste sich an mich, und ihre Zunge wirbelte in einem leidenschaftlichen Muster herum, das sämtliche Gedanken aus meinem Kopf vertrieb und nur eine Welle übrig ließ, auf der ich nun ritt. Stur versuchte ich, mich an meiner Angst festzuklammern. Wenn ich mich gehen ließ, würde ich ausrasten und sie überwältigen? Würde ich ihr die Kehle aufreißen? Aber das beständige Schlecken ihrer leicht rauen Zunge durchbrach all meine Barrieren. Ich fiel, stürzte, diesmal in einen anderen Abgrund, in dem sich ein üppig grüner Garten ausbreitete. Ein Regenwald der Seligkeit anstelle der unerbittlichen Blutlust, die mein Leben beherrschte. Mit einem scharfen Aufschrei gab ich mich ihr hin und ließ mich mit Haut und Haaren in die köstliche Erlösung fallen. Stille. Frieden. Dann richtete sich Nerissa auf, streckte sich und warf gemächlich einen Blick auf die Uhr. Es ist schon fast morgen. Du solltest wohl besser ins Bett gehen. Ich blinzelte. Aber was ist mit dir? Bist du nicht? Sie lächelte und wischte sich geziert den Mund. Mach dir um mich keine Gedanken. Ich habe meine Möglichkeiten. Und jetzt geh. Ich bin nur einen Anruf entfernt. Ich muss zurück ins Revier. Ich weiß, dass ihr heute Nacht schon etwas vorhabt, aber ruf mich später an, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Wenn du magst. Ihr Lächeln war ansteckend und ich erwiderte es. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit war mir schwindelig vor Glück. Ich werde dich anrufen, Nerissa, sagte ich und zögerte dann. Doch ohne weiter darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte, platzte ich heraus. Du bist unglaublich. Du bist wunderschön und furchtlos. Ich hätte mir nie träumen lassen. Sie schlüpfte in ihre Sachen und gab mir noch einen raschen Kuss. Menoli, ich bin nicht furchtlos. Ich bin mir nur der Welt bewusst, in der du lebst. Venus' Mondkind wandelt im Schatten des Todes. Er hat mich gelehrt, dem Tod ins Gesicht zu blicken und auch die Schönheit in all seinen Aspekten zu finden. Und er hat mich gelehrt, wie ich aus dem Abgrund zurückkehren kann. Damit schlüpfte sie aus dem Salon. Ich sah ihr nach und dachte, dass ich noch etwas sagen sollte, aber sie war schon weg. Außerdem, ganz gleich, was ich jetzt sagte, es hätte nur platt klingen können. Was auch immer aus dieser Sache zwischen uns werden sollte, sie würde in ihrem eigenen Tempo wachsen. Mit einem letzten Blick auf die geschlossenen Vorhänge, hinter denen schon trübes Grau schimmerte, schlüpfte ich in Jeans und Pulli und eilte ins Wohnzimmer. Alle waren im Begriff, sich schlafen zu legen. Trillian, Morio und Camille waren gerade auf dem Weg zur Treppe und Tim war im Schaukelstuhl eingeschlafen. Iris kam herein. Die Küche ist sicher, sagte sie, als Camille mir gute Nacht gewünscht hatte. Die Lila fährt Nerissa nach Hause. Sie sah mich erwartungsvoll an und ich lächelte nur. Als ich auf dem Weg zu meinem Versteck an ihr vorbeiging, flüsterte sie mir zu. Freut mich für dich, Menoli. Aber sei vorsichtig. So viele Komplikationen. Ich weiß, erwiderte ich leise. Ich weiß. Und das stimmte auch. Aber ich war nicht bereit, mich einfach abzuwenden. Was ich zu Trillian gesagt hatte, war schlicht die Wahrheit. Kollateralschäden würde es so oder so geben, ob es uns gefiel oder nicht. Und es erschien mir beinahe wie ein Verbrechen, sich von Freundschaft und Liebe abzuwenden, von den Dingen, die das Leben lebenswert machten. Selbst für diejenigen von uns, die das Leben eigentlich längst hinter sich gelassen hatten. Ich fragte mich, ob ich meine Entscheidung bereuen würde, als ich kurz innehielt, um Maggie auf die Stirn zu küssen. Dann ging ich nach unten, um mich für die Nacht einzuschließen. Camille weckte mich kurz nach Sonnenuntergang. Menoli, wir müssen gehen, wenn wir wirklich noch nach Aladril wollen. Blinzelnd richtete ich mich auf. Meine Träume waren von Leidenschaft geprägt gewesen. Und vom Bild einer goldenen Göttin, von einer feurigen Mähne, sonnenglänzenden Haars, das über meine Haut strich. Eine nette Abwechslung. Ich war überrascht, weil sie so begierig klang, gleich aufzubrechen, und fragte. Du willst immer noch mitkommen, trotz der Sache mit Aaron? Mehr denn je. Mori und ich haben gestern Nacht wirklich alles versucht, aber wir konnten sie nicht aufspüren. Dredge ist zu geschickt darin, sich zu verbergen. Wir müssen etwas unternehmen, so schnell wie möglich. Sie hielt inne und platzte dann heraus. Es wird schlimm. Die Klatschpresse hat Wind davon bekommen, dass mindestens ein halbes Dutzend Leute vermisst werden und sie kreischen herum, die Polizei müsse etwas tun. Zum Glück wissen bis jetzt nur wir davon, dass sie tot sind und ein paar von ihnen sich als Vampire wieder erhoben haben. Sonst weiß das noch niemand. Stell dir nur vor, was für eine Panik ausbrechen würde, falls das so weiter ginge. Was meinst du mit falls? Dredge wird nicht einfach aufhören, wenn ihn niemand stoppt. Ich schlüpfte in hautenge Jeans und eine langärmlige Tunika aus Spinnenseide. Darüber kam ein schwarzer Nietengürtel. Ich zog noch Lederhandschuhe und meine hochhackigen Stiefeletten an und war in fünf Minuten bereit zum Aufbruch. Auf Make-up verzichtete ich. Es dauerte zu lange, mich zu schminken, ohne mein Spiegelbild sehen zu können, und warum sich die Mühe machen, wenn wir ohnehin heim in die Anderwelt wollten. Es kommt noch schlimmer, sagte Camille und startet zu Boden. Sie trug einen weiten, fließenden Rock aus der Anderwelt und ein maßgeschneidertes Korsett aus einem pflaumenblauen Jakar-Stoff. Im Gegensatz zu mir hatte sie ein vollständiges Make-up aufgelegt. Das Haar floss ihr in weichen Locken über die Schultern. Du siehst aus, als wolltest du Hof und Krone einen offiziellen Besuch abstatten, bemerkte ich. Und was soll das heißen, es kommt noch schlimmer? Hey, man kann nie wissen, wem man da drüben begegnet, sagte sie. Ich will den besten Eindruck machen. Und um deine Frage zu beantworten, Chase hat einen Bericht aus dem Rotlichtmilieu bekommen, von der Amüsiermeile in der Nähe des Sea-Tag-Flughafens. Letzte Nacht sind vier Mädchen der Stammbesetzung mit zwei angetrunkenen Kerlen verschwunden und nicht zurückgekommen. Ihre Mitbewohnerin, ebenfalls eine Nutte, hat sie als vermisst gemeldet. Chase hat Wind davon bekommen und ihr Fotos von den zwei Männern gezeigt, die im Kino getötet wurden. Und? Ich brauchte eigentlich nicht einmal zu fragen, denn ich kannte die Antwort schon. Sie hat sie zweifelsfrei identifiziert. Unsere Vampire haben also wieder zugeschlagen. Und wer weiß, ob das ihre einzigen Opfer waren. Die Mitbewohnerin hat sich schon abgesetzt. Offenbar befürchtet sie, dass es irgendein irrer Serienmörder auf Prostituierte abgesehen hat. Chase konnte sie nicht dazu überreden, in der Stadt zu bleiben. Camille schüttelte den Kopf. Natürlich will ich Aaron finden. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir Dredge aufspüren. Vielleicht kann dieser Typ in Aladriel uns helfen, denn allein hatten wir bisher kein Glück. Königin Asteria ist offenbar überzeugt davon, dass er etwas für uns tun kann. Wir müssen dahin. Ist die Lila schon fertig? Ich blickte mich um und überlegte, ob ich sonst noch etwas mitnehmen sollte. Doch ich kam zu dem Schluss, dass meine Klauen und Reißzähne besser waren als jede Waffe, die ich hätte einstecken können. Also wies ich auf die Treppe. Gehen wir? Die Lila kommt nicht mit. Sie bleibt hier und hilft Tim mit der Datenbank. Je schneller wir Informationen durch die ÜW-Gruppen weiterleiten können, desto besser. Und irgendjemand sollte bei Iris und Maggie bleiben. Also gehen nur wir beide. Und Trillian. Ich knurrte leise. Warum kommt der denn mit? Weil er die Gegend kennt und Tanakwa ihn wegen einer neuen Mission zu sich berufen hat. Was bedeutet, dass uns hier drüben wieder einer fehlt? Kommt Morio? Den Fuchsdämon hätte ich gern dabei. Morio war ein guter Kämpfer und ich traute ihm einiges zu, zum Beispiel zu verhindern, dass Camils Magie vollkommen daneben ging. Sie seufzte. Ich bin nicht begeistert von der Idee, ihn nach Aladril mitzunehmen. Er kennt sich mit den Gebräuchen überhaupt nicht aus. Aber ja, er wäre bereit, uns zu begleiten. Dann bleiben die Lila und Iris allein zu Hause. Das finde ich auch nicht gut. Dredge ist hinter uns her. Wenn wir weg sind, mach dir keine Sorgen. Zachary und Nerissa bleiben hier bei ihnen. Da wir gerade von ihr sprechen. Ihr zwei gibt ein süßes Pärchen ab. Ich verdrehte die Augen. Natürlich wusste sie Bescheid. Wenn es irgendetwas mit Liebe oder Sex zu tun hatte, konnte man vor Camille nichts verbergen. Also, sag es nicht. Sag gar nichts. Ich weiß, dass das nichts Festes ist. Aber allein die Tatsache, dass du sie an dich herangelassen hast. Lass es einfach sein, was es ist, riet sie mir. Und als wir die Küche erreichten, fügte sie hinzu. Ich freue mich sehr für dich, Menoli. Ich glaube, das wird dir guttun. Trillian glaubte vielleicht. Camille fürchtete sich davor, unsere hiesigen Bekannten in Gefahr zu bringen. Aber in dieser Sache stand sie offenbar voll hinter mir. Als wir das Wohnzimmer betraten, war Trillian schon da, in seiner Underwelt-Kleidung, und Morio stand neben ihm. Er trug etwas, das wie eine Ninja-Kostümierung aussah. Ich unterdrückte ein Schnauben, konnte mir aber nicht verkneifen, zu fragen, ist Halloween dieses Jahr früher? Er warf mir einen sehr langen Blick zu, erwiderte aber nur, wenn du meinst. Trillions Blick hingegen war finster. Das war sehr unhöflich. Das ließ sich nicht auf mir sitzen. Seit wann machst du dich denn für den Kandidaten Nummer zwei stark? Du und die Leila, ihr schaut zu viel Fernsehen, bemerkte Camille. In letzter Zeit eigentlich nicht. Seit unserer letzten nächtlichen Talkshow-Orgie waren schon ein, zwei Wochen vergangen. Natürlich würde ich das nie zugeben, aber ich vermisste diese Abende irgendwie. Sie gaben uns Gelegenheit, einfach mal herumzuhängen und uns zu entspannen. Aber ich sag dir was, ich würde jetzt viel lieber vor der Glotze hängen, als abtrünnige Vampire zu jagen. Die Leila seufzte laut. Ah, Jerry Springer ist schon irgendwie scharf, findet ihr nicht? Camille und ich schrien empört auf und sie winkte ab. Raus mit euch! Tim und ich setzen uns jetzt an die Datenbank mit den ÜW-Freiwilligen und vielleicht gehe ich heute Nacht noch ein bisschen mit Ross auf Speer-Tour. Was? Du kannst nicht mit ihm losziehen, er ist ein Inkubus. Na toll, das hatte uns gerade noch gefehlt. Meine Schwester, die Todesmaid, die einem Inkubus verfiel. Ach, ich weiß, was er ist. Und er weiß sehr genau, dass er es bei mir gar nicht erst zu versuchen braucht. Aber er hilft uns doch. Es gefällt mir nicht, ihn ganz allein da hinaus zu schicken. Und denk daran, neulich hat mir der Herbstkönig über die Schulter geschaut. Wir wissen also, dass er ein Auge auf mich hat. Sei bloß vorsichtig, du Idiotin, brummte ich und küsste sie auf die Wange. Die Leila erschauerte. Ich bin hier nicht diejenige, die in Gefahr schwebt. Wenn Litesana euch erwischt. Sie vollendete den Satz nicht, aber wir beide wussten, was sie meinte. Falls die Königin von Jelestrial uns erwischen sollte, konnten wir ebenso gut freiwillig in die Feuergrube springen. Dazu wird es nicht kommen, sagte Trillian. Das Portal von Großmutter Koyote führt nach Elkaneve und von da aus ist es ganz einfach, über eines der privaten Elfenportale hinunter nach Aladril zu kommen. Königin Asteria hatte uns anvertraut, dass Elkaneve über mehrere geheime Portale verfügte, von denen Außenseiter normalerweise nichts erfuhren. Eines führte nach Aladril und eines nach Finstrenwirt. Vermutlich gab es noch mehr, aber diese beiden waren die einzigen, die sie uns gegenüber erwähnt hatte. Wir durften sie benutzen, wenn wir es für notwendig hielten. Und jetzt sah es so aus, als sei es dringend notwendig. Natürlich wusste Trillian längst von diesen beiden Portalen. Er schien die Hände wirklich überall im Spiel zu haben. Wenn wir erst das Stadttor von Aladril erreicht haben, müssten wir sicher sein, zumindest vor Litesana und ihrem Klüngel. Sie würde es nicht wagen, Aladril anzugreifen, denn dann würden die Seher Jelestrial dem Erdboden gleich machen. Camille warf einen Blick auf die Uhr. Gehen wir. Morio hielt seinen Schlüsselbund hoch. Wir fahren mit meinem Auto. Also los, auf geht's. Zehn Minuten später bogen wir auf den Waldweg ab und stiegen aus. Morio schloss den Wagen ab und wir begannen die Wanderung durch den Wald. Camille hatte diesen Weg schon einmal zurückgelegt, allein und im Dunkeln, was mich ungeheuer beeindruckte, denn die verschneite Stille der Wälder war sogar mir unheimlich. Hier in der Erdwelt zog ich das Funkeln der Großstadtlichter einer Nacht in der Wildnis vor. Da lief alles Kontrollierter, ich konnte eher vorhersehen, was geschehen würde. Dächer waren leicht zu erklimmen und ich hatte nie das Gefühl, dass die stillen Gebäude mich beobachteten. Camille ging voran. Wir bewegten uns lautlos durch den Wald, denn die dicke Schneedecke dämpfte jedes Geräusch. Der Mond schien durch eine Wolkenlücke. Eine Seite der vollen, runden Pracht wurde bereits wieder von den dunklen Göttern gefressen. Dunkelmond, Neumond war die Zeit, zu der die Toten am liebsten durch die Welt streiften. Die Mondmutter war die Herren über die wilde Jagd und über Hexen wie meine Schwester, aber die dunkle Mutter wachte über uns, die wir aus dem Leben geschieden waren. Die Eiszapfen auf den Darstellungen des alten Weibes spiegelten die stählernblitzenden Zähne von Großmutter Koyote. Wir erreichten das Portal und Großmutter Koyote war da und trat schweigend beiseite, um uns passieren zu lassen. Als wir durch das schimmernde Netz aus Magie schritten, das zwischen den Menhieren hing, fragte ich mich, was uns in Aladril erwarten mochte. Würden wir genug erfahren, um Dredge aufzuspüren und zerstören zu können, ehe er die Menschheit in Panik versetzte und zu gewalttätigem Hass gegen alle Übernatürlichen anstachelte? Ich hatte vergessen, dass die Nächte in der Anderwelt ohne elektrisches Licht und Neonleuchten überall viel dunkler waren und man die Sterne besser sehen konnte. Die Welt wirkte viel größer und weiter als erdseits und ich stellte ein wenig schockiert fest, wie sehr ich mich schon an meine Wahlheimat gewöhnt hatte. Kamil hatte uns Stunden zuvor über den Flüsterspiegel angekündigt und Treneth erwartete uns bereits. Er winkte unsere Höflichkeiten ab und kam direkt zur Sache. Ihre Majestät bedauert sehr, sie kann sich heute Abend nicht mit euch treffen. Geht nicht nach Jelestrial, so groß die Versuchung auch sein mag. Er schob uns auf einen Weg in der Nähe des Grabhügels zu, in dem das erste Portal versteckt war. Folgt mir, ich habe nicht viel Zeit, also werde ich euch nicht bis Aladriel begleiten können, aber ihr dürft denselben Weg nehmen, um wieder nach Hause zu gelangen. Alles in der Anderwelt war anders. Die Luft fühlte sich anders an und die Energie, die ich im Boden spürte. Als wir aus dem Portal traten, war es, als sei die ganze Welt zum Leben erwacht und sich unserer Gegenwart bewusst. In der Erdwelt hatte ich mich an das Gefühl eines sehr gedämpften Bewusstseins gewöhnt und sogar Geschmack daran gefunden. Wenn meine scharfen Sinne ohnehin übermäßig auf jeden Laut, jeden Geruch und jeden Pulsschlag in meiner Nähe reagierten, war es zur Abwechslung ganz angenehm, nicht auch noch von den natürlichen Energien der Elemente überflutet zu werden. Aber hier war diese Lebendigkeit von allem noch immer eine glühende, vitale Kraft, die das gesamte Wesen unseres Heimatlandes durchdrang. Ein seliger Ausdruck breitete sich über Camils Gesicht. Es tut so gut, zu Hause zu sein. Das hat mir so gefehlt. Morio begaffte das Panorama des Sternenhimmels. So klar und deutlich habe ich die Sterne noch nie gesehen, nicht einmal von den Höhen des Fujiyama aus. Er trat einen Schritt auf Camille zu, die den Kopf in den Nacken legte und tief einatmete. Ein herrlicher Anblick, nicht? bemerkte sie. Ich wünschte, wir könnten dir Jelestrial zeigen. Unsere Heimatstadt ist unglaublich schön. Wir müssen uns beeilen, mahnte Treneth und bedeutete uns, ihm zu folgen. Ich wünschte, wir könnten uns mehr Zeit lassen, aber das dürfen wir nicht. Ich berührte Camille am Arm. Sie seufzte lang und bebend und ihre Schultern sanken herab. Ich komme ja schon. Ich reihte mich hinter ihr und Trillian neben Morio ein und wir marschierten einen knappen halben Kilometer weit bis zu einer gewaltigen Eiche, die mindestens sechs oder siebenhundert Jahre alt sein musste. Der Baum ragte als dunkle Silhouette in den Nachthimmel auf, umrahmt von einem schwachen Leuchten. Die Äste breiteten sich über den Pfad aus, behangen mit Moos und Efeu. Spinnenweben hingen zwischen den Zweigen und die Spinnen beobachteten uns wachsam und hoben die gekrümmten Beine, wenn wir ihnen zu nahe kamen. Camille schnappte nach Luft. Diese Eiche muss uralt sein. Ich habe noch nie so viel Macht bei einem Baum gespürt, sagte Morio. Oder vielleicht schon, aber nicht diese Verbundenheit. Die Wälder hier sind denjenigen, die den Weg der Magie beschreiten, viel stärker verbunden, erklärte Camille. Erdseits sind die Wälder wild und unberechenbar. Sie verschließen sich und hüten ihre dunklen Geheimnisse. Hier besitzen die Wälder mehr Macht und es ist leichter, Umgang mit ihnen zu pflegen. Natürlich mögen die Wälder trotzdem nicht jeden. Schon so mancher hat einen Wald betreten und ist nie wieder herausgekommen. Morio nickte und starrte hingerissen zu dem alten Riesen auf. Ich glaube, ich verstehe. Wir haben die Eiche um das Portal herumwachsen lassen, sagte Trinith. Ich erinnere mich gut an damals, als wir die Eichel gepflanzt haben. Sobald ihr durch die Tür tretet, befindet ihr euch im Portal. Mögen die Götter mit euch sein. Trillian trat beiseite. Hier muss ich euch verlassen. Ich kehre so bald wie möglich in die Erdwelt zurück. Gebt gut auf euch Acht. Er wandte sich Camille zu und streckte die Arme aus. Stumm ging sie zu ihm und sie küßten sich. Sie sahen aus wie das perfekte Paar. Er liebte sie und sie liebte ihn. Auf ihre eigene Art waren sie so gut wie verheiratet, obwohl ich wusste, dass sie nie offiziell die Ehe schließen würden. Als Camille von ihm zurück trat, schimmerten Tränen in ihren Augen. Jedes Mal, wenn du ausziehst, habe ich Angst, dass du vielleicht nie zurückkommst. Sorg bloß dafür, dass du deinen Hintern lebend wieder rüber schaffst, hörst du? Er hielt ihre Hände. Dies sind finstere Zeiten. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich werde immer zu dir zurückkehren, wenn es irgendeinen Weg gibt. Die Mondmutter schütze dich. Sie hob die Hand und strich ihm das lange, silbrige Haar aus dem Gesicht. Du bist mein. Du gehörst mir. Seine frostfarbenen Augen blitzten auf, doch er neigte nur den Kopf, wandte sich dann ab und verschwand in der Nacht. Camille sah ihm noch einen Moment lang nach, bis Morio ihr eine Hand auf die Schulter legte. Sie wies auf den Baum. Gehen wir, sagte sie und trat durch das Portal, das sie knisternd verschlang. Morio folgte ihr und dann war ich dran. Durch das Portal zu gehen war, als betrete man in voller Metallrüstung eine Magnetfabrik. Es fühlte sich an, als würde jede einzelne Körperzelle von den anderen losgerissen und dann wieder zusammengestampft, ehe man ganz mitbekommen hatte, was mit einem passierte. Es war, nicht viel zu sehen oder zu hören, bis auf blendende Farbblitze und ein aufdringliches Summen, das den ganzen Schädel vibrieren ließ. Und dann, so plötzlich, wie sie begonnen hatte, war die Reise wieder vorbei. Als wir in Aladril aus dem Portal traten, hoffte ich, dass der Mann, den wir in der Stadt suchten, ebenso begierig darauf sein würde, mit uns zu sprechen, wie wir mit ihm. Das Portal von Elkaneve nach Aladril führte in einen kleinen Schrein, knapp einen halben Kilometer außerhalb der Stadt der Seer. Die Wachen waren benachrichtigt worden und erwarteten uns bereits. Sie sahen aus wie Vollblutmenschen, hatten aber eine magische Aura. Sie stanken förmlich nach Magie, ein eindeutiger Geruch nach Ozon und brennendem Metall. Zwei Männer und eine Frau warteten auf uns. Alle waren sehr groß, über einen Meter neunzig, und ihre Minen waren abweisend. Lange Umhänge umhüllten ihre Körper. Orange bei der Frau, Indigo bei den Männern. Doch es war nirgends eine Waffe zu sehen. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass sie so etwas nicht brauchten. »Trineth hat sich für euch verbürgt«, sagte einer der Männer. Sein Haar war streng zurückgebürstet und kurz geschnitten, seine Haut hatte die Farbe von Kaffee. Er nickte uns knapp zu. »Wir erlauben für gewöhnlich keinerlei Dämonen, gleich welcher Art unsere Stadt zu betreten. Doch eure Umstände haben uns bewogen, eine Ausnahme zu machen. Enttäuscht uns nicht.« Ich biss mir auf die Zunge. Nicht der passende Zeitpunkt für eine treffende Erwiderung. Er hielt uns drei Halsketten hin. Tragt sie stets am Körper. Ehe ihr sie euch umhängt, legt die Kette und eine Hand auf diese Platte. Er streckte uns etwas hin, das aussah wie ein quadratisches Stück Silber, und offenbar bemerkte er mein Schaudern. »Das ist kein Silber. Ihr braucht nicht beunruhigt zu sein. Es wird euch nicht schaden. Diese Legierung stimmt eure Identifizierungskette auf eure Körperchemie ab, sodass niemand eure Identität stehlen kann.« Das war mal eine interessante Information, die man sich gut merken sollte. Sich nach Aladril hineinzuschmuggeln, wäre bestenfalls sehr schwierig gewesen, aber selbst wenn man es schaffte, sich den Wachen gegenüber auszuweisen, würde einem das bei einem magischen GPS-System nichts nützen. Das war sogar noch besser als ein Marker. »Wenn ihr eure Identifikation nicht tragt, werdet ihr als Bedrohung für die Stadt angesehen, und die Wache kann mit euch verfahren, wie sie es für richtig hält.« Offenbar war seine kleine Ansprache damit beendet, denn er legte die Ketten auf den Tisch und trat zurück. Ich schluckte meinen Stolz hinunter und legte die Hand und eine der Ketten auf den magischen Scanner. Ein paar Sekunden später flammte ein greller Lichtblitz auf, und der Seher bedeutete mir, die Perlenkette jetzt umzuhängen. Nichts geschah. Kein Brennen, kein Stechen, kein vages Gefühl, irgendwie beschränkt oder behindert zu sein. Camille und Morio taten es mir nach. »Wir danken euch«, sagte ich. »Wir wissen eure Hilfe zu schätzen.« Camille brummte etwas Unverständliches, und ich stieß sie mit dem Ellbogen an. »Halt den Mund«, flüsterte ich so leise ich konnte. Sie beruhigte sich. »Ihr dürft euch frei in der Stadt bewegen. Haltet euch an die Regeln. Wenn ihr nicht wisst, ob etwas erlaubt ist, fragt erst nach. Ihr habt drei Tage, dann müsst ihr hierher zurückkehren und eine Verlängerung beantragen.« Die Frau sprach auch nicht herzlicher mit uns als die Männer. Sie deutete auf den Pfad, der vor der Tür begann. »Dieser Weg führt euch nach Aladril. Haltet euch nirgends auf und weicht nicht vom Pfad ab, wenn ihr nicht den Tod riskieren wollt.« Sie ging nicht näher darauf ein, wie wir sterben würden, aber ich für meinen Teil entschied, sie beim Wort zu nehmen. Wir gingen hinaus und fanden uns auf einem gepflasterten Weg wieder, der auf die schimmernden Türme von Aladril zuführte. Der Pfad war deutlich markiert, mit Lichtkugeln, die zu beiden Seiten in der Luft schwebten. Wir konnten uns also schon mal nicht darauf hinausreden, aus Versehen irgendwo falsch abgebogen zu sein. Sobald die Frau hinter uns im Schrein verschwand, liefen wir los. Ich hatte eines Nachts mit Delilah und Camille den Zauberer von Oz gesehen, und dieser Pfad konnte es jederzeit mit Dorothys gelben Ziegelsteinweg aufnehmen. Die Pflastersteine mochten nicht gelb und gleichförmig sein, der umgebene Wald leuchtete nicht neongrün in Technikolor, und Aladril war auch nicht die Smaragdstadt, aber wir waren gewiss nicht mehr in Seattle. Toto. Es lief sich gut auf dieser Straße, obwohl die Lichter, die den Weg erhellten, einem so ein gruseliges Wir-beobachten-Dich-Gefühl vermittelten. Das sind Blickfänger, bemerkte Camille. Blickfänger? Magische Kugeln, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Sie bewirken bei niemandem direkt etwas, denn sie werden normalerweise als Warnsignale eingesetzt, aber sie sind so ähnlich wie ein Stoppschild in der Erdwelt. Sie warf Morio einen Blick zu. Kennst du den Zauber, durch den sie erschaffen werden? Scheint genau deine Richtung zu sein. Er schüttelte den Kopf und rückte näher an sie heran. Nein, ich glaube, das gehört nicht zu meinem Repertoire. Andere Yokai kennen ihn vielleicht, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich hatte zu Hause kaum mit anderen Naturdämonen zu tun, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Titania solche Zauber einsetzt, jedenfalls früher, als sie noch nicht an der Flasche hing. Ich habe in meiner Ausbildung nur sehr wenige höhere Sprüche gelernt, sagte Camille. Mein Lehrer hat sich nicht die Mühe gemacht, mir irgendetwas beibringen zu wollen, von dem er glaubte, ich könnte allzu großen Mist damit bauen, bis auf Energieblitze. Bis ich zu den fortgeschritteneren Lehrinhalten kam, hatte sich herumgesprochen, dass ich ein Tollpatsch sei. Allmählich glaube ich, ich hätte vielleicht nicht solche Probleme, wenn ich Lehrer gehabt hätte, die sich ein bisschen mehr gekümmert hätten, statt mit den Rücken zuzukehren, weil ich ein Halbblut bin. Den Tonfall in ihrer Stimme kannte ich gut. Morio tätschelte ihr den Arm. Vielleicht können wir dir helfen, einiges von dem nachzuholen, was du verpasst hast. Seine Stimme klang so zärtlich, dass ich den Kopf hochriss und die beiden anstarrte. Camille mochte Trillian gehören, aber es war offensichtlich, dass Morio langsam und unauffällig ebenfalls sein Territorium abgesteckt hatte. Versuchte er, den Svartaner zu unterlaufen oder ihn eher zu ergänzen? Ich schob den Gedanken beiseite. Das Einzige, was jetzt zählte, war die Frage, als was für ein Mann sich dieser Seher entpuppen würde, den wir hier suchten. Wir kamen um eine Biegung und die eleganten, gewundenen Türme Aladrils ragten hinter der Stadtmauer auf. Spindeltürme krönten prächtige Kuppeln, Marmor und Alabaster schimmerten, so fein poliert, dass sie das Sternenlicht spiegelten. Die Architektur Aladrils ähnelte der von Terial, einer Hafenstadt am Rande des Miramis-Meeres. Doch das war auch das Einzige, was die beiden Städte gemeinsam hatten. Terial war eine lebhafte, laute Stadt voller Händler und Kaufleute. Aladril war eine stille Stadt der Gelehrten, der Seher und der Magie. Als wir uns dem Tor näherten, bedeutete uns ein Wächter in einer Uniform, weiß und türkis mit goldenen Schulterstücken, dass wir stehen bleiben sollten. »Identifiziert euch bitte!« Wir streckten ihm unsere Ketten hin. Er zückte etwas, das ganz ähnlich aussah, wie der Wanzendetektor den Königin Asteria uns gegeben hatte. Mit diesem Kristall berührte der Wächter das Plättchen an unseren Halsketten und ein leises Piepen ertönte. Mir warf er einen merkwürdigen Blick zu, trat dann zurück und wies auf das Tor. »Tretet ein! Aladril, die Stadt der Seher, heißt euch willkommen!« Ich zögerte. »Ähm, wisst ihr, wo wir einen Seher namens Jaret finden? Königin Asteria schickt mich zu ihm.« Der Wächter musterte mich wieder mit diesem rätselhaften Blick. »Seid ihr sicher, dass sie Jaret gesagt hat?« »Ja«, sagte ich, »ganz sicher.« Er nahm wieder seine undurchdringliche Miene und Haltung an. »Ihr findet Meister Jaret im Tempel des Gerichts. Folgt der Arabell Avenue bis zum Park. Dann geht es durch die Gärten zur Straße der Tempel. Dort werdet ihr ihn finden.« Ich dankte ihm, und als ich mich abwandte, hörte ich ihn hauchen. »Und mögen die Götter euch den Weg ebnen, kleine Dämonen!« Ich blickte zu ihm zurück und wollte fragen, was zum Teufel das nun wieder heißen sollte, doch er ignorierte mich. Naja, auch egal. Wir würden es bald genug selbst herausfinden. Als wir durch das zehn Meter hohe Tor schritten, legte sich eine Stille über uns, als dämpfe eine magische Decke die Laute der Welt. Trotz der Nachtstunde herrschte auf den Straßen reges Treiben, Leute in langen Umhängen kamen und gingen, und alle wirkten sehr geschäftig. Die Straßen waren mit Backsteinen gepflastert, die Fassaden der Gebäude bestanden aus Putz oder Marmor, manche sahen aus, als seien sie aus Bronze. Kuppeln prägten die Silhouette der Stadt, mit Türmen und Türmchen, die sich in den Himmel erhoben und an deren Spitzen Flaggen in Blau, Weiß und Gold flatterten. Wir sahen keine Zug- oder Reittiere in Aladriel, jedenfalls keine Pferde oder Ochsen. Aber Hunde, Katzen und Kaninchen huschten die Straßen entlang, und ich hatte das Gefühl, dass sie magische Begleiter waren. »Da«, sagte Camille und deutete auf ein Straßenschild. »Arabel Avenue.« Wir standen am Rande einer Prachtstraße, offenbar einer Hauptstraße, denn eine Menge Leute eilten still an uns vorbei. Der Mond war auf dem Weg in die Dunkelheit, aber dieselben Lichtkugeln, die den Pfad nach Aladriel erhellt hatten, schmückten auch die Straßen der Stadt. Als wir uns der Masse der Passanten anschlossen, stellte ich fest, dass ich Männer und Frauen kaum auseinanderhalten konnte. Die meisten Bewohner der Stadt waren in weite, weilende Umhänge mit Kapuzen gehüllt, und ihr Duft unterschied sich viel weniger als der von männlichen und weiblichen Menschen oder Feen. Ich hatte festgestellt, dass die Geschlechter sich bei den meisten Rassen deutlich im Geruch unterschieden. Vermutlich lag das an irgendwelchen Pheromonen, aber hier schien das nicht zuzutreffen. Selbst mitten im Winter erfüllten nachtblühende Weiherröschen die Luft mit ihrem köstlichen Duft, und ich glaubte, von irgendwoher Musik zu hören, bis ich versuchte, konzentriert darauf zu lauschen. Sobald ich das tat, entglitt sie mir, und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt etwas gehört hatte. Ich war erst einmal in Aladriel gewesen, Kamil hingegen schon mehrmals, und es war, als sei meine Erinnerung an die Stadt verblasst, sobald ich das Tor hinter mir gelassen hatte. Nur ein vager Eindruck dessen, was ich je gesehen oder getan hatte, war mir geblieben. Die Energie hier ist so dicht, dass ich Kopfschmerzen davon bekomme, sagte Morio mit schmerzverzerrtem Gesicht. Wie viele Seher leben denn hier? Der geistige Puls dieser Stadt wummert wie tausend Trommeln. Kamil zuckte mit den Schultern. Niemand weiß viel über Aufbau und Struktur von Aladriel, oder auch nur wer oder was die ursprünglichen Einwohner genau sind. Nur sehr wenigen Außenstehenden wird gestattet, sich hier niederzulassen, und diejenigen, die das tun, verschwinden irgendwie, und man hört praktisch nie wieder von ihnen. Erinnerst du dich an deine Cousine Keri? Ich nickte. Ja, ihr Lehrer fand, sie hätte als Hexe ein solches Talent in Divination, dass er ihr empfahl, sich in Aladriel weiter ausbilden zu lassen. Ich wandte mich zu Morio um und fügte hinzu, wir haben ein-, zweimal von ihr gehört, nachdem sie hierher gezogen war, dann nichts mehr. Wir wissen, dass sie noch lebt, denn ihre Seelenstatue ist noch intakt, jedenfalls war sie es, als wir zuletzt unseren Ahnenschrein besucht haben. Aber wir hatten seit damals keinerlei Kontakt mehr zu ihr. Seelenstatue? Was ist das? Morio rieb sich die Nasenwurzel und kniff die Augen zusammen. Ich fühle mich, als wäre ich zu lange in der Nähe eines Highspeed-Internetportals gewesen. Internetcafés sind die reinste Hölle für mich. Zu viel drahtlose Übermittlung. Camille blickte sich um. Die Magie hier ist so schwer, dass ich sie spüre wie einen Druck auf meinen Schultern. Und was die Seelenstatuen angeht, wenn wir geboren werden, fertigen die Schamanen für jeden von uns eine Seelenstatue an. Die wird im Schrein der Familie aufgestellt. Und wenn wir sterben, zerbricht sie. Sie warf mir einen Blick zu. Menolis Statue ist zerbrochen, als sie starb. Als sie erweckt wurde, fügten die Scherben sich wieder zusammen. Aber die Statue war … Missgestaltet. Du kannst es ruhig aussprechen, sagte ich. Ich war dort. Ich weiß, wie sie aussieht. Wenn ich den endgültigen Todsterbe, wird sie für immer zerbersten. Morio blinzelte. Das ist interessant. Ihr könnt also feststellen, ob euer Vater und eure Tante noch leben? Genau, unterbrach Camille ihn. Jedes Mal, wenn Trillian in die Underwelt zurückkehrt, nimmt er sich die Zeit, jemanden nach unserem Schrein schauen zu lassen. Und ja, die Seelenstatuen von Vater und Tante Ritwa sind noch heil. Sie leben. Wir wissen nur nicht, wo sie sind. Da ist der Park, sagte ich und zeigte nach vorn. Wir waren eine gute Stunde gelaufen und standen nun vor einer großen, ummauerten Wildnis. Naja, Wildnis war vielleicht der falsche Ausdruck, denn dies war Aladril. In der Stadt der Seher wirkte nichts wild oder ungezähmt. Wir erreichten die Gärten, die von einer mannshohen Marmormauer umgeben waren. Sie erstreckte sich in beide Richtungen, soweit wir sehen konnten. Der Eingang war nicht verschlossen. Das Tor stand sogar offen, aber als wir hindurchschritten, spürte ich deutlich die Trennung zwischen der Stadt an sich und den versunkenen Gärten in ihrer Mitte. Zum Beispiel stieg die Temperatur um ein paar Grad an, sobald wir durch das Haupttor gingen. Marmorne Stufen führten über zahlreiche Terrassenbeete voller Rosen, Jasmin und Lilien nach unten. Blumen und Bäume waren in einer exotischen Umarmung miteinander verbunden und gepflegte Wege führten durch das Blütenmeer. Ich zählte insgesamt fünfzehn Terrassen und Rampen und Treppen führten hinab zur untersten Ebene. Entlang der Wege luden Bänke aus geschmiedetem Messing und Stein den müden Spaziergänger zum Ausruhen und Meditieren ein. Am Grund der Gärten umschloss eine Balustrade einen großen Springbrunnen. Bernsteinfarbenes Wasser, durch irgendeinen Zauber beleuchtet, spritzte aus einer Reihe hübsch arrangierter streng geometrischer Quader. Es ist so warm hier, bemerkte Morio und sah sich um. Stell dir den Park als eine Art Gewächshaus unter freiem Himmel vor, mit einer unsichtbaren Decke und magisch beheizt. Hier gibt es auch irgendwo ein öffentliches Bad, wenn ich mich recht erinnere. Camille blickte sich um, als wir die ersten Stufen hinunterging. Sie sah vollkommen selig aus. Genießt du den Kontaktrausch, bemerkte ich lächelnd? Oh ja, sagte sie und schloss für einen Moment die Augen, während sie die Energie förmlich aufsaugte. Die Magie fließt hier wie Wein und ich bin schon leicht beschwipst. Ich glaube, hier würde ich gern leben. Glaube ich nicht, sagte ich. Ich bezweifle, dass du dich hier gut einfügen würdest. Du bist viel zu lebhaft, um dich in so ruhiger, gesetzter Energie wohlzufühlen, ganz gleich, wie stark magisch sie auch sein mag, und das weißt du auch. Ich lächelte ihr zu, während wir dem gewundenen Pfad folgten. Hin und wieder kamen wir an jemandem vorbei, der auf einer Bank oder im Gras saß, aber niemand blickte auf oder gab zu erkennen, dass er uns bemerkt hatte. Ein plötzliches Kreischen erschreckte mich. Eine Eule saß in einer Weide und beobachtete uns. Ich konnte spüren, wie ihr starrer Blick die Dunkelheit durchdrang. Wir werden gemustert, flüsterte ich. Eule auf zwei Uhr, in der Weide. Kamils Blick huschte kurz zu unserem Beobachter hinauf. Das ist keine Eule, sagte sie. Vielleicht ein magischer Begleiter, aber ganz sicher keine gewöhnliche Eule. Morio fügte hinzu. Das ist auch kein Wehrwesen, könnte aber irgendeine andere Art Gestaltwandler sein oder vielleicht ein Schattenspäher. Eine Illusion, die jemand ausgesandt hat, um uns auszuspionieren. Ich denke, wir sollten sie vorerst ignorieren, Kamil seufzte leise. Wenn wir irgendetwas damit anstellen, erregen wir nur das Misstrauen desjenigen, der uns beobachtet. Wir haben keine Ahnung, wer sie uns geschickt hat, und wenn derjenige nicht zu den bösen Jungs gehört, könnten wir Verbündete verärgern, indem wir uns der Eule gegenüber abscheulich benehmen. Was für Verbündete, schnaubte ich. Wir hoffen doch bloß, dass dieses Treffen mit Yaret irgendetwas bringen wird. Wir wissen noch gar nicht, ob diese Reise nicht eine einzige Zeitverschwendung ist. Königin Asteria ist offenbar anderer Meinung, und ich sehe keinen Sinn darin, eine Allianz zu ruinieren, die gerade erst geknüpft wurde. Kamil runzelte nachdenklich die Stirn. Halten wir erst einmal nur die Augen offen. Wenn uns jemand verfolgt, wird er sich schon irgendwann verraten. Die Eule folgte uns durch die Gärten und glitt lautlos von Baum zu Baum. Ich versuchte nicht hinzusehen. Vermutlich waren die drei Wachen, die uns am Portal die Ketten gegeben hatten, doch der Meinung, dass man uns nicht trauen konnte, und ließen uns deshalb von der Eule beschatten. Wie dem auch sei, wir hatten inzwischen fast das andere Ende der Gärten erreicht. Der Aufstieg über fünfzehn Treppen dauerte etwas länger als der Weg hinunter, aber Morio war topfit, und weder Kamil noch ich waren erschöpft. Das Leben in der Erdwelt hatte unserer Ausdauer nicht weiter geschadet. Am Tor des Parks sah ich, wie die Eule abdrehte. Interessant. Vielleicht hatte unser Beobachter sich nur vergewissern wollen, dass wir die Wahrheit gesagt hatten, was unser Ziel anging. Als wir den Park verließen, zögerte ich. Die Vorstellung, sich einfach ein weiches Plätzchen zu suchen, sich auszuruhen und zu entspannen, war so verführerisch, dass ich die Gärten nicht verlassen wollte. Wenn wir Zeit und Kraft dazu hatten, konnten wir vielleicht wieder einmal hierher kommen und die beruhigende Stille genießen. Der Ausgang führte uns auf die Straße der Tempel, eine weitere Prachtstraße, diesmal flankiert von riesigen Marmorgebäuden. Der Name war passend. Ich sah mindestens fünfzehn verschiedene Tempel in beiden Richtungen an der Straße gelegen. Ich fragte mich, wie die Priester mit all den unterschiedlichen Energien zurechtkamen, die auf so engem Raum durcheinanderwirbelten, aber zweifellos hatten die Gründer Aladrils auch dafür eine Lösung gefunden. Wonach suchen wir gleich wieder? fragte Camille. Nach dem Tempel des Gerichts, antwortete Morio. Und darf ich anmerken, dass ich diesen Namen nicht sonderlich ermutigend finde? Er starrte auf eine Reihe gewaltiger Tempel. So etwas habe ich noch nie gesehen auf all meinen Reisen. Ich frage mich, ob es im antiken Griechenland oder in Ägypten so ausgesehen hat. Keine Ahnung, aber ich gebe dir recht, was den Namen angeht. Ich frage mich, welchem Gott dieser Yaret wohl dient. Camille sah mich an, aber ich schüttelte den Kopf. Das weiß ich nicht, Religion war noch nie meine Stärke. Ich will im Grunde gar nichts darüber wissen, fügte ich hinzu. Die Götter hatten mich in meiner Not ignoriert, und ich war der ziemlich festen Meinung, dass sie sich nur dann in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischten, wenn es ihren persönlichen Zwecken nützte. Wenn man sich auf sie verließ, konnte man damit rechnen, im entscheidenden Moment im Regen stehen gelassen zu werden. Die Straße war fast leer, im Gegensatz zu der Avenue vorhin, aber es waren genug Leute unterwegs, die wir notfalls nach dem Tempel fragen konnten. Die Gebäude erinnerten vom Stil her an griechische oder ägyptische Vorbilder und verliehen der Straße eine surreale, avantgardistische Ausstrahlung. Vom ästhetischen Standpunkt aus war die Straße der Tempel insgesamt eine Beleidigung für das Auge. Energetisch glich sie einem wirbelnden Malstrom. »Die Magie hier ist unglaublich dicht«, sagte Camille mit rauer Stimme. »Ich kann kaum sprechen. Sie macht mich ganz benommen.« »Vielleicht sollte ich allein weitergehen«, sagte ich und warf ihr einen Blick zu. »Du siehst ziemlich fertig aus.« Und das tat sie auch. Morio und Camille hatten glasige Augen, und der Ausdruck, mit dem sie wie benebelt auf die Reihe von Gebäuden starrten, war beinahe verwirrt. Camille zupfte am Saum ihres Tops. »Ich weiß nicht. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dich hier allein herumwandern zu lassen.« »Ich bin in Aladril. Wer sollte mir hier etwas tun, solange ich mich anständig benehme?« Ross konnte nicht durch das Tor gehen. Die Energie hatte ihn zurückgestoßen. »Ich bezweifle, dass Letesana hier willkommen wäre. Und Dredges Leute. Tja, wenn die Wachen schon gezögert haben, mich in die Stadt zu lassen, werden sie Dredge wohl kaum das Tor aufhalten.« Ich gab ihr einen Stups. »Kehr um und warte im Garten, da ist es warm. Ich suche den Tempel des Gerichts und rede mit diesem Jaret.« Sie zögerte, doch Morio nahm sie bei der Hand. »Mennoli hat recht«, sagte er. »Ich kann kaum gerade ausgehen, geschweige denn mich auf unsere Mission konzentrieren. Wir müssen uns vernünftig abschirmen, ehe wir uns der Energie hier oben aussetzen. Das können wir doch im Park machen.« Camille runzelte die Stirn, nickte aber dann und ließ sich von ihm zurück zum Tor führen. Ich hielt sie auf. »Moment noch, was sollten wir Iris gleich wieder mitbringen? Irgendein Kristall?« »Ein Aqualin aus dem Wyvernmeer«, sagte Camille mit schwacher Stimme. »Aber du musst ihnen sicherlich sagen, dass Iris eine Priesterin der...« »Unduta ist, das weiß ich noch. Geht und arbeitet an eurer Abschirmung. Ich bin in etwa einer Stunde wieder da. Wenn ich in zwei Stunden noch nicht zurück bin, macht euch auf die Suche nach mir.« Ich warf einen Blick auf die Uhr. Camille konnte keine tragen, aber ich mochte die Dinge. »Funktionieren die hier überhaupt?« Morio hob das Handgelenk. Er trug eine goldene Uhr, sah aus wie eine Rolex, unter dem langen Ärmel versteckt. »Ja, das habe ich gleich bei unserer Ankunft überprüft. Also es ist jetzt halb neun Erdweltzeit. Wenn du bis elf nicht wieder da bist, suchen wir nach dir.« Ich winkte den beiden zu. »Seid schön brav. Und wenn ihr diese Eule wieder seht, versucht doch mal herauszufinden, was sie will.« Sie wandten sich dem Park zu und ich ging hinaus auf die Straße. Ich wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte und entschied mich willkürlich dafür, nach links zu gehen. Die Chance, die richtige Richtung zu treffen, war fifty-fifty, also warum nicht diejenige einschlagen, die meinem Schicksal eher zu entsprechen schien. Während ich die Straße entlang spazierte und versuchte, so auszusehen, als gehörte ich hierher, fiel mir auf, dass es manchmal sogar ganz praktisch war, keine magischen Fähigkeiten zu haben. Morio und Camille konnten die gewaltigen Überschüsse von Energie nicht aushalten und mussten sich erst dagegen abschirmen. Ich hingegen konnte die mächtigen Wellen magischer Energie, die durch diese Stadt strömten, kaum spüren. Ich sah mich um. Fast alle trugen weite Gewänder, und es war schwer, Laune oder Temperament der Passanten unter diesem dunklen Kapuzen abzuschätzen. Schließlich entschied ich mich für ein Abzählreim, und am Ende deutete mein Finger auf einen Mann in einem goldenen Kimono, der an einer Wand lehnte und etwas rauchte, das verdächtig einer Zigarette ähnelte. Als ich näher kam, trieb der beißende Geruch von Wermut und Beifuß zu mir herüber, und ich verzog das Gesicht. Beifuß war einfach ekelhaft, und Wermut war nicht besonders gut für die Gehirnzellen. »Hallo«, sagte ich und trat auf ihn zu. »Ich würde euch gern etwas fragen, wenn ich darf.« »Pssst«, fiel er mir ins Wort. »Steh. Hört ihr das?« Er neigte den Kopf zur Seite, als lausche er angestrengt einem leisen Flüstern. Ich lauschte brav, denn ich vermutete, dass aufdringliche Direktheit mich in dieser Stadt nicht weit bringen würde. Nach ein paar Augenblicken hörte ich tatsächlich einen schwachen Rhythmus in der sanften Brise. Es hörte sich an wie ein langsamer Trommelschlag. Kamil benutzte oft solche Klänge, um sich in Trance zu versetzen und in einem anderen Geisteszustand arbeiten zu können. »Was ist das?«, flüsterte ich. »Im Tempel des Haikondis halten Sie heute Abend Ihr Ritual ab. Sie bringen ein Opfer dar.« Ich schluckte eine voreilige Erwiderung herunter und zwang mich, meine oberflächlichen Eindrücke für mich zu behalten. Zu Hause in Jelestrial unterlagen die Tempel Beschränkungen. Es war genau festgelegt, was sie tun durften und was nicht. Die meisten Rituale waren gestattet, aber alle, zu denen ein bewusstes Opfer gehörte, waren verboten. Allerdings gingen fanatische Sekten oft in den Untergrund, um ihre finsteren Riten im Verborgenen abzuhalten. »Äh, Haikondis?«, fragte ich und hoffte sehr, dass dieser Gott, wer immer es auch sein mochte, nichts mit dem Tempel des Gerichts zu tun hatte. »Der Herr der Krankheit! Seine Anhänger opfern ihm Leichen, um sie zu reinigen und zu läutern, ehe sie in den Schoß der Mutter zurückkehren.« Er klang gelangweilt, als rezitiere er aus einem Lehrbuch. »Ihr meint, sie sind schon tot, wenn sie geopfert werden?« Mit angewiederter Miene verdrehte er die Augen gern Himmel. »Natürlich sind sie tot, im Gegensatz zu den Opfern, die ihr eurem Magen bringt, Vampiren. Also, was wollt ihr?« Er warf seine Kräuterzigarette weg und sie verschwand mit einem kleinen Lichtblitz, statt als Müll auf der Straße liegen zu bleiben. Praktisch, wirklich praktisch. »Ich suche den Tempel des Gerichts«, sagte ich. »Zweifellos.« »Ich bin sicher, ihr habt eine Menge zu büßen«, sagte er mit einem leisen Schnauben. »Oh, der Mann hielt sich wohl für besonders witzig.« »Ihr findet den Tempel in dieser Richtung, zwei Querstraßen weiter, dann rechts bis zur nächsten Ecke.« »Und schon seid ihr da.« Ich wollte mich bei ihm bedanken, doch er wandte sich ab und ignorierte mich, als wäre ich gar nicht da. Ich ließ die Sache auf sich beruhen. Es hatte keinen Sinn, Streit mit jemandem anzufangen, nur weil er unhöflich war. Außerdem war ich hier schließlich der Besucher. Die Straße leerte sich, je weiter ich ging. Ich sah auf meine Armbanduhr. Viertel vor neun. War das hier Essenszeit? Falls es hier eine nächtliche Ausgangssperre gab, hatten die Wachen sie jedenfalls nicht erwähnt. Aus welchem Grund auch immer, um neun Uhr unserer Zeit war kein einziger Fußgänger mehr unterwegs. Ab und zu hörte ich etwas Vorbeirumpeln, das nach einer Kutsche klang, aber ich konnte nichts sehen. Mir sträubten sich die Nackenhaare schon seit ich diese Seitenstraße, die Tempelstraße betreten hatte. Und dann stand ich vor dem Tempel des Gerichts. Eine riesige, aus Stein gemeißelte Waage, so groß wie der Schuppen in unserem Garten, stand vor dem Eingang. Ich blieb stehen und starrte an dem megalithisch wirkenden Gebäude empor. Die Doppeltür wurde von einer violetten Flamme erhellt, die sich am Türbogen entlang zog, und als ich darauf zutrat, züngelten die Flammen auf, knisternd und hell. Über dem Türbogen war eine Innschrift eingemeißelt. Tretet ein, die ihr Sühne und Gerechtigkeit sucht. Ich hoffte inständig, dass ich nicht in Flammen aufgehen würde, trat vor, schob einen der schweren Türflügel auf und trat ein. Als ich durch das Feuer ging, drang mir der eindeutige Geruch von versenkter Seele in die Nase. War dies das Ende? Im nächsten Augenblick setzte mein Fuß auf dem Boden auf, und ich hatte die Tür hinter mir. Ich stand nun im Foyer des Tempels, relativ unversehrt. Verflucht. Ich fühlte mich, als hätte man mich auf links gedreht, ausgewrungen und zum Trocknen aufgehängt. Aber als ich rasch an mir hinabschaute, schien alles noch an seinem Platz zu sein. Der Tempel ähnelte einer altegyptischen Ruine, nur ohne den Schutt. Riesige Statuen einer Frau ragten zu beiden Seiten des gekachelten Gangs vor mir auf, als bewachten sie den Eingang zu etwas, das offenbar eine große Halle war. Die Statuen reckten die Arme aufeinander zu und bildeten einen Bogengang, den alle Besucher des Tempels durchschreiten mussten. Zuerst hielt ich die Statuen für Bildnisse der Maat, der Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit. Doch als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass sie es nicht war. Wer war es dann? Der Vorraum war groß, ungeheuer weitläufig, die Öffnung zwischen den Statuen hingegen schmal. Es schien keinen anderen Weg in die große Halle zu geben, als diesen beengten Bogengang. Ich trat vor und rechnete halb damit, dass die Statuen sich bewegen würden. Aber nichts geschah. Also trat ich einen weiteren Schritt vor, und dann noch einen, und schließlich rannte ich zwischen den hochaufragenden Steinfiguren hindurch. Sobald ich den Bogengang hinter mich gebracht hatte, drehte ich mich um, um nachzusehen, ob die Statuen sich bewegt hatten. Aber nein, sie standen immer noch stumm da und bewachten die Tür. Erleichtert wandte ich mich dem Saal zu. Seltsam. Es war keine Glocke erklungen, als ich eingetreten war, und niemand erschien, um mich zu fragen, was zum Teufel ich hier zu suchen hatte. Ziemlich lahme Sicherheitsvorkehrungen fand ich. Der Saal war größer als alles, was ich je gesehen hatte, und zu Hause in Jelestrial hatten wir schon ein paar ziemlich prahlerische Hallen. Staunend und ehrfürchtig sah ich mich in dem wunderschönen Tempel um. Zwei Wände und der Boden waren mit Marmor gefließt, und der Saal schimmerte im Glanz von tausend Lichtkugeln, die unter der Decke tanzten. Die Wände waren mit polierten Messingskulpturen geschmückt, Darstellungen von Göttern und Sterblichen in den Hallen der Toten. Ein Wandbehang aus elfenbeinfarbenem Leinen, kunstvoll mit goldenen und schwarzen Fäden bestickt, hing an der dritten Wand. Die gestickten Piktogramme der einzelnen Stoffstücke erzählten die Geschichte der Toten, die sich in einer langen Reihe aufstellten, um das Königreich des Lebens nach dem Tod zu betreten. Wenn dies kein ägyptischer Tempel war, zu welcher Kultur gehörte er dann? Ich kannte nur sehr wenige Feen, die die ägyptischen Götter verehrten. Die Leila bildete eine Ausnahme mit ihrer Treue zu Bast. Für gewöhnlich hielten die Feen sich eher an die keltischen und europäischen Gottheiten, ein wenig auch an die griechischen und römischen. Allerdings stand nirgends geschrieben, dass die Seher von Aladriel Feen waren. Sie sahen zwar menschlich aus, aber es war offensichtlich, dass sie keine gewöhnlichen VBM waren. Ich blickte mich nach irgendeinem Anzeichen von Leben um. Nichts. Es gab eine ganze Reihe von Türen. Ich würde wohl aufs Gerate wohl herumprobieren müssen. Ich beschloss, mit der Tür zu beginnen, die dem Eingang direkt gegenüber lag. Als ich darauf zuging, legte ich mir zurecht, was ich sagen könnte, damit sie mich nicht umbrachten, ehe ich dazu kam, ihnen zu erklären, wer ich war und was ich hier wollte. Die Tür war nicht verschlossen, und ich schob sie vorsichtig auf. Ein Geräusch wie Wind pfiff durch den dunklen Flur dahinter. Achselzuckend beschloss ich, es zu versuchen. Der Flur erstreckte sich weiter, als ich sehen konnte. Ich erhaschte einen Hauch von Blutgeruch im Wind, aber es hing keine Furcht daran. Ich entschied einfach, der Nase nachzugehen, wandte mich in den nächsten Flur links und folgte dem Fast bis zum Ende, wo der Geruch herkam. Er trieb unter einer Tür auf der linken Seite heraus. Vielleicht bereiteten sie gerade das Abendessen zu und es gab Fleisch, dachte ich. Oder vielleicht hatte eine Frau vor kurzem ein Kind geboren. Schließlich gab ich das Ratespielchen auf und öffnete die Tür. Als ich den Raum betrat, fiel mir als erstes ein nackter Mann auf, der auf einem erhöhten Podest saß. Er hatte die Beine im Lotus-Sitz unter sich gezogen und hielt den Rücken sehr gerade. Etwas wie ein halbkreisförmiger Rahmen aus Bronze breitete sich vor der Mitte seines Rückens aus. Die Arme hatte er seitlich ausgestreckt, parallel zum Boden, und er hielt den dünnen Metallstreifen fest, auf dem der Halbkreis ruhte. Nadelspitze Stäbe waren gleichmäßig über den Halbkreis verteilt, wie Speichen eines Fahrrads. Ganz unten bogen sie sich auf seinen Rücken zu und durchbohrten nicht den Metallrahmen, sondern gruben sich in sein Fleisch. Ich sah kein Blut, obwohl ich es irgendwo riechen konnte, und seinem Gesichtsausdruck nachzuschließen, war er ausgesprochen lebendig und fühlte kaum Schmerzen. Er musste irgendwelche richtig guten Drogen genommen haben, entweder das, oder er war in tiefer Trance. Er öffnete die Augen, starrte mich direkt an, machte aber keine Anstalten, sich zu bewegen. Langsam ging ich auf ihn zu, eher neugierig als um meine Sicherheit besorgt. Obwohl der Blutgeruch rein und stark war, hatte er keinerlei Wirkung auf mich. Fasziniert blieb ich einen knappen Meter vor dem Podest stehen, neigte den Kopf zur Seite und betrachtete ihn. Der Mann saß auf einem türkisfarbenen Kissen mit goldenen Quasten. Obwohl er mit unterschlagenen Beinen dasaß, erkannte ich, dass er größer sein musste als jeder Mann, den ich je gesehen hatte. Er hatte dunkelbraunes Haar und so schwarze Augen, dass ich mich leicht hätte darin verlieren können. Er sah nicht im klassischen Sinne gut aus, aber er hatte etwas Fesselndes an sich und ich stand stumm da, beobachtete ihn und konnte den Blick nicht mehr von ihm losreißen. Fünf Minuten verging, vielleicht zehn, vielleicht auch zwanzig. Schließlich ging die Tür am anderen Ende des ansonsten völlig leeren Raums auf und ein weiterer Mann trat ein. Er war kleiner als diese lebende Statue, sah aber genauso exotisch aus. Er trug eine einfache, weite Leinenhose und eine leichte Jacke mit einer goldenen Scherpe gegürtet. »Ihr seid gekommen, um das Orakel der Dainye zu befragen,« erkundigte er sich. Er war so gelassen. Wusste er denn nicht, dass ich ein Vampir war? »Ich weiß es nicht,« antwortete ich langsam. »Ich suche einen Mann namens Yaret. Mir wurde gesagt, ich könnte ihn hier im Tempel finden. Würdet ihr mich bitte zu ihm bringen?« Der Mann erwiderte meinen Blick, bis mir plötzlich schwindelig wurde und ich wegschauen musste. Wer war das? Kaum jemand konnte meinem Lächeln widerstehen, wenn ich meinen Vampir-Charme aufdrehte, aber er schien davon nicht im mindesten beeindruckt zu sein. »Warum fragt ihr nicht das Orakel?«, entgegnete er nach kurzer Pause. »Ich hatte die Spielchen satt, aber mir war klar, dass ich mich hier auf seinem Spielplatz befand und mich deshalb an seine Regeln halten musste.« Seufzend wandte ich mich dem Mann auf dem Podest zu. »Was soll ich ihn fragen?« »Das liegt allein bei euch.« Ich sammelte mich. Das könnte ein Trick sein, wie bei den Wünschen, die manche Jinso erfüllten, dass sie furchtbar schiefgingen, weil sie das Chaos liebten und die Bedeutung von Worten gern verdrehten. Vorsichtig sagte ich, »Ich suche Yaret. Ist er hier in diesem Tempel und wird er mir helfen?« So, das schien mir ganz klar und einfach zu sein. Das Orakel blinzelte und schloss dann die Augen. Ich konnte von keinem der beiden Männer mehr Atemzüge hören und ihre Herzen schlugen auch nicht in dem Rhythmus, an den ich gewöhnt war. »Das ist unmöglich«, dachte ich. Sie waren beide lebendig, aber offenbar setzten alle meine Sinne aus. Einen Augenblick später erfüllte eine donnernde Stimme den Raum, die verstummte, sobald die Worte an mein Ohr gedrungen waren, als hätte es die Stimme nie gegeben. »Der Mann, den du suchst, ist hier und er wird dir helfen. Die eigentliche Frage lautet, was für Hilfe brauchst du wirklich? Der Pfad ist lang und qualvoll und führt nach innen. Dämonen sind nur Dämonen, wenn sie sich dafür entscheiden, im Feuer zu leben.« Danach schwieg er und sagte kurz in sich zusammen, ehe er die Augen wieder aufriss, sich aufrichtete und starrgerade ausblickte, stumm und reglos wie ein Standbild. Ich wandte mich dem anderen Mann zu. »Würdet ihr mich jetzt zu Yaret bringen?« Er neigte den Kopf und wies auf eine Tür im hinteren Teil des Raums. Ich folgte ihm, wobei ich um das Podest herumgehen musste. »Ist er... sitzt er immer da mit diesem Ding auf dem Rücken?« fragte ich und bemühte mich, einen respektvollen Tonfall anzuschlagen. Mein Führer blickte sich nicht nach mir um, sondern sagte nur »Ja, Tag und Nacht, ja ein, ja aus. Er ist das Orakel, der Dajinje. Er wird Fragen beantworten bis zu dem Tag, an dem er stirbt, und dann wird seine Seele in das Paradies der großen Mutter Dajinje einziehen.« Wir gingen durch die Tür in einen weiteren Flur, der tiefer in den Tempel hineinführte. Dies schien der Wohntrack zu sein, denn hier spürte ich mehr Bewegung und hinter ein paar Türen hörte ich leise Schnarchen. Offenbar schliefen einige Bewohner des Tempels gerade. Wie lange ist er schon ein Orakel? »Seit zweihundert siebenundfünfzig Jahren. Die Orakel dienen nur kurz, fünfhundert Jahre lang, dann sterben sie. Im vierhundertsten Jahr des alten Orakels wird ein Neues ausgewählt. Dieses wird hundert Jahre lang dafür ausgebildet, die Position zu übernehmen, bevor es den Orakelthron besteigt.« Er wirkte recht liebenswürdig und schien gern bereit zu sein, meine Fragen zu beantworten. Ich beschloss, noch ein paar mehr zu riskieren. »Und wer ist Mutter Dajinje? Es tut mir leid, ich bin mit dem Pfad eures Tempels ebenso wenig vertraut wie mit dieser Stadt.« Ich blickte mich um, als wir einen Speisesaal betraten. Mein Begleiter bedeutete mir, an einem der Tische Platz zu nehmen und ich setzte mich auf die Bank. »Wartet«, sagte er und verschwand durch einen Bogengang. Gleich darauf kehrte er zurück mit einem Kelchwein und einem ... Holla! Einem Kelchblut. Er wusste sehr wohl, was ich war. Ich nahm den Kristallkelch entgegen und schnupperte. Menschlich, mehr oder weniger, mit einem magischen Aroma. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen, also trank ich einen winzigen Schluck und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Das Blut war köstlich und glitt wie Nektar über meine Zunge. Ein Moment lang hätte ich schwören können, dass ich einen feinen Merlot- oder Burgundertrank oder ein Glas Elfen-Elexier. Noch ein Schluck und ich schmeckte Apfelsaft, Honig und Zimt. Bei allen Göttern, was ist das? Es ist köstlich! Ich starrte den Kelch an und dachte, wenn ich ein-, zweimal pro Woche ein Glas davon haben könnte, wäre ich nicht halb so kratzbürstig. Das ist Blut unseres Orakels. Wir lassen ihn zweimal pro Woche zur Ader und bewahren das Blut für besondere Gelegenheiten und Rituale auf. Und für besondere Gäste. Er lächelte mich verständnisvoll an und nippte an seinem Wein. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Anscheinend schadete es dem Orakel nicht, und auch wenn der Kerl da schon seit ein paar hundert Jahren saß, ich war wohl kaum in der Position, anzumerken, dass ich das ziemlich unschön für ihn fand. Außerdem ließ ich selbst eine Menge Leute für mich bluten, also beschloss ich, lieber den Mund zu halten. Ich bin Jaret, sagte mein Gegenüber und streckte die Hand aus. Ich starrte ihn an. Warum zum Teufel hatte er das nicht gleich gesagt? Oder hatte er mich mit dem Orakel irgendwie auf die Probe stellen wollen? Wieder einmal verkniff ich mir eine Erwiderung und nahm seine Hand. Wie geht es euch? Königin Asteria schickt mich zu euch. Die Elfenkönigin schickt euch? Seltsame Zeiten sind das, wenn Elfen und Svartaner sich zusammentun und Asteria mir eine Vampirin schickt, damit ich ihr helfe. Sagt mir, was ihr glaubt, von mir zu brauchen. Dabei zuckte er nicht mit der Wimper. Ich strich mit dem Zeigefinger über den Rand des Kristallkelchs und starrte auf das magische Blut, bevor ich noch einen Schluck trank. Schließlich stellte ich den Kelch ab und wischte mir unauffällig den Mund. Ich bin nicht freiwillig zum Vampir geworden. Der Elwing-Blutclan hat mich verwandelt. Im Augenblick bin ich erdseits postiert und ich musste feststellen, dass der Elwing-Clan die Barrieren dorthin überwunden hat. Dredge, ihr Anführer und mein Meister, ist hinter mir her. Er könnte mit einer Floriade unter einer Decke stecken, die sich mit Dämonen aus den unterirdischen Reichen verbündet hat. Ich muss herausfinden, wie ich Dredge finden und töten kann. Jared lehnte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Und ihr glaubt, ich wüsste es? Königin Asteria ist offenbar der Meinung, erwiderte ich und versuchte in seiner Miene zu lesen. Er war undurchschaubar, dieser Mönch. Ihr glaubt, ihr hättet in diesem Augenblick nicht die Macht, ihn zu besiegen? Ich sah ihm in die Augen und entdeckte dort etwas, das ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Verständnis. Reines, kristallklares Verständnis. Ich hätte weinen können, schüttelte aber nur langsam den Kopf. Nein, ich weiß, dass ich das nicht kann. Ihr könnt euren Meister finden. Alle Vampire können ihren Meister finden, sofern er noch nicht den endgültigen Tod gestorben ist. Während er mich weiterhin anstarrte, bekam ich das äußerst merkwürdige Gefühl, dass er tief in meine Seele blickte, vorbei an meinem Zorn und den Erinnerungen, tief hinein in das Ich, das ich einmal gewesen war. Ihr wisst eine Menge über Vampire, nicht wahr? Ich versuchte immer noch, seinen Gesichtsausdruck einzuschätzen. Irgendetwas faszinierte mich an ihm. Offensichtlich besaß er große Macht. Aber er verbarg sie hinter einer stillen Maske. Genug für eure Zwecke, sagte er. Ich habe einigen Vampiren geholfen, Kontrolle über ihre Impulse zu erlangen. Und ich habe auch ein paar verloren. Ein Schauer lief mir über den Rücken, kälter als meine Haut, kälter als der Tod. Ein paar verloren? Eine Handvoll von denen, die mich aufgesucht haben. Ich konnte ihnen nicht helfen. Entweder wollten sie sich dem Dämon in ihrem Inneren nicht stellen, oder sie waren zu begeistert davon. Sie haben nicht nach innerer Balance gesucht und sind zu Ungeheuern geworden. Als er meinen Blick auffing und festhielt, wusste ich es. Ich wusste, warum Königin Asteria mich angewiesen hatte, ihn aufzusuchen. Ihr habt versucht, Dredge zu helfen, nicht wahr? Jaret schlug die Augen nieder. Manchmal verliert man das Spiel, ganz gleich, wie sehr man sich bemüht. Dredge war mein erster und schwerster Misserfolg. Ich dachte scharf nach. Wenn Jaret Dredge ganz zu wie ich meinen Albtraum besiegen konnte. Werdet ihr mit mir arbeiten? Ich trank meinen Kelch aus und stellte ihn beiseite. Dredge hat eine Freundin von uns entführt. Ich mache mir keine großen Hoffnungen mehr, aber vielleicht, vielleicht können wir sie retten. Er hat das getan, um mich zu verletzen. Ich glaube nicht, dass er sie sofort getötet hat. Jaret beugte sich über den Tisch. Wenn ihr um meine Hilfe bittet, werde ich euch zwingen, dunkle Pfade zu beschreiten, Menoli. Ihr müsst euch mit euren Erinnerungen anfreunden, bevor ich euch zu Dredge führen kann. Er ist euer Meister. Wenn ihr es jetzt mit ihm aufnehmt, ohne meine Hilfe, garantiere ich euch, dass er euch am Ende vollkommen beherrschen wird. Dredge ist anders als die meisten Vampire. Wisst ihr, was er vor seiner Verwandlung war? Hat er euch seine Geschichte erzählt? Ich schüttelte den Kopf. Er hat mir gar nichts gesagt, außer was er mit mir machen würde. Und er hat jedes Versprechen gehalten, das er mir in dieser Nacht gegeben hat. Ich kniff die Augen zu und versuchte, die Bilder zu verscheuchen, die plötzlich in mir aufblitzten. Solange ihr eure Erinnerungen fürchtet, seid ihr ihm ausgeliefert. Ich muss euch zu diesem Schmerz zurückbringen, in jene Nacht, um euch von den Ketten befreien zu können, die euch an Dredge fesseln. Er stand auf. Seid ihr stark genug, diese Reise durchzustehen? Könnt ihr euch mir hingeben und zulassen, dass ich euch in Stücke breche, damit wir die Teile wieder zusammenfügen können? Ich dachte, das hätte der A&D schon getan, als ich es endlich nach Hause geschafft hatte, sagte ich, weil ich irgendeinen Ausweg suchte. Sie haben ein Jahr lang daran gearbeitet, meine geistige Gesundheit wiederherzustellen. Könnt ihr mir denn nicht einfach sagen, was ihr über Dredge wisst? Yaret bedeutete mir, ihn zu begleiten. Wir gingen durch einen verwinkelten Korridor zurück in den großen Saal. Der A&D hat lediglich die schlimmsten Wunden verbunden. Sie haben euch beigebracht, wie ihr die Erinnerungen aushalten könnt, aber nicht, wie ihr sie überwindet. Ich bin Schamane. Ich kann euch lehren, euch über alles zu erheben und die Kontrolle über das zu erlangen, was euch geschehen ist. Erst dann werdet ihr eine Chance haben, zu siegen, wenn ihr Dredge zum Kampf stellt. Er zögerte und fuhr dann fort. Was glaubt ihr, was geschehen würde, wenn ihr und eure Schwestern gegen ihn vorgeht und ihr plötzlich auf seine Seite überlauft? So sehr ihr ihn auch hasst, er kann euch ohne Weiteres zu seiner Marionette machen. Ich blieb stehen wie erstarrt. Wollt ihr damit sagen, dass er mich beherrschen kann, gegen meinen Willen? Ihr seid in der Lage, andere zu hypnotisieren, wollt aber nicht glauben, dass es hier um viel mehr geht. Dredge ist 800 Jahre alt, Menoli. Er ist ein höherer Vampir und zuvor im Leben war er ein Hohepriester des Jakaris, obwohl er gar kein Svartaner ist. Man hätte ihn schon vor Jahrhunderten in die unterirdischen Reiche verbannen sollen, doch es ist ihm stets gelungen, seine Verfolger auszutricksen. Ein Hohepriester des Jakaris, ein Priester des vartanischen Gottes des Lasters und der Folter. Kein Wunder, dass er es so genoss, anderen Schmerzen zuzufügen. Das war sein Lebensweg gewesen und er hatte ihn auch im Tod nicht aufgegeben. Ich drückte eine Hand auf den Magen, weil mir plötzlich schlecht war. Daneben sieht Dracula aus wie ein Kurknabe, nicht? So könnte man es ausdrücken, erwiderte Jaret. Aber Vlad hat noch eine gewisse Moral, so skrupellos er auch nach außen hin scheinen mag. Dredge hat keinerlei Gewissen. Wenn er es wirklich auf euch abgesehen hat, wird er systematisch alle vernichten, die euch etwas bedeuten, und zwar auf möglichst grauenhafte Weise, ehe er sich euch vornimmt. Er will nicht töten, er will Schrecken und Schmerz auf seine Feinde herabregnen lassen. Scheiße, mir blieb keine andere Wahl. Kennt ihr einen Inkubus namens Rosurial? Er ist auch hinter Dredge her. Jaret nickte. Er wollte sich von mir unterweisen lassen. Aber ich unterrichte keine Inkubie, und außerdem wurde ihm der Zutritt zur Stadt verweigert. Er ist also in die Erdwelt gegangen, um Dredge aufzuspüren. Ich nickte. Er hat mir sehr geholfen. Schön, schön. Ihr könnt ihm vertrauen, zumindest was diese Sache angeht. Wie viele andere hegt er einen sehr alten Groll gegen den Elwing-Blutclan. Nun, wir haben keine Zeit zu verlieren. Werdet ihr euch in meine Hände begeben? Königin Asteria hat euch geschickt. Ich kann euch helfen, aber ihr müsst mir vollkommen vertrauen. Die Vorstellung, die Kontrolle über mich selbst an jemandem abzugeben, war furchterregend. Mein Instinkt, niemandem zu vertrauen, kreischte, als hätte ich ihn in Brand gesteckt. Gewährt mir eine Stunde, um darüber nachzudenken. Ich würde vorher gern mit meiner Schwester sprechen. Selbstverständlich. Ich werde warten. Aber denkt daran, wenn ihr euch weigert, könnt ihr nicht in diesen Tempel zurückkehren. Niemals. Dieses Angebot mache ich euch nur ein einziges Mal. Und zwar jetzt. Er führte mich durch die überlebensgroßen Statuen hindurch zur Tür. Darf ich fragen, wer sie ist? Ihr habt vorhin Mutter Dajinje erwähnt. Sind das die Statuen von ihr? Ich wies mit einem Nicken auf die steinernen Figuren. Sie ist unsere Göttin. Die große Mutter Dajinje ist die Wächterin der Seelen, die Hüterin des Gewissens. Durch sie suchen wir die Wahrheit. Sie erkennt den Pfad unseres Schicksals. Weichen wir davon ab. Ermahnt sie uns sanft. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal ist der Tadel Barscher. Wer zum dritten Mal abweicht, den zerstört sie. Durch das trusene Feuer ihres Gerichts. Er wandte sich ab, als ich die Tür öffnete, rief mir aber noch über die Schulter zu. Ich werde euch nicht wehtun, Menoli. Nicht mehr, als nötig ist, um euch in die Lage zu versetzen, eurem Feind entgegenzutreten und ihn zu vernichten. Ich fand Camille und Morio im Park, wo sie sich unter der Mondmutter, die langsam dem dunkelsten Punkt ihres Kreislaufs entgegenstrebte, an den Händen hielten. Sie wirkten irgendeine Art von Magie, vermutlich einen Abschirmungszauber. Lautlos glitt ich von hinten an sie heran. Ohne aufzublicken, sagte Camille. Ich weiß, dass du da bist. Komm ins Licht, Menoli. Sie wurde immer besser, dachte ich. Die Leila und ich konnten es spüren, wenn sich jemand an uns heranschlich. Camille war nicht ganz so gut, aber sie hatte geübt. Ich setzte mich neben sie. Wir müssen reden. Können wir uns ein Gasthaus suchen? Ich hatte gelernt, sie nicht zu berühren, wenn sie gerade einen Zauber gewirkt hatte. Manchmal löste der Kontakt unserer Energien mehr aus, als uns lieb war. Sie erschauerte. Hört sich gut an. Ich würde zur Abwechslung gern auf etwas Weichem sitzen statt auf dem Boden. Hast du Yaret gefunden? Wer ist er? Und wie ist er? Ich warf Morio einen Blick zu. Ich möchte nicht hier draußen darüber sprechen. Schutzvorrichtungen hin oder her. Ich würde mich hinter geschlossenen Türen sicherer fühlen. Er streckte Camille die Hand hin und half ihr auf. Als er auch mir die Hand reichen wollte, schnaubte ich. Du weißt ganz genau, dass ich keine Hilfe brauche, aber trotzdem danke. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Wir verließen den Park auf demselben Weg, auf dem wir gekommen waren. Tavernen und Gasthäuser befanden sich im Zentrum der Stadt. Wir waren kaum zehn Minuten gelaufen, als wir auf ein Wirtshaus namens Muscheln und Bier stießen. Das sieht doch ganz vielversprechend aus, sagte Camille und öffnete die Tür. Sie sollte recht behalten. Bis auf die Unterschiede in Deko und Beleuchtung hätte das hier irgendein gutes Hotel in der Erdwelt sein können. Die Wände waren in sattem Blau-Grün und Rosé gehalten. Am Empfang stand ein Elf. Ich blinzelte. Wir hatten hier noch nicht viele andere Rassen gesehen, außer den Sehern, was auch immer die für eine Abstammung haben mochten. Womit kann ich dienen? fragte der Elf höflich, aber wie alle anderen hier sehr reserviert. Wir brauchen ein Zimmer, sagte Camille und zog eine Börse zwischen ihren Brüsten hervor. Ich lächelte. Man konnte sich darauf verlassen, dass meine Schwester ein praktisches Versteck für ihr Geld fand. Wie viele Betten? fragte der Empfangself. Zwei. Wir möchten uns nur ausruhen und etwas essen. Wir möchten eine Mahlzeit für zwei bitte aufs Zimmer. Etwas mit reichlich Eiweiß. Camille legte ihm drei Münzen auf die Handfläche. Elkaneve-Münzen. Klug. Die wurden fast überall in der Anderwelt angenommen. Wir bewahrten einen hübschen Vorrat an Geld aus diversen Stadtstaaten zu Hause in einem Wandsafe auf, nur für den Fall, dass wir schnell hierher zurückkehren mussten. Und Trillion schien es auch nie an Geld zu fehlen, jedenfalls von der Sorte, die er hier ausgeben konnte. Erdseits war er ständig pleite. Nachdem wir dem Empfangself unsere Kettenpässe gezeigt hatten, gingen wir nach oben. Die Treppe war mit handgewebten Teppichen belegt. Unser Zimmer war die erste Tür rechts im zweiten Stock. Camille öffnete sie und schob uns hinein. Der Raum war dreimal vier Meter groß und enthielt zwei Betten, einen kleinen Tisch und zwei Stühle und einen Badezuber. Bäder in Hotels waren eine schwierige Sache, jedenfalls in den meisten Städten hier. Zimmermädchen mussten sie Kanne für Kanne von Hand füllen, außer es gab irgendeine magische oder primitive mechanische Vorrichtung dafür. Sie kosteten ziemlich viel extra wegen der Arbeit und dem Holz, das man brauchte, um das Badewasser zu erhitzen. Camille ließ sich auf eines der Betten sinken und zog sich die Decke über die Schultern. Es war nicht kalt im Zimmer, aber kühler als in den Gärten. Morio setzte sich ritt links auf einen der Stühle und stellte seine Tasche neben sich auf den Boden. Also, wie ist es gelaufen? Ich runzelte die Stirn. Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich habe Yaret gefunden. Er ist ein sehr mächtiger Seher, das steht fest. Oder Schamane, ich weiß es nicht genau. Ein Schamane, hm? Wie könnte er dir helfen? Camille zog ihre Stiefel aus und Morio setzte sich vors Bett, nahm ihre Füße und rieb sie sacht. Danke, Süßer, sagte sie und beugte sich vor, um ihn zärtlich zu küssen. Er kann mir helfen, Dredge zu finden und ihn zu vernichten, sagte ich. Aber die Sache hat einen Haken. Ich erklärte ihnen alles. Bist du sicher, begann Morio, doch Camille unterbrach ihn. Er will dich dafür trainieren, dem Schmerz zu widerstehen. Ich habe mich mit Venus-Mondkind über solche Techniken unterhalten. Man lernt den Schmerz erneut zu durchleben, ihn zu läutern und dann kann man ihn endgültig loslassen. Ein gut ausgebildeter Schamane kann den Schmerz, der ihm zugefügt wird, benutzen und auf seinen Feind zurücklenken. Sie sah mir fest in die Augen. Was willst du tun? Ich zuckte mit den Schultern. Ich glaube, mir bleibt gar keine andere Wahl. Dredge wird sich durch alles und jeden, der mir etwas bedeutet, voranarbeiten, bis er schließlich bei mir ankommt. Ich sah Camille an. Du weißt, dass er Aaron foltern wird, wenn er es nicht schon getan hat. Er wird sie eine Weile am Leben erhalten, denn er will, dass ich sehe, was er vollbracht hat. Aber letztendlich wird er sie in Stücke reißen. Sie wird sich niemals ganz davon erholen, was er ihr angetan hat. Ich kann ihn vielleicht nicht daran hindern, sie zu töten, aber ich kann ihn davon abhalten, sich weitere Opfer zu nehmen. Er scharrt eine Armee um sich, unterbrach Morio mich. Wie bitte? Camille und ich starrten ihn an. Er baut sich eine hübsche kleine Armee auf. Ich glaube, er will sich eine Truppe Vampire zulegen, die groß genug ist, um ein wahres Blutbad in der Stadt anzurichten. Morio rutschte ein Stück und nahm sich Camilles anderen Fuß vor. Denk doch mal darüber nach, fuhr er fort. Der Kerl ist irre, das wissen wir. Aber er ist außerdem machtgierig. Du bist es, auf die er es abgesehen hat, ja. Aber überleg mal, was es für ihn bedeutet, in der Erdwelt zu sein. Er hat eine frische Leinwand, auf der er malen kann. Eine Menge Leute erdseits wissen noch nicht viel über Vampire. Bis sich seine Taten herumsprechen, hat er schon einen großen Schritt dahin getan, die Unterwelt von Seattle zu beherrschen. Das Bild, das er da zeichnete, nahm vor meinem inneren Auge grausige Gestalt an. Der Erwing-Blutclan, nur viel größer. Mit womöglich hunderten neugeborener Vampire unter Dredges Kontrolle. Sie würden jagen und sie würden jeden ausschalten, der sich ihnen in den Weg stellte. Wade, Sassy und ich konnten nicht einmal hoffen, diesem neuen Vampirbild eine Delle zu verpassen. Keine Chance. Und bald würden wegen Dredges Marionetten alle Übernatürlichen zur Zielscheibe von Racheaktionen werden. Heilige Scheiße, sagte ich. Du hast recht. Dredge baut sich eine Armee auf in einer Welt, die sich nicht gegen ihn schützen kann. Ich muss ja Reds Angebot annehmen. Ich kann es mit Dredge aufnehmen, wenn ich gut vorbereitet bin. Andernfalls habe ich keine Chance. Kamil glitt vom Bett, trat zu mir und legte mir einen Arm um die Schultern. »Menuli, du schaffst das. Du hast Dredge überlebt. Du bist aus dem Abgrund zurückgekehrt. Du kannst alles überleben, womit Jared dich auch konfrontieren mag.« »Aber das ist ja das Problem«, sagte ich mit zitternden Knien. »Ich werde zu jeder Nacht zurückkehren müssen in die Dunkelheit, als er versucht hat, meine Seele zu vernichten.« Meine Stimme klang gepresst und schrill wie die einer Banshee, und ich fiel auf die Knie. »Ich will das nicht noch einmal durchleben. Ich begegne schon zu vielen Erinnerungen in meinen Träumen.« Meine Schwester kniete sich neben mich und nahm meine Hand. »Es ist nicht fair. Und das war es nie. Aber Menuli, du musst das tun. Du weißt es, und ich weiß es. Und wenn es vorbei ist, kannst du Dredge aufspüren und seine Seele auslöschen. Die Götter werden auf dich herablächeln.« »Die Götter können von mir aus zur Hölle fahren«, erwiderte ich heiser und griff nach ihrer Hand. »Ich bin so dankbar, dass du da bist. Würdest du mir helfen und auf mich aufpassen? Würdest du mitkommen, wenn Yaretta mit einverstanden ist? Ich brauche dich.« Sie nickte. »Auf mich kannst du dich verlassen. Du kannst dich immer und überall auf mich verlassen.« Und damit war es in Ordnung. Camille würde dabei sein. Meine große Schwester, die nach Mutters Tod deren Rolle übernommen hatte, die unser Fels in der Brandung geworden war, die einen kühlen Kopf bewahrt hatte, als ich rasend vor Blutdurst ins Haus geplatzt war, die uns im Kampf gegen Badass Luke und das erste Degard-Kommando angeführt hatte. Sie würde da sein und auf mich aufpassen, wie immer. Plötzlich wurde mir klar, dass ich trotz Folter und Verwandlung immer noch meine Familie brauchte. Ich brauchte ihre Liebe. Ich brauchte jemanden, zu dem ich gehören konnte. Wir warteten, damit Camille und Morio etwas essen konnten, bevor wir wieder zur Straße der Tempel aufbrachen. Ich hockte auf einem der Betten und sah den beiden zu, die am Tisch saßen. Als ich mich endlich von meinen eigenen Gedanken losreißen konnte, die von rasender Angst erfüllt waren, bemerkte ich ein seltsames Licht, das von der Aura der beiden ausging. Es sah aus wie eine silbrig-grüne Schnur, die beide verbannt. Was zum Teufel hatten sie im Park getrieben? Camille war mit Morio ganz ähnlich verbunden wie mit Trillian, aber hier schien es mehr zu sein als Sex. Manoli, sagte Morio, riss ein Stück vom Brot in zwei Teile und reichte die Hälfte Camille. Ich wollte dich schon immer mal etwas fragen. Du kannst kein Essen mehr zu dir nehmen, richtig? Ich nickte. Stimmt, das kann ich nicht. Ich kann auch nichts anderes trinken als Blut. Mir wird entsetzlich übel, wenn ich irgendetwas anderes zu mir nehme. Essen wird mich nicht umbringen, aber die Folgen sind alles andere als schön. Warum? Ich habe nachgedacht. Meine Fähigkeit, Illusionen zu schaffen, ist extrem gut ausgebildet. Ich dachte, vielleicht könnten wir ein bisschen damit herumspielen. Ich könnte versuchen, eine Illusion auf das Blut zu legen, das du trinkst, wenn du zu Hause bist. Vielleicht kriege ich es hin, dass das Blut nach etwas anderem riecht und schmeckt, zum Beispiel nach irgendeinem Lieblingsgericht, das du vermisst. Ich starte ihn mit offenem Mund an. Niemand hatte je daran gedacht, mir so etwas vorzuschlagen. Das ist das Netteste, was ich seit langem gehört habe. Aber würden wir damit nicht nur deine Energie verschwenden? Wieso verschwenden? Ich werfe nicht den lieben langen Tag mit gewaltigem Zaubern um mich, und so etwas dürfte nicht allzu viel Mühe kosten, denke ich. Es wäre ein Versuch wert, falls du Interesse hast. Er zuckte mit den Schultern. Camille zog die Nase kraus und lächelte. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte, stammelte nur Dankeschön und dachte mir dann, warum nicht? Was konnte es schon schaden? Ich würde es gern mal probieren, sagte ich. Vielleicht, wenn wir diesen Albtraum mit dem Elwing-Clan hinter uns haben. Ich vermisse ... Es gibt so vieles, was ich vermisse. Zum Beispiel Mutters Buttercreme-Plätzchen, bemerkte Camille. Da musste ich lachen. Was für ein Thema für einen Abend, an dem ich mich anschickte, mich einem Schamanen zu überlassen, der meine Seele in Stücke reißen würde. An die habe ich schon lange nicht mehr gedacht, aber ja. Mutters Buttercreme-Plätzchen. Hast du das Rezept? Sie nickte. Ich habe alle ihre Rezepte aufbewahrt. Ich kriege die Sache nicht halb so gut hin wie sie, aber Iris vielleicht. Ich habe einfach nie daran gedacht, sie darum zu bitten. Das löste ein lebhaftes Gespräch über die köstlichen Gerichte aus, die Mutter früher gekocht hatte, und wie sie sich bemüht hatte, das Essen der Erdwelt nachzuahmen, um uns auch mit dem Geschmack von Dingen wie Hamburgern und Pommes vertraut zu machen, als wir noch klein waren. Ich vermied es, in Richtung der Uhr zu blicken, die auf einem Wandbord stand, aber als Camille und Morio aufgegessen hatten, wusste ich, dass wir es nicht länger hinausschieben durften. Zumindest hatte die Unterhaltung über so alltägliches wie Essen mich von dem abgelenkt, was mir bevorstand. Wir sollten allmählich gehen. Seid ihr beide gut genug abgeschirmt, um die Tempelstraße auszuhalten? Morio nickte. Ich denke, jetzt müsste es gehen. Wir haben eine ziemlich starke Barriere gegen alle möglichen magischen Energien aufgebaut. Das sollte reichen. Bist du bereit? Ich holte tief Luft, hielt sie lange an und stieß sie dann langsam wieder aus. Nein. Aber es muss sein. Und zwar jetzt. Dann wollen wir mal sehen, was Yaret mit mir vorhat. Der Marsch zurück zur Tempelstraße dauerte nur eine halbe Stunde, denn jetzt kannten wir den Weg. Morio und Camille sahen entschieden unwohl aus, sobald wir die andere Seite des Parks erreichten, aber ihr Zauber hielt, und als wir die Tür zum Tempel des Gerichts erreichten, schienen sie ganz fit zu sein. Yaret erwartete uns in der großen Halle. Ich wusste, dass ihr zurückkehren würdet, sagte er und nickte Camille und Morio zu. Ihr seid selbstverständlich willkommen, aber es wird alles andere als angenehm. Seid ihr sicher, dass ihr dabei zusehen wollt? Es ist möglich, dass ihr mehr darüber erfahren werdet, was eurer Schwester geschehen ist, als euch lieb ist, Camille. Camille sah mich an. Ich habe dir versprochen, dir beizustehen, und das werde ich auch tun, wenn du mich dabei haben willst. Du solltest das nicht allein auf dich nehmen müssen. Wir sind eine Familie, und was immer dir geschehen ist, ist uns allen geschehen. Ich rieb mir den Nasenrücken. Ich habe so hart daran gearbeitet, vor allem zu verbergen, was Dredge mir angetan hat, um dich und die Leila und Vater zu schützen. Ich denke, es ist an der Zeit, meine Geheimnisse preiszugeben. Yaret nickte. Dann folgt mir, ihr alle. Wir werden außerhalb der Zeit arbeiten. Ihr werdet kurz vor dem Morgengrauen wieder zu Hause sein. Er führte uns durch eine andere Tür als die, durch die ich bei meinem ersten Besuch hier gegangen war. Wir eilten ein Flur nach dem anderen entlang, bis wir einen dunklen Raum erreichten, der so groß war, dass ich das andere Ende nicht sehen konnte. Decke und Wände waren schwarz, und das einzige Möbelstück stand in der Mitte. Ein langes, schmales Podest wie eine Bahre, mit einem indigoblauen Tuch bedeckt und Kissen auf dem Boden drumherum. Er bedeutete mir, mich vor das Podest zu stellen. Kamil und Murio setzten sich ein wenig abseits. Wir haben keine Zeit für die üblichen Rituale und Reinigungszeremonien, die vor einer solchen Erweckung stattfinden sollten. Aber ich muss euch zwei Fragen stellen. Kommt ihr aus freiem Willen hierher, um die Beherrschung eurer eigenen Kraft zu erlernen und die Ketten zu sprengen, die euch an den Willen eures Meisters fesseln? Ich schluckte die aufsteigende Angst herunter. Das tue ich. Werdet ihr euch ganz und gar in meine Hände begeben, im Wissen, dass ich euch in die Dunkelheit führen werde? Die Worte lagen mir schwer auf der Zunge. Ich wollte sie nicht aussprechen, doch sie schlüpften mir wie von selbst über die Lippen. Ich unterwerfe mich eurer Führung. Dann nimm deinen Platz auf dem Podium ein, Männoli. Yaret bedeutete mir, mich auf den Rücken zu legen. Als ich lag, holte er silberne Handschellen hervor, die mit Samt ausgekleidet waren. Sie werden deine Haut nicht berühren, dir also keine Schmerzen bereiten. Aber du wirst sie nicht sprengen können. Entsetzt starrte ich auf die Fesseln. Silber, ein Segen für Feen, war ein Fluch für Vampire. Ich verzog das Gesicht, streckte aber trotzdem die Arme aus und er schloss sie um meine Handgelenke. Nichts. Sie waren gut gepolstert, genau wie er gesagt hatte. Er holte ein zweites Paar Schellen hervor, schloss sie um meine Fußgelenke und half mir dann, mich hinzulegen, sodass mein Kopf auf einem kleinen Kissen zu liegen kam. Als ich richtig lag, hielt Yaret eine Augenbinde in die Höhe und bedeckte meine Augen. Ich konnte hören, wie Camille und Morio leise mit ihm sprachen. Seid ihr sicher, dass ihr nichts geschehen wird? fragte Morio. Ich kann nichts garantieren, aber ich glaube, dass Menoli stark genug ist, den Ritus zu überstehen. Sie kann nicht hoffen, ihren Meister zu besiegen, wenn sie nicht zuvor ihre Furcht überwunden hat. Sie muss sich von den Ketten lösen, die er zwischen sich und ihr geschmiedet hat. Versteht ihr das? Camilles Stimme erklang. Das klingt vernünftig, aber hört mir gut zu, Mönch. Wenn ihr sie in irgendeiner Weise leiden lasst, die für das Ritual nicht notwendig ist, wenn ihr ihr übel mitspielt oder sie quält, dann reiße ich euch das Herz heraus und verfüttere es an die nächste Leichenzunge. Habt ihr auch mich verstanden? Nach einer kurzen Pause sagte er, ihr habt euch unmissverständlich ausgedrückt, Tochter des Mondes. Jaret kramte mit irgendetwas herum. Das Geräusch von Blut, das in einen Kelch tropfte, drang an meine Ohren. Der Duft erfüllte den Raum, metallisch und klar und köstlich. Dann erklang dreimal eine Glocke und ich spürte, wie er um das Podium herumging, gegen den Uhrzeigersinn, gegen den Lauf der Sonne. Wenn ich den Ritus erst begonnen habe, müssen wir ihn beenden, verstehst du das? Wir können nicht aufhören, denn sonst könnte die Energie sich gegen uns wenden. Jaret stand in der Nähe meines Kopfes. Ich konnte ein Schaudern nicht unterdrücken. Prachtvoller Engel, Engel des Blutes, erhebe dich und begegne deinem Schöpfer. Prachtvoller Engel, Engel des Blutes, erhebe dich und fordere deinen Meister. Prachtvoller Engel, Engel des Blutes, erhebe dich und verlange, was dein ist. Prachtvoller Engel, Engel des Blutes, kehre zurück zu deiner Geburt. Er umkreiste den Tisch und seine Stimme drang mit einer steifen Brise zu mir, die plötzlich durch den Raum fegte. Die Energien schlugen um und ich spürte, wie ich tiefer hinabtrieb, wie mein Bewusstsein vom Tonfall seiner Worte, vom Rhythmus seines Herzschlages eingelullt wurde. Deine Erwartungen, gib sie auf. Deine Zweifel, gib sie auf. Deine Ängste, gib sie auf. Deine Stärke, gib sie auf. Deine Wut, gib sie auf. Deine Beherrschung, gib sie auf. Drei Tropfen Blut klatschten auf meine Stirn und der verlockende Duft drang mir in die Nase. Obwohl ich erst vor ein paar Stunden getrunken hatte, stieg der Durst in mir auf und meine Gier erwachte. Ich zerrte an den Fesseln, wollte frei sein und jagen. Ich kann nicht, dachte ich, ich kann nicht, ich kann nicht einfach loslaufen und auf den Straßen der Stadt nach frischem Blut suchen. Geschöpf der Nacht, Dämon des Blutes, drehe die Uhr zurück, zurück durch die Minuten und Stunden und Jahre. Kehre zurück zu der Nacht, in der du neu geboren wurdest. Kehre zurück zu der Nacht, da du verwandelt wurdest. Drei weitere Tropfen, doch diesmal ließ er sie auf meine Lippen fallen und verrieb sie sacht mit den Fingern. Ich zwang mich nicht, in sein warmes Fleisch zu beißen, als er die Hand zurückzog. Meine Zunge zuckte hervor und ehe ich mich daran hindern konnte, hatte ich mir das Blut von den Lippen geleckt. Heilige Scheiße! Eine sengende Flamme verschlang mich von innen und ich bäumte mich gegen die Fesseln auf. Einen Augenblick lang glaubte ich, er hätte mir einen Pflock durch die Brust gestoßen, doch als der Schmerz nachließ, merkte ich, dass es Magie war, die das bewirkt hatte. Magie in dem Blut, das ich eben gekostet hatte. Diesen Gedanken hatte ich noch kaum verdaut, als ich zu fallen begann, mich rasend schnell von meinem Körper wegbewegte, aus dem Raum geschleudert wurde, fort von dem Tisch, Yaret, meiner Schwester und Morio. Was zur... Ich verstummte, als ich auf einer harten Fläche landete. Ich schlug die Augen auf und erkannte, dass ich wieder in der Höhle war, in die Dredge mich geschleppt hatte, nachdem er mich erwischt hatte. Und er war da, ragte über mir auf, einen grausigen Ausdruck auf dem Gesicht, während er meine Haut mit seinen Fingernägeln aufritzte. Schmerz rollte in Wogen über mich hinweg. Es kam mir vor, als könnte ich schon seit Stunden nicht einmal mehr schreien. Ich lag nackt auf einem flachen Felsen tief in dem Höhlensystem. Wenn ich doch nur das Bewusstsein verlieren könnte, bis alles vorbei war und mich meinen Ahnen anschließen würde. Ich versuchte, durch schiere Willenskraft in Ohnmacht zu fallen, den Nebel des Vergessens hervorzulocken. Aber mein Geist war zu stark. Meine Präsenz in der Gegend war zu solide. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich die Kante des Seligen nichts beinahe ertasten. Aber jedes Mal, wenn ich in diesen himmlischen Abgrund abzurutschen begann, grub Dredge die Nägel ein wenig fester ein, verzerrte meine Haut ein wenig grausamer, um mich zurückzuholen. »Gib noch nicht auf, Liebes«, sagte er. Seine Stimme war wie kühler Balsam. Sie beruhigte mich für einen Sekundenbruchteil, sodass ich mich entspannte, ehe er mein Fleisch erneut zerfetzte. »Betrachte es nicht als Bestrafung«, flüsterte er. »Du hast im Grunde gar nichts damit zu tun. Ich schicke eine Botschaft, und du bist zufällig mein Pergament.« Während ich blutete, Tropfen um Tropfen, konnte ich raue Zungen auf dem Boden hören, die die Tränen meines Körpers gierig aufschleckten. Es drehte mir den Magen um. Dredge bemerkte es, hielt inne und kippte mich zur Seite, als ich mein Frühstück von mir gab. »Wir wollen doch nicht, dass du an deine eigenen Kotze erstickst, nicht wahr?« bemerkte er. »Fick dich, du Bastard«, sagte ich und spuckte den widerlichen Schleim aus, der in meinem Mund zurückgeblieben war. »Wenn du mich töten willst, tu es einfach. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod.« Bis zu dem Augenblick, da er mich erwischt hatte, wäre das eine Lüge gewesen. Aber die Qualen, die ich in den letzten Stunden erlitten hatte, ließen mir den Tod wie eine gemächliche Kreuzfahrt in die Unterwelt erscheinen. Dort wäre alles vorbei. Dort würde ich frei sein. Das weiß ich. Deshalb lassen wir es ja hübsch langsam angehen. sagte er und trat dann zurück. »Und jetzt, da du fertig dekoriert bist, können wir mit dem eigentlichen Vergnügen beginnen.« Ich blinzelte. Was konnte er mir denn sonst noch antun? Und dann fing er an, sich auszuziehen. »Nein, nein, du bist zu erbärmlich, um mir die Stiefel zu lecken, du Drecksack!« Der Schmerz und die Angst vor dem, was mir jetzt bevorstand, fachten meine Wut von neuem an, und ich riss an den schweren Ketten, die mich an den Stein fesselten. Er lachte. Immer noch so temperamentvoll. Das gefällt mir. Er beugte sich über mich und sein lockiges Haar kitzelte mich im Gesicht und an den Schultern und tat mir weh, weil es an den blutigen Schnitten kleben blieb, die sich in einem feinen Muster kreuz und quer über meinen Körper zogen. Dredges Augen waren Stahl und Eis, Rohdiamanten und seine Lippen so üppig und einladend, dass ich beinahe weinen musste. Wie konnte jemand, der so schön war, so grausam sein? Ich schauderte, als er auf den Steintisch stieg, erregt, steif und gierig in der Nacht. »Du willst mich, nicht wahr? Du willst es so sehr, dass du schon tropfnass bist. Ja, Baby, du hast mich ganz für dich«, sagte er und drang tief in mich ein. Sein Schaft war aus eisig-kaltem Fleisch und er drängte sich gegen meine Hüften. Die zahllosen Schnitte an meinem Körper brannten und folterten jeden meiner Nerven, während er sich auf mir bewegte und die Schnitte immer weiter aufriss. Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch unter einem Fleischklopfer. »Zähle bis hundert. Denk an nichts als Zahlen. Wenn ich es schaffe, bis hundert zu zählen, ist es vorbei.« Also konzentrierte ich mich, zählte leise vor mich hin und machte jede einzelne Zahl zur ganzen Summe meiner Existenz. Ich zählte bis hundert. Fünfhundert. Zweitausend. Endlich begann die Welt zu verblassen. Immer noch tief in mir richtete Dredge sich ein wenig auf und rüttelte mich damit aus der herrlichen Betäubung auf. Als ich ihn mit glasigen Augen anstarrte, hob er die Hand und schlug mir ins Gesicht. »Wag es ja nicht, mir jetzt schon weg zu sterben«, sagte er und schlitzte sich knurrend mit einem seiner rasiermesserscharfen Fingernägel das linke Handgelenk auf. Ich starrte auf das schillernde Blut, das an seinem Arm hinabran. Ohne Vorwarnung drückte er mir das Handgelenk auf den Mund und presste mir die Schnittwunder an die Lippen. Ich schnappte nach Luft und versuchte, den Kopf wegzudrehen. Aber das Blut floss in meinen Mund, und ich glaubte zu ertrinken. Ich konnte nichts anderes tun als schlucken. »Braves Mädchen«, sagte er. »Braves Mädchen, trink schön, stille deinen Durst.« Und plötzlich merkte ich, dass mein Mund und meine Kehle vom vielen Schreien ganz ausgedörrt waren. Ohne einen weiteren Gedanken saugte ich an seinem Handgelenk, nahm die kostbare Flüssigkeit in mich auf, die den unerträglichen Schmerz linderte. »So ist es richtig. Schön saugen, trink, kleines Mädchen, nimm einen tiefen Schluck.« Dredge hielt meinen Kopf mit einer Hand. Er bewegte sich sanft in mir, und seine Augen leuchteten triumphierend. Als der Schmerz nachließ, wehrte ich mich dagegen, dass meine Erregung wuchs. »Nein, ich wollte das hier nicht genießen.« »Bitte nicht, bitte lass mich nicht kommen«, betete ich. Aber dann, ehe ich mich davon abhalten konnte, verlor ich die Kontrolle und fiel in einen Orgasmus, der die Sterne erbeben ließ. Als die gewaltige Energie sich widerlegte, merkte ich, dass mir nichts mehr wehtat. Ich blickte mich um und sah meinen Körper auf dem Stein und Dredge, der mit triumphierender Miene neben mir stand. »Was weißt du schon«, dachte ich. »Ich bin tot und ich bin frei, ganz gleich, was er jetzt mit meinem Körper macht. Er kann mir nicht mehr wehtun.« Ich setzte mich in Bewegung und fand mich in einer Eishöhle wieder. Hell wie Gletscherwasser, schillernd, rein und klar. Nun würde ich also meinen Ahnen begegnen. Ein Licht am Ende des Eistunnels lockte und ich rannte darauf zu. Ich fühlte mich frei und glücklich und war bereit, das Land der silbernen Wasserfälle zu betreten. Dorthin ging das Volk meines Vaters nach dem Tod. Plötzlich erschien eine Gestalt, als bilde sie sich aus Nebel und Schatten. Meine Mutter, die auf der anderen Seite auf mich wartete. »Mutter!« Ich rannte auf sie zu. »Sie hatte also doch zu den Ahnen meines Vaters gehen dürfen, obwohl sie ein Mensch war. Jetzt würden wir gemeinsam wandeln.« »Männoli, komm zu mir, meine Kleine!« Ihr Gesichtsausdruck war so schön, so beglückt, dass mir Tränen über die Wangen liefen. Sie würde mich schützen, mich läutern, meine Seele heilen. Aber in diesem Augenblick spürte ich ein Zupfen in meinem Nacken. Ich blickte über die Schulter, sah zurück und sah einen silbernen Faden, der mich mit meinem Körper verbannt. »Verflucht! Was zur Hölle ist das? Ich bin doch tot! Was würde ich denn noch tun müssen, um diesem Monster zu entkommen?« Das Band veränderte die Farbe. Es wurde blutrot und die Farbe bewegte sich von meinem Körper her auf mich zu. Was zum Teufel! Was auch immer das war, die Energie fühlte sich verdorben an und ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich versuchte, das Ende des Tunnels zu erreichen, aber das Band zog mich immer stärker zurück. Als die blutrote Spur, die daran entlangkroch, meinen Geist erreichte, spürte ich, wie ich von meinem Körper wieder eingesaugt wurde. »Nein! Ich will nicht zurück! Wieder in diesen vernarbten, von Schmerz erfüllten Körper zurückkehren! Dredge wieder hilflos ausgeliefert sein! Niemals!« Ich wehrte mich dagegen. Mutter sah erstarrt und mit entsetztem Gesicht zu, wie ich mich gegen den Sog stemmte. »Menoli! Mein Baby! Lass sie gehen! Verflucht sollst du sein!« Tränen rannen ihr übers Gesicht. Sie fiel auf die Knie und streckte die Arme aus. Eine warme Wolke aus glitzernem Licht bewegte sich auf mich zu. »Mutter!« Ich kreischte verzweifelt und kämpfte weiter. »Wenn ich nur ihr Licht erreichen könnte, wäre ich in Sicherheit. Aber die Kraft des Bandes wurde immer stärker. Ich will nicht zurück! Mutter! Rette mich! Bitte! Hilf mir!« Und dann begann das Licht zu verblassen. Ich hörte sie meinen Namen schreien, aber sie verschwande der Dunkelheit, als ich aus der Eishöhle gezerrt wurde, zurück in meinen Körper, der sich so kalt anfühlte wie Stein. Ich fiel durch Schicht um Schicht meiner Haut, spürte den fehlenden Puls, den fehlenden Atem, als ich mich in der stillen Hülle ausstreckte, die all die Jahre lang mein Zuhause gewesen war. Während ich verzweifelt darauf wartete, meinen Herzschlag zu spüren, geriet ich in Panik. Ich würde ersticken. Ich wand mich, warf mich nach links und rechts, Dredges Lachen drangen meine Ohren, ich öffnete die Augen, richtete mich ruckartig zum Sitzen auf und riss dabei die Ketten aus dem Stein. »Sie ist stark, Meister«, sagte einer der Schatten in der Ecke der Höhle. »Ja«, sagte Dredge, »das ist sie. Sie wird uns noch sehr nützlich sein.« Während er sprach, streckte er die Hand aus, und ich sah eine winzige Figur auf seiner Handfläche stehen. »Es war ein Schatten von mir.« Er drückte zu, und meine Rippen wurden zusammengepresst. Ich jaulte auf. Dann ließ er los, und ich konnte mich wieder entspannen. »Tanze, mein Püppchen«, sagte er. Meine Beine schwangen sich von selbst über den Rand des steinernen Tisches, und ich konnte mich nicht davon abhalten. Ich stand auf und begann zu tanzen. »Nein, du kannst mich nicht kontrollieren. Das lasse ich nicht zu.« Wieder lachte er. »Hahaha! Hast du Durst, Neugeborene? Geh nach Hause. Trinke so viel du willst. Geh nach Hause zu deiner Familie. Reiße ihnen die Herzen heraus, und dann werde zu einer Geißel der Welt. Vernichte alle, die sich dir in den Weg stellen.« Mit seinen Worten traf mich der Durst wie ein schwerer Vorschlaghammer. Blut. Ich brauchte Blut. Ich musste trinken. Alles, was ich sehen konnte, war ein roter Nebel aus Schmerz und Begehren, und ich riss mir die Fesseln von Hand und Fußgelenken. Dredge trat zurück, und sein Lachen hallte von der Höhlendecke wieder, als ich in die späte Nacht hinausrannte. Ich musste nach Hause und trinken, und dann wurde die Welt schwarz. »Mänoli, kannst du mich hören?« Eine Männerstimme drang durch den Schleier aus Schmerz, der sich um meinen Geist geschlungen hatte. »Wo war ich? War ich noch in der Höhle?« Und dann fiel es mir wieder ein. Ich war sicher, in einem Tempel, gefesselt, aber geführt und beschützt von jemandem, der mir helfen wollte. Ich leckte mir die Lippen und erwartete, dass meine Stimme vom vielen Schreien heiser klingen würde, doch sie klang klar und ruhig aus meiner Kehle. »Ja, ich kann euch hören.« »Wir haben mit angesehen, was dir widerfahren ist. Nun, da wir alles wissen, können wir versuchen, das Band zu kappen, das dich an Dredge fesselt. Verstehst du, was ich dir sage?« Die Worte trieben durch meine Gedanken, und plötzlich stand mir der Moment vor Augen, als Dredge mir befohlen hatte, zu tanzen. »Ein Püppchen! Er hatte mich als seine Marionette bezeichnet. Was soll ich tun?« »Du musst zu diesem Augenblick zurückkehren und den Energiefluss finden, der euch beide bindet. Es ist nicht nur sein Blut, das ihn zu deinem Meister macht.« »Zurückkehren?« hatte er »Zurückkehren« gesagt, das Letzte, was ich wollte, war, noch einmal in diesen Sumpf aus Schmerz und Wut einzutauchen. Aber dann baumelte der Gedanke daran, endlich frei zu sein vor meinem geistigen Auge wie eine Karotte vor einem Pferd. »Was muss ich tun? Wie soll ich das machen?« »Es ist ganz einfach. Du gehst zurück, und ich werde dabei sein und dich stützen. Konzentriere dich darauf, das Band zu finden, das dich an ihn kettet. Wir müssen genau wissen, wo in deiner Aura es befestigt ist, damit wir es abtrennen können. Bevor wir diese Trennung vollziehen, müssen wir herausfinden, wo er ist. Dazu musst du von der Gegenwart aus durch dieses Band Verbindung zu ihm aufnehmen und seine Seele berühren.« Jaret strich mir eine Strähne aus der Stirn, und diese einfache Geste der Freundlichkeit brachte mich fast zum Weinen. Die Vergangenheit noch einmal zu durchleben war anstrengend, schmerzhaft. Aber wenn es schon so schlimm ist, sie sich anzusehen, dann stell dir nur vor, was sie jeden Tag, jede Stunde, jede Minute bei dir anrichtet, solange du diese Last mit dir herumschleppst. Die Worte halten durch meinen Kopf und ich blinzelte hinter der Augenbinde. All mein Zorn und Kummer konnten nicht weggewischt werden, als sei das alles nie geschehen. Aber vielleicht konnte ich diese Last abwerfen, einfach aufhören, sie weiterzutragen und sie loslassen. »Also schön«, sagte ich. »Tun wir's. Wie kann ich verhindern, dass ich von den Erinnerungen verschluckt werde?« »Ich werde an deiner Seite sein, nun, da ich weiß, was geschieht«, sagte er. »Lehn dich an mich. Verlass dich auf meine Kraft.« Als der Geruch von Blut näher kam, sagte ich, »Dredge hat das auch versucht, nicht wahr? Ihr habt ihn zu dem Augenblick seiner Verwandlung zurückgeführt.« Jaret seufzte tief. »Ja, das hab ich getan. Ich wusste nicht, dass er zuvor im Leben ein Priester des Jakaris gewesen war. Ich wusste nichts von den Jahren der Perversion, die seine Seele verstümmelt haben. Deshalb ist das Ritual furchtbar fehlgeschlagen. Er war nicht bereit, seinen Zorn loszulassen, sondern er suchte nach einer Möglichkeit, die Macht seines Meisters in sich aufzunehmen. Und es hat funktioniert. Ich nahm mir einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Dredge hatte seine Macht vermehren wollen und Jaret zu diesem Zweck hereingelegt. Er hatte sich der Seele des Bösen verschrieben. Ich würde nicht in die Fußstopfen meines Meisters treten, koste es, was es wolle. Ich bin bereit. Nach einer kurzen Pause begann Jaret erneut mit seiner Litanei. Und drei weitere Tropfen landeten auf meiner Stirn. »Deine Erwartungen, gib sie auf. Deine Zweifel, gib sie auf. Deine Ängste, gib sie auf. Deine Stärke, gib sie auf. Deine Wut, gib sie auf. Deine Beherrschung, gib sie auf.« Dann kamen die drei Tropfen auf meine Lippen. Meine Zunge schnellte hervor und leckte sie auf, und ich wappnete mich für das, was mir bevorstand. »Geschöpf der Nacht, Dämon des Blutes, drehe die Uhr zurück, zurück durch die Minuten und Stunden und Jahre. Kehre zurück zu der Nacht, in der du neu geboren wurdest. Kehre zurück zu der Nacht, da du verwandelt wurdest.« Ich war wieder in der Höhle, in meinem kürzlich verstorbenen Körper. Aber diesmal spürte ich einen goldenen Schein, der meinen Kopf barg, während ich verzweifelt versuchte, mich zurechtzufinden. Ich war tot. Ich war tot. Und Dredge hatte mich in einen Vampir verwandelt. Nein, warte, das war ein Traum, eine Vision, durch die ich nur hindurchging. So ist es, dachte ich, und durchbrach meine Angst. Mein Name ist Menoli, und ich bin seit zwölf Erdweltjahren ein Vampir, und in Wirklichkeit liege ich auf einem Podium im Tempel des Gerichts. Dies sind nur Schatten der Vergangenheit. Ich versuchte, mich zu konzentrieren und Yaret zu finden. Dann erkannte ich, dass er der goldene Schimmer war, der meinen Kopf barg. Er war hier und wachte über mich. Instinktiv versuchte ich, tief Luft zu holen. Aber meine Lunge wollte mir nicht gehorchen. Moment. Ich bin tot. Meine Gedanken sortierten sich wie von selbst, als die Erinnerung mir zur Hilfe kam. Ach ja, dachte ich, ich hatte über ein Jahr gebraucht, um zu lernen, Atem zu holen. Währenddessen hatte ich viel zu viele Tage lang geträumt, ich müsste ersticken. Yarets Hände strichen über meine Schultern und erinnerten mich daran, dass ich nicht dort mit Dredge gefangen war. Ich würde dieses Jahr des Wahnsinns nicht noch einmal durchmachen müssen, wie ein Tier in einen Silberkäfig gesperrt, während der AMD versuchte, meine Seele aus der völligen Zerstörung zu retten, die Dredge angerichtet hatte. Jetzt wurde es Zeit, dieses Band zu finden. Ich zwang mich, mich zu entspannen und erkundete die verschiedenen Energien, die durch meinen Körper strömten. Blut und Vergewaltigung und Folter hatten Bolde erschaffen, spirituelle Parasiten, die aus intensiven Emotionen entstanden. Zum ersten Mal sah ich jetzt, dass sie sich in meiner Aura festgesetzt hatten und nach all den Jahren vermutlich immer noch da waren. Schaudernd versuchte ich, sie zu verscheuchen, doch Yarets tätschelte mir die Schulter und ich ließ sie vorerst in Ruhe. Ich erforschte meinen Körper genau und suchte nach dem Band, das mich fesselte. Mein Körper war zermartert und vernarbt. Als ich gestorben war, waren die Wunden noch frisch gewesen. Wenn ich in meinem neuen Daseinszustand erwachte, würden sie verblassen, nicht länger blutig und frisch, aber die Narben würden für immer bleiben, vom Hals bis zu den Fußknöcheln und mich als eines seiner Geschöpfe brandmarken. Plötzlich hielt ich inne. Da war etwas. Es trat aus meinem Nacken hervor. Ich blinzelte. Warum hatte ich das noch nie bemerkt? Vermutlich, weil du dir noch nie die Mühe gemacht hast, nachzuschauen. Aber da war das Band, wie eine Schnur, die zu Dredge führte und in seinem niedersten Chakra verankert war, dem Energiewirbel des Überlebens. Ich widerstand dem Drang, etwas Dummes zu versuchen, zum Beispiel das Band selbst herauszureißen, und ich bemühte mich stattdessen, Yaret wissen zu lassen, dass ich gefunden hatte, was wir suchten. Im nächsten Augenblick schoss ich aus der Höhle heraus und zurück in die Gegenwart. Als ich die Augen aufschlug, war die Augenbinde weg, und die Silberschellen waren von meinen Hand- und Fußgelenken entfernt worden. Yaret half mir, mich aufzusetzen, und lächelte mich an. Es führt von meinem Nacken zu Dredges niederstem Chakra, sagte ich. Manoli! Camille eilte an meine Seite und ihr Gesicht glänzte vor Nässe. Ein Glück, dass sie wasserfeste Wimperntusche trug. Morio hielt sich zurück. Ich sah Yaret an. Wie viel wissen Sie? Camille antwortete. Wir haben alles gesehen. Es war, als würden wir uns einen Film anschauen. Wir haben auch alles gehört. Sie sank auf die Knie und knetete ihren Rocksaum, während ihr neue Tränen übers Gesicht liefen. Ich wusste nicht, dass es so schlimm war. Es tut mir so leid. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht. Das. Bitte verzeih mir. Ich glitt von der Plattform und merkte, dass ich mich wie seekrank fühlte, aber sonst ganz normal. Ich kniete mich neben sie und zog sie an mich. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Oder die Leila. Ich will auch jetzt nicht, dass sie es erfährt. Sie ist nicht stark genug, um damit fertig zu werden. Camille presste die Lippen an mein Gesicht, küsste meine Wangen, meine Augen, meine Stirn. Meine tapfere Meloli. Mutter hat versucht. Sie hat versucht, dir zu helfen. Ich weiß, sagte ich und starrte zu Boden. Und ich habe immer irgendwie geglaubt, sie sei schuld daran. Ich dachte, sie wäre nicht stark genug gewesen, mir zu helfen, weil sie ein Mensch war. Jetzt verstehe ich es. Sie wollte mir helfen, aber gegen Dredges Macht über mich konnte sie nichts ausrichten. Du bist in ein Vampir verwandelt worden. Meloli, kein sterblicher Geist, kann diese Verwandlung verhindern, weder in der physischen Welt noch auf der Astralebene. Aber sie hat es versucht. Sie liebt dich. Ich fragte mich, wie sehr meine Mutter wohl das lieben konnte, wozu ich geworden war, schob den Gedanken aber rasch beiseite. Das Wichtigste ist, dass wir den Ansatzpunkt von Dredges Fessel gefunden haben. Und dass ich weiß, was du durchgemacht hast, sagte Camille. Jetzt kann ich dich ein bisschen besser verstehen. Das auch, sagte ich leise. Vielleicht war es besser so. Vielleicht würde Camille mir helfen können, wenn die Raserei und der Hunger mich zu überwältigen drohten. Ich blickte zu Morio auf, der mich mit ernstem Gesichtsausdruck ansah. Manoli, du solltest die Leila nicht unterschätzen, sagte er. Eines Tages muss sie diese Dinge vielleicht wissen, um ihrer eigenen Sicherheit willen. Schreib sie nicht als einen Schwächling ab. Ich blinzelte. Trillian hatte etwas ganz Ähnliches zu mir gesagt. Vielleicht sollte ich auf die beiden hören. Daran werde ich denken. Ich ließ mir von Yaret aufhelfen. Was tun wir jetzt? Wie viel Zeit bleibt uns bis zum Morgengrauen? Er holte tief Luft. Ich hatte dir ja gesagt, dass wir heute Nacht außerhalb der Zeit operieren. Du wirst vor Sonnenaufgang zu Hause sein. Folgt mir. Er führte uns in einen Raum zur Linken. In den Marmorboden war ein Pentagramm aus Hämatit eingelassen. Selbst ich konnte die erdene Kraft des polierten Metalls spüren, das die Magie im Boden verankerte. Ansonsten war der Raum leer, bis auf vier Podeste, eines für jedes Viertel des Kreises um das Pentagramm. Gezinkte Ständer, darauf hielten Edelsteine so groß wie meine Faust. Kamil starrte die Juwelen mit großen Augen an. Im Norden war ein Smaragd, im Osten ein Diamant, im Süden ein Rubin und im Westen ein Saphir. Ich tippte ihr auf die Schulter. Dein Edelsteintick hängt raus. Sie warf mir ein Lächeln zu. Sind sie nicht prächtig? Ich wusste gar nicht, dass ein paar von diesen Edelsteinkristallen so groß werden können. Sie müssen ein Vermögen wert sein. Ich wandte mich zu Yaret um. Wie schützt ihr sie gegen Diebe? Yaret starrte mich an, offensichtlich belustigt. Glaubst du wirklich, irgendjemand könnte sich nicht nur unbemerkt in die Stadt der See einschleichen, sondern auch noch trotz all unserer Banne und Bindezauber durch unseren Tempel bis hierher vordringen? Zunächst einmal befinden wir uns außerhalb der normalen Zeit. Innerhalb dieses Raumes haben wir ein Parallelreich betreten, und es gibt nur einen Weg herein oder hinaus. Die Tür, durch die ihr eingetreten seid, ist nur sichtbar, wenn wir es wünschen. Morio und Kamil umrundeten das Pentagramm. Morio schnupperte. Die Magie hier ist sehr dicht. Ja, und hier werden wir Dredges Aufenthaltsort feststellen und seine Verbindung zu Menulikappen. Yaret gab Morio einen Wink. Übernehmt das Element der Luft, wenn ihr so freundlich wärt. Morio blickte überrascht rein, gehorchte aber, und Yaret wandte sich an Kamil. Wenn ihr im Westen wachen würdet? So ging sie zu dem Saphir hinüber und stellte sich daneben auf. Wo soll ich hingehen? fragte ich, bereit, die Sache ins Rollen zu bringen. In die Mitte. Aber jetzt noch nicht. Er klatschte in die Hände und die Tür öffnete sich erneut. Zwei verhüllte Gestalten glitten herein. Ich konnte nicht einmal ansatzweise ihre Gesichter unter den Kapuzen erkennen. Sobald die Steine aktiviert sind, gehst du in die Mitte. Ich folge dir und schließe dann den Kreis. Die Lichtkugeln unter der Decke dämpften ihren Schein. Yaret gab einer der Gestalten einen Wink. Tut es ihr einfach gleich, wies er Kamil und Morio an. Die verhüllte Frau, auf so engem Raum konnte ich ihren köstlichen Duft riechen, hob beide Hände und umfasste den Smaragd. Der Stein begann zu leuchten, erst nur ein Glimmen ganz im Zentrum, das sich dann ausdehnte. Ein Lichtstrahl schoss aus dem Kristall hervor, direkt in die Mitte des Diamanten. Bei Erde und Laub, Heilige und Schütze, diesen Ort, heilte das Flüstern der Frau durch die Kammer. Morio warf Yaret einen Blick zu und dieser bedeutete ihm, dass nun er an der Reihe war. Morio packte den Diamanten mit beiden Händen und sog scharf die Luft ein. Auch dieser Kristall begann zu glühen und schimmerte gleich darauf, so gleißend weiß, dass es mir fast die Augen versenkte. Der Strahl schoss hervor und küßte den Rubin. Bei Wind und Sturm, Heilige und Schütze, diesen Ort, sagte Morio und seine Stimme zitterte ein wenig. Yaret nickte dem verhüllten Mann hinter dem Rubin zu. Irgendetwas an ihm kam mir bekannt vor, aber ich konnte es nicht recht fassen. Er hob die Hände und wieder schoss ein Lichtstrahl durch den Raum, diesmal so tiefrot wie Blut. Bei Sonne und Feuer, Heilige und Schütze, diesen Ort. Einen Augenblick, sagte Yaret und hob die Hand, um Kamil zurückzuhalten. Komm, Menoli. Er führte mich durch die Öffnung zwischen den westlichen und nördlichen Podesten hindurch in die Mitte des Pentagramms und wandte sich dann zu Kamil um. Schließt die Banne, sagte er. Kamil ergriff mit beiden Händen den Saphir und der Strahl schoss hervor und berührte den Smaragd. Bei Eis und Wasser, Heilige und Schütze, diesen Ort. Noch während sie sprach, war ein Grollen aus dem Boden zu hören, das aus dem Mittelpunkt des Pentagramms kam, und ein Podest erhob sich aus den Marmorfliesen, auf dem eine riesige Kristallkugel ruhte. Und jetzt, sagte Yaret und sah mich an, ist es an der Zeit, dass wir herausfinden, wo Dredge ist, und deine Verbindung zu ihm aufheben. Ich kniete mich vor das Podest und legte die Hände an die Kristallkugel. Das war der entscheidende Augenblick. Ich hoffte nur, dass Dredge nicht bemerkte, was geschah, und ein Blutbad anrichtete, ehe wir es nach Hause schaffen konnten. Die Kristallkugel begann zu leuchten, und meine Finger kribbelten. »Blicke in die Kugel! Denke an Dredge! Erinnere dich an jene Nacht!« Yaret stand hinter mir, die Hände auf meinen Schultern, und unterstützte mich mit seiner Energie. »Dredge, wo zum Teufel steckst du?«, flüsterte ich. Ein Wirbel bildete sich in dem Kristall. Yaret stützte mich, und ich schaffte es, beide Hände an der Kugel zu halten. Wir waren immer noch miteinander verbunden. Wenn Dredge herausfand, dass ich ihm nachspionierte, wäre er im Vorteil. Was bedeutete, dass ich in seinen Geist hineinschlüpfen und wieder verschwinden musste, ehe er etwas merkte? Der Nebel in der Kristallkugel wirbelte herum, ein Blendwerk aus roten und bronzefarbenen Bändern. Ich wurde tief in die schillernden Farben hineingesogen. Sie kreisten und hüpften wie Schlangen in einem Paarungstanz. Der Raum verdunkelte sich, und ich wurde durch den Äther geschleudert auf eine strahlend dunkelrote Gestalt zu. Als ich näher kam, spürte ich die gewaltige, tödliche Präsenz meines Meisters, und dann war er da. Dredge, im Zentrum des leuchtend blutroten Lichtes. Aus diesem Blickwinkel verstand ich, warum er so viel Autorität ausstrahlte. Dredge war pure Macht, von der Gier und Lust, die im Laufe der Jahre in ihm gewachsen waren, in einem unsterblichen Körper gefangen gehalten. Das Chaos um ihn herum zielte auf die Welt wie hundert Pfeile in alle Richtungen, abgeschossen auf alles und jeden, der in seine Reichweite kam. Ein tiefes Lachen aus nächster Nähe erschreckte mich. Ich wandte den Kopf, um nachzusehen, wer da war. Ein gewaltiger Wolf ragte über Dredge Schulter auf. Aber das war kein Wehrwesen, kein Lykantrop, kein Naturgeist. Nein, ich erkannte sofort, wer das war. Loki, der Herr der Täuschung, Herr der Riesen, Herr des boshaften Unfuchs. Und Loki hielt Dredges Seele fest in der Hand. Er hatte also einen Handel mit einem Gott des Lasters geschlossen und war zu seiner Hand geworden, die Chaos und Wahnsinn verbreitete. Ich konnte das Band aus Feuer und Frost sehen, das Dredge mit dem Halbgott verbannt. Kein Wunder, dass der Vampir im Laufe der Jahre so mächtig geworden war. Seine Seele gehörte Loki und Dredge fütterte ihn mit der Verwüstung, die Loki so gern säte. Was bedeutete, oh ihr Götter, Loki war Dredges Meister. Kein Wunder, dass es Yaret nicht gelungen war, Dredge zu befreien. Und Dredge hatte einen Teil von Lokis Macht in sich aufgenommen. Ich schüttelte den Kopf und konzentrierte mich auf meine Aufgabe. Bisher hatte der Halbgott mich nicht bemerkt und dabei wollte ich es belassen. Mit Dredge konnte ich es wohl aufnehmen, aber mit Loki? Kein Sterblicher forderte die Götter heraus und überlebte. Das galt auch für Vampire und deshalb war Dredge noch an ihn gebunden. Ich schlüpfte um ihn herum und starrte ihn an. Dredge blinzelte nicht einmal. Yaret hatte mir versichert, dass Dredge mich nicht wahrnehmen würde, außer er konzentrierte sich bewusst auf die Astralebene und offenbar war seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet. Selbst wenn ich jetzt den Arm um seine Schulter legte, würde er mich nicht spüren, denn er war mein Meister. Wir kommt der schwierige Teil. Yarets Gedanken vermischten sich mit meinen und mir wurde klar, dass er sich in meinem Kopf herumtrieb. Irgendwie hatte er es geschafft, sich in meinen Geist zu schleichen. Normalerweise würde mich das Fuchsteufels wild machen, aber im Augenblick war ich nur froh, nicht allein zu sein. Was soll ich tun? Ich richtete diesen fragenden Gedanken intensiv auf Yaret aus und machte meine Sache offenbar zu gut, denn ich spürte ihn zusammenfahren. Ginge es auch etwas leiser, bitte? Ich blinzelte. Hoppla, Entschuldigung, dachte ich, aber er winkte geistig ab. Hör mir genau zu. Du musst in ihn hineintreten, durch seine Augen schauen und sehen, was er sieht. Versuche aus dem, was er gerade sieht, zu schließen, wo er sein könnte. Aber du hast nicht viel Zeit. Sobald du etwas findest, das dir seinen Aufenthaltsort verrät, zieh dich sofort zurück und dann zertrennen wir das Band zwischen euch. Ich kann jetzt deutlich sehen, wo es ist. Spiel nicht die Heldin, du kannst nicht lange in ihm verweilen. Er wird dich rasch bemerken. Verstanden? Ja, ich wollte das nicht tun, aber ich hatte verstanden. Mein Magen verknotete sich, als ich an Dredges Seite trat. Selbst hier auf der Astralebene konnte ich ihn riechen und dieser Geruch katapultierte mich in die Erinnerung zurück. Ich erlebte seine Berührung, sein Lachen, seinen Penis, der in mich eindrang und mich bis in die Tiefe meines Herzens einfrieren ließ. Und dann presste er das Handgelenk an meine Lippen, zwang mich zu trinken und ich erfuhr, was es bedeutete, allein zu sterben. In Schmerz und Zorn. Geh endlich! Bleib nicht in deinen Erinnerungen stecken! Jarets Gedanken klangen drängend. Ich fuhr mir mit der Zunge über die Lippen und schmeckte immer noch Dredges Blut in meinem Mund. Entschuldigung, ich gehe ja schon. Ich schüttelte den Kopf. Die Vergangenheit war vergangen. Es war an der Zeit, vorwärts zu gehen. Und das bedeutete, den Drecksack zu töten, der mich in diesen Albtraum hinabgezerrt hatte. Ich sprang. Den Seelenkuckuck zu spielen, behagte mir nicht, aber wenn ich den Teufel selbst infiltrieren musste, dann würde ich das tun. Als ich in seinen Körper eintrat, durchfuhr mich ein Kraftstoß. Plötzlich dachte ich daran, seine Seele zu töten und diesen Körper zu übernehmen. Kiyoka hatte es getan, und mit Dredges Körper besäße ich eine Macht, die ich mir in meinen wildesten Träumen nicht hätte vorstellen können. Doch dann erinnerte ich mich an das Band, das Dredge an Loki fesselte, und ließ diese Idee rasch wiederfallen. Einen degenerierten Meister gegen einen Herren einzutauschen, der noch zehnmal schlimmer war? Nein, danke. Ich orientierte mich rasch und schaffte es gleich darauf, mich umzudrehen, sodass ich jetzt aus Dredges Augen schauen konnte. Der Raum, in dem er stand, war recht groß und schön eingerichtet. Ich wollte mich nach Aaron umsehen, aber Dredge starrte aus dem Fenster, und mir blieb nur der Blick auf die Aussicht. Während ich auf das nächtliche Seattle hinausschaute, erhaschte ich einen Blick auf zwei wichtige Orientierungspunkte. Der eine war eine Statue drüben am Hafen, die erst kürzlich enthüllt worden war. Das Denkmal, The Deckhand, war ein Tribut an all die Hafenarbeiter und ihre Arbeit auf und an den vielen Schiffen, die den Hafen frequentierten. Der zweite Punkt war das Sushi Rama, ein Restaurant, von dem Camille einmal gesprochen hatte. Es hatte erst neulich unten am Pier eröffnet. Das bedeutete, dass Dredge in einem der alten Lagerhäuser auf der anderen Seite des Alaskan Way sein musste, und wenn mich nicht alles täuschte, hielt er sich gerade im Helkion auf, einem Hotel mit Nachtclub, das einem Erdwelt-ÜV gehörte. Das Hotel nahm selbstverständlich Übernatürliche auf, aber ich hatte das vage Gefühl, dass der Besitzer gar nicht wusste, dass Dredge ein Vampir aus der Underwelt war. Mit einem letzten Blick aus dem Fenster, bei dem ich versuchte, den Abstand zur Straße einzuschätzen, wir waren wohl im zweiten oder dritten Stock, schlüpfte ich wieder aus seinem Körper. Ich bin bereit! Yaret führte mich weg von dort. Sobald wir uns von Dredges astraler Gestalt zurückgezogen hatten, wurden wir von einem mächtigen Sog wieder in das Pentagramm versetzt, und ich öffnete die Augen. Ich weiß, wo er ist. Bringen wir es hinter uns, damit Camille und ich nach Hause gehen und ihn erledigen können. Ich warf meiner Schwester einen Blick zu und wusste, woran sie dachte. Aaron habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er sie gefangen hält, aber ich weiß ungefähr, wo er ist, und es wird nicht schwer sein, den genauen Standort zu finden. Sie nickte. Um deine Verbindung zu ihm zu trennen, brauche ich nur ein einziges Werkzeug und deinen festen Willen, frei zu sein. Yaret zog einen kristallenen Dolch aus den Falten seiner Robe. Ich starrte auf die Klinge. Sie bestand aus kunstvoll geschliffenem Quarz, glänzend poliert, und in den Griff war ein prächtig geschliffener Saphir eingelassen. Kommt ihr aus dem Tügeria-Gebirge? Vom Orden des kristallenen Dolches? Wenn er zu der Bruderschaft der Mönche gehörte, die die Quelle der Tügeria bewachten, wunderte es mich nicht mehr, dass er so mächtig war. Yaret neigte den Kopf. Mehrere Angehörige der Bruderschaft haben sich in der Stadt der Seer niedergelassen. Sein Tonfall sagte mir, dass wir nicht mehr aus ihm herausbringen würden, was diese interessante Kleinigkeit anging. Bitte leg deinen Kittel ab. Er zögerte, als überlege er, wie er etwas formulieren sollte. Sag es mir einfach. Was auch immer es ist, ich werde es schon aushalten. Also schön. Die Spitze meiner Klinge muss in deinen Nacken eindringen, an die Stelle, wo das Band zu Dredge ansetzt. Die Klinge ist geheiligt. Sie wird dir zwar keinen körperlichen Schaden zufügen, weil du ein Vampir bist, aber sie wird jedes Band zertrennen, das dich durch einen Eid, einen Fluch oder auf eine andere Weise bindet. Ihr besitzt eine Hexerklinge? Kamil zuckte sichtlich zusammen. Hexer, Warlocks oder Eidbrecher waren Verräter. Magier der allerschlimmsten Sorte. Drüben in der Erdwelt hatten sie sich im Mittelalter als Kopfjäger in Dörfer eingeschlichen, auf der Suche nach Hebammen, Hexen und weisen Frauen, die sie dann der Inquisition auslieferten. In der Anderwelt waren Hexer echte ausgebildete Magier, die ihren Pakt mit den Göttern gebrochen hatten und aus ihren Orden verstoßen worden waren. Yaret warf ihr einen kühlen Blick zu. Sie hielt den Mund. Ich bin kein Hexer. Aber ich bin autorisiert, Eide zu brechen, die anderen gegen ihren Willen aufgezwungen wurden, wie bei deiner Schwester oder solche, die durch Nötigung oder Täuschung zustande gekommen sind. Und für das Ritual ist nun einmal eine Hexerklinge erforderlich. Kamil ließ den Kopf hängen. Es tut mir aufrichtig leid. Diese Bedeutung der Klinge war mir nicht bewusst. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Sie sah so reumütig aus, dass ich beinahe laut auflachte. Meine Schwester entschuldigte sich nur selten, und es war offensichtlich, dass sie sich wie ein Esel vorkam. Es ist gut, sagte Yaret. Lass nur. Manoli, wie gesagt, ich werde die Spitze der Klinge in deinen Nacken stechen müssen. Ich gebe dir mein Wort, dass ich dich nicht mehr verletzen werde, als nötig ist. Aber es wird wehtun. Die Trennung eines Vampirs von seinem Meister gehört zu den drastischsten Lossagungen, die es überhaupt gibt. Sie ist nur vergleichbar damit, von den Göttern verstoßen oder aus einem magischen Orden ausgeschlossen zu werden. Du bist seit zwölf Jahren an diese Bindung gewöhnt. Ich garantiere dir, dass du einen erheblichen Unterschied spüren wirst. Bist du bereit für diese Veränderung? Ich sah ihm fest in die Augen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was mich da erwartet. Aber ich bin bereit. Bringen wir es endlich hinter uns. Wenn ich Dredge vernichten will, muss ich dieses Band durchtrennen, und ich ertrage es keine Minute länger, an ihn gekettet zu sein. Ich zog meine Tunika aus. Yaret starrte mich an, als meine Narben zum Vorschein kamen. Camille zuckte zusammen. Das tat sie immer, wenn sie meinen Körper sah, aber jetzt wusste sie ganz genau, wie ich zu diesen Narben gekommen war. Ich konnte die Qual in ihren Augen sehen. Ich reckte ermuntert den Daumen in die Höhe, und sie lächelte gezwungen. Knie dich vor mich hin, hier neben der Kristallkugel, und streiche dir das Haar aus dem Nacken. Neige den Kopf, damit ich deinen Nacken gut sehen kann. Er ging nach links um mich herum und murmelte ein paar Worte über seinem Dolch. Ich schüttelte meine Zöpfe aus dem Weg, kniete mich auf den Marmorboden und senkte den Kopf. Ich war panisch vor Angst, denn ein kleiner Teil von mir war überzeugt davon, dass ich in dem Moment, wenn das Band zertrennt wurde, in Flammen aufgehen oder zu einem Aschewölkchen verpuffen würde. Dämlich, aber Angst näherte sich nun mal nicht aus Logik. Während Yaret mit seiner Anrufung fortfuhr, baute sich Energie um uns herum auf, wie ein Zyklon, der uns im Auge des Sturms einfing. Yaretts Stimme hob sich, Menoli d'Artigo, sagst du dich von deinem Meister los? Ja! Die Energie wechselte die Richtung und zog nun gegen den Uhrzeigersinn um uns herum. Entscheidest du dich dafür, einen einsamen Weg zu gehen, losgelöst von der Abstammungslinie, die dich mit Dredge verbindet und mit seinem Meister? Ja! Ein Wirbelwind begann gegen den Uhrzeigersinn, um uns herzubrausen, und mit jedem vollendeten Kreis wehte er eine weitere Schicht des Bandes fort, das sich während der Tage, Wochen und Jahre meiner Bindung an Dredge gefestigt hatte. Ein Bestandteil dieser Verbindung nach dem anderen entwirrte sich, entknotete sich, löste sich. Menoli d'Artigo, entscheidest du dich dafür, durch die Reiche der Welten zu streifen, nur an dich selbst gebunden und an die Götter, denen du einen Eid geleistet hast, und von dem Pfad abzuweichen, den dein Meister dir vorgegeben hat? Ja! Ein Kreischen wurde laut, und plötzlich spürte ich, wie Dredge sich regte. Schnell! Er hat etwas gemerkt! Bleib, wo du bist! Er spürt nur irgendeine Störung! Nähre ihn nicht mit deiner Angst! Jaret kniete sich hinter mich, die rechte Hand auf meiner Schulter, den Dolch in der linken. Menoli d'Artigo, weißt du den Anspruch zurück, den Dredge auf dich erhebt? Sagst du dich von deinem Meister los! Und das war das Ende. Ich konnte es spüren. Meine Antwort auf diese Frage würde mich unter traditionellen Vampiren zu einer Ausgestoßenen machen. Sie würden wissen, dass ich meinen Meister verraten hatte. Aber wenn ich Dredge erst getötet hatte, würde ich in ihren Augen ohnehin verdammt sein. Dann eben gleich doppelt. Ich sage mich von Dredge los! Ich weise seinen Anspruch auf mich zurück! Ich verbanne ihn aus meinem Leben! Ich spreche ihm auf ewig jedes Recht ab, über mich und meinen Weg zu bestimmen! Während ich sprach, stieß Jaret mir den Dolch in den Nacken, mitten in den Ansatzpunkt des Bandes, das mich mit dem Monster aus meinen Albträumen verbannt, meinem Schöpfer und Meister. Die Klinge drang glatt und sauber ein. Doch der Schmerz, als das Band zerschnitten wurde, war schlimmer als alles, was ich seit jener Nacht mit Dredge erlebt hatte. All mein Zorn und Schmerz, all seine Lust und Gier schnellten hervor wie eine gereizte Schlange und fielen über mich her. Ich konnte sehen, wie die Schlange sich anspannte, bereit zuzuschlagen. Doch dann zeichnete Jaret irgendein Runensymbol in die Luft zwischen mir und der Schlange. Das Geschöpf stieß ein ohrenbetäubendes Kreischen aus und explodierte in einer roten Wolke. Ich schwankte und als Jaret die Klinge aus meinem Nacken riss, kippte ich zur Seite und fiel auf den kalten Marmor. Jaret kniete sich hin und nahm mich in die Arme. Ich verzog das Gesicht. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich körperlichen Schmerz. Während er mich hochhob, mich aus dem Pentagramm hinaus zu einer Bank trug, fragte ich mich, ob meine Kräfte geschwunden sein mochten, weil Dredge sie jetzt nicht mehr unterstützte. Graut bald der Morgen, flüsterte ich erschöpft. Nein, dir bleibt noch eine Weile bis zum Sonnenaufgang. Aber du hast gerade etwas durchgemacht, das einer schweren Operation an deiner Psyche gleicht. Du musst erst wieder zu Kräften kommen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle sicher nach Hause gelangt. Aber bevor du gehst, musst du trinken. Ich kann nicht jagen. Ich bin zu müde, erwiderte ich. Du brauchst frisches Blut. Konserven werden da nicht ausreichen. Jaret zog seine Robe über eine Schulter hinab und kniete sich neben mich. Trink. Mir kann nichts geschehen. Nimm dir, was du brauchst. Ich habe das schon öfter getan. Ich starrte ihn an. Ihr wollt, dass ich von euch trinke? Er hatte mir soeben den Arsch gerettet. Genau genommen hatte er vermutlich uns allen das Leben gerettet. Nach allem, was ihr für mich getan habt, kann ich nicht mit euch umgehen wie mit einem Saftkarton. Trink. Das wird dich schützen, bis du wieder bei Kräften bist. Wenn du dich jetzt nicht näherst, könntest du sterben. Diese Nebenwirkung hatte er bisher nicht erwähnt. Ich blinzelte und warf Camille einen Blick zu, die sagte. Dieses eine Mal in deinem Leben gehorche einfach ohne Fragen zu stellen. Jaret hat gesagt, du sollst trinken, also trink. Ich räusperte mich. Aber nur, wenn du und Morio geht. Ich will nicht, dass ihr mir beim Trinken zuseht. Sie nickte schweigend. Jaret gab den beiden anderen Teilnehmern an unserem Ritual einen Wink. Bringt sie in den Vorbereitungsraum. Ich rufe nach euch, wenn wir fertig sind. Sobald die vier den Raum verlassen hatten, sagte ich, Jaret, bitte setzt euch zu mir. Ich bin zu schwach zum Stehen. Er ließ sich neben mir auf der Bank nieder und die blasse Haut seines Halses schimmerte einladend. Ihr geht nicht oft hinaus an die Sonne, nicht? fragte ich, um die Atmosphäre aufzulockern. Ich blickte zu ihm auf. Ihr sagtet, ihr werdet schon einmal der Blutwirt für einen Vampir gewesen. Mönch vom Orden des kristallenen Dolches hin oder her. Ich musste mich vergewissern, dass er wusste, worauf er sich da einließ. Er seufzte tief. Vor vielen Jahren, lange vor deiner Geburt, war ich mit einer Frau namens Kassandra verlobt. Die Bewohner eines Dorfes in der Nähe des Klosters haben sie vernichtet. Deshalb habe ich das Tygeria-Gebirge verlassen und bin hierher gekommen. Ich hörte kein Zittern in seiner Stimme, sah keine Veränderung in seinem Gesichtsausdruck, aber die feinen Falten, die sich um seine Lippen bildeten, als er ihren Namen aussprach, sagten mir alles. Kassandra. Ich fragte mich, wie sie ausgesehen haben mochte, wer sie gewesen war, warum er sie so sehr geliebt hatte, dass er sie allen Gefahren zum Trotz hatte heiraten wollen. Aber ich stellte ihm keine dieser Fragen. Seine Erinnerungen gingen mich nichts an. Er stand mir nicht zu, seinen Schmerz auszugraben und ans Licht zu bringen. Dann versteht ihr die Schönheit des Blutes. Das war eine Feststellung, keine Frage. Jaret nickte. Besser, als du glaubst. Trinke, damit du wieder zu Kräften kommst. Ich kann mich schützen, und ich vertraue darauf, dass du weißt, wann du aufhören musst. Sein Vertrauen war ein großes Geschenk. Ich würde es nicht missbrauchen. Ich setzte mich rittlings auf seinen Schoß und spürte seine Erektion, als ich ihm in die Augen blickte. Konnte ich das wagen? Wagte ich das? Er hatte mir in gewisser Weise mein Leben zurückgegeben. Er hatte mir die Freiheit geschenkt. Das Mindeste, was ich tun konnte, war ihm ein wenig Genuss zu verschaffen, wenn er mir schon das Leben rettete, indem er mich trinken ließ. Jaret, hör mir zu. Ich werde jetzt von dir trinken. Lass mich deinen Hals küssen, Liebster. Ich legte die ganze Macht meines betörenden Charmes in diese Worte. Jaret's Augen wurden glasig, und es war offensichtlich, dass er seine Barrieren fallen gelassen hatte, sonst hätte ich ihn niemals hypnotisieren können. Trink mich, flüsterte er. Trink mich, Menoli. Und ich tat es. Meine Lippen trafen auf seine blasse Haut, die mich so geduldig erwartete. Ich leckte langsam und ausgiebig seinen Hals, und er stöhnte leise, als meine Reißzähne ausfuhren und die Spitzen ihn kitzelten. Ich konzentrierte mich auf Leidenschaft, darauf, so viel Sinnlichkeit dieses Augenblickes wie nur möglich an die Oberfläche zu locken. Spüre keinen Schmerz, flüsterte ich. Spüre nur Genuss. Er erschauerte, als meine Reißzähne durch seine Haut eindrang, tief in sein Fleisch und den Blutfluss anregten. Als die ersten Tropfen hervorquollen und sein Hals hinabran, zog ich mich zurück und presste dann nur die Lippen an seinen Hals. Ich saugte kräftig und trank von der Quelle des Lebens, die aus seinen Adern sprudelte. Yaret schnappte nach Luft, als ich noch kräftiger saugte. Die heiße Flüssigkeit rann meine Kehle hinab, nährte mich und weckte mich aus der Benommenheit, in die ich gefallen war. Ich drückte ihn herunter, bis er auf der Bank lag, seine Robe verrutschte und legte ihn bloß, hart und fest, blass und pulsierend. Ohne die Lippen von seinem Hals zu nehmen, schlüpfte ich aus meiner Jeans und stieg auf seinen Schoß, um seine Begierde in mich aufzunehmen. Dies war das erste Mal seit Dredge, dass ein Mann in mir war. Das erste Mal seit Dredge, dass ich mir auch nur vorstellen konnte, die Berührung eines Mannes irgendwie ertragen zu können. Sein Körper vibrierte vor Magie. Yaret bewegte sich rhythmisch unter meiner Hüfte, während ich weitertrank. Rein wie das Leben, rein wie der Tod, trafen sich Blut und Sex in leidenschaftlicher Umarmung, während wir uns liebten, und mit jedem Augenblick wuchs meine Kraft, floss mehr Energie durch meine Adern. Yaret umklammerte meine Hüften, führte mich, flehte mich an, nicht aufzuhören. Wann immer Bilder in mir aufsteigen wollten, Dredge in mir, Dredge, der auf mich herabstarrte, schob ich sie beiseite und konzentrierte mich auf Yaret. Yaret, der mir half, meine eigene Seele wieder in Besitz zu nehmen. Yaret, der mit mir durchs Feuer gegangen war. Yaret, der mir aus freien Stücken sein Blut angeboten hatte, damit ich überlebte. Und dann spürte ich, dass er seine Grenze als Blutwirt erreicht hatte und zog mich zurück. Meine Zöpfe klapperten in dem Raum, der vollkommen still war, bis auf unsere Laute des Begehrens. »Melodie, Melodie, lass mich nicht hängen, geh nicht weg.« Yaret drehte mich auf den Rücken und ich wehrte mich nicht. Er spreizte meine Beine und ragte über mir auf, während er nach meiner Mitte suchte und sich verzweifelt bemühte, etwas zu finden, das er vor langer, langer Zeit verloren hatte. Ich ließ mich von ihm führen, aber mein Geist versuchte immer noch, Barrikaden zu bauen. Er umfasste mein Gesicht mit beiden Händen, zwang mich, ihm in die Augen zu sehen und richtete eine leidenschaftliche Bitte an mich. »Lass los, lass dich gehen, lass alles los. Ich bin nicht Dredge. Gegen mich brauchst du keine Mauern zu errichten, und du wirst nicht zu einem Monster werden, das verspreche ich dir. Hörst du, du kannst ruhig loslassen, Melodie,« flüsterte er, »du kannst all deine Ängste einfach loslassen.« Zum zweiten Mal in nur zwei Tagen ließ ich meine Deckung sinken, gab die Kontrolle auf und wurde in das dunkle Nichts eines Orgasmus geschleudert, um dann in den Frieden zu fallen, der mit der Erlösung kam. Nachdem ich mich angezogen hatte, war ich fast bereit zum Aufbruch. Kamil und Morio vermieden höflich, mich zu fragen, wie es da drin gelaufen war. Eines musste ich Kamil lassen. Sie wusste, wann Diskretion angebracht war. Ehe wir aufbrachen, erinnerte ich mich daran, dass ich mich nach dem Aqualinkristall für Iris erkundigen wollte. Yaret überreichte uns bereitwillig einen der spitzen himmelblauen Kristalle in einem schwarzen Samtbeutel. »Wie viel schulden wir dir?«, fragte ich. Er winkte ab. »Vergiss es. Du könntest ihn dir vermutlich sowieso nicht leisten. Wenn sie eine Priesterin der Unduta ist, wird sie ihn gut zu nutzen wissen. Ihr solltet jetzt gehen. Bald wird der Morgen grauen.« Wir verloren kein Wort über unser Intermezzo. Manchmal waren Worte einfach unzureichend. Als wir auf die Haupthalle des Tempels zugingen, fragte ich mich, ob ich ihn je wiedersehen würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir hatten ein paar so intensive Stunden miteinander verlebt. Warum dieses Erlebnis verwässern? Als wir die große Halle betraten, hielt Yaret uns auf. »Ich habe da jemanden, den ich euch mitgeben möchte, wenn ihr jetzt nach Hause geht. Ich warne euch, und das meine ich sehr ernst. Stellt keine Fragen, bis ihr wieder Erdseits seid. Es gibt überall Spione, und das Letzte, was ihr braucht, sind noch mehr Schwierigkeiten.« »Kein Problem«, sagte ich. »Ich vertraue dir.« Dann überwältigte mich eine Woge der Dankbarkeit. Ganz entgegen meiner Natur fiel ich ihm um den Hals und umarmte ihn. »Wie kann ich dir je danken. Ich bin frei von Dredge. Jetzt kann ich ihm gegenüber treten.« »Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte«, sagte Yaret leise. »Aber du darfst ihn niemals unterschätzen, Menoli. Er ist gefährlich, und wenn er erkennt, dass du seine Fessel gesprengt hast, wird er furchtbar zornig sein.« Er küßte mich auf die Stirn. »Falls du jemals wieder herkommst, besuche mich. Glaub mir, hier in Aladril leben wir sehr, sehr lange. Ich werde hier sein, aber jetzt ist die Zeit so knapp, dass ich euch alle zum Portal transportieren werde. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen und euch an den Händen zu halten.« Ich gehorchte, wenn auch ein wenig nervös. Kamil war an Magie gewöhnt. Sobald sie sich auf die Energie des Tempels eingestimmt hatte, hatte sie sich hier offenbar ganz heimisch gefühlt. Aber mir war das Ganze immer noch nicht geheuer. Ein Brausen wie von starkem Wind rauschte an uns vorbei, und die Welt schien unter unseren Füßen zu schlingern. Ich drückte Kamils Hand so fest, dass sie nach Luft schnappte. Noch ehe ich meinen Griff lockern konnte, beruhigte sich alles wieder, und wir öffneten die Augen. Wir standen vor dem Portal im Wald und denselben drei Wächtern, die uns bei unserer Ankunft hier empfangen hatten. Schweigend sammelten sie unsere Halsketten wieder ein und geleiteten uns in den Schrein. »Meister Jaret sagt uns, ihr solltet diesen Mann mit euch nehmen. Stellt keine Fragen, sprecht nicht einmal mit ihm, ehe ihr wieder zu Hause seid.« Im Schrein erwartete uns der tief verhüllte Mönch, der während des Rituals im Tempel den Rubin übernommen hatte. Er blieb stumm. Wir bedrängten ihn nicht. Jaret stand auf unserer Seite, und wenn es einen Grund dafür gab, dass er diesen Priester mit uns in die Erdwelt schickte, dann würden wir dem Mann einfach vertrauen müssen. Schweigend betraten wir das Portal und kamen in Elkaneve wieder heraus, wo Trinith uns bereits erwartete. Da das Morgengrauen nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, versprach er, sich bald unseren Bericht durch den Flüsterspiegel übermitteln zu lassen, und schickte uns nach Hause. Als wir in Großmutter-Koyotes-Wald aus dem Portal traten, blickte ich sofort zum Himmel auf. In nicht mal einer Stunde würde die Sonne aufgehen. Trotz der Wolken und des dichten Schneefalls würde ihr Licht mich zu Asche verbrennen. Der schwere Sog des Morgengrauens war die Hölle. Ich konnte kaum mehr die Augen offen halten, während wir zum Morius-Jeep eilten. Camille musterte unseren verhüllten Gast. Wer seid ihr? Das ist jetzt egal, warf ich ein. Ich muss nach Hause. Sie hat recht, sagte Morio. Keine Sorge, ihr werdet seinen Namen bald genug herausfinden. Camille neigte den Kopf zur Seite und sah Morio neugierig an. Du kennst ihn? Morio zuckte mit den Schultern. Jaret und ich haben uns lange unterhalten, während du Menoli geholfen hast. Mehr war nicht aus ihm herauszubekommen, ganz egal, wie sehr wir uns bemühten. Schließlich stiegen wir ins Auto. Unser Gast starrte den Jeep einen Moment lang an, ehe er uns in den Wagen folgte. Wer auch immer er sein mochte, ich hatte das Gefühl, dass er noch nie in der Erdwelt gewesen war. Zu Hause erwarteten uns Delilah, Chase, Iris und Nerissa. Sofort, nachdem ich die Haustür geschlossen hatte, wirbelte ich zu unserem neuen Freund herum. Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit, bis ich schlafen muss, und ich werde nicht bis heute Abend warten, um endlich zu erfahren, wer du bist. Runter mit dem Umhang. Der Mann hob langsam die Hand und zog seine Kapuze zurück. Camille schnappte nach Luft und Delilah schrie laut auf. Also, wer ist er? fragte Chase ungeduldig. Schamas, das ist unser Cousin, Schamas, stammelte Camille. Ich dachte, du wärst für immer verloren. Sie stürzte sich auf den großen Mann, der ebenso blasse Haut, rabenschwarzes Haar und violette Augen hatte wie sie und schlang die Arme um ihn. Schamas, der für Tanaqua gegen die Opiumfresserin gekämpft hatte, war in Gefangenschaft geraten und vor einem Monat von Lethesana zum Tode verurteilt worden. Er hatte es geschafft zu entkommen, als Tanaqua eine Triade von Mönchen ausgeschickt hatte, um ihn töten zu lassen, ehe er in der Folterkammer landete. So wäre er zumindest rasch und beinahe schmerzlos gestorben. Aber irgendwie hatte Schamas es geschafft, die Energie der Meuchelmönche anzuzapfen und für seine eigenen Zwecke einzusetzen, nämlich um sich schleunigst zu verdünisieren. Er war verschwunden und niemand hatte seither etwas von ihm oder über ihn gehört. Schamas, wie bist du, warum, wie kann das sein? Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Als du Königin Lethesana entkommen bist, dachten wir alle, du wärst implodiert oder sowas. Unser Cousin lachte, aber seine Stimme war heiser und klang sehr müde. Kamil, Delilah, Manoli, es tut so gut, eure Gesichter zu sehen. Ich wusste nicht, ob ich noch irgendjemanden aus meiner Familie wiedersehen würde, ehe ich zu unseren Ahnen gehe. Er schlüpfte aus dem Umhang und enthüllte einen viel zu dünnen Körper mit blass schimmernden Narben an den Armen. Lethesana hatte also doch schon mit der Folter begonnen, ehe die Triade der Mönche eingeschritten war. Lass den Mann sich doch erst einmal hinsetzen, sagte ich. Seht ihr nicht, dass er völlig erschöpft ist? Hast du Hunger, Schamas? Möchtest du etwas essen? Er rieb sich mit zusammengekniffenen Augen die Stirn. Ich bin nur überwältigt, das ist alles. In den letzten paar Wochen ist so viel geschehen. Als wir ihn ins Wohnzimmer führten, fügte er hinzu, aber ich hätte sehr gern eine Tasse Tee oder etwas Brühe. Iris nahm die Sache sofort in die Hand. Suppe sollst du haben und Tee und frisches, heißes Brot. Du bist viel zu dünn und du siehst ja so müde aus. Mädels, holt ihm eine Decke und ein Kissen, damit er es sich im Liegesessel bequem machen kann. Ich nehme an, deine Wunden sind bereits verheilt und müssen nicht behandelt werden. Iris nahm wie üblich kein Blatt vor den Mund. Schamas nickte. Die Mönche von Dainia haben mir das Leben gerettet. Ich war so gut wie tot, als ich durch ihre Schilde brach und in ihrem Tempel landete. Du hast die Schilde von Aladril durchbrochen? Morio starrte ihn an. Dann musst du ein sehr mächtiger Magier sein. Ich wette zehn zu eins, dass Königin Asteria wusste, wo er ist, sagte ich zu Kamil. Ich habe keine Ahnung, woher sie das wissen konnte, aber sie scheint höchstpersönlich an ein paar Strippen des Schicksals zu ziehen. Schamas sah Morio an. Offenbar bin ich mächtiger, als mir selbst bewusst war, aber nur unter Druck und selbst dann kann ich es noch nicht kontrollieren. Ich werde euch alles darüber erzählen, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Er blickte sich um, offensichtlich sehr erstaunt. Ich war noch nie erdseits. Ihr werdet mir alles erklären müssen. Das können Delilah und Kamil tun. Ich muss jetzt ins Bett. Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Am liebsten würde ich Dredge jetzt sofort die Tür einrennen, aber wenn wir das tun, bin ich toast, ehe wir da sind. Kamil wies mit einem Nicken in Richtung Küche. Dann geh und schlaf. Morio und ich werden alle auf den neuesten Stand bringen. Ach, Iris, hier ist dein Kristall. Sie reichte der Talonhaltia den Samtbeutel und Iris' Augen blitzten. Oh, den werde ich gut gebrauchen können, sagte sie. Ich fragte mich, wozu genau sie ihn haben wollte, beschloss aber sie lieber nicht danach zu fragen. Nachdem ich Maggie kurz an mich gedrückt hatte, stieg ich in meinen Keller hinunter. Würde ich heute ohne Albträume schlafen können. Ich wurde nicht enttäuscht. Zum ersten Mal seit meiner Verwandlung verbrachte ich eine ganze Nacht ohne Träume, ohne Sorgen, im vollkommenen Frieden eines ruhigen Herzens. Als ich aufwachte, saß Kamil im Schaukelstuhl in meinem Zimmer, einen nervösen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Ich schüttelte den Kopf, um die letzten Spinnweben zu vertreiben. Was ist los? Ich sehe dir an, dass es nichts Gutes ist. Sie runzelte die Stirn. Da hast du recht. Komm mit nach oben. Wir müssen eine richtige Besprechung abhalten. Chase ist hier. Und Wade. Und Siobhan. Chase? Wade? Siobhan? Getrieben von Neugier schlüpfte ich hastig in meine Klamotten und folgte ihr ins Wohnzimmer. Und tatsächlich. Da saßen Wade und Siobhan auf dem Sofa und unterhielten sich flüsternd. Iris und Maggie kuschelten in dem besonders niedrigen Schaukelstuhl, den wir für den Hausgeist angeschafft hatten. Shamas sprach in der Ecke mit Morio, während Delilah und Annalinda am Tisch Karten spielten. Mir fiel auf, dass Annalinda völlig verändert aussah. Ihr Gesicht war frisch gewaschen. Sie trug neue Jeans, nicht mehr hauteng, und ein süßes T-Shirt. Und sie lächelte. Aber es war Chase, der meine Aufmerksamkeit fesselte. Er barg den Kopf in den Händen, und ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er wirkte total zerknautscht, sehr ungewöhnlich für diesen Armani- und Martini-Typ. Er blickte zu mir auf, wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, und ich erschrak, als ich sah, dass er nicht nur zerzaust aussah, sondern mit blutunterlaufenden Augen den Eindruck machte, als müsse er sich gleich übergeben. Camille zog sich einen Fußschemel heran und setzte sich neben ihn. Also, fangen wir an. Was ist passiert? Noch mehr Morde? fragte ich, die erste vernünftige Erklärung, die mir einfiel. Chase schüttelte den Kopf. Nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls noch nicht. Nein. Es ist etwas Schlimmeres. Was könnte schlimmer sein, als eine weitere Serie von Morden? Bedauerlicherweise sollte meine Frage sofort beantwortet werden. Delilah warf mir die heutige Ausgabe des Seattle Teddler zu, eines dieser Boulevardblätter, die sie so mochte. Ich hätte mir damit nicht mal den Hintern abgewischt, naja, falls ich so etwas noch tun müsste, aber sie liebte die Klatschpresse. Ich warf einen Blick auf die Schlagzeile. In Kreischen in riesigen schwarzen Lettern stand, Vampire beherrschen Unterwelt von Seattle. Was zum Teufel? Ich überflog den Wirrwarr aus erstaunlichen Geschichten von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt, bis ich den Artikel zur Schlagzeile fand. Als ich zu lesen begann, begriff ich, warum alle so außer sich waren. Der bekannte Leiter des Underwelt-Erdwelt-Tatort-Teams hat offenbar die Aktivität eines Nestes von üblen Vampiren vertuscht. Gerüchteweise heißt es, mehrere Einwohner von Seattle würden vermisst und Seatles Star-Ermittler Chase Johnson hätte den Bluff des Jahrhunderts abgezogen und das Geflüster um Entführungen einfach ignoriert. Wir beim Teddler haben Hinweise darauf, was wirklich passiert ist. Dass diese vermissten unschuldigen Stadtbürger in widerliche Blutegel der Nacht verwandelt wurden. So ist es, Leute. Ihr wusstet, dass es sie gibt, aber wusstet ihr auch, dass Seattle etwa 45 dieser gefährlichen Untoten beherbergt? Und wenn aufrechte Bürger und Steuerzahler plötzlich verschwinden, von wem erwarten wir dann, dass sie die Sache in die Hand nehmen? Die Polizei? Falsch gedacht. Kylie Wilson, Vorsitzende der Aufrechte Bürgerpatrouille, erklärt, ihre Gruppe habe sich mit den Freiheitsengeln verbündet und plane für die kommenden Monate Massendemonstrationen gegen die wachsende Bevölkerung der Übernatürlichen. In Klammern auch als ÜW bekannt. Wenn Gott gewollt hätte, dass die Übernatürlichen, wie sie sich selbst bezeichnen, in großer Anzahl existieren, dann wären wir alle als degenerierte Mutanten auf die Welt gekommen. Polizeichef Richard Devins antwortete auf die Frage nach den vermissten Personen mit der Behauptung, es gäbe keine Verschwörung. Bei uns ist niemand als vermisst gemeldet worden, und wenn wir uns dazu berufen fühlen, Morde zu vertuschen, wären wir nicht Tag für Tag da draußen auf der Jagd nach den bösen Jungs, erklärte er heute Morgen. Aber sie können sicher sein, dass wir diesen Anschuldigungen nachgehen werden, um den Beweis zu erbringen, dass sie falsch sind. Bis dahin raten wir den Bürgern von Seattle dringend, nicht in Panik zu geraten. Große Mutter, das könnte eine gewaltige Sauerei geben. Ich legte die Zeitung weg und sah Chase an. Warum sind unsere Neulinge nicht als vermisst gemeldet worden? Weiß jemand etwas davon? Annalinda, wie wäre es, wenn wir in die Küche gehen und einen Happen essen? sagte die Leila. Annalinda schnaubte. Ihr wollt bloß nicht darüber reden, solange ich im Zimmer bin. Sie schaute zu mir hinüber, sprang auf, rannte zu mir und schlang die Arme um meine Taille. Danke, danke, dass Sie mir geholfen haben. Verwundert warf ich Siobhan einen Blick zu, die hinter Annalindas Rücken den Daumen hob. Annalinda wird ab sofort bei ihrer Tante in Boise wohnen, sagte sie. Nerissa und ich haben herausgefunden, dass sie Verwandte dort hat, und, Überraschung, der Mann ihrer Tante ist. Ich will es ihr sagen, ich will es ihr sagen, Annalinda hüpfte aufgeregt auf und ab. Siobhan lachte. Schön, nur zu, erzähl ihr die guten Neuigkeiten. Anna wandte sich wieder zu mir. Der Mann meiner Tante ist ein Wehrwolf. Sie haben Zwillinge, sie sind vier Jahre alt. Darren, der Junge, ist ein VBM und seine Schwester Chrissy, ein Wehrwolf. Ich kann ihnen auf dem Hof helfen, sie haben einen kleinen Milchbauernhof und ich werde Tante Jean mit den Kindern helfen und reiten lernen und wieder zur Schule gehen. Ihre Augen strahlten und ich hatte plötzlich einen gewaltigen Kloß in der Kehle. Nicht wegen der schlimmen Dinge, die sie durchgemacht hatte, sondern weil sie so viel Glück hatte. Sie würde es schaffen, von der Straße wegzukommen. Annalinda würde es gut haben. Sie würde behütet aufwachsen und, wenn sie noch etwas mehr Glück hatte, eine glücklich, gesunde, junge Frau werden. Das freut mich sehr für dich, sagte ich. Ich nehme an, deine Mutter und deine Tante haben nicht viel Kontakt, hm? Annalindas Lächeln fiel ein wenig in sich zusammen. Sie schüttelte den Kopf. Nein, meine Mom sagt, dass Tante Jean langweilig und spießig ist und sie nicht versteht. Aber sie hat gesagt, es ist ihr egal, ob ich bei Tante Jean wohne oder nicht. Autsch, ich konnte mir kaum vorstellen, dass es jemand egal sein sollte, wo sein Kind lebte. Siopan legte Annalinda die Hände auf die Schultern. Wie wäre es, wenn wir in die Küche gehen und uns um den Imbiss kümmern? Dann kann Delilah sich noch ein bisschen mit Manoli unterhalten. Okay, kann ich ein Erdnussbuttersandwich haben? Annalinda hüpfte fröhlich in Richtung Küche. Iris stand auf und setzte sich Maggie auf die Hüfte. Ich komme auch mit. Es ist Essenszeit für Maggie und du könntest mir helfen, sie zu füttern. Ich glaube, wir finden bestimmt noch ein paar Erdnussbutterplätzchen für dich und dazu ein Truthahn-Sandwich und ein Glas Milch. Wie hört sich das an? Juhu! Annalinda verschwand in der Küche, gefolgt von Iris und Maggie. Siopan wartete, bis sie den Raum verlassen hatten und drehte sich dann zu mir um. Du hast Annalinda vor der Hölle auf Erden gerettet. Freu dich für sie. Du hast es möglich gemacht, dass sie in Geborgenheit groß und stark werden kann. Sie wandte sich ab und folgte den anderen in die Küche. Ich schluckte den dicken Kloß in meiner Kehle herunter. So lange hatte ich mich gefragt, ob ich überhaupt je etwas Gutes in der Welt bewirkte. Jetzt wusste ich es. Sobald sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, wandte ich mich wieder Chase zu. Was diese angeblich nicht vorhandenen Vermisstenmeldungen angeht, erschüttelte den Kopf. Es sind drei eingegangen, aber ich habe es so gedreht, dass alle über mich laufen. Ich bin hingegangen, habe die Aussagen von Angehörigen und Freunden aufgenommen und sie wie verrückt vertröstet. Ich kann nur darum beten, dass keine der drei Familien, die einen Angehörigen als vermisst gemeldet haben, dieses Revolverblatt liest und auf irgendwelche Gedanken kommt. Nicht zu fassen, dass sonst keiner von den Neulingen als vermisst gemeldet wurde. Das ist wirklich traurig. Die Leila sah entschieden unglücklich aus. Traurig, ja, aber bete lieber darum, dass das noch eine Weile so bleibt, sagte Chase ein wenig säuerlich. Was hat denn dein Chef zu diesem Artikel gesagt? fragte ich. Artikel? Das ist kein Artikel. Chase schüttelte den Kopf und sein Gesicht nahm einen grimmigen Ausdruck an. Der Soziopath, der diesen Mist verfasst hat, hasst alle Fremden gleichermaßen, ob sie nun aus Mexiko kommen, vom Mars oder aus der Anderwelt. Also, Devins hat mir die Hölle heiß gemacht, weil ich zugelassen hätte, dass so ein Gerücht überhaupt aufkommt. Er hat gesagt, ich solle die Sauerei beseitigen, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Sonst könnte ich wieder Streife gehen. Was wirst du jetzt tun? fragte Murio. Tja, ich könnte einen Widerruf erzwingen. Ein Freund von mir hat großen Einfluss auf einige Anzeigenkunden dieses Schmierblatts und könnte finanziell mächtig Druck ausüben auf diesen. Wie heißt der gleich wieder? Der Kerl, der diesen Artikel geschrieben hat? Andy Gambett, sagte die Leila nach einem Blick auf die Zeitung. Richtig. Gambett. Er ist schon lange als Unruhestifter bekannt. Also, ich kann dafür sorgen, dass er einen Maulkorb verpasst bekommt. Zumindest für eine Weile. Aber Devins wird mir ab sofort ständig über die Schulter gucken. Vermutet er, dass wir etwas damit zu tun haben? Das Letzte, was wir brauchten, war, dass Devins Verdacht schöpfte und sich den A&D mal näher ansah. Naja, das, was wir der Welt inzwischen als A&D verkauften. Aber zumindest in diesem Punkt konnte Chase mich beruhigen. Nein, antwortete er. Das ist für ihn nur eine weitere Möglichkeit, mich fertig zu machen. Es macht ihn verrückt, dass meine Idee mit dem AETT so große Unterstützung gefunden hat. Er hat versucht, mich zu zertreten wie ein lästiges Insekt, als ich den ersten Plan dafür vorgelegt habe, wisst ihr? Als der A&D und Governor Thomas die Sache offiziell gemacht haben und mir die Leitung übertragen haben. Seitdem hat Devins es einfach auf mich abgesehen. Die Leila ging zu ihm hinüber, beugte sich über seine Schulter, schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn zärtlich auf die Wange. Ist er deswegen immer so mies zu dir? Ja, antwortete Chase. Wenn ich so darüber nachdenke, nehme ich an, dass er wohl neidisch auf mich ist. Mein Freund wird dafür sorgen, dass der Teddler Ruhe gibt. Und ich werde mir irgendeinen Grund einfallen lassen, warum diese Leute verschwunden sind. Aber Devins wird nicht davor zurückschrecken, diese Katastrophe auszunutzen und mich fertig zu machen. Verdammt, der arme Kerl sah so verloren aus, dass ich ihm am liebsten auch ein Küsschen gegeben hätte, aber das wäre wohl mehr gewesen, als er im Augenblick vertragen konnte. Stattdessen sagte ich nur, wir wissen, wo Dredge ist. Wir werden ihn heute Nacht erledigen. Er ist gefährlich, aber ich glaube, wir können es schaffen. Ich warnte mich an Delilah. Wenn er allerdings den Rest seines Clans bei sich hat, wird es einen verdammt harten Kampf geben, aber wir haben bisher nichts darüber gehört. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Könntest du einen Stadtplan von Seattle auf deinem Computer aufrufen? Dann kann ich vielleicht genau bestimmen, wo er sich versteckt. Delilah warf mir einen langen Blick zu. Klar. Sie klappte ihren Laptop auf und startete ihn. Kamil hat uns erzählt, was in Aladriel passiert ist. Ihre Worte hingen schwer in der Luft, belastet mit tausend Fragen und Kommentaren. Ich musste etwas unternehmen, ehe diese beiden anfingen, sich in jedem wachen Augenblick bei mir zu entschuldigen. Kätzchen, Kamil, hört mal zu. Was Dredge mir angetan hat, nichts, was ihr sagt oder tut, könnte das ungeschehen machen. Aber es ist vorbei und wir werden mit dem arbeiten, was wir jetzt haben. Ich musste ihnen etwas von den Schuldgefühlen nehmen, die ich in ihren Augen sehen konnte. Die typischen Schuldgefühle der Überlebenden, unangebracht, aber gut gemeint. Ich habe mich damit abgefunden, wer ich bin. Und dank Yaret hat Dredge keine Kontrolle mehr über mich. Yaret hat mir das größte Geschenk gemacht, dass mir irgendjemand hätte machen können. Warum hast du uns nie davon erzählt? fragte Delilah, die nun eifrig auf der Tastatur herumtippte. Wir wussten nicht, dass du mit so grauenhaften Erinnerungen leben musstest. Und wenn ihr es gewusst hättet? Was hättet ihr denn tun können? Ich dachte, es sei besser, es einfach so zu lassen. Let it be. Die Beatles hatten das schon völlig richtig erkannt, dachte ich, obwohl ich ihre Musik nicht mochte. Delilah öffnete den Mund, um zu protestieren, aber Camille unterbrach sie. Manoli hat recht. Wir hätten dasselbe getan, wenn es uns getroffen hätte. Manoli ist jetzt frei. Konzentrieren wir uns lieber auf die Gegenwart, denn ihr wisst verdammt gut, dass Dredge uns nicht mit offenen Armen empfangen wird. Mit offenem Maul vielleicht. Hier, bitte, sagte Delilah und stellte den Laptop auf den Couchtisch. Ein Stadtplan der Innenstadt. Wenn du reinzoomen willst, klick mit der linken Maustaste und scroll dich weiter. Du kannst auch mit der Maus den Balken bewegen. Ich kniete mich vor den Couchtisch und schaute auf den Bildschirm. Da, sagte ich, und fuhr mit der Fingerspitze den Alaskan Way entlang. Ich zoomte ein bisschen rein. Okay, da ist es. Seht ihr dieses alte Lagerhaus hier? Da wohnt Dredge, direkt gegenüber vom Sushirama und diesem Deckhand-Denkmal. Ich vermute, er ist im zweiten oder dritten Stock. Aber das kann ich euch genau sagen, wenn wir dort sind. Delilah späte mir über die Schulter. Dieses Lagerhaus ist jetzt das Halkian, dieses Hotel mit Nachtclub. Das habe ich mir schon gedacht. Ich kenne den Besitzer, einer von diesen fehlgeleiteten Typen, die glauben, dass alle Übernatürlichen im Grunde gut sind und sie nur niemand richtig versteht. Wir alle kannten solche Leute, sowohl zu Hause in der Anderwelt als auch hier, erdseits. Leute, die glaubten, dass alle Angehörigen ihrer besonders geliebten Gruppe grundsätzlich besser waren als andere. Den meisten wurde irgendwann das Herz gebrochen, wenn sie feststellen mussten, dass Menschen nur Menschen waren, Feen nur Feen, Übernatürliche nur Übernatürliche und dass Gut und Böse nicht automatisch mit einer bestimmten Bezeichnung auf der Geburtsurkunde einhergingen. »Lass mal sehen, was ich über das Hotel herausfinden kann,« sagte Delilah und öffnete ein weiteres Browserfenster. Während sie ihre Internetsuche begann, schlenderte ich zu Morio hinüber, der im Lehnsessel saß, Camille auf den Knien. Schamas hatte sich im Sessel gegenüber zurückgelehnt, einen weltfremden Ausdruck auf dem Gesicht. »Wie geht es dir?« fragte ich und setzte mich neben ihn. »Haben meine Schwestern dir erklärt, wie das Leben hier drüben so ist?« »Ich habe den ganzen Morgen lang fern gesehen,« sagte er unsicher. »Mir war nie bewusst, wie andersartig die Menschen sind. Ich hatte keine Ahnung, wie breit die Kluft zwischen uns im Lauf der Jahrtausende geworden ist. Ich dachte, die Menschen führen noch in Pferdewagen und kämpften mit Schwertern.« »Wie wir zu Hause?« erwiderte ich lächelnd. »Finde dich damit ab. Wir haben Magie entwickelt, sie Technologie.« Schamas lachte. »Ja, du hast recht. Aber wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr euch an diese gewaltigen Unterschiede angepasst? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Die ganze Zeit unter Kopfblinden zu wandeln.« Ich starrte ihn an und mir war bewusst, dass auch Leila und Kamil bei diesem Kommentar aufgeblickt hatten. Mir machte das nicht so viel aus, aber ich wusste, dass jede abfällige Bemerkung eines Angehörigen des Feenvolks, Verwandter oder Fremder, über VBM meine Schwestern tief traf. Ich stand auf, beugte mich vor und verpasste ihm eine schnelle, aber kräftige Ohrfeige. »Schamas, mein Lieber, eines solltest du besser nicht vergessen. Unsere Mutter war menschlich. Ein Vollblutmensch. Damit sind wir dreihalbmenschlich. Unter den Kopfblinden zu wandeln ist auch nicht anders, als sich unter aufgeblasenen Eseln bewegen zu müssen, die sich auf ihre Magie verlassen statt auf ihren Verstand. Kapiert?« Ich fügte noch ein kleines Fauchen hinzu, um die kaum verholene Drohung zu unterstreichen. Er blinzelte, sah meine Schwestern an und dann wieder mich. »Äh, Entschuldigung.« Er senkte den Kopf. »Ich habe nicht daran gedacht, wie sich das für euch anhören musste. Ich hab wohl einfach Angst. In der Anderwelt finde ich mich überall zurecht, aber da darf ich mich sobald nicht mehr blicken lassen und hier. Ich weiß nicht, wie man hier überlebt. Ich habe es nicht böse gemeint.« »Tja, eine Menge unserer Verwandten haben sich für ihre Beleidigung nie entschuldigt,« brummte Delilah. »Hier müssen wir uns das wenigstens nicht gefallen lassen. Dies ist unser Zuhause.« Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an und ich konnte ihre Aura schimmern sehen. Das erste Anzeichen einer Verwandlung. »Kätzchen, beruhige dich. Du kannst dich jetzt nicht verwandeln. Dafür haben wir keine Zeit.« Ich warf Schamas einen finsteren Blick zu. »Reg sie nicht so auf. Sie ist sehr empfindlich, was Kritik aus der eigenen Familie angeht.« »Ist schon gut, Süße,« sagte Chase und legte Delilah eine Hand aufs Knie. Delilah warf Schamas einen Seitenblick zu. »Ich pack das schon.« Aber ich hörte sie leise etwas brummen, das sich verdächtig nach »Fick dich doch« anhörte. »Können wir uns jetzt wieder um Dredge kümmern?« Ungeduldig schwebte ich zur Decke hinauf. Hoch über dem Boden fühlte ich mich immer etwas besser. »Delilah, hast du schon etwas gefunden?« Delilah nickte. »Ja, passt auf. Vor sechzig Jahren war das Halkion ein Holzlager. Die großen Lastkähne brachten das Holz von der Halbinsel, wo fleißig Bäume gefällt wurden. Vor dreißig Jahren, als die Holzindustrie praktisch vor die Hunde ging, wurde es zu einem gewöhnlichen Lagerhaus. Vor vier Jahren hat es Exo-Reit gekauft, so wie es damals war, und ist zum Halkion Hotel und Nachtclub umgebaut. Gäste sind in erster Linie Erdwelt-ÜV und ein paar Besucher aus der Anderwelt. Soweit ich sehen kann, hat er keine Verbindung zum AND. Ist als Vier-Sterne-Hotel gelistet.« »Und Exo-Reit?« fragte Morio. »Löcantrop engagiert sich an mehreren Fronten. ÜV-Rechte, die NRA. Kinder? Verheiratet?« fragte Chase. »Ja, er ist verheiratet. Drei Kinder. Da steht außerdem, Exo sei der Vorsitzende des Jagdverbandes von Seattle. Na toll, das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Strippenzieher mit einem Jagdgewehr, der sich bei Vollmond in einen Wehrwolf verwandelt,« brummte Chase. Ich versuchte, ein Lachen zu unterdrücken, aber es gelang mir nicht. Camille und Delilah sahen mich fragend an. »Hey, der Mann hat nicht ganz Unrecht,« sagte ich. »Lycantropen können bei Vollmond ziemlich schießwürdig werden. Aber da Exo so ein aufrechter Geschäftsmann und Familienvater ist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er Dredge ein Zimmer geben würde, wenn er wüsste, was für ein krankes Monster er in Wahrheit ist. Was meint ihr?« »Vor allem, da er und seine Familie in dem Hotel wohnen.« Delilah warf einen Blick auf eine andere Website. »Okay, mehr kann ich auf die Schnelle nicht finden.« »Dann denke ich, wir sollten dem Halkion Hotel einen kleinen Besuch abstatten.« Ich sprang auf und schnappte mir meine Schlüssel. »Wer fährt mit?« Delilah klappte ihren Laptop zu. »Ich fahre bei Chase mit.« »Camille und ich fahren zusammen,« sagte Morio, während meine Schwester von seinem Schoß rutschte und ihr Kleid glattstrich. »Kann ich mitkommen?« fragte Shamas. »Nein, du bleibst hier bei Iris. Du bist noch nicht bereit für die Art von Kampf, die uns bevorsteht.« Verdammt, wenn doch nur Trillian schon wieder aus. Ein Klopfen an der Tür unterbrach mich. »Ich gehe schon.« Als ich die Tür öffnete, fegte ein kalter Windstoß Schnee herein, gefolgt von Ross, der sich ein blutiges Handtuch an den Hals drückte. »Scheiße, schnell rein mit dir!« Ich scheuchte ihn ins Wohnzimmer. »Er ist verletzt! Holt Wasser und Verbände! Ich...« Ich hielt plötzlich inne und wich zurück. Sein Blut roch wie der Nektar der Götter und eine Woge von Hunger überrollte mich. Ich konnte kaum den Blick von diesem blutgetränkten Handtuch abwenden. »Camille!« Sie hörte das Zittern in meiner Stimme und eilte sofort zu mir. »Geh darüber in die Ecke und schau aus dem Fenster, bis du dich im Griff hast. Delilah, sag Iris, sie soll helfen. Wir brauchen Handtücher, Wasser und Verbände. Na los!« Während Delilah in die Küche eilte, zwang ich mich, zum Fenster zu gehen und in die dunkle Nacht hinaus zu starren. Ich bemühte mich, den verlockenden Duft zu ignorieren. Ein paar Augenblicke später konnte ich mich wieder konzentrieren. »Was ist passiert? Bist du schwer verletzt?« fragte ich, drehte mich aber sicherheitshalber noch nicht um. »Ja«, kam die heisere Antwort. »Ich habe sie gefunden. Ich glaube, das war nicht Brash's Versteck. Aber die Neulinge waren dort. Und dieses komische Pflanzenwesen, das ihr Visteria nennt?« »Visteria? Du hast sie gefunden? Wo zum Teufel steckt sie?« Ich fuhr herum. Anblick und Geruch seines Blutes spielten jetzt keine Rolle mehr, nicht wenn dieses kleine Miststück in unserer Reichweite war. Ross blickte in mein Gesicht und starrte mich dann erstaunt an. »Was zum Teufel ist denn mit dir los? Du siehst völlig verändert aus«, sagte er. »Ruhiger, wenn mich nicht alles täuscht.« »Das ist jetzt egal. Glaub mir einfach, dass ich Dredge jetzt gegenüber treten und ihn auch besiegen kann. Erzähl uns alles.« Delilah kehrte zurück, gefolgt von Iris. Sie schleppten eine Schüssel mit warmem Wasser, mehrere Tücher und den Erste-Hilfe-Kasten herein. »Ah, ich hab mich noch mal genauer beim Zoo umgesehen, weil die letzten Angriffe sich in der Gegend ereignet hatten. Ah, übrigens, habt ihr die Schlagzeile? Ja, haben wir. Weiter.« Als Kamil die Wunde mit einem feuchtwarmen Handtuch abtupfte, verzog er das Gesicht. »Schon gut. Ach, ich dachte ja nur. Wie gesagt, ich wollte mich da umsehen. Ich hatte mich entschieden, mich bei diesem Wäldchen im Park zu verstecken. Also habe ich einen Tarnzauber benutzt und tatsächlich. Vor etwa zwei Stunden habe ich etwas gehört, das wie ein Kampf klang. Ich bin den Geräuschen gefolgt und habe einen von den Neulingen gesehen, die uns neulich Nacht entwischt sind. Sie war mit einer Floriade unterwegs.« »Einer Floriade?« »Ja, und deiner Beschreibung nach würde ich meinen, das ist eure Freundin. Also erinnert ihr euch an den Jungen von neulich Nacht?« »Du meinst Mädchen am Arm, das nicht älter als sechzehn gewesen sein kann. Ich glaube, sie wusste nicht, was er war. Aber sobald sie Visteria und die andere Frau entdeckt hat, wollte sie weglaufen. Visteria hat sie gepackt und sie festgehalten, damit der hübsche Junge sie auf der Stelle aussaugen konnte.« »Hat er es geschafft?« Ich warf Ross einen scharfen Blick zu. Ross neigte den Kopf zur Seite. »Hältst du mich für ein Amateur? Natürlich habe ich mich dafür entschieden, ihre kleine Party zu stören. Das Mädchen ist entkommen, mit nichts weiter als einem bösen Schrecken. Der Junge ist erledigt und der andere Vampir ebenfalls. Aber diese Visteria ist durchgedreht. Das Miststück hat mich mit den Fingernägeln böse erwischt.« Er zuckte zusammen. »Autsch! Was zum Teufel tust du da?« »Halt still!« mahnte Camille und tupfte geschickt eine antibakterielle Salbe und eine fungizide Tinktur auf seinen Hals. »Wenn man nicht aufpasst, können Wunden von einer Floriade eine böse Pilzinfektion hervorrufen. Nur noch zwei Minuten, dann bin ich fertig. Eine von diesen Schnittwunden sieht so böse aus, dass ich sie werde nähen müssen.« »Oh Gott!« sagte Chase und wandte sich mit angewidertem Gesicht ab. »Du hast vor, den Hals dieses Mannes zusammenzunähen? Hier? Ich kann es immer noch nicht fassen, was man für eine Scheiße mit euch Mädels dauernd erlebt. Als nächstes werdet ihr mir wohl Frankenstein vorstellen, oder? Oh, verflucht. Dracula gibt es ja wirklich.« Er seufzte so laut, dass ich vor Lachen schnaubte. Schamas lachte ebenfalls. »Sind sie zu viel für dich, Mann?« »Die sind zu viel für jeden Mann,« erwiderte Chase mit einem Lächeln. »Aber ich würde sie nicht anders haben wollen, glaube ich.« Delilah ging hinüber und sah zu, wie Camille geschickt eine Nadel durch die aufgeschlitzte Haut führte und die schlimmsten Schnitte zusammenflickte. »Mann, sie hat dich viel übler erwischt als mich,« sagte Delilah und zeigte Ross die Narbe an ihrem Hals. »Offenbar hat Visteria ein Fäbel für Hälse. Vielleicht wäre sie auch gern ein Vampir.« »Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie schlichtweg jedes bisschen Verstand verloren hat, das sie je hatte. Die ist völlig durchgeknallt wie ein tollwürdiger Hund.« Ross schauderte, als Camille sich tief hinabbeugte und dicht an seinem Hals den Faden abbiss. »Oh, Süße, du riechst nach Sex,« flüsterte er, schlang einen Arm um ihre Taille und sprach laut genug, dass alle im Raum ihn hören konnten. »Was habe ich dir gesagt?« hob ich an, aber Camille schnippte ihm den Zeigefinger gegen die Stirn und hüpfte aus seiner Reichweite. »Und du riechst nach Ärger?« Sie grinste ihn an. »Hände weg, ich bin schon vergeben. Ähm, dreimal, um genau zu sein.« »Touché.« Ross blickte sich um. »Okay, schnell noch ein Verband drum und es kann losgehen. Ich nehme an, ihr wolltet gerade aufbrechen.« »Wir wissen, wo Dredge ist.« »Und ich weiß, wo eure Freundin ist,« unterbrach mich Ross. »Deshalb bin ich hierher gekommen und weil ich ein bisschen Salbe und Streicheleinheiten brauchte.« »Du weißt, wo Aaron ist?« Camille sprang auf und schlüpfte in ihr kurzes Cape. »Warum hast du das nicht gleich gesagt?« »Weil ich medizinischer Versorgung bedurfte, Weib.« »Jedenfalls habe ich Aaron gerochen. Die Neulinge haben sie in ihrem privaten kleinen Nest. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir sie ganz in der Nähe dieses Krautkopfes finden werden.« »Dann ist sie also nicht bei Dredge?« Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Wenn er sie nicht hatte, war es möglich, dass sie noch nicht durch den Fleischwolf gedreht worden war. Andererseits bedeutete das, dass wir sie suchen müssen. Camille unterbrach meine Gedanken. Dredge wird in ein paar Stunden noch da sein, aber Aaron womöglich nicht. Vor allem, wenn Visteria sauer ist. Denk daran, was sie mit Delilah gemacht hat. Und mit Ross. Stell dir vor, was sie erst bei einem VBM anrichten könnte, Manoli. Und du weißt ja, was sie von Menschen hält.« Ich starte sie an. »Du hast recht. Aaron ist in einem Nest von Neulingen mit einer durchgeknallten Floriade, die glaubt, mit der Menschheit an sich ein Hühnchen rupfen zu müssen. Ja, wir müssen uns als erstes um sie kümmern. Ross, zeig uns, wo du sie gefunden hast. Das Nest kann nicht weit sein.« Er schlüpfte wieder in seinen langen Mantel. »Kein Problem. Wer kommt noch mit, außer dir und mir?« Die Lila, Camille, Chase und Morio. Ich blickte mich um. Schamas bleibt bei Iris. »Ich sorge schon dafür, dass er sich anständig benimmt«, sagte Iris. »Er kann Anna-Linda und mir helfen, Kekse zu backen.« Damit schob sie unseren Cousin aus dem Zimmer, ehe er noch ein Wort sagen konnte. Ich deutete auf die Tür. »Los geht's.« Ich war nicht sicher, wie Ross hier herausgekommen war, aber ganz sicher nicht mit einem Auto. »Ross, du fährst mit mir.« Die Lila wurde natürlich von Chase begleitet und Morio und Camille gingen zu ihrem Lexus. Eine stand fest, dachte ich. Wir würden dringend Urlaub brauchen, wenn das hier vorbei war, denn der Spielplatz, zu dem wir jetzt unterwegs waren, stand ganz gewiss nicht auf der Top-Ten-Liste der Orte, die man unbedingt gesehen haben musste, bevor man starb.« Während der Fahrt öffnete Ross den Gürtel seines Staubmantels und überprüfte seine Ausrüstung. Das Klappern von Metall sagte mir, dass er gut bewaffnet war. »Pflöcke haben wir.« »Nunchakos haben wir.« »Blasrohr und Pfeile haben wir.« »Mikro-Usi haben wir.« »Dolche haben wir.« »Moment! Nicht so stürmisch, Tiger.« »Sagtest du Usi?« Ich blickte zu ihm hinüber und tatsächlich hielt er etwas hoch, das aussah wie ein Mini-Maschinengewehr. Was zum Teufel tat ein Inkubus mit einer Maschinenpistole, einer richtig fiesen Maschinenpistole. »Wo hast du die denn her?« »Ich hab meine Quellen«, erwiderte er. »Aber das Ding wird uns gegen Vampire nicht viel nützen.« Er schob sie zurück in das Schulterholster und hielt stattdessen eine Auswahl an Pflöcken hoch. »Nein, das hier, diese Babys brauchen wir heute Nacht. Ah, übrigens, ich hab auch noch ein paar Silberketten und Bindetalismane dabei.« »Und was haben wir da noch?« Er zog seine Tasche auf den Schoß und wühlte darin herum, während ich mich bemühte, den Blick auf die Straße gerichtet zu halten. »Du hast ja ein wahres Arsenal da drin. Ich würde immer noch gern erfahren, warum Königin Asteria dich zu uns geschickt hat, bemerkte ich.« »Tja, es gibt eine Menge Dinge, die ich auch gern wüsste,« erwiderte er. »Aber sie hat es getan, also nimm meine Hilfe doch einfach an.« »Weiß sie denn, was du da mit dir herumschleppst?« »Ja, keine Sorge.« Er zog den Reißverschluss der Sporttasche zu und legte seinen Gürtel ab, sodass der Mantel offen hing und er schnell an seine Waffen kam. Ich musterte unauffällig seine hautenge schwarze Lederhose, das Muscle-Shirt aus Netzstoff, das ich über den klar definierten Brustmuskeln spannte, und die schimmernde Haut unter seiner Kleidung. Sein Bauch glänzte wie poliert unter dem Netzstoff. Etwas knipste sich in mir an, als hätte jemand einen Lichtschalter gedrückt, und ich richtete den Blick hastig wieder auf die Straße. Genug von dem Unsinn. Er begegnete meinem Blick mit einem dreisten Grinsen. »Gefällt dir, was du siehst?« »Das will ich nicht gehört haben. Wir sind unterwegs, um Aaron zu retten, sonst läuft hier gar nichts.« »Wie du meinst.« Er zuckte freundschaftlich mit den Schultern. »Aber dir ist bewusst, dass eure Freundin vielleicht tot ist oder Schlimmeres?« »Ja, das ist mir bewusst. Camille und Delilah auch. Aber wir können sie nicht einfach abschreiben.« »Wenn noch irgendeine Chance besteht, dass wir sie retten können, dann müssen wir es versuchen.« Ich bog links auf die Aurora Avenue ab und fuhr in Richtung Süden weiter. »Irgendetwas an dir ist anders«, sagte Ross und betrachtete mich neugierig. »Du hast dich verändert. Deine Angst ist weg. Willst du darüber reden?« »Nein«, sagte ich, »will ich nicht. Du brauchst nur zu wissen, dass ich jetzt gegen Dredge kämpfen kann und eine Chance habe, ihn zu besiegen. Das hätte ich vorher nicht gekonnt. Aber jetzt kann ich es versuchen.« »Hm«, war alles, was er dazu sagte, aber ich wusste, dass die Sache damit noch nicht beendet war. »Bieg da vorn links ab und an der zweiten Querstraße wieder links. Wir können uns auf den Parkplatz stellen, das Nest unserer Neulinge ist nicht weit.« Ich fuhr voran und Camille und Delilah folgten mir. Wir rollten durch die dunklen Straßen der Stadt. Die Eiseskälte hatte immer noch nicht nachgelassen und mich traf eine Erkenntnis wie ein Schlag. Loki. Loki hielt Dredges Seele in Händen. »Manche sagen, die Welt endet in Feuer, manche sagen, in Eis.« »Wie bitte?« Ross warf mir einen verwunderten Blick zu. »Das ist aus einem Gedicht, das Camille mir mal vorgelesen hat. Feuer und Eis, der ungewöhnlich harte Winter. Loki und Dredge, verstehst du denn nicht? Dredge ist an Loki gebunden, den Herrn des Chaos. Und als er in die Erdwelt kam, hat er dessen Energie mit hierhergebracht. Und diesen unnatürlichen Winter, der viele Schnee, das liegt alles an der unglaublichen Macht, die Loki Dredge verliehen hat.« »Wovon sprichst du? Was soll das heißen, Loki und Dredge?« Ich säubzte genervt. »Ich habe rausgefunden, dass Dredge direkt mit Loki verbunden ist. Irgendwie hat Loki ihn erschaffen. Er ist Dredges Meister. Und Dredge ist zu einem Kanal für den Halbgott geworden. Das ist einer der Gründe, weshalb er so mächtig ist. Loki hängt sich einfach dran, mit Fenris, seinem verdammten Wolfssohn, und die beiden tun ihr möglichstes Chaos und Zerstörung in der Welt zu verbreiten. Was wiederum bedeutet, dass Loki vielleicht versucht, Dredge zu benutzen, um sein eigenes kleines Ragnarök einzuleiten. Wir haben hier einen unnatürlich kalten und schneereichen Winter. Rate mal, wer hier angekommen ist, so um die Zeit herum, als das anfing.« Ross richtete sich auf. »Dredge und Loki sind verbunden? Loki ist ein Vampir?« »Vielleicht nicht direkt, aber ja, auf gewisse Weise schon. Jedenfalls Vampir genug, um Dredge zu einem zu machen.« »Ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte, weil ich nicht sicher war, ob ich es selbst richtig verstanden hatte.« »So ist es, glaub mir einfach.« »Wie hast du das herausgefunden?« »Heilige Scheiße, damit ist er ja noch wesentlich gefährlicher, als ich dachte. Kein Wunder, dass er so viele Jahre lang mit seinen Untaten durchgekommen ist. Frag mich nicht, woher ich das weiß, denn im Moment will ich daran nicht denken.« Ich zögerte kurz und fügte dann hinzu. »Ich habe mich von ihm abgetrennt, Ross. Ich habe die Zeremonie vollzogen und mich von meinem Meister losgesagt.« Ein paar einfache Worte, aber Ross schnappte sichtlich schockiert nach Luft. »Manoli, bist du dir darüber im Klaren, was du da getan hast?« »Voll und ganz. Wie gesagt, frag mich nicht danach. Ich will nicht darüber reden, was es mich gekostet hat, mich von ihm zu befreien.« »Na, verdammt will ich sein. Du hast wirklich Mut, das muss ich dir lassen. dir ist doch klar, dass du die absolute Grundregel deiner Art gebrochen hast.« Achselzuckend bog ich auf den Parkplatz ein, schaltete den Motor aus und tätschelte das Armaturenbrett. »Und du glaubst, das wäre mir irgendwie wichtig?« Er lachte auf. »Nein, ich sehe dir an, dass es dir egal ist.« Er schaute aus dem Fenster. »Da kommen die anderen. Gehen wir ein paar Blutsauger umbringen.« Als er aus dem Wagen stieg, erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. So groß, dunkel und zwielichtig er auch sein mochte, er hatte eine Scheißangst. Die neue Bedrohung, Loki, oder die Tatsache, dass ich Dredge verraten und mich gegen meinen Meister gewandt hatte, hatte Ross in Aufruhr versetzt. Als wir uns dem Gehweg näherten, hielten die anderen neben uns. Ross teilte Pflöcke aus. Ich schob meinen durch den Gürtel. Wir gingen über die Wiese, abseits des Pfades, auf ein Wäldchen aus Tannen und Weiden zu. Ich ging ein Stück voraus und versuchte, Untote aufzuspüren, die sich in der Nähe aufhalten mochten. Als wir uns dem Rand des Wäldchens näherten, kroch mir ein Kribbeln den Rücken hoch. »Wir sind ganz in der Nähe,« flüsterte ich. »Entweder ist ihr Nest nicht besonders gut versteckt, oder jemand macht gerade einen kleinen Abendspaziergang.« Kamil und Delilah teilten sich auf und bildeten mit Chase und Morio einen Halbkreis. Kamil hob eine Hand gen Himmel, während Delilah die Augen schloss und schnupperte. Chase und Morio gaben uns Rückendeckung, während Ross und ich das Gebiet unmittelbar vor uns absuchten. Gleich darauf ließ Kamil die Hand sinken. »Die Mondmutter sinkt heute Abend. Sie sagt, wir müssten unter den Bäumen sehr vorsichtig sein. Irgendetwas hat sie in Aufruf versetzt. Sie sind kampfbereit. Sie dienen als Wächter für ein Geschöpf, das uns Böses will.« »Ich rieche, Dryade. Wollen wir wetten, dass Visteria hier irgendwo lauert und ein Paar ihrer Kumpel aufgehetzt hat?« Delilah zog mit der Rechten ihr langes silbernes Messer und ließ die Klinge hervorschnellen, die an ihrem linken Handgelenk befestigt war. »Ich bin bereit.« »Wir gehen da rein und räumen das Nest aus. Um Dredge kümmern wir uns, wenn wir die Sauerei hier beseitigt haben. Und denkt daran. Wir gehen in die Offensive. Visteria hat es in sich, aber wenn wir mit allem, was wir haben, da reingehen, können wir sie ausschalten.« Ich ging los. Ross an meiner Seite. Die anderen folgten uns. Chase und Delilah taten sich zusammen und bewachten Camille und Morio, die irgendwelche Magie bereit machten. Als wir das Wäldchen betraten, kündigte ein lautes Rascheln Gesellschaft an. Ein paar hochgewachsene Farne teilten sich und drei Floriaden sprangen hervor, Visteria in der Mitte. »Nein, so etwas, wenn das nicht meine hübschen Geiselnehmer vom letzten Mal sind,« sagte sie. »Zu spät, Mädels. Jetzt seid ihr in unserem Revier.« Sie sah mich dabei an und grinste hämisch. »Immer noch so eingebildet, wie ich sehe.« Ich gab Ross ein Zeichen und wir traten beiseite, um Camille und Morio vorzulassen. Visteria und ihre Freundinnen packten sich bei den Händen. Eine kleine Woge aus Ranken kroch aus dem Unterholz auf uns zu, und die Dornen sahen so hässlich aus, dass ich mich wirklich nicht darin verfangen wollte. Camille starrte auf die Ranken und lachte. »Ist das alles, was ihr habt?« Sie nahm Morios Hand und die beiden ließen eine Anrufung los, die von den Bäumen wiederhallte. Ein silbriger Blitz zuckte auf und die Dornenranken gefroren und zersplitterten dann wie eine Eisskulptur unter einem Hammer. Visteria brüllte, während ihre Freundinnen vorbeistürmten bereit zum Kampf, streckte sie selbst die Hände aus und Ranken schossen wie langbeinige Spinnen aus ihren Fingerspitzen. Die Schlingpflanzen schlossen sich um Camille, pressten ihr die Arme an die Seite und hüllten sie in ein grünes Netz. Morio zielte auf Visteria. »Fuchsfeuer!« Er feuerte eine Lichtkugel direkt auf ihre Augen ab, und als die Kugel traf, explodierte sie mit einem gleißenden Lichtblitz. Visteria kreischte, doch schon wand sich die Leila durch das Gewirr aus Ranken. Noch ehe die Floriade aus der Reichweite der immer noch glühenden Lichtkugel gelangen konnte, ließ die Leila ihr Messer mit aller Kraft auf Visterias Brust herabsausen und versenkte die Klinge tief in ihrem Fleisch. »Fickt euch!« japste Visteria und taumelte auf mich zu. Ich machte einen Satz und landete an ihrer Seite. Mit einer einzigen Bewegung packte ich ihr Haar und riss ihr so blitzartig und kraftvoll den Kopf zurück, dass ich sofort ihre Knochen brechen hörte. Als ich sie losließ, fiel sie schlaff zu Boden. Der Kampfeslärm hinter mir brach abrupt ab, und als ich mich umdrehte, rannten die beiden anderen Floriaden in wilder Flucht auf den Parkplatz zu. »Sollen wir ihnen folgen?« fragte die Leila. Ich sah ihnen nach. Sie liefen auf das Dickicht hinter dem Parkplatz zu. »Lasst sie. Nehmen wir uns die Neugeborenen vor. Aber erst will ich dafür sorgen, dass dieses Miststück ganz sicher nie wieder aufsteht. Hat jemand Feuer?« Ross holte eine kleine runde Kugel aus der Tasche. »Zurücktreten?« »Das Feuer wird sich doch nicht ausbreiten und den Tieren schaden, oder?« fragte die Leila. Er schüttelte den Kopf. »Nein, es ist magisch, brennt nur ein paar Sekunden und kann sich auch nicht weiter ausbreiten. Jetzt weg mit euch.« Wir traten zurück. Er zog eine Art Siegel von der Kugel ab und warf sie auf Visterias Brust. Eine Stichflamme schoss hoch und ihr Körper brannte lichterloh, so grell, dass mir die Augen schmerzten. Ein paar Sekunden später verblasste das Licht. Alles, was von unserer kleinen Unruhestifterin übrig war, war ein Häufchen Asche. »Ich will auch solche Feuerbomben,« sagte die Leila. Ross schnaubte. »Als würde ich dir welche abgeben.« »Was hast du denn sonst noch so für Überraschungen unter deinem Mantel?« fragte Camille, rückte dicht an ihn heran und lugte unter seinen Mantel. »Wenn du das wissen willst, Süße, bin ich jederzeit gern bereit, dir einen Eindruck davon zu geben, was ich noch so drunter habe.« Ross' Stimme floss wie Seide und er sah Camille mit einem wahren Schlafzimmerblick an. »Willst du mir jetzt deines zeigen?« »Das reicht! Los jetzt!« Ich ging voran. Wir verließen das Wäldchen und Camille hob noch einmal die Hand. Die Weiden sind jetzt still. Visteria war diejenige, die sie aufgehetzt hat. Sie beobachten uns nur noch. Weiter nichts. Das Unterholz wurde von einem Pfad unterbrochen, der vom Gehweg aus nicht zu sehen gewesen war. Zweifellos hatten sich die Vampire eine Menge Mühe gemacht, einen für gewöhnliche Passanten unsichtbaren Weg anzulegen. Schneebedeckte Heidelbeeren und Farne schimmerten im dunklen Wald, und leises Rascheln verkündete die Gegenwart von Eichhörnchen und nachtaktiven Tieren, die am Rande des Zoos lebten. »Hier entlang«, sagte ich. Ich konnte einen Hauch von Vampirgeruch im Wind wahrnehmen. Alle Vampire hatten einen bestimmten Geruch. Nicht ganz Fäulnis, nicht ganz Parfum. Wir rochen nach Friedhofserde, alten Knochen und Lilien, nach Eiben und einem Wagenversprechen der Leidenschaft. Ein Vampir konnte einen anderen Vampir immer riechen, was bedeutete, wenn die Neulinge nahe genug und wachsam genug waren, wussten sie, dass ich auf dem Weg zu ihnen war. Während wir durchs Gebüsch eilten, tippte Camille mir auf die Schulter. »Da drüben. Siehst du das?« Ich starrte angestrengt in die Dunkelheit. Da war etwas. Der Eingang zu einem unterirdischen Gebäude mit Steinstufen, die zur Tür hinabführten. Vermutlich eine kleine Transformatorenstation, die zur Sicherheit unterirdisch gebaut worden war, oder auch der Keller eines längst vergessenen Hauses. Was auch immer es war, die Neulinge benutzten es jetzt. Was bedeutete, dass die Floriaden diesen Ort vermutlich für sie gefunden hatten, auf Dredges Befehl hin? »Gehen wir rein.« »Haltet die Pflöcke bereit.« »Und seid vorsichtig.« Ich winkte Ross mit gekrümmten Zeigefinger heran. »Komm mit. Wir gehen als Erste. Für mich sind sie am wenigsten gefährlich. Und du hast reichlich Erfahrung. Camille und Morio, ihr haltet euch hinter Ross. Dann kommt Chase, Delilah, du deckst uns den Rücken.« Die Stufen waren geborsten, und Unkraut wucherte aus den Rissen im Beton. Flecken aus Eis und Schnee zeigten sich auf dem dunklen Zement, und ich stieg langsam die schmale Treppe hinab, die Hand an einem der Pflöcke in meinem Gürtel. Die Tür am Fuß der Treppe wurde von einer einzelnen Kippschalterlampe, die schief an der Wand hing, trübe beleuchtet. Was auch immer das für ein Bauwerk war, es reichte kaum über den Waldboden hinaus. Wir befanden uns jetzt schon fast unter der Erde. Stirnrunzelnd betrachtete ich die Tür. Sie war aus Metall und hatte ein seltsames Rad anstelle einer Türklinke. Es erinnerte mich an die U-Boote in Filmen über den Zweiten Weltkrieg, die wir uns manchmal nachts im Fernsehen angeschaut hatten. »Ein Bunker«, raunte Chase. »Was?« »Ein Schutzbunker. Ich wette, der wurde in den Fünfzigern gebaut, während des Kalten Krieges.« Er seufzte. »Der ehemalige Eigentümer hat dieses Land irgendwann dem Zoo verkauft und vergessen zu erwähnen, dass dieses Ding hier herumsteht.« Der Kalte Krieg. Die Bedeutung dieser Worte war mir nur vage bekannt, aber das war jetzt nicht wichtig. Für mich zählte nur, dass die Vampire uns hinter dieser Tür erwarteten. Ich konnte sie jetzt riechen, ihr Geruch hing dick in der Luft. Wie viele darin waren, konnte ich nicht genau sagen, aber ich vermutete, dass wir es mindestens mit vier zu tun bekommen würden. »Seid vorsichtig. Ich möchte in meinem neuen Lebensstil nicht unbedingt Gesellschaft bekommen«, sagte ich und hob den Fuß. Mit einem gut platzierten Tritt brach ich die Tür auf. Das Metall kreischte, als die Angeln sich verzerrten und die Tür innen gegen die Wand krachte. Ich stürmte vor, Ross dicht hinter mir. Wild bewegte Gestalten empfingen uns. Wir waren in einem kleinen Flur, der zu einem größeren Raum führte, mit zwei Türen am anderen Ende. Ein rascher Überblick sagte mir, dass wir drei Vampiren gegenüberstanden. Ich griff den ersten an, während Ross in einer wirbelnden Drehung in den Raum eindrang und gegen den zweiten vorging. Der dritte flog wie ein verschwommener Schemen an mir vorbei auf Kamil zu, die hinter mir stand. Der Kampf hatte begonnen. Meine Gegnerin war eine Frau. Sie fauchte zischend und schlug mir mit dem Handrücken ins Gesicht, ehe ich nach rechts ausweichen konnte. Scheiße, dachte ich, als ich zurückgeschleudert wurde. Eine Kampfsportlerin! Sie musste vor ihrem Tod sehr gut trainiert gewesen sein. Sobald ich auf dem Boden aufschlug, rollte ich mich ab, schnellte hoch und umkreiste sie, um einen besseren Winkel zu finden und außerhalb ihrer Reichweite zu bleiben. Ich hatte gelernt, meine Gegner schnell einzuschätzen. Warum hilfst du ihnen? Sie winkte mich freundlich zu sich heran. Komm auf unsere Seite, Schwester, du bist eine von uns. Ich bin ebenso wenig eine von euch, wie ich ein Oger bin, sagte ich und spie ihr vor die Füße. Ich würde dir ja die Chance anbieten, das hier zu überleben und zu lernen, wie man den Durst beherrschen kann, aber irgendetwas sagt mir, dass du das nie schaffen würdest. Warum sollte ich? Unser Meister hat uns einen großen Spielplatz versprochen. Dann schlug sie wieder zu, aber diesmal entging mir nicht die geringste Bewegung und ich war bereit. Ich drehte mich zur Seite, packte ihren Arm, als der knapp an mir vorbeischoss. Tut mir leid, dass ich die Sache so schnell beenden muss, aber ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen, sagte ich. Sie war wohl im Leben sehr stark gewesen, aber jetzt war ich wesentlich stärker und ich riss sie an meine Seite. Sie wollte sich auf mich werfen. Ich stieß den Pflock aufwärts in ihre Brust und beobachtete ihren Blick, als sie erkannte, was geschehen war. Dann zerstob sie zu tausend Flöckchen Asche. Ich schnappte mir den Pflock und sah mich nach den anderen um. Ross rang mit einem der Männer. Als ich mich umdrehte, schaffte er es gerade, den Kerl zu vernichten. Zwei waren also erledigt. Einer übrig. Dieser letzte Vampir hatte Camille am Hals gepackt und versuchte, sie zu beißen. Als ich ihr zu Hilfe kommen wollte, ließ Morio seinen Pflock fallen. Und schneller, als man Fuchs sagen konnte, verwandelte er sich. Ich hatte ihn noch nie in seiner vollen Dämonengestalt gesehen. Er war ganze zwei Meter vierzig groß, mit glühend goldenen Augen und kupferrotem Fell. Er hatte sich in einen Fuchsmann verwandelt, auf zwei Beinen stehend und mit einer furchterregenden Schnauze. Aber dies war kein scheuer Fuchs. Nein, er war ein Fuchs-Dämon. Seine Nase war schwarz und nass, und Dampf schoss aus seinen Nasenlöchern. Als er drohend die Läfzen hochzog, schimmerten rasiermesserscharfe Zähne in der trüben Beleuchtung des Bunkers. Anstelle von Pfoten hatte er immer noch Hände und Füße, aber sie waren mit Fell bedeckt und hatten lange gebogene Klauen. Unbewusst glitt mein Blick an ihm hinab. Oh-oh! Kein Wunder, dass Kamil ihn so schätzte, dachte ich, während ich auf seinen Unterleib starrte. Morio war weder ein großer Mann noch besonders muskulös, aber andere Teile seiner Anatomie machten das mehr als wett. Er packte den Got im Nacken und riss ihn von Kamil zurück. Der Vampir stieß einen verängstigten Schrei aus. Einen Augenblick lang glaubte ich, einen Funken Menschlichkeit in diesen toten Augen aufblitzend zu sehen. Dann verschwand die Angst. Der Vampir schlug mit seinen scharfen Fingernägel nach Morio und erwischte ihn am Oberarm. Mit einem lauten Jaulen zog Morio die Klauen über Brust und Bauch des Vampirs, weidete ihn regelrecht aus. Die Leila, die Chase beschützt und alles beobachtet hatte, sprang vor und stieß ihren Pflock in das freiliegende Herz. Der Vampir zuckte und verschwand. Zu Asche zerfallen wie die anderen. Morio drehte sich zu Kamil um und fragte mit einer Stimme, die den Raum erbeben ließ. Bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Er hat nicht geschafft, mich zu beißen, sagte sie und blickte zu ihm. Aber du bist verletzt. Morio nahm langsam wieder seine menschliche Gestalt an, schüttelte den Kopf, hob seine Tasche auf und hängte sie sich um. Halb so wild, es war nur ein Kratzer. Er blickte auf die Schnittwunden herab, die durch seine zerfetzte Kleidung zu sehen waren. Mach dir keine Gedanken um mich. Da der Kampf nun vorbei war, blickte ich mich um. Die beiden anderen Türen stachen mir ins Auge. Dahinter könnten weitere Vampire lauern und nur auf uns warten. Der Geruch von Blut hing schwer in der Luft, aber ich war noch immer so beeindruckt von Morios Verwandlung, dass ich ihn kaum wahrnahm. Aber wenn andere Vampire hier waren, würde dieser Geruch sie ganz sicher hervorlocken. Pass auf, deine Wunde wirkt wie ein Leuchtfeuer, begann ich doch schon flog krachend eine der Türen auf und zwei weitere Blutsauger stürmten herein. Bingo! Ich eilte mit Ross zusammen nach vorn und wir legten los. Diesmal war der Kampf ziemlich einseitig. Camille warf einen Blendezauber in den Raum, der leider nach hinten losging. Statt eine grelle Kugel mitten in der Luft zu bilden, schoss das Licht aus ihren eigenen Augen hervor, womit sie für den Kampf völlig ausfiel. Aber Ross und ich schafften es, die beiden Vampire auszuschalten, ehe die anderen eingreifen konnten. Die grelle Beleuchtung flackerte und erstarb, bis wir wieder im Halbdunkel standen. Verflucht! So fühlt man sich also als bengalisches Feuer, sagte sie blinzelnd. Du hast auch wie eines ausgesehen, erwiderte ich. Hast du Schaden genommen? Sie schluckte und hustete dann. Meine Kehle fühlt sich an, als hätte ich gerade eine Flasche Johnny Walker gekippt, aber ansonsten ist mir wohl nichts passiert. Morio schnaubte vor Lachen und erwiderte ihren finsteren Blick mit hochgezogenen Augenbrauen. Mach mir keine Vorwürfe, du weißt selbst, wie ulkig das ausgesehen hat, sagte er, aber sie hob plötzlich die Hand. Seid still. Ich höre etwas. Sie rannte zu der anderen Tür und riss sie auf, ehe ich sie aufhalten konnte. Aaron! Ich habe Aaron gefunden! Ich schoss ins Nebenzimmer und blickte mich um, um sicherzugehen, dass wir allein waren. Die Leila war dicht hinter mir und die Jungs folgten ihr auf dem Fuße. Aaron lag gefesselt am Boden, ihr Flanellhemd war nirgends zu sehen. Während sie draußen in der Welt immer so forsch und tapfer wirkte, sah sie jetzt furchtbar zerbrechlich und arg mitgenommen aus. Der Raum war überall mit Blut bespritzt. Es sah so aus, als hätten die Neugeborenen reichlich von ihr getrunken. Der Geruch von Angst hing schwer in der Luft und automatisch fuhren meine Reißzähne aus. Hunger wallte in mir hoch wie aufgepeitschte Brecher. Camille kniete sich neben sie und fühlte ihr den Puls. Mit aschfahlem Gesicht blickte sie auf. Sie stirbt. Sie wird es nicht schaffen. Selbst wenn es uns wie durch ein Wunder gelingen sollte, in fünf Minuten einen Krankenwagen hierher zu holen, käme die Blutspende nicht schnell genug. Ihre Augen blitzten zornig. Ich will sie tot sehen. Alle! Langsam trat ich zu ihr und ging in die Hocke, um auf Aarons reglose Gestalt hinabzustarren. Sie war noch nicht ganz weg. Ihre Lunge kämpfte noch um flatterige Atemzüge. Aber Camille hatte recht. Aaron würde gleich sterben. Camille fuhr zu mir herum. Du kannst sie retten, sagte sie. Was? Wie denn? Nicht einmal ich könnte sie schnell genug in ein Krankenhaus bringen. Verwirrt sah ich die anderen an. Ross und Morio hatten einen wissenden Ausdruck in den Augen. Aber Chase sah uns nur verständnislos an. Du kannst es, sagte Delilah und kniete sich auf Aarons andere Seite. Du kannst sie retten, Menoli. Du musst es tun. Sie wollte nicht sterben. Sie will nicht sterben. Und während ich meine Schwestern anstarrte, begriff ich, was sie von mir verlangten. Was? Das kann nicht euer Ernst sein. Wollt ihr damit sagen, dass ich sie verwandeln soll? Ich sprang auf und zog mich an Ross' Seite zurück. Ich kann nicht glauben, dass ihr etwas von mir verlangt, das ich derart abscheulich finde. Camille bettete Aarons Kopf sacht in Delilahs Schoß. Dann stand sie mit blitzenden Augen auf und stemmte die Hände in die Hüften. Was dir geschehen ist, war etwas völlig anderes. Du wurdest gefoltert mit jeder widerlichen, grausamen Methode, die Dredge nur eingefallen ist. Aaron wurde als Futterstation missbraucht. Aber sie trägt keine Narben und sie hat nichts dazu getan, in diese Lage zu geraten. Verstehst du denn nicht? Sie wird sterben, wenn du nicht sofort etwas unternimmst. Ich starrte auf Aarons leblose Gestalt hinab. Leute sterben nun mal, Camille. Menschen leben und sie sterben. Das ist der Lauf der Welt. Aber es muss nicht so sein, meldete Delilah sich zu Wort. Sie muss nicht so werden wie diese Neulinge. Sieh dir Wade und Sassy an. Schau dich selbst an. Ihr seid anders. Ihr habt euch dafür entschieden, anders zu sein. Und du kannst Aaron von Anfang an helfen. Weißt du noch, was Großmutter Coyote gesagt hat? Camille legte den Kopf schief. Weißt du noch, was sie bei der Versammlung gesagt hat? Du wirst etwas tun müssen, das du nicht tun willst. Aber ich werde wissen, dass es das Richtige ist. Das hier ist es. Aaron in einen Vampir zu verwandeln. Ist das einzig Richtige? Verzweifelt suchte ich bei Morio nach Unterstützung. Sag ihr, dass sie sich irrt. Das ist keine Intuition. Nur ihr Wunsch, Aaron am Leben zu erhalten. Morio schüttelte den Kopf. Wenn Großmutter Coyote das vorhergesagt hat, dann muss ich Camille Recht geben. Großmutter Coyote sagt nie etwas, das sie nicht ernst meint. Camille riss mich herum und ignorierte mein erschrockenes Fauchen. Vertrau mir! Aaron hat in der Zukunft noch eine wichtige Rolle zu spielen. Du musst dafür sorgen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Verwandle sie endlich, verdammt! Es braucht dir nicht zu gefallen. Du brauchst nicht einmal damit einverstanden zu sein. Aber du musst es tun! Sie trat so heftig auf, dass ich beinahe Angst vor ihr bekam. Ich rang mit meinem Gewissen. Was hatte Großmutter Coyote genau gesagt? Männoli, du wirst etwas tun müssen, von dem du geschworen hast, dass du es niemals tun würdest. Du wirst wissen, was das ist, wenn die Zeit gekommen ist. Und du wirst dich dagegen sperren. Aber du musst es tun, ganz gleich, wie sehr du den Gedanken verabscheust. Eine lange Schicksalskette hängt an deiner Tat oder deiner Untätigkeit. Enttäusche mich nicht. Wenn du davor zurückscheust, bringst du ein wichtiges Kräfteverhältnis aus dem Gleichgewicht. War es das hier? Meinte sie damit tatsächlich, dass ich Aaron in der Welt der Untoten wieder auferstehen lassen sollte? Ich stand ganz still da und schaute in mich hinein, tief in mein Herz, in meine Seele. An dem Tag, als ich aus meinem Wahnsinn zurückgekehrt war, hatte ich geschworen, niemals einen Vampir zu erschaffen, niemals die Horden der Dämonen zu vergrößern, die gegen ihren Willen als Opfer erweckt wurden. Aber wenn Großmutter Coyote recht hatte, wenn Camille und Delilah recht hatten, hatte das Schicksal Aaron dann für die Verwandlung auserwählt? Und wenn sie schon von irgendjemandem erweckt werden musste, wer wäre dann besser geeignet als ich? Ich konnte ihr all das geben, was kaum ein anderer Meister ihr mitgeben würde. Rat und Führung, ein Gewissen, Fürsorge. Ich konnte ihr den Übergang in ihr neues Dasein erleichtern, den Schock abmildern, der mit der Verwandlung einherging. War das der richtige Weg? Beeil dich, sie ist schon fast tot, drängte Delilah. Camille sprang auf mich zu, packte mich am Handgelenk. Tu es, und zwar sofort, oder ich schwöre, ich werde die Mondmutter auf dich hetzen, Manoli, glaub mir. Ich sage das nicht nur aus Freundschaft zu Aaron und weil ich sie nicht verlieren will. Ich weiß, dass Aaron weiterleben muss, und das ist die einzige Möglichkeit. Delilah stieß ein Fiepsen aus und ich sah, wie sie sich zu verwandeln begann. Wütend und verängstigt zugleich rief ich, scheiße, Delilah, halt durch, Baby. Ach, verdammt. Camille, schnapp sie dir. Hilf ihr, sich zu beruhigen, damit sie sich zurückverwandeln kann. Ich mache es, okay. Ich werde Aaron erwecken, aber wag es nicht, mir je wieder so zu drohen. Wortlos eilte Camille zu unserem goldenen Tigerkätzchen und hob sie hoch, während ich zu Aaron hinüberstürzte. Rasch und ohne darüber nachzudenken, beugte ich mich vor und trank ein wenig an ihrem zerfetzten Hals. Da würde sie allerdings eine Narbe zurückbehalten, aber keine allzu schlimme. Sobald ihr Blut warm und köstlich meine Kehle hinabfloss, hob ich mein Handgelenk und ritzte mit einem Fingernagel die Pulsader auf. Als die ersten Tropfen herausrannen, hielt ich das Handgelenk vor Aarons Lippen. Aaron, ich bin's, Manoli. Du musst trinken, wenn du überleben willst. Wenn du mein Blut nicht trinkst, wirst du sterben. Ich hielt sie wie ein Baby in einem Arm und drückte ihr das andere Handgelenk an den Mund. Sie öffnete die Augen, blinzelte und bemühte sich, mich anzusehen. »Süße, hör mir zu. Es ist deine Entscheidung. Wenn du trinkst, werde ich dich erwecken und mich um dich kümmern, um dir die Verwandlung zu erleichtern. Ich werde dich lehren, wie du den Durst kontrollieren kannst. Du musst nicht zu einem Monster werden. Aber wenn du dich lieber nicht am Leben festklammern willst, wenn du loslassen willst, werde ich dich nicht zwingen, mein Blut zu trinken. Es liegt allein bei dir.« Camille hielt die Leile an sich gepresst und beobachtete uns. Ross, Morio und Chase bewachten die Tür. Chase war ein wenig grün im Gesicht, sagte aber kein Wort. »Aaron, bitte trink,« sagte Camille. Sie schob Chase die Leile in die Arme und kniete an Aarons anderer Seite nieder. »Wir brauchen dich. Die Welt braucht dich. Das Schicksal hat große Pläne für dich. Wenn du es nicht tust, könnte das die Zukunft aus den Angeln heben. Großmutter Koyote hat uns vor diesem Augenblick gewarnt.« Aaron suchte meinen Blick und sah mir in die Augen. Sie öffnete die Lippen. Sie waren so trocken, dass sie aufgesprungen und zu Bluten begann. »Versprichst du mir, dass du auf mich aufpassen wirst? Versprichst du mir, dass du mich töten wirst? Will ich irgendetwas Schreckliches tue? Ich will nicht so werden wie die.« Das letzte Wort spie sie förmlich aus, und ich wusste, dass sie von den Neulingen sprach. »Ich verspreche es, aus ganzem Herzen. Wenn du trinkst, werde ich dich auf jedem einzelnen Schritt des Wegs begleiten. Ich werde nicht zulassen, dass du dich in einen Albtraum verwandelst.« Auf was zum Teufel ließ ich mich da eigentlich ein? Ich wusste es nicht, aber in dem Moment, als ich ihr die Chance angeboten hatte, hatte mir jede Faser meines Herzens gesagt, dass dies die richtige Entscheidung war. Mit einem zittrigen Atemzug, sehr zittrig, denn sie stand an der Schwelle des Todes, öffnete Aaron erneut die Lippen. »Ich will trinken.« Ich presste mein Handgelenk an ihren Mund. »Du musst saugen, so fest du kannst. Du brauchst nur ein paar Tropfen, um den Pack zu besiegeln. Aber du solltest so viel trinken, wie du kannst. Das wird dir den Übergang erleichtern.« Als sie das Blut aufzulecken begann, das aus meiner Ader floss, schloss ich die Augen vor dem Sturm in mir. Meine Ethik, jede meiner moralischen Überzeugungen schrie mir zu, dass ich aufhören musste, dass ich sie friedlich zu ihren Ahnen gehen lassen sollte. Und dennoch riet mir meine Intuition, sie trinken zu lassen, sie zu erwecken und dafür zu sorgen, dass sie weiterlebte. Aaron war noch überraschend stark. Sie schaffte es, etwa eine Vierteltasse von meinem Blut zu trinken, ehe sie plötzlich nach Luft schnappte, krampfhaft in meinen Armen zuckte und dann erschlaffte. »Ist sie tot? Ich dachte, du wolltest sie erwecken!« Camille starrte mich an und ihre Stimme halte von den Wänden wieder. Ich blickte zu ihr auf. So sehr ich meine Schwester liebte, in diesem Moment hätte ich ihr am liebsten eine runtergehauen. Aber ich widerstand dem Impuls und hielt mir vor Augen, dass sie außer sich war und so gut wie nichts über den Vorgang an sich wusste. »Oh, sie wird sich verwandeln«, sagte ich. »Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit.« »Was tun wir bis dahin?« Ich warf einen Blick zu Chase hinüber, der die Leila streichelte. Sie begann zu schimmern und ich hüstelte. »Johnson, lass das Kätzchen lieber runter, sie wird sich gleich zurückverwandeln.« Ich stand auf, wischte mir die Hände an der Hose ab und wandte mich wieder Camille zu. »Ganz einfach. Wir warten. Also beruhige dich und mach es dir gemütlich.« »Ach, übrigens, wir brauchen Nahrung für sie. Wenn sie aufwacht, wird sie wahnsinnig hungrig sein. Wenn nicht einer von euch Blutbank spielen will, brauchen wir einen Spender.« Ross grinste. »Ich finde jemanden. Ich kenne mich aus, auch wenn ich keiner von euch bin.« Ehe ich noch etwas sagen konnte, schlüpfte er zur Tür hinaus, und wir übrigen setzten uns schweigend auf den Boden. Da ich noch nie einen Vampir erweckt hatte, wusste ich selbst nicht ganz genau, wie der Prozess ablief. Aber ich war verdammt sicher, dass es für Aaron leichter sein würde als meine eigene Wiedergeburt. Der Schock, als ich die Augen geöffnet und geglaubt hatte, ich sei noch am Leben, war schlimm genug gewesen, aber noch mehr Angst hatte mir das Gefühl gemacht, ersticken zu müssen, weil ich nicht einatmen konnte. Dann, langsam, hatte mir gedämmert, dass ich tatsächlich tot war, diese Welt aber nicht hatte verlassen dürfen. Und in diesem Augenblick hatte mich der Wahnsinn gepackt. Und der Hunger. Zumindest hatte Aaron sich selbst dafür entschieden. Hoffentlich würde sie das nicht bereuen. Ich blickte mich um. Da lagen ein paar Kissen und schwere Vorhänge, die wohl als Decken benutzt worden waren. »Sammelt bitte jemand diese Vorhänge ein und macht ihr ein Lager daraus?« »Legt sie auf die blutigen Kissen da und baut das Ganze mitten im Raum auf.« Morio und Chase sammelten die Sachen ein, während Delilah und Camille den Bunker nach weiteren nützlichen Dingen absuchten. »Bleibt alle weit außerhalb von Aarons Reichweite, vor allem du, Chase. Wenn sie aufwacht, wird sie verwirrt und vor allem sterbenshungrig sein. Der Hunger wird so schlimm sein, dass sie bereit wäre, jeden in ihrer Nähe anzugreifen.« Das Bimmeln meines Handys drang plötzlich in die gedämpfte Stille des Nests und ich riss es aus der Tasche und fragte mich, wer zum Teufel mich jetzt anrufen könnte. Ich hatte Chrysandra Bescheid gesagt, dass ich ein, zwei Nächte lang nicht erreichbar sein würde und außer meinen Schwestern hatte sonst kaum jemand meine Handynummer. Ich warf einen Blick auf die angezeigte Nummer. Iris. Oh, scheiße, was war passiert? Ich klappte das Handy auf. Iris, was ist los? Der Empfang war grauenhaft. Ich eilte nach draußen auf die Treppe, wo es besser wurde. Sag schnell, ich stecke hier in einer brenzlichen Situation. Was ist passiert? Iris holte tief Luft. Ich weiß Bescheid. Ross ist hier und er will mit dir sprechen. Und noch etwas. Trillion ist gerade aus der Underwelt zurückgekommen. Irgendetwas in ihrer Stimme machte mich misstrauisch. Was ist mit ihm? Er wurde schwer verletzt. Eine von Letesanas Bogenschützen hat ihn getroffen. Heilige Scheiße. Hatte sie mich angerufen, damit ich es Kamil schonend beibrachte? War Trillion tot? Ich ertappte mich dabei, dass ich im Stillen darum betete, der Geliebte meiner Schwester möge noch am Leben sein. Sag schon! Er wird es überleben, aber er hat viel Blut verloren. In nächster Zeit wird er nirgendwo hingehen können. Also verlasst euch nicht darauf, dass er euch heute Nacht zur Hilfe kommt. Seine Schulter ist übel zugerichtet. Ich habe Shara angerufen. Sie wird mit ihrer Ausrüstung hierher kommen und ihn behandeln. Iris klang gehetzt. Sie muss jeden Augenblick da sein. Ich geb dir jetzt Ross. Nur zu! Ich beschloss Kamil erst einmal nichts von Trillion zu sagen. Wenn sie sich keine Sorgen um ihn machte, würde sie sich besser auf unsere Aufgaben konzentrieren können. Und da Iris gesagt hatte, dass er es überleben würde, war die Sache nicht wirklich dringend. Ross war jetzt am Telefon. Ich habe einen Freiwilligen gefunden. Ich habe nicht dieses innere Radar, mit dem du Perverse und Verbrecher ausfindig machst. Jedenfalls nicht die Art, nach der du beim Jagen suchst. Ich wollte kein unschuldiges Leben riskieren, denn Erin wird sehr gierig sein, wenn sie aufwacht. Wen hast du dann gefunden? Und wie zum Teufel bist du so schnell zu uns nach Hause gekommen? Du kannst doch gar nicht Auto fahren, oder? Ist doch egal, wie ich hergekommen bin. Ich hab da meine Methoden. Die Sache ist die. Ich fürchte, es wird dir nicht gefallen, wer sich als Blutspender zur Verfügung gestellt hat. Warum? Ein Grummeln in meinem Magen sagte mir, dass er recht hatte. Die Antwort würde mir ganz sicher nicht gefallen. Wen hast du denn gefunden? Er räusperte sich. Euren Freund Cleo. Tim Winthrop. Ich hatte so ein Gefühl, dass er hier sein würde. Und er schien mir die beste Wahl zu sein. Ich habe allen hier von Aarons Schicksal erzählt. Und er hat sich freiwillig als Blutspender gemeldet. Heilige Scheiße. Natürlich stellte Tim sich zur Verfügung. Aaron war für ihn so etwas wie seine Familie. Ich fauchte frustriert. Was für eine Scheiße. Tim hatte eine kleine Tochter. Was, wenn irgendetwas furchtbar schief ging? Moment, lass mich schnell mit den anderen reden. Ich drückte auf die Stumm-Taste und rannte zurück in den Bunker, um Camille und Delilah davon zu erzählen. Chase und Morio hörten zu, aber ihnen war offenbar klar, dass das unsere Sache war. Also, was meint ihr? Sollen wir Ross bitten, Tim hierher zu bringen? Wie lange wird es noch dauern, bis sie aufwacht? fragte Camille mit einem Blick auf Aarons reglose Gestalt. Ich schüttelte den Kopf. Keine Ahnung, vermutlich nicht mehr lange. Delilah scharrte mit der Stiefelspitze auf dem Boden. So wie ich das sehe, bleibt uns keine andere Wahl. Aaron wird das Blut brauchen. Wir brauchen schnell einen Spender. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein, und Tim hat sich freiwillig dazu bereit erklärt. Wir müssen eben unser Möglichstes tun, um sie daran zu hindern, ihn leer zu trinken. Ihre Gesichter sagten mir deutlich, dass meine Schwestern wussten, was für ein Risiko wir eingingen. Ich hatte mich dafür entschieden. Ich hatte diese Herausforderung angenommen, und nun mussten wir alle mit den Konsequenzen fertig werden. Wir durften Aaron nicht im Stich lassen. Das Letzte, was ich tun wollte, war, gezwungenermaßen meine eigene Tochter zu vernichten. Ich eilte die Treppe wieder hinauf und deaktivierte die Stumpffunktion. Bring Tim hierher, beeil dich, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sie sich erhebt. Sind schon unterwegs, sagte er und legte dann auf, ehe ich ihn fragen konnte, wie er Tim rechtzeitig hierher schaffen wollte. Ich blickte mich um, vergewisserte mich, dass wir immer noch allein waren und kehrte zu Aaron zurück. Sie sind unterwegs. Hoffen wir, dass Ross fliegen kann, sagte ich und kniete mich neben Aaron. Sie war kalt, kälter als der Tod. Ich hielt ihre Hand und erinnerte mich. Wie ist das? fragte Camille und setzte sich neben mich. Wie fühlt sich das an, der Zustand, in dem sie jetzt ist? Wenn du erkennst, dass du immer noch mit deinem Körper verbunden bist, wirst du wieder hineingezogen. Du hast meine Erinnerungen ja gesehen. Der Eistunnel, dann der blutrote Strom, der sich durch das silberne Band vom Körper zum Geist hin ausbreitet, wie eine Ader, die sich mit Feuer füllt. Alles hat nach Blut gerochen und ich hatte Magenschmerzen vor Hunger. Ich hatte solchen Hunger, solchen Durst. Die Blutlust, sagte die Leila und setzte sich auf meine andere Seite. Ja, die Blutlust. Es ist so, als ob. Alles verschwindet, außer diesem Durst. Wie Salz in einer offenen Wunde. Ich konnte an nichts anderes denken, als daran, jemanden zu finden, in dem ich mich verbeißen konnte, um meinen Durst zu stillen. Ich ließ den Kopf hängen. Ich sprach sehr selten über meine Leidenschaft und den Drang zu trinken. Das war ein Thema, das meine Schwestern nicht so leicht verstehen konnten. Zumindest dachte ich das. Aber Kamil nickte. So ist es bei mir mit der wilden Jagd. Bei Vollmond muss ich der Magie nachgeben, sonst würde die Mondmutter mich in den Wahnsinn treiben. Wenn ich es nicht in die Wälder schaffen könnte, würde ich den Verstand verlieren. Und wenn die Jagd erst begonnen hat, keine Kraft der Welt könnte mich dann noch aufhalten. Außer der Tod selbst. Genauso ist es, sagte ich verblüfft. Sie hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Und wenn ich mich bei Vollmond verwandeln muss, nichts auf der Welt könnte mich daran hindern. Wenn jemand das versuchen würde, ich glaube, ich würde sterben, sagte die Leila. Leise fügte sie hinzu. Wenn die Todesmaid in mir erwacht, ist es noch schwerer. Der Herbstkönig beherrscht meine Panthergestalt, und ich habe keinerlei Vorwarnung, wenn er sie zum Vorschein bringt. Ich starrte auf Aarons Leichnam. Sie verstanden es doch. Auf ihre eigene Art. Ich hatte nie daran gedacht, die Kräfte, die das Wesen meiner Schwestern beherrschten, mit der Blutlust zu vergleichen. Aber da war etwas dran. Jede von uns war ihrer eigenen Natur und Gestalt ausgeliefert. Jede von uns kämpfte darum, Aspekte ihrer selbst zu kontrollieren, die für sie nicht ohne weiteres beherrschbar waren. »Vielleicht hätte ich doch offener über all das reden sollen«, sagte ich. »Ich habe einfach nie daran gedacht, dass ihr auch mit euren inneren Dämonen kämpft, dass ihr beide Mächten verpflichtet seid, die viel größer und stärker sind als ihr. Natürlich wusste ich das, aber ganz hatte ich es nicht verinnerlicht.« Ich blickte auf. Chase und Morio stellten sich taub, aber es war offensichtlich, dass sie uns zugehört hatten. »Was ist mit euch? Chase, gibt es irgendetwas, das du nicht kontrollieren kannst, das Macht über dich hat, außer deinem eigenen Gewissen?« Er wirkte verblüfft darüber, in diese Unterhaltung mit einbezogen zu werden und runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht so recht. Wir Menschen glauben gern, dass wir die Kontrolle über unsere Welt haben, aber in Wahrheit haben wir nicht mal Einfluss auf einen Bruchteil davon. Ich glaube nicht, dass ich etwas Vergleichbares habe wie das, wovon ihr gesprochen habt. Aber einige Leute werden von Kräften getrieben, die man nicht rational begreifen kann. Religiöse Fanatiker, kriminelle Psychopathen, alles Mögliche.« Delilah sah ihn neugierig an. »Glaubst du an die Götter?« Chase zuckte mit den Schultern. »Ich will nicht behaupten, dass in der Welt keine höheren Mächte am Werk wären. Aber ob ich zu einer von ihnen bete? Nein. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass niemand für mich sorgen wird, außer ich selbst. Mein Vater war drogensüchtig und hat sich abgesetzt, als ich noch klein war. Meine Mutter ist verrückt. Fast meine gesamte Kindheit hindurch haben wir von der Wohlfahrt gelebt, weil sie keinen Job lange behalten konnte. Er blickte zu Delilah auf, und sie sahen sich in die Augen. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon einmal über solche Dinge gesprochen hatten. »Wer hat sich dann um dich gekümmert?« fragte ich. »Ich selbst. Als ich ein Teenager war, habe ich es geschafft, die Schule nicht abzubrechen, obwohl ich nachmittags bei McDonald's gearbeitet, morgens vor der Schule Zeitungen ausgetragen und in der Nachtschicht für Hunans Dragon Palace chinesisches Essen ausgefahren habe. Irgendwie habe ich jeden Monat die Miete zusammengekratzt. Meine Jobs bei McDonald's und Hunans haben mich durchgebracht.« »Und deine Mutter hat nichts getan, um dir dabei zu helfen?« Ich hörte Ablehnung und Verbitterung aus seiner Stimme. Kein Wunder, dass er es vermied, mit seiner Mutter zu sprechen, wenn es nicht absolut notwendig war. Delilah hatte mir erzählt, dass Chase Mutter sich ständig bei ihm beklagte, weil er sie nie anrief. Das war vermutlich der Grund dafür. Sie war zu sehr, damit beschäftigt, den Richtigen zu finden, um sich groß um mich zu kümmern. Ihre diversen Freunde haben mich ab und zu vermöbelt, weil ich frech zu ihnen war. Sie haben meiner Mutter Geld gegeben, damit sie sich was zu essen kaufen konnte. Aber nur sie. Sie hat ADFC kassiert, das Geld aber für Kleider und Alkohol ausgegeben. Ich habe in jeder freien Minute gearbeitet. Entweder das oder ich hätte mich einer Gang anschließen müssen. Und Gangs waren einfach nichts für mich. »Ähm, ADFC?« fragte Camille. »Eine besondere staatliche Unterstützung für Familie mit Kindern«, erklärte Chase. »Und ist dein Vater je zurückgekommen?«, fragte Camille stirnrunzelnd. Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe ihn nie mehr gesehen, seit ich ein kleiner Junge war.« »Meine Mutter hat schließlich wieder geheiratet, aber da war ich schon auf der Polizeischule.« Er zuckte mit den Schultern. »Schnee von gestern.« Ein plötzliches Geräusch beendete unsere Unterhaltung. Aaron begann sich zu regen. Uns blieben bestenfalls noch fünf Minuten. »Scheiße! Scheiße! Wo bleiben Ross und Tim?« »Sind schon da«, drang eine Stimme aus dem Flur herein. Ross und Tim betraten den Raum. Tim sah blass aus, wie durch die Mangel gedreht. Vielleicht hatte Ross ihn auf einem fliegenden Teppich hierher befördert. Jedenfalls waren sie da, und das allein zählte. Tim, hör mir zu! Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Aaron wird gleich aufwachen, und sie wird großen Hunger haben. Wenn du das immer noch durchziehen willst, werde ich für dich da sein und auf dich aufpassen. Sie wird genug trinken müssen, um nicht ins Koma zu fallen. Wenn du diese Menge Blut spendest, wird dir ziemlich schwindelig werden. Du hast doch keine gesundheitlichen Probleme oder Anämie oder sowas. Viren, Infektionen und so weiter werden ihr nichts anhaben, aber der Blutverlust könnte für dich gefährlich werden. Er schüttelte den Kopf und starrte mit glasigen Augen auf Aarons schmale Gestalt. »Werde ich dadurch zum Vampir?« »Nein, das geschieht nur, wenn du Blut aus den Adern eines Vampirs trinkst. Aber bitte hör zu!« Es könnte etwas schiefgehen. Ich bin viel stärker als sie. Ich kann sie daran hindern, dich zu töten. Aber ich bin mir da nur zu 99 Prozent sicher. Garantieren kann ich für nichts. Ich fügte nicht hinzu, was noch alles passieren könnte. Dass Aaron zur Abtrünnigen werden könnte, dass sie sich für die dunkle Seite des Vampirismus entscheiden könnte. Wenn sie das tat, würde ich gezwungen sein, ihr Dasein endgültig zu beenden. Tim riss sich das Hemd herunter. »Wie viel wird sie trinken?« Ich starrte seine nackte Brust an, haarlos, der Bauch ein strammes Sixpack. »Mann, du hältst dich echt in Form!« platzte ich gedankenlos heraus. Er senkte lächelnd den Kopf. »Jason, gefalle ich so.« »Weiß er, dass du hier bist?« »Nein«, erwiderte er. »Er würde das nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihm davon erzählen werde.« »Okay. Ich hatte Jason zwar nur ein paar Mal gesehen, aber ich würde darauf wetten, dass Tim ganz schnell wieder Single wäre, wenn sein Verlobter je herausfand, was er noch so trieb. Also am besten du bietest ihr dein Handgelenk an. Dann kann sie dir vor lauter Aufregung nicht aus Versehen das Genick brechen. Und ich komme besser an sie heran, wenn es sein muss. Lass dir von ihr keine Angst einjagen. Wenn sie sich zum ersten Mal erhebt, wird sie sehr verängstigt und sehr hungrig sein. Aber sie wird sich bald daran erinnern, wer sie ist. »Mannuli!« Camilles Ruf klang so dringend, dass ich sofort zu ihr aufblickte. Ich wirbelte herum. Aaron hatte krampfhaft zu zucken begonnen. »Alle außer Tim und mir sofort raus hier! Wartet im Hauptraum! Kommt nicht hier rein, bis ich es euch sage!« Chase und Morio gehorchten auf der Stelle, aber Delilah und Camille zögerten. »Sofort! Verdammt, raus mit euch! Ich will mich darauf konzentrieren, ihr zu helfen, statt euch vor ihr schützen zu müssen!« Das brachte sie endlich in Bewegung. Sie schlossen die Tür hinter sich. Ich wandte mich Tim zu. »Du bleibst da in der Ecke, bis ich dich rufe. Und du entscheidest dich besser jetzt, und zwar endgültig, ob du das wirklich durchziehen willst. Denn wenn du einen Rückzieher machst, muss ich sie vernichten, und es wäre barmherziger, das jetzt gleich zu tun, ehe sie wieder zu Bewusstsein kommt.« Tim wurde bleich. Als meine Frau herausgefunden hatte, dass ich schwul bin, hat sie mich auf die Straße gesetzt. Aaron hat mich bei sich aufgenommen. Sie hat mich ermuntert, mich endlich zu outen und mich gezwungen, ehrlich zu Patty und mir selbst zu sein. Und sie hat mir geholfen, meine Beziehung zu meiner kleinen Tochter wieder aufzubauen. Das war entsetzlich schwer, und ich musste der Tatsache ins Auge sehen, dass ich mit meiner jahrelangen Täuschung eine Menge Leute sehr verletzt habe. Aber Aaron war immer für mich da und hat mir geholfen, die Scherben aufzusammeln und sie wieder zusammenzusetzen. Ich schulde ihr eine Menge, Menoli. Ich nickte und kroch zu Aaron hinüber. Blutiger Schaum ran ihr aus dem Mundwinkel. Die Verwandlung war hässlich, kein Zweifel. Sie war widerlich und schmutzig und hatte überhaupt nichts mit dem eleganten Dahinsinken gemeinsam, das man so oft in schlechten Filmen sah. Sie war auch kein überwältigendes, sinnliches Erlebnis, jedenfalls so lange nicht, wie die Verwandlung nicht vollständig abgeschlossen war. Bis der Neugeborene trank und das Bewusstsein wiedererlangte, ähnelte das Ganze eher einem diabetischen Schock. Aaron, Aaron, kannst du mich hören? Ich versuchte nicht einmal, ihren Kopf festzuhalten. Sie würde um sich schlagen, aber wenn sie sich jetzt dabei wehtat, würde ihr das nicht mehr schaden. Aaron öffnete die Augen und setzte sich ruckartig auf. Sie begann sich umzudrehen und dann sah ich einen Ausdruck auf ihrem Gesicht, der mir sehr vertraut war. Nicht alle Neugeborenen gerieten in Panik, wenn sie merkten, dass sie nicht atmen konnten, aber Aaron war offenbar nicht nur im Blute, meine Tochter. Sie griff sich an den Hals und riss verängstigt die Augen auf. Hör auf! Aaron, hör auf! Dir passiert nichts! Du brauchst nicht atmen! Hör auf, es zu versuchen! Entspann dich! Entspann dich einfach! Mit bebenden Schultern leckte sie sich über die Lippen und hörte auf, um Atem zu ringen. Dann sah sie mich wieder an und ich zuckte innerlich zusammen. Ich hatte dasselbe bei Dredge getan, als ich erwacht war. Jeder Vampir kannte seinen Meister. Jeder Vampir war an seinen Meister gebunden, auf eine Art und Weise, die jeden anderen Eid ausschloss, sogar Verpflichtungen gegenüber den Göttern. Ich konnte den Hunger in ihren Augen sehen, die Verwirrung und Fassungslosigkeit, als sie sich kriechend vor mir auf den Boden warf. Und einen Augenblick lang hasste ich mich selbst. Ich verabscheute mich zutiefst für das, was ich ihr angetan hatte. Ist es soweit? fragte Tim ruhig und die Gelassenheit in seiner Stimme machte mir Mut. Ich warf ihm einen Blick zu und sah, dass er Aarons Kampf nicht mit Abscheu, sondern mit Erleichterung beobachtete. Er fing meinen überraschten Blick auf. Sie ist meine Freundin. Ohne dich wäre sie jetzt tot. Lass mich ihr helfen. Bitte. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte, also nickte ich. Komm hier herüber, aber langsam. Ich kniete mich hinter Erin und hielt ihr mit einer Hand die Arme hinter dem Rücken zusammen. Mit der anderen streichelte ich ihr den Kopf. Sie würde schwach sein, bis sie getrunken hatte. Sie wehrte sich nicht, sondern wandte den Kopf und sah mich über die Schultern an, als suche sie nach Führung. Sie schlug sich besser als die meisten anderen Neugeborenen, so viel war sicher. Trotz ihres Hungers sah ich bereits einen Funken des Wiedererkennens in ihren Augen, der mehr war als das bloße Erkennen ihrer Meisterin. Tim streckte ihr sein Handgelenk hin. Erin, erkennst du mich? Ich bin es, Tim. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du kannst von mir trinken. Das ist in Ordnung. Seine Stimme war sehr beruhigend, so ganz anders als das schrille Wieren seiner Drag-Queen-Persönlichkeit Clio Blanco. Ich konnte mir vorstellen, wie er mit dieser Stimme seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vorlass. Erin schien ebenfalls darauf zu reagieren. Sie neigte den Kopf zur Seite und betrachtete ihn neugierig. Ohne den Blick von seinem Gesicht abzuwenden, beugte sie sich vor, schaute nur ganz kurz auf sein Handgelenk hinab und dann fuhren ihre Reißzähne aus. Ich redete sanft auf sie ein, als sie die Spitzen ihrer Zähne an sein Handgelenk legte und führte sie ein Stück weg von der Pulsader. Sie brauchte nicht von der Hauptader zu trinken. Als ihre Zähne in die Haut eindrang, schnappte Tim nach Luft und schloss die Augen. Tut es weh? fragte ich ihn, als Erin zu saugen begann und die Wunde leckte, um den Blutfluss anzuregen. Er stieß ein zittriges Stöhnen aus. Nein, nein, es tut nicht weh. Es fühlt sich himmlisch an. Oh Gott, das hätte ich nie erwartet. Seine Stimme klang atemlos und er sah aus, als würde er jeden Moment kommen. Plötzlich wallte Stolz in mir auf. Erin war so viel weiter, als ich in ihrem Stadium gewesen war. Dredge hatte mich hungrig auf die Welt losgelassen, mir kaum genug Blut gegeben, um mich auf den Beinen halten zu können. Ich hatte auf dem Weg nach Hause ein fürchterliches Blutbad angerichtet. Als Erin sich beruhigte und ich spürte, dass sich ihre Energie stabilisiert hatte, löste ich sie sacht von Tim, der zu Boden gesunken war, halb bewusstlos vor Ekstase, ohne die Gefahr zu bemerken, in der er schwebte. Aaron wehrte sich zunächst, als ich sie wegziehen wollte, doch dann blickte sie zu mir auf und ließ sein Handgelenk los. Tim! Tim! Verblüfft blinzelte er und blickte zu mir auf. Hm? Geh zurück, kriech langsam rückwärts von ihr weg. Sie hat für den Augenblick genug getrunken. Ich wartete, bis er sich ein Stück beiseite gewälzt hatte, und drehte Aaron dann sanft zu mir herum. Aaron? Weißt du, wer ich bin? Sie sah mich einen Moment lang an und nickte dann. Menoli, aber was ist passiert? Wo bin ich? Erinnerst du dich daran, dass dich jemand entführt hat? Ich sprach langsam, denn ich wollte ihr alles schonend beibringen, nur für den Fall, dass sie noch nicht verstanden hatte, was eben geschehen war. Aber auch jetzt überraschte sie mich. Ja, sagte sie und blickte zu Boden. Die Vampire haben mich entführt. Sie haben mich beinahe umgebracht. Sie haben dich umgebracht, sagte ich. Aber wir haben dich gefunden, kurz bevor du gestorben bist. Verstehst du, was ich sage? Das Blut strömte jetzt durch ihren Körper und stärkte sie. Sie schaute zu Tim hinüber. Dass ich jetzt eine von euch bin, flüsterte sie und sah wieder mich an. Ich bin ein Vampir und ich habe mich gerade von meinem besten Freund genährt und es genossen. Ich will mehr. Was wird jetzt mit mir geschehen? Ich schloss sie in die Arme und drückte sie ganz fest an mich. Sie würde für immer eine Frau mittleren Alters mit kurzem Haar und einem Bäuchlein sein. Aber sie klammerte sich an mir fest. Du schaffst das. Niemand zwingt dich, Schrecken und Zerstörung zu verbreiten. Du brauchst dich nicht in ein Monster zu verwandeln. Ja, ja, wir sind Raubtiere, das ist wahr. Wir nähren uns von Blut. Nichts kann daran etwas enden. Aber du hast es selbst in der Hand, wie du mit deinen Bedürfnissen umgehst. Du kannst entscheiden, von wem du dich näherst und ob du deinen Wirten Schmerzen zufügst oder ihnen Genuss bereitest. Ich bin bei dir, ich werde dir helfen und meine Freunde bei den anonymen Bluttrinkern ebenso. Dann schob ich sie auf Armeslänge von mir und sah sie streng an. Aber Aaron, eines musst du wissen. Ich bin deine Meisterin. Wenn du beschließt, auf eigene Faust loszuziehen und ein Blutbad anzurichten, werde ich dir nachjagen und dich vernichten. Ich kann dich immer und überall aufspüren. Hast du das verstanden? Aaron erschauerte. Ja, ich hab dich selbst darum gebeten. Ich werde dir niemals Vorwürfe machen, Manoli. Ich biss mir auf die Zunge. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre all das nie passiert. Dann wäre Dredge nicht hier, um sein Chaos zu verbreiten und meine Freunde da hineinzuziehen. Aber was hätte sein können oder nicht, spielte keine Rolle mehr. Es zählte nur das Hier und Jetzt. Wenn ich in den vergangenen zwölf Jahren eines gelernt hatte, dann, wie man Reue überwand. Natürlich hatte ich auf ewig mein Päckchen zu tragen, aber man konnte die Zeit nun einmal nicht zurückdrehen. Wir konnten nur Gegenwart und Zukunft ändern. Und jetzt, da ich nicht mehr an Dredge gefesselt war, konnte ich mich darauf konzentrieren, ihn zu zerstören und die Welt von einem Grauen zu befreien, das schon vor Hunderten von Jahren hätte vernichtet werden sollen. Ich blickte zu Tim auf. Holst du bitte die Leila? Er nickte und eilte hinaus. Aaron japste plötzlich. Ich kriege keine Luft. Nein, denk daran, du kannst keine Luft holen. Nicht so, wie du es gewohnt warst. Versuch es gar nicht erst. Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht sterben wirst. Du wirst nicht ersticken. Verstehst du? Wir atmen nur, wenn wir uns bewusst darum bemühen. Dein Gehirn versucht, die Muster abzuspulen, die dein Körper im Leben gebraucht hat. Aber als Vampir brauchst du keinen Sauerstoff. Und dein Körper wüsste gar nicht, was er damit anfangen sollte. Wie soll ich das so alles lernen? rief sie. Und zum ersten Mal wirkte sie starr vor Entsetzen. Ich packte sie bei den Schultern. Hör mir zu. Hör zu. Erstens, hör auf darum zu kämpfen. Atme aus. Atme nicht ein. Stoße nur die Luft aus, die du gerade einatmen wolltest. Sie sah mir fest in die Augen und ich spürte, wie sie zusammensank, als die Luft aus ihrer Lunge wich, die nicht länger zu atmen brauchte. Gut. Jetzt schließe die Augen. Horche aufmerksam in dich hinein. Ist dir schwindelig? Hast du das Gefühl, du würdest ohnmächtig werden, wenn du jetzt nicht atmest? Sie gehorchte und nach ein paar Sekunden der Stille sagte sie, Nein. Nein. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Wenn ich nicht darum kämpfe, Luft zu holen, merke ich gar nicht, dass ich überhaupt nicht atme. Genau so ist es. Du gerätst nur in Panik, wenn dein Gehirn dir befiehlt zu atmen, aber dein Körper nicht mehr darauf eingestellt ist. Du kannst Luft holen und sie wieder ausstoßen, aber du musst deine Lunge darauf vorbereiten, sonst verwirrst du nur deinen Körper. Das gehört alles zu deiner Verwandlung. Ich hielt ihre Hände, während sie bewusst versuchte, sich zu entspannen. Da kam Delilah herein, gefolgt von Tim. Ist alles in Ordnung? Sie kniete sich ein paar Schritte entfernt von uns hin und beobachtete Aaron vorsichtig. Aaron schaute zu ihr hinüber. Hallo, Delilah. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, was mache ich denn jetzt? Mein Laden kann ich nicht mehr führen, oder? Ich kann nicht einfach nach Hause gehen. Manoli, was passiert als Nächstes mit mir? Ich lächelte sie sanft an. Du wirst von den Besten lernen. Delilah, fahr mit Ross rüber zu Sassy Branson. Bitte sie mit, hierher zu kommen. Wenn sie nicht zu Hause ist, ruf Wade an. Weißt du was? Ruf ihn lieber zuerst an. Er ist darauf spezialisiert, Neugeborenen bei der Umstellung zu helfen. Ich warf ihr mein Handy zu. Seine Nummer ist im Telefonbuch gespeichert. Delilah drückte ein paar Tasten. Kein Empfang, ich muss nach oben gehen. Geh nicht allein, nimm Ross mit. Sag mir kurz Bescheid, ob du Wade erreicht hast, bevor ihr zu Sassy fahrt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also beeil dich. Tim räusperte sich. Aaron, ich kann jemanden anrufen, der dein Geschäft für ein paar Tage übernehmen könnte. Lindsay aus dem Green Goddess Frauenhaus. Sie hat immer Klientinnen, die einen Aushilfsjob brauchen. Er biss sich hart auf die Lippe und ich schüttelte den Kopf und blickte vielsagend auf das Blut, das hervorquoll und sich auf seiner blassen Haut abzeichnete. Er wischte es hastig weg und lächelte mich schulterzuckend an. Aaron kämpfte immer noch um Beherrschung und sie machte ihre Sache verdammt gut. Die meisten Vampire drehten erst einmal durch, wenn sie sich erhoben hatten. Das ganze Ausmaß dieser Verwandlung, ihre Auswirkungen wurden einem erst klar, wenn man erkannt hatte, dass das eigene Leben soeben auf den Kopf gestellt worden war und es nie, nie wieder so werden würde wie vorher. Danke, sagte sie. Bitte erzähl Lindsay nicht, was passiert ist. Noch nicht. Ich muss erst einmal selbst damit klarkommen. Sag ihr nur, ich wäre krank. Kein Problem, erwiderte Tim. Du gehst jetzt besser nach nebenan, unterbrach ich die beiden. Sie muss sich ausruhen und aufhören, an dein Herz zu denken, dass ein so lautes Staccato klopft, dass ich es bis hierher hören kann. Er nickte. Okay, aber Aaron, ich hab dich immer noch sehr gern, sonst hätte ich mich nicht als Blutspender für dich angeboten. Sie brachte ein schwaches Danke heraus, als er den Raum verließ. Schweigend saßen wir da, bis Delilah zurückkam. Wade ist in ein paar Minuten hier. Er hat gesagt, wir könnten uns den Weg zu Sassy sparen. Er kommt gerade von dort und sie macht schon ein Zimmer für Aaron fertig. Ein Moment später öffnete sich die Tür erneut und Wade kam herein. Delilah hat mir alles erzählt, sagte er. Ihr habt die Neulinge ausgeschaltet? Die meisten, aber ich fürchte, ein paar könnten entkommen sein. Wir werden sehr wachsam sein müssen. Wie wir sie erwischen, überlegen wir uns, wenn ich Dredge vernichtet habe. Aber kann ich dich erst einmal bitten, Aaron zu Sassy zu bringen und dafür zu sorgen, dass Tim sicher nach Hause kommt? Er ist immer noch in Gefahr, weil er mein Freund ist und offen gestanden glaube ich, dass Aaron ein bisschen zu viel von ihm getrunken hat. Er ist ziemlich fertig, auch wenn er das noch gar nicht gemerkt hat. Wade schüttelte den Kopf. Ich glaube, bei euch zu Hause wäre Tim sicherer. Iris ist sehr wohl in der Lage, ihn zu beschützen, nicht wahr? Ja, da hast du wohl recht. Delilah, bitte Ross, Tim zu uns nach Hause zu bringen und dann so bald wie möglich wieder herzukommen. Ich weiß ja nicht, wie er so schnell von hier nach da kommt, aber schnell ist er und das ist alles, was mich im Moment interessiert. Als Delilah hinausging, wandte ich mich wieder Aaron zu. Hör zu, Aaron. Wade ist ein guter Freund von mir. Er leitet eine Organisation, der auch ich angehöre. Du hast mich sicher schon davon sprechen gehört. Die anonymen Bluttrinker? Sie nickte eifrig. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Hallo, Wade. Hallo, Aaron, sagte er sanft. Willkommen in der Unterwelt. Wade wird dich jetzt zu Sassy Branson bringen. Sie ist bei der AB aktiv und sie ist selbst ein Vampir. Du wirst eine Weile dort bleiben und sie und Wade werden dir helfen, dich an dein neues Dasein anzupassen. Ich habe heute Nacht noch eine Schlacht zu schlagen. Wenn ich siege, und glaub mir, das habe ich vor, dann komme ich dich bald besuchen, wahrscheinlich schon morgen, sobald es dunkel wird. Aber bis dahin bitte ich dich, mit Wade mitzugehen und zu tun, was er sagt. Du kannst ihm vertrauen. Wie ich gehofft hatte, war ihr intensiver Wunsch, mir alles recht zu machen, sehr stark. Sie streckte Wade die Hand hin und er half ihr auf. Dredge hatte mich nach Hause geschickt, damit ich meine Familie auslöschte, und jetzt schickte ich Aaron zu Sassy. Zum Glück waren meine Wut und meine Erinnerungen an die Folter noch lebendig genug gewesen, um einen Funkenbewusstsein zu erhalten. Ich hatte es geschafft, mich selbst einzuschließen, ehe ich Camille attackieren konnte. Von da an hatte der AND übernommen. Aaron würde zumindest keine schlimmen Erinnerungen an mich haben und ihre Verwandlung lief jetzt schon viel glatter, als ich gehofft hatte. Wade führte sie hinaus und ich folgte den beiden und sah zu, wie er sie unter den Nachthimmel führte. Aaron würde niemals wieder die Sonne sehen, nie wieder die Wärme eines Sommernachmittags genießen. Aber das war ihre Entscheidung gewesen, obwohl ihr wenig anderes übrig geblieben war. Stirb jetzt oder lebe eine Ewigkeit. Kein Vampir, den ich kannte, war mehr als 5000 Jahre alt, und wer konnte wissen, was jenen geschehen war, die früher verwandelt worden waren. Vielleicht gab es gar keine. Vielleicht hatte es die Kräfte, die den Vampirismus hervorgebracht hatten, davor einfach nicht gegeben. Vielleicht, vielleicht begingen uralte Vampire Selbstmord, wenn sie äonenlang in ihrem Körper gefangen gewesen waren. Ich hatte nicht vor, so lange zu warten und es selbst herauszufinden. Bis meine Schwestern diese Welt verließen und zu unseren Ahnen heimkehrten? Sicher. Tausend Jahre? Möglicherweise. Die meisten Feen lebten ohnehin so lange. Bis in alle Ewigkeit? Auf gar keinen Fall. Nachdem Wade Aaron hinausgebracht hatte, drehte ich mich zu den anderen um. Ihr dürfte eigentlich nichts passieren. Ich glaube, sie wird es tatsächlich schaffen. Aber ich wünschte, es wäre nie so weit gekommen. Chase räusperte sich. Ja, und ich werde mir einen guten Grund für ihre Abwesenheit ausdenken müssen, sonst wird sich die Klatschpresse darauf stürzen, was der Besitzerin der Scarlet-Harlet-Boutique zugestoßen sein könnte. Wir helfen dir, sagte ich. Zumindest kann Aaron ein paar Freundinnen anrufen und ihnen erzählen, sie wolle Urlaub machen, sowas in der Art. Tja, dann sind wir hier wohl fertig, sagte Camille. Was kommt als nächstes? Ich bedeutete den anderen, mir nach oben zu folgen. Was jetzt kommt? Sobald Ross wieder da ist, suchen wir Dredge und vernichten den Dreckskerl. Ich überprüfte die Pflöcke in meinem Gürtel. So oder so, Dredge würde zugrunde gehen. Und ich hatte vor, ihm den endgültigen Stoß zu versetzen. Seattle war bei Nacht wunderschön. Dunkel und schmierig in den Gassen, strahlend erleuchtet um die Wolkenkratzer und die Space Needle, die über dem Wasser schimmerte. Ich hatte das Aussehen und die Geräusche der schlafenden Stadt lieben gelernt. Natürlich streiften die üblichen Penner und College-Studenten Nutten und Drogendealer durch die Straßen, und ein paar Vergewaltiger und Gangster mischten sich darunter oder brausten in ihren aufgemotzten Autos herum, aber insgesamt herrschte in den Nachtstunden eine stille Wachsamkeit in Seattle. Die gekräuselten Strömungen der Elliott Bay glitzerten im reflektierten Licht der Lampen am Pier, als wir auf den Parkplatz in der Nähe des Hotels einbogen. Lautlos wie die Nacht versammelten wir sechs uns in einer schattigen Nische zwischen zwei Gebäuden. Im Westen konnten wir über die Hauptstraße, den Alaskan Way, bis zum Meerbusen schauen. Im Osten wartete eine Reihe von Lagerhäusern und anderen großen Gebäuden auf uns. Da! Ich deutete auf das Halkion Hotel. Das Mecker der Übernatürlichen. Ich hoffe sehr, dass Dredge noch da ist. Dieses Stück Scheiße! Wir gingen über den leeren Parkplatz, nicht mehr als eine Kiesfläche mit Reihen von Zementstegen, die den Fahrern anzeigten, wo sie parken sollten, von einzelnen Lampen schwach beleuchtet. Außer unseren eigenen Autos waren hier nur ein paar Wagen geparkt. Einer, ein Hammer, hatte ein personalisiertes Nummernschild mit der Aufschrift »Sexy Suk«. Ich zeigte darauf. Zehn zu eins, dass der einem Sukkubus gehört. Kamil lachte auf. Manchmal glaube ich, ich hätte einen tollen Sukkubus abgegeben. »Wenn du die Magie nicht mehr lieben würdest«, bemerkte Morio. Ich warf die Leila einen Blick zu. Morio kannte Kamil besser, als ich gedacht hatte. »Okay, Leute, hört zu. Ihr wisst bereits, dass Dredge wahnsinnig gefährlich ist. Denkt daran. Er ist ein Sadist. Er genießt es, anderen Schmerzen zuzufügen. Wenn er euch in die Finger bekommt, wird er alles tun, was ihm einfällt, um euch zu brechen. Jemanden nur zu töten, geht für seinen Geschmack viel zu schnell.« »Glaubst du wirklich, dass wir ihn besiegen können?« fragte Kamil, die plötzlich sehr ernst wirkte. »Was ist mit dem Rest seines Clans?« »Der restliche Clan könnte ein Problem sein. Seltsamerweise haben wir einen Bericht nach dem anderen über Dredge gehört, aber nichts über seine Gefolgsleute. Trotzdem müssen wir ihn ausschalten, denn wenn er uns entkommt, werden wir jeden verdammten Tag unseres restlichen Lebens damit zubringen, ständig über die Schulter zu schauen. Wir könnten nie wieder Freunde oder Verwandte in unserer Nähe lassen, ohne sie in Gefahr zu bringen.« Schlimmstenfalls würde ich Dredge entkommen können und Ross vermutlich auch, aber die anderen. Für Chase war die Gefahr am größten. Doch wie man es auch drehte und wendete, meine Schwestern und Morio waren in keiner Weise unverwundbar. Als wir uns dem Gebäude näherten, bedeutete ich allen, sich so dicht wie möglich am Rand zu halten, wo man uns von den Fenstern, die zum Parkplatz hinausgingen, nicht sehen konnte. Ich muss erst herausfinden, in welchem Stockwerk er ist. Ich bezweifle, dass wir diese Information irgendwem am Empfang entlocken könnten. Dredge ist sehr charmant, auch ohne Vampir-Glamour. Ich könnte darauf wetten, dass sie am Empfang gar nicht wüssten, nach wem wir uns erkundigen oder warum. Er hat sie ganz sicher so betört, dass sie keinerlei Informationen über ihn rausrücken würden. Ich suchte die Fenster ab und wandte mich dann zum Pier um. Da! Die Statue einer Gestalt mit einem großen Sack über der Schulter, den sie über eine Planke trug. The Deckhand. Das war die Statue, die ich durch Dredges Augen gesehen hatte. Und direkt dahinter war das Sushirama. Das bedeutete ... Ich blickte wieder am Hotel hinauf. Viertes Fenster von links. Da bin ich sicher. Lasst mich schnell nachsehen, in welchem Stockwerk. Langsam löste ich mich vom Boden und schwebte aufwärts. Erdgeschoss? Nein. Erster Stock? Nichts. Zweiter? Vielleicht, dachte ich. Als ich den dritten Stock erreichte, schnippte ich mit den Fingern und ließ mich sofort wieder hinabsinken. Dritter Stock. Viertes Fenster von links. Los, gehen wir. Ich führte die anderen in die Lobby. Das Halkion Hotel und Nachtclub war genau das. Ein Hotel mit einem Nachtclub, der über die Lobby zugänglich war. Wie die meisten der Uwe-Clubs, die in der ganzen Stadt aus dem Boden geschossen waren, wurde auch dieser hier eher von Erdwelt-Übernatürlichen frequentiert als von Besuchern aus der Underwelt. Aber hier war so gut wie jeder willkommen, solange er keinen Ärger machte. Musik und Lachen drangen aus der Lounge herüber, als wir die Lobby betraten. The Doors heulten aus der Jukebox. Sieht nach einer kleinen Ecstasy-Party aus, bemerkte Camille mit gedämpfter Stimme. Solange es kein Sie-Fan ist, erwiderte ich und sah mich um. Sie hatte recht. Die Deko schien einem psychodelisch angehauchten Siebziger-Jahre-Knutschfilm entstiegen zu sein, mitsamt glühenden Lavalampen und Schwarzlichtpostern in einer Ecke. Ich blinzelte und dachte, dass Exo Reed wohl auf ziemlich seltsame Sachen abfuhr. Glaubst du, dass Exo da ist? fragte die Leila. Ich weiß nicht, sagte ich. Aber denkt bitte daran, dass er und seine Familie in diesem Gebäude wohnen. Nicht gerade die ideale Umgebung für Kinder. Chase blickte sich um. Wenn er kein ÜV wäre, würde ich ernsthaft daran denken, das Jugendamt anzurufen, damit die sich das hier mal ansehen. Ein wenig verärgert brachte ich ihn zum Schweigen. Darum geht es nicht. Die Familie wohnt hier, also befinden sich vermutlich Kinder im Haus. Deshalb sollten wir uns bemühen, keinen allzu großen Schaben anzurichten oder sonst jemanden in Gefahr zu bringen. Und genau deswegen will ich nicht, dass Exo sich an unserem Kampf beteiligt. Am besten er merkt gar nichts davon, bis wir fertig sind. Und wenn Dredge ihn betört hat, könnte es gut sein, dass Exo uns unabsichtlich verrät. Kapiert? Da ist der Aufzug. Oder willst du die Treppe nehmen? Die Leila deutete auf das Treppenhaus am Ende der Eingangshalle. Mit dem Aufzug ginge es schneller, aber sein Zimmer lag ja nur im dritten Stock. Treppe. Dann brauchen wir nicht mit einer unschönen Überraschung zu rechnen, falls die Tür aufgeht und Dredge zufällig gerade davor steht. Oder einer seiner Kumpane. Meine Gedanken rasten voraus, während wir die Treppe hinauf liefen. Wie sollten wir das anpacken? Dredge war furchtbar stark und wir würden alles aufbieten müssen, was wir hatten, um ihn zur Strecke zu bringen, vor allem, da er mit Loki verbunden war. Mein Herz sagte mir, dass wir siegen konnten, während mein Kopf mich warnte, dass allzu große Siegessicherheit katastrophale Folgen haben könnte. Als hätte die Leila meine Gedanken gelesen, fragte sie, haben wir einen Plan? Ich nehme an, du und Ross geht zuerst rein? Ich nickte. Ja, wir haben die besten Chancen, uns gegen ihn verteidigen zu können. Und wir haben die größte Rechnung mit ihm offen, warf Ross grimmig ein. Vergesst nicht, dass er meine Familie ermordet hat. Meine gesamte Familie. Wollt ihr einfach versuchen, ihm einen Pflock zu verpassen? Camille blieb auf dem Treppenabsatz unterhalb des zweiten Stocks stehen. Ist er immun gegen Magie? Ich lehnte mich an die Wand des Treppenhauses. Wenn wir da einfach reingehen und das mit dem Pflock versuchen, hat er schon so gut wie gewonnen. Nein, wir werden schon darum kämpfen müssen, in diese Position zu kommen. Einige Arten von Magie können ihm durchaus zu schaffen machen. Du hast nicht zufällig die Fähigkeit, Tote auferstehen zu lassen? Das war ein Scherz, aber auch halb ernst gemeint. Morio schien in Todesmagie unglaublich bewandert zu sein, und ich vermutete, dass er wesentlich mehr war als ein einfacher Yokai. Das würde ihn wahrscheinlich töten. Dafür bräuchten wir einen sehr mächtigen Nekromanten, erwiderte Morio. Chase sah ihn an, und offenbar dachte er ganz ähnlich wie ich, denn er sagte, »Du und Kamil habt da an ziemlich mächtigem, düsteren Zeug gearbeitet. Steht in eurem Zaubererbuch auch was für Vampire?« Morio warf Kamil einen Blick zu und zuckte mit den Schultern. »Schon möglich. Vielleicht können wir ihn ein bisschen langsamer machen oder eine Illusion schaffen, die ihn erschreckt. Weißt du denn, wovor er sich fürchtet?« Ich überlegte einen Moment lang. »Ja, zumindest etwas, das ihn zögern lassen würde. Kannst du die Illusion erzeugen, Fenris stünde hinter uns?« »Fenris?« fragte Ross und starrte mich an. »Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.« »Wer zum Teufel ist Fenris?« fragte Chase. Kamil runzelte die Stirn. »Ein gewaltiger Wolf, Sohn von Loki, der Chaos und Zerstörung verbreitet.« Morio neigte den Kopf. »Ich könnte die Illusion vermutlich ein paar Augenblicke lang aufrechterhalten, aber er wird sie ziemlich schnell durchschauen.« »Ein paar Sekunden sind für uns schon kostbare Zeit, in der er von uns abgelenkt ist,« sagte ich. »Wenn wir reingehen, will ich diesen Wolf hinter uns haben. Neuer Plan. Kamil, du und Delilah geht mit mir als Erste rein. Ross, du kommst als Nächster zusammen mit Morio. Kamil, du feuerst erst mal einen Lichtblitz ab, um ihn zu blenden. Chase halt dich im Hintergrund und sei bereit, jeden, der schwer verletzt wird, aus der Gefahrenzone zu holen. Ross, was hast du zu bieten?« »Ich gehe mit gezücktem Flock rein, aber ich habe da noch etwas im Ärmel.« Er holte etwas hervor, das ein bisschen an einen China-Böller erinnerte. »Das ist eine Knoblauch-Rauchbombe, entzündet sich bei Kontakt mit Untoten. Oh ja, dieses Baby dürfte ihn heftig in Schleudern bringen. Zumindest wird es ihm entsetzliche Schmerzen bereiten und das mitten im Kampf.« »Dir wird es auch nicht bekommen, Menoli. Also wenn ich gezwungen bin, den Italiener in mir rauszulassen, sieh zu, dass du deinen niedlichen kleinen Hintern zur Tür rauschaffst.« Ich verzog das Gesicht. »Uah, Igitt, bleib mir bloß vom Leib mit diesem Ding, außer es geht gar nicht anders, und um Himmels Willen warne mich vorher, wenn du es einsetzen musst.« Ich schloss die Augen. Es hatte keinen Zweck, die Sache noch länger hinaus zu zögern. »Okay, gehen wir. Bitte seid vorsichtig. Ich habe keine Lust, heute Nacht noch mehr Leute zu erwecken, und glaubt mir, Dredge wollt ihr erst recht nicht in die Hände fallen.« Eine Minute später erreichten wir den dritten Stock und gingen den leeren Flur entlang. Ich zählte die Türen ab und blieb vor der stehen, hinter der ich Dredge vermutete. Schon als wir uns der Tür näherten, hing ein überwältigender Geruch nach Vampir in der Luft. Er war da drin. Das war sicher. Und wahrscheinlich wusste er, dass seine Neulinge, zumindest die meisten von ihnen, tot waren. Wenn wir Glück hatten, wusste er noch nicht, wer sie erledigt hatte. Wenn wir Pech hatten, wartete er schon auf uns. Ich blickte zu den anderen zurück. »Und Action!« Ich trat die Tür ein und stürmte ins Zimmer. Camille und Delilah waren direkt hinter mir. Plötzlich war es ganz still. Erst fühlte es sich so an, als hätten sich hier drin viele Leute unterhalten und wären bei meinem Eindringen abrupt verstummt. Dann erkannte ich, dass ich nur Dredge gegenüberstand. Es waren keine anderen Vampire zu sehen. »Penoli!« Delilahs Stimme zitterte. Ich blickte blitzschnell über die Schulter zurück und sah, dass nur meine Schwestern mir in das Hotelzimmer gefolgt waren. Dredge ließ sich auf der Kante des Schreibtischs vor dem Fenster nieder, ein triumphierendes Grinsen im Gesicht. Er war so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Prachtvoll und tödlich, bekleidet mit einer schwarzen Lederhose und dazu passender Weste. »Na, ihr habt ja ganz schön lange gebraucht«, sagte er. »Was denn? Überrascht es euch wirklich, dass ich auf euer Kommen vorbereitet bin?« »Verflucht! Er hat eine magische Barriere aufgebaut«, sagte Camille mit einem Blick zur Tür. »Menuli, die Jungs können nicht reinkommen!« Sie trat zwei Schritte zurück und ich spürte ihre Energie aufflamm, als sie einen blendenden Lichtblitz verschoss. Dredge hielt sich die Hand vor Augen und ich sprang vor, doch das Licht versagte plötzlich und ich konnte ihm gerade noch ausweichen, als er nach meinem Handgelenk griff. Zur Hölle! Ich verfluchte Camilles ewige magische Fehlzündungen. Ich würde uns Zeit erkaufen müssen, damit die Jungs eine Chance hatten, die Barriere irgendwie zu durchbrechen. »Was ist denn los? Hast du solche Angst vor uns, dass du uns trennen musstest?« Er stieß einen leisen Pfiff aus und schüttelte den Kopf. »Ganz im Gegenteil, meine hübsche Menuli. Ich wollte lieber eine kleine, intime Party feiern. Ihr werdet feststellen, dass niemand, der kein Anderweltfehnblut besitzt, durch diese Barriere dringen kann. Keine Menschen, keine Dämonen. Oh ja, ich weiß, dass ihr mit Abschaum wie diesem Inkubus und der japanischen Töle herumlauft. Aber bedauerlicherweise für euch, meine ich, seid nur ihr drei meine geladenen Gäste. Ihr könnt die Barriere in die Gegenrichtung nicht wieder durchschreiten. Also, Mädels, wir sind ganz unter uns. Menuli, nur du und ich. Und deine Schwester.« Er rieb sich die Hände. »Ich werde diese heutige Nacht sehr genießen.« Ich blickte mich um. »Wo sind deine kleinen Freunde, Dredge?« »Mit anderen Aufgaben beschäftigt, die ich ihnen zugewiesen habe. Glaub mir, ich brauche sie nicht einmal, damit sie die Sauerei aufwischen, die von euch übrig bleiben wird.« »Verflucht!« Dann liefen sie immer noch frei herum. »Nur zu, Dredge. Ich weiß alles über dich. Ich weiß, wem du dienst.« Dredge verschränkte die Arme vor der Brust und wedelte tadelnd mit dem Zeigefinger. »Menuli, Menuli, Menuli. Schäm dich, Mädchen. Du hast dich mit den falschen Leuten eingelassen. Und jetzt werde ich dich in Stücke reißen müssen. Dann nehme ich mir deine Schwestern vor, ficke sie, bis sie mich anflehen, endlich sterben zu dürfen, und verwandle sie. Dann lasse ich sie auf deine Geliebte Stadt los, damit sie den Dreck, der hier drüben so lebt, gründlich terrorisieren.« »Lass sie da raus! Das ist eine Angelegenheit zwischen dir und mir!« Das Lächeln erlosch und der gnadenlose Dredge trat auf. »Halt dein beschissenes Maul! Wir spielen hier nach meinen Regeln, Verräterin!« Camille hob die Arme und mit einem wilden Ausdruck in den Augen, den ich bei ihr nur selten zuvor gesehen hatte, sprach sie. »Beim Licht des Mondes, bei allen Sonnenstrahlen, beim Zorn der Jägerin, deren Kraft ich besitze, bei der Hitze meiner Wut, bei Schmerz und Qualen, befehle ich durch meinen Körper herab die Blitze!« Ein gewaltiges Krachen ließ den Raum erbeben. Ein gleißend blauer Blitz zerschmetterte das Fenster und sprengte den Schreibtisch hinter Dredge in tausend Stücke. Ein Holzsplitter schloss hoch und bohrte sich in seinen Arm. »Nah dran!« Aber nicht nah genug. Ein weiterer gegabelter blauer Energiestrahl verfing sich im Metallrahmen des Bettes. Die Bettwäsche ging in Flammen auf. Dredge machte schmale Augen. »Du hast dir soeben einen ganz besonderen Platz in der Hölle gesichert, Mädchen!« sagte er, und in der nächsten Sekunde stand er neben Kamil. »Nein!« Die Leila stach mit ausgestrecktem Dolch nach ihm. Das Silber schlitzte ihm den Arm auf und er zuckte zusammen, sodass Kamil sich ans andere Ende des Zimmers flüchten konnte. Rauch füllte rasch das Zimmer, denn die Tagesdecke brannte lichterloh und Kamil murmelte ein paar Worte. Ein heftiger Regenschauer prasselte von der Zimmerdecke, durchweichte uns alle, löschte aber die Flammen. Ich nützte das Chaos zum Angriff und sprang mit erhobenem Pflock vor. Dredge wirbelte herum und wir prallten mitten in der Luft aufeinander, stürzten zu Boden und rangen verzweifelt miteinander. Er lag auf mir und langte mit den Klauen nach meiner Kehle, aber ich schaffte es, mich gegen seine Schultern zu stemmen, sodass er mich nicht recht zu packen bekam. »Warum? Warum hast du dich gegen mich gewandt? Du undankbares Miststück, du verräterische Hündin! Du wagst es, mir zu trotzen! Du wagst es, das Band zu zertrennen!« Er lehnte sich zurück und versetzte mir einen Faustschlag in die Magengegend. Wenn ich noch am Leben gewesen wäre, hätte dieser Schlag mich getötet. So brachte er mich nur aus der Fassung. »Lass sie in Ruhe!« hörte ich Delilah kreischen. Im nächsten Moment stöhnte Dredge und warf sich von mir herunter, Delilahs Dolch in der rechten Schulter. Immer noch nicht genug, um ihn zu vernichten, aber das Silber musste höllisch brennen. Ich nutzte den Moment der Ablenkung, um mit einem Satz auf die Füße zu kommen. Dredge wollte sich gerade umdrehen, als Camille einen weiteren Zauber losließ, aber als der Energiestrahl auf Dredge zuschoss, packte er Delilah und stieß sie in den heranrasenden Zauber. Camille brach den Angriff sofort ab und die Energie machte sich selbstständig. Wich zur Seite ab, traf Delilah an der Schulter, prallte ab und schoss zum offenen Fenster hinaus in die Nacht. Delilah kreischte vor Schmerz und drehte sich dann zu Dredge um. Ihre Augen funkelten wild. »Du verfluchter Blutsauger!« Erst dachte ich, sie würde sich in ihr Tigerkätzchen verwandeln. Dann hätten nur noch Camille und ich weiterkämpfen können. Doch dann roch ich einen Hauch von Erntefeuer. Oh-oh, offenbar wollte jemand nicht auf eine seiner Todesmeiden verzichten. Ihr tiefes Grollen heilte durch den Raum und zum ersten Mal sah Dredge ein wenig nervös aus. Mehr Ablenkung brauchte ich nicht, um mich erneut mit hocherhobenem Pflock auf ihn zu stürzen. Dredge wich meine Attacke aus, bemerkte aber nicht, dass Camille sich von hinten angeschlichen hatte. Sie hatte etwas in der Hand, keinen Pflock. Es war viel kleiner. Sie sprang auf seinen Rücken, schlang die Arme um seinen Hals und wickelte die Beine fest um seine Taille. Ehe er sie abschütteln konnte, schlug sie ihm eine Hand vor den Mund und ließ nicht wieder los, während Dredge an ihren Beinen zerrte. Ein erstickter Laut war zu hören und sie ließ los, fiel zu Boden und rollte sich weg. Er hatte ihr lange, tiefe Wunden an den Unterschenkeln zugefügt, die heftig bluteten. Ich schnupperte. Oh Scheiße, ich wusste, was sie getan hatte. Sie hatte eine von Ross Knoblauchbombenstibitzt und sie soeben Dredge ins Maul gestopft. Im nächsten Augenblick nahm Delilah in einem glitzernden Funkenregen ihre Panthergestalt an und ihr Gebrüll ließ das Zimmer erbeben. Was zum... Dredge blickte einen Moment lang verwirrt rein. Er starrte mich mit blutroten Augen an und begann dann plötzlich zu wirken. Er fuhr sich mit den Händen an die Kehle und stöhnte und ich sah, wie sich sein Gesicht langsam vor Schmerz verzehrte. Tut weh, was? Aber du magst doch Schmerz. Ich trat zu ihm, ignorierte den Knoblauch, ignorierte das Schwindelgefühl, das dieser Geruch bei mir auslöste. Ich sah nur eines, nur mein Ziel, den Feind auslöschen. Das war alles, was ich zu tun hatte. Wie gefällt dir das? Ich zielte auf seinen Bauch und trat so fest zu, wie ich konnte. Der Tritt schleuderte ihn an die Wand. Mit ausgestreckten Armen prallte er auf und ein langer Riss zog sich durch den Putz. Das ganze Zimmer bebte und er sackte zu Boden. Er versuchte aufzustehen, aber Delilah landete direkt vor ihm und verbiss sich in seinem in Leder gehüllten Bein. Der Biss war tief, ich konnte den Knochen sehen, als sie ein riesiges Stück Fleisch herausriss. Delilah, zurück! Er gehört mir, sagte ich. Sie warf mir einen fragenden Blick zu und trottete ein paar Schritte beiseite. Dredge rappelte sich gerade hoch, als ich vorsprang. Mit aller Kraft stieß ich den Pflock herab in Dredges Herz. Stirb! Verflucht! Stirb endlich! Er lehnte sich zurück und starrte auf den Holzpflock, der bis zur Hälfte in seiner Brust steckte. Warum verpuffte er nicht zu Asche? Stimmte etwas nicht? Und dann sah ich den Schatten neben ihm, die Gestalt eines Mannes von Flammen umzüngelt, und neben ihm ein Wolf, angeleint mit einer gigantischen Kette. Mann und Wolf starrten mich beinahe höhnisch an. Doch dann lachte Loki auf und wandte sich Dredge zu. Hahahaha! Zeit, die Zeche zu zahlen, sagte er. Seine Stimme hallte von den Wänden wieder wie ein misstönendes Konzert von Trommeln im tosenden Wind. Nein! Nein! Noch nicht! Noch nicht! Dredge tastete fahrig nach dem Pflock und versuchte ihn herauszuziehen. Nein! Das wirst du nicht tun! Ich stürzte mich auf ihn, ohne auf die gewaltige Szene zu achten, die sich vor meinen Augen abspielte. Ich packte das Ende des Pflocks und setzte Dredges Kampf all meine Kraft entgegen. Dies ist nicht das Ende, flüsterte er und starrte mit diesen wunderschönen, betörenden Augen zu mir auf. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach! Hast du noch nie was von Scheidung gehört, Arschloch? Ich stieß noch einmal zu, ließ mich auf den Pflock fallen und rammte ihn mit beiden Händen ein. Die Spitze glitt langsam tiefer in seine Brust, durchbohrte sein Herz und traf schließlich auf den Boden unter ihm. Loki lachte bellend und Dredge stieß einen letzten schrillen Schrei aus, bevor sein Körper, vor tausend Jahren geboren, zu Asche zerstob, die auf den Teppich rieselte. Ich fiel zur Seite und landete auf den Knien vor dem Halbgott. Ich warf mir die langen Zöpfer aus dem Gesicht und stand langsam auf. Loki hielt eine schimmernde Kugel in der Hand. Dredge Seele! Ich schluckte und wich ein paar Schritte zurück. Was zur Hölle würde jetzt geschehen? Aber Loki musterte mich nur von Kopf bis Fuß und zwinkerte mir dann zu. Ich konnte Dredge einen letzten Schrei ausstoßen hören, als Loki, sein Wolfskind und sein Vampirkind verschwanden. Kamil, kannst du aufstehen? Die Leila war wieder sie selbst. Sie kroch gerade zu Kamil, die auf dem Boden lag und an beiden Beinen stark blutete. Wo ist er? Morio platzte als erster durch die Tür. Die Barriere war verschwunden. Er blickte sich um, entdeckte den blutigen Pflok und zog seine Schlüsse. Ist alles in Ordnung? Kamil! Kamil! Er eilte zu ihr, während die Leila versuchte, ein Betttuch zu zerreißen, um die Blutung zu stoppen. Ross und Chase ließen nicht lange auf sich warten. Ross stieß die Leila und Morio beiseite. Lasst mich das machen! Ich habe Heilsalbe dabei für alle Fälle. Die wird zumindest die Blutung stillen, bis sie medizinisch versorgt werden kann. Als er die Salbe auf ihre Wunden tupfte, verzog Kamil das Gesicht. Oh, große Mutter! Das brennt! jammerte sie. Rache für die Näherei an meinem Hals, erwiderte er grinsend. Er ist also weg? Tot? Chase blickte sich um und stieß einen leisen Pfiff aus. Das Zimmer habt ihr jedenfalls hübsch zugerichtet. Die Wand hat einen Riss, das Bett ist abgefackelt, der Teppich angesenkt, das Fenster zerbrochen. Euch drei möchte ich nicht bei mir zu Hause haben, das kann ich jetzt schon sagen. Ich schnaubte. Danke sehr, Witzbold. Kamil hat einen Blitz eingeladen, mit uns zu spielen. Der hat hier Feuer gelegt, das sie dann mit ein paar Eimern Regen löschen musste. Und für den Riss in der Wand bin ich verantwortlich. Chase starrte uns an und brach dann in Lachen aus. Ein ganz normaler Tag im Leben der Dartigo-Schwestern, was? Ich kniete mich vor den Pflock und starrte auf das Häuflein Asche. Der Wind blies durch das zerbrochene Fenster herein, erfasste die Asche, wirbelte sie durch die Luft und trug sie davon. Ross trat zu mir. Und wir blickten in die kalte Nacht hinaus. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Ich weiß ehrlich nicht, wie es uns gelungen ist, ihn zu erledigen. Ich erzählte ihm von dem Kampf. Wir waren gut. Aber sind wir wirklich so gut? Sieht ganz danach aus. Aber vielleicht, vielleicht hat euch jemand ein bisschen geholfen. Ross hob den Pflock auf und starrte die blutige Spitze an. Wie meinst du das? Vielleicht fand Loki, es sei an der Zeit, dass Dredge seine Schuld einlöst. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Ich würde wetten, dass der Winter in ein paar Tagen milder wird. Ross schüttelte den Kopf. Ich kann gar nicht glauben, dass es vorbei ist. Ich bin seiner Spur gefolgt, seit er meine Familie ermordet hat. Siebenhundert Jahre lang habe ich ihn über alle Länder und Berge hinweg gejagt. Und jetzt, am Ende, konnte ich ihm nicht einmal in die Augen sehen, als er gestorben ist. Ich ließ den Kopf hängen. Ich wünschte, du hättest hier bei uns sein können. Er ist weg. Aber der restliche Elwing-Clan ist noch da. Ich schaute aus dem Fenster. Sie sind da draußen. Irgendwo. Und er war ihr Anführer. Wenn er mit seinen Leuten so umgesprungen ist wie mit dir, werden sie dich als Retterin feiern. Ross wischte den Pflock an einer Decke ab und steckte ihn in seinen Mantel. Und wenn sie Dredge verehrt haben, werden sie sich an mir rächen wollen. Irgendwann. Ich stand auf und wischte mir die Hände am Hosenboden ab. Ich werde bereit sein. Was jetzt? fragte Ross. Jetzt fahren wir nach Hause und versorgen Kamils Wunden. Dann überlegen wir, was der nächste Zug in unserem Krieg gegen Schattenschwinge sein sollte. Ich drehte mich nach Morio um, doch Ross hielt mich am Arm zurück. Ich komme mit euch. Da ist etwas, das ihr wissen müsst. Über Schattenschwinge. Über die Dämonen. Ich wollte fragen, was, aber er war zu schnell, und ehe ich mich's versah, hatte er das Zimmer verlassen und lief den Flur entlang. Wir sammelten alles ein, was Dredge gehört hatte, und ich bat Morio, zu Exo Reed zu gehen und ihm zu erklären, was hier passiert war, und dass er uns die Rechnung für den entstandenen Schaden schicken sollte. Was wusste Ross über Schattenschwinge? Und über Dredge? Der war jetzt Asche, aber was hatte dieses Grinsen und der Abschiedsgruß vom Herrn des Chaos zu bedeuten? Als ich Kamil hochhob, um sie zum Auto zu tragen, das war für mich am einfachsten, und das Blut, das aus ihren Wunden ran, ließ nicht einmal meine Nase zucken, wurde mir klar, dass ein Teil von mir immer in Angst leben würde. In der Angst, Dredge könnte doch irgendeinen Weg finden, in die Welt zurückzukehren. Manche Wunden heilen niemals, dachte ich. Selbst wenn man die Last losließ, würden die Riemen, an denen man sie getragen hatte, für immer auf der Seele brennen. Iris wartete in der Küche. Sie blickte auf, als wir eintraten, und brach in Tränen aus. Oh, ihr lebt, begann sie, doch dann entdeckte sie Kamils Beine und schnappte nach Luft. Oh, meine Sterne, was ist passiert? Leg sie aufs Sofa, ich hole den Verbandskasten. Als sie hinaus eilte, blickte Tim zu mir auf. Ist er tot? Ich nickte. Ja, Staub und Schatten. Von Dredge ist nichts weiter übrig geblieben als eine Erinnerung. Doch noch während ich das sagte, fiel mir ein, dass etwas mehr von Dredge übrig geblieben war. Seine Seele, für immer in den Klauen eines Halbgottes gefangen, der noch sadistischer war als Dredge. War das die Karma-Polizei in Aktion? Vielleicht. Vielleicht war es auch nur das Universum, das sich ein letztes Mal auf seine Kosten amüsierte. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Halb vier. Aaron würde ich morgen Nacht besuchen. Jetzt war ich so erschöpft, dass ich mich nur noch in meinen Keller verstecken und die Welt ausschließen wollte. Aber vorher musste ich mich um ein paar Dinge kümmern. Ich ging ins Wohnzimmer, wo Iris gerade die tiefen Schnittwunden in Camils Unterschenkel nähte. Mit ein paar Stichen heilen sie besser, sagte Iris. Chase beobachtete das Ganze mit grünlichem Gesicht. Seid ihr Frauen alle so geschickt mit Nadel und Faden? fragte er. Ich kann das besser als die Mädchen. Das kommt daher, dass ich mich so lange um die Qusi-Familie gekümmert habe. Da gab es keinen Arzt, jedenfalls nicht nahe genug, dass man ihn im Notfall hätte holen können. Außerdem konnte ich Wunden schon immer besser heilen als diese Ärzte. Sie biss den Faden durch und packte die Spule weg. So, jetzt Heilsalbe, ein Verband und in einer Woche müsste alles in Ordnung sein. Du wirst Narben zurückbehalten, aber sie werden kaum zu sehen sein. Camille schüttelte lächelnd den Kopf. Die werden prima zu denen an meinen Armen passen, sagte sie und blickte zu mir auf. Welche Ironie, oh. Auf die Art von Ironie können wir verzichten, sagte ich und überlegte, wann ich ihr beibringen sollte, dass auch Trillian verletzt war. Sie würde ziemlich sauer sein, wenn sie erfuhr, dass ich ihr das verschwiegen hatte, aber das spielte jetzt keine große Rolle mehr. Und ist Ross auch da? Jetzt schon, sagte Ross von der Tür her. Er schlüpfte aus seinem Staubmantel und hängte ihn vorsichtig über eine Sessellehne. Dann setzte er sich und seine Hose spannte sich genau an den richtigen Stellen über seinen Beinen. Sein T-Shirt saß auch hübsch eng und ich ertappte mich dabei, wie meine Gedanken eine ziemlich unerwartete Richtung einschlugen. Vielleicht würde Ross tatsächlich einen guten Bettgefährten abgeben, zumindest für jemanden wie mich. Ich spielte mit dem Gedanken herum und schob ihn dann beiseite. Vielleicht, aber nicht in unmittelbarer Zukunft. Also, was hast du uns so Wichtiges zu erzählen? fragte ich. Ich habe jemanden mitgebracht. Er wies auf die Tür. Ich richtete mich erschrocken auf. Wen zum Teufel hatte er in unser Haus eingeladen? Doch als eine verhüllte Gestalt durch die Tür trat, erkannte ich die Energie sofort. Elfenblut. Schweres, uraltes Elfenblut. Das war nicht Trineth. Camille kniff die Augen zusammen und schnappte nach Luft. Euer Majestät, rief sie und versuchte aufzustehen. Iris schob sie zurück aufs Sofa. Und wenn sie die Herzkönigin ist, du bleibst hier sitzen und rührst dich nicht, sonst reißt dir die Naht wieder auf. Die Gestalt zog sich die Kapuze vom Kopf und ich sprang auf, im selben Moment wie die Leila. Euer Majestät, große Mutter, was tut ihr hier drüben? Ich rechnete halb damit, dass die Welt gleich implodieren würde. Asteria, die Elfenkönigin, kam zu uns nach Hause? Was zum Teufel war hier los? Ist alles in Ordnung? Vater, ist unserem Vater etwas zugestoßen? Platzte die Leila heraus und schaffte es gleichzeitig zu knicksen und in Tränen auszubrechen. Ich tat es ihr hastig gleich, nur ohne die Tränen, und bedeutete Morio und Chase, dass sie sich verbeugen sollten. Lasst die Förmlichkeiten, sagte die uralte Königin und winkte ab, als sie uns niederknien sah. Ich will nicht zu lange aus Elkaneve fortbleiben, aber wir haben Wichtiges zu besprechen, und ich hielt es für klüger, euch aufzusuchen, statt zu warten, bis ihr meine Stadt erreichen könnt. Doch erst berichtet mir von Dredge. Wir erzählten ihr von dem Kampf und der Tatsache, dass er mit Loki verbündet gewesen war, nicht mit Schattenschwinge. Sie hörte aufmerksam zu und nickte stumm, als wir das Chaos darzulegen versuchten, das Dredge hinterlassen hatte. Dredge war schon immer die pure Bosheit. Er hat es genossen, Verwirrung zu stiften. Ich hatte gehofft, Yaret würde ihm helfen können, aber nun wundert es mich nicht mehr, dass ihm das nicht gelungen ist. Wenn Dredge Loki im Rücken hatte, ist es schon erstaunlich, dass Yaret den Versuch überlebt hat. Und keiner von uns wusste davon. Es ist ihm gelungen, uns bis zum ätteren Ende zu täuschen. Sie hielt inne und sah Camille an. Mein Mädchen, du bist verwundet, weiß Trillian davon. Ich war betrübt, ihn so schwer verletzt zu sehen. Was? Trillian wurde schwer verletzt? Camille schaffte es aufzuspringen. Diesmal war ich es, die sie aufs Sofa zurückschob. Iris sprang ein. Er wird schon wieder. Allerdings kann er nicht so bald wieder zurück in die Anderwelt, denn er ist als Spion enttarnt worden. Sie stand auf und stemmte die Hände in die Hüften. Er liegt oben in deinem Schlafzimmer. Ihr beide könnt also gemeinsam gesund werden und mögen die Götter euch gnädig sein. Jedenfalls hoffe ich sehr, dass sie mir gegenüber gnädig sein werden, denn ich werde das Vergnügen haben, euch aufwarten zu dürfen. Sie verdrehte die Augen. Deshalb bin ich hier, sagte die Königin. Ich wollte, dass ihr das, was ich euch zu sagen habe, von mir persönlich erfahrt. Sie gab Ross einen Wink und er trat zu ihr. Rosurial ist mein neuer Bote. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Trillian etwas geschieht, aber da er nun verletzt ist, wird Ross vorerst seine Aufgaben übernehmen. Er wird Botschaften überbringen, die ich nicht dem Flüsterspiegel anvertrauen möchte. Und es ist jetzt zu gefährlich, Trillith zu euch zu schicken. Mein Sekretär ist mir eine zu große Hilfe, um ihr dieser Gefahr auszusetzen. Ist der Krieg wirklich so gefährlich geworden? fragte Delilah. Königin Asteria schüttelte den Kopf. Ein Krieg bringt stets Gefahren mit sich, aber nein, das ist nicht der einzige Grund. Ich habe meinen Gelehrten aufgetragen, die uralten Schriften zu studieren. Außerdem habe ich mehrere Seher auf diese Sache angesetzt. Sie hielt inne und seufzte dann tief. Hört mir jetzt gut zu. Anscheinend haben die meisten, wenn nicht alle, der Geistsiegel irgendwie den Weg in die Umgebung von Seattle gefunden, in das Gebiet, das ihr als den Pazifischen Nordwesten bezeichnet. Aber weshalb? Sind hier Kräfte großer Mächte konzentriert, welche die Eigenschaften der Siegel noch vermehren können? Und immer mehr Portale, Portale, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gab, öffnen sich plötzlich in der Anderwelt und natürlich sind sie nicht bewacht. Wissen die Dämonen davon? Können sie diese Portale benutzen, um die Erde und die Anderwelt zu infiltrieren? So viele Fragen und bisher keine einzige Antwort. Während ich noch die Tragweite dessen, was sie uns gesagt hatte, zu begreifen versuchte, ergriff Ross das Wort. Da ist noch etwas. Das dritte Geistsiegel, das dritte Bruchstück des uralten Talismans, ist irgendwo hier in Seattle versteckt. Jetzt, in diesem Augenblick. Ich konnte bisher nur feststellen, dass es eine Verbindung zwischen diesem Teilstück und einem Raksasa gibt. Camille stieß einen leisen Pfiff aus und richtete sich auf. Die sind gefährlich. Ähm, was ist das? fragte Chase. Ein Erdwelt-Dämon, indisch, sagte Murio. Sehr mächtig. Arbeitet der Raksasa also für Schattenschwinge? Iris warf Camille einen finsteren Blick zu und meine Schwester ließ sich wieder in die Kissen sinken. Ich weiß es nicht. Ross rieb sich die Nase. Aber es wird eure Aufgabe sein, das herauszufinden und das dritte Siegel in Sicherheit zu bringen. Und da sind noch ein paar Sachen. Die uns nicht gefallen werden, richtig? Ich blickte aus dem Fenster in die tief verschneite Nacht. Die Wolken rissen auf und es sah ganz so aus, als würde der Schneesturm allmählich nachlassen. Vielleicht hatte Loki den Schnee tatsächlich wieder mitgenommen. Höchst wahrscheinlich, junge Dame, sagte die Königin mit einem schwachen Lächeln. Es ist uns gelungen, einen von Schattenschwinges Spionen gefangen zu nehmen. Der, unheult, lebt nicht mehr. Aber vor seinem Tod hat er uns gestanden, dass es ein ganzes Netzwerk von Spionen in eurer Gegend gibt. Vermutlich weiß Schattenschwinge also, dass alle Siegel hier zu finden sind. Deshalb schickt er seine Späer durch die hiesigen Portale und nirgendwo anders hin. Scheiße. Dann weiß er also, was wir wissen? Zum größten Teil, ja. Das Wettrennen hat begonnen, die Zeit arbeitet nicht mehr für euch und euer Wissensvorsprung ist dahin. Dredge war ein abscheuliches Ungeheuer. Neben Schattenschwinge sah er aus wie ein Schuljunge. Was noch? Fragte Camille. Ross schnaubte. Zu Hause in der Anderwelt haben die Kryptos zu den Waffen gegriffen. Sie haben sich aus dem Bürgerkrieg in Jelestrial vollständig zurückgezogen, und es gibt Gerüchte, im Windweidental braue sich etwas zusammen. Es hat wohl etwas mit den Danseinhörnern zu tun. Wir haben im Moment noch keine Ahnung, was genau da los sein könnte. Nicht alle von uns tappen im Dunkeln, unterbrach die Königin ihn und erhob sich. Seid ihr darauf vorbereitet, dass in den kommenden Monaten ein Bote der Einhörner an euch herantreten wird? Aber es wird noch eine Weile dauern, bis sich gewisse Angelegenheiten in der Anderwelt erledigt haben, also macht euch keine allzu großen Sorgen und stellt keine Fragen. Sie rückte ihren Umhang zurecht und wandte sich Ross zu. Und jetzt muss ich nach Elkaneve zurückkehren. Meine Wachen erwarten mich bereits. Rosurial, du wirst mich zum Portal begleiten. Ohne weitere Umstände wandte sie sich ab und verließ den Raum, ehe wir uns auch nur verabschieden konnten. Camille verlangte sofort Trillion zu sehen, und Chase, Morio und Delilah begannen alle gleichzeitig aufgeregt von den Geistsiegeln zu reden. Ich ging in die Küche, um ein wenig Ruhe zu finden. Maggie spielte in ihrem Laufstall, und ich hob sie hoch und legte sie mir an die Schulter. Es war so viel passiert, dass ich kaum wusste, wie ich das alles verarbeiten sollte. Ich hatte mich von meinem Meister befreit, die Person besiegt und getötet, die ich in allen Welten am meisten gehasst hatte. Und ich war plötzlich zur Mutter geworden. All das in nicht einmal einer Woche. Iris kam zu mir. Geht es dir gut? Ich schüttelte den Kopf. Mehr oder weniger. Nein, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich denken oder tun soll. Ich bin im Moment völlig durcheinander. Sie hüpfte auf ihren hohen Barhocker und stützte die Ellbogen auf den Küchentisch. Wegen Nerissa? Wegen Nerissa und Yaret. Ich habe mit ihm geschlafen, obwohl ich dachte, ich könnte die Berührung eines Mannes nie wieder ertragen. Dann ist da noch Aaron. Ich bin jetzt Mutter, Iris. Ich habe geschworen, dass ich niemals jemanden zum Vampir machen würde. Und doch habe ich es getan. Und obendrein eine Freundin von uns. Du hast sie nicht getötet, Manoli. Du hast sie vor dem Tod gerettet. Jedenfalls vor dem Tod, der für Menschen bedeutet, dass sie nicht wieder aufstehen und davon spazieren. Ich weiß einfach nicht, was gerade mit mir geschieht. Ich starrte auf das kleine Schildpattbaby, das ich auf meinem Arm zusammengerollt hatte, kraulte es unter dem Kinn und küßte es sacht auf die Nase, ehe ich es wieder in seinen Laufstall setzte. Iris runzelte die Stirn. Manchmal treten Leute aus einem ganz bestimmten Grund in unser Leben und wenn dieser Grund sich erledigt hat, gehen sie wieder. Lass deine Sorgen erst einmal ruhen. Zwing dich nicht zu Entscheidungen, die zu treffen, du noch nicht bereit bist. Ich dachte an Nerissa. Ihre Haut war so zart gewesen. Ihre Berührung heilsam. Und Yaret? Vor langer Zeit hatte er eine Vampirin geliebt. Ich hatte ihm ein wenig von dieser Erinnerung zurückgebracht, damit er sich daran klammern konnte, während er mir sein Blut schenkte. Camille hat mich einmal gefragt, ob Vampire träumen. Ich habe ihr eine sehr einfache Antwort auf eine komplexe Frage gegeben. Jetzt habe ich selbst eine Frage. Können Vampire lieben? Kann ich lieben? Beziehungen haben wie meine Schwestern? Ich wartete, aber keine Antwort erschien, nicht mal ein Flüstern, das mich hätte leiten können. Manoli, du bist nicht dasselbe Mädchen, das noch letzte Woche in dieser Küche gestanden hat. Iris sprang von ihrem Hocker und begann, Kekse auf einem Teller zu arrangieren. Du hast so viel durchgemacht. Wie kannst du erwarten, genau zu wissen, wer du bist und wozu du fähig bist, ehe sich der Staub gelegt hat? Das kann ich wohl nicht, ich schüttelte den Kopf. Dredge ist schuld daran, dass ich mich davor fürchte, je wieder jemanden zu lieben. Von Anfang an hat er versucht, mich zu benutzen, um meine Familie zu zerstören. Und jetzt ist er weg. Und du bist noch hier, erwiderte sie mit glitzernden Augen. Ja, er ist weg. Und ich bin hier. Aber was bedeutet das? Fragte ich leise. Iris wischte sich die Hände an der Schürze ab. Die Welt könnte schon heute Nacht untergehen, mein Mädchen. Nimm es mit deinen Ängsten auf. Aber eine nach der anderen, falls und wenn sie aufkommen. Nicht vorher. Und dann war wieder alles in Ordnung. Ich lachte und fühlte mich leichter, unbeschwerter, als ich mich seit meinem Tod je gefühlt hatte. Der Morgen zieht herauf, liebste Freundin. Wir sehen uns heute Abend. Friedvolle Träume. Iris winkte mir nach, als ich durch den geheimen Zugang in meinen Keller schlüpfte. Während ich mich auszog, blickte ich auf die Narben hinab, die sich über meinen Körper zogen. Dredge hatte mich auf ewig gezeichnet. Aber er war weg. Asche und Staub. Meine Schwestern und meine Freunde waren in Sicherheit. Ob es mir gefiel oder nicht, ich hatte jetzt eine Tochter. Und jemand hatte mir das größte Geschenk der Welt gemacht. Ich war frei. Mein Albtraum zerschmettert. Das war Schwestern des Mondes, die Vampirin, von Jasmine Galenon, aus dem Englischen von Katharina Volk. Gelesen von Nana Spier. Auf Wiederhören bei Audible. Das war Schwestern des Mondes. Das war Schwestern des Mondes. Bin ich, dass ihr euch gegen die Familien in Arbeit erhältstellt ist. ina�ome. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.